So, das klappt alles, wenn ich jetzt aufs Spielen gehe. Genau, wir machen uns einen neuen Spielstand auf jeden Fall. So, alles klar. Dann, Freunde, ähm... Kann ich nur noch sagen, lasst uns, ähm... Lasst uns eine richtig geile Zeit im Olymp 2 von 0 haben. Wir starten mit dem ersten von 10 großartigen Games. Ich hab unfassbar Bock. Ich hab richtig, 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 richtig Bock. Und, äh... Ja, Olymp 2.0. Der Olymp 2024 startet in 3, 2, 1, Feuer frei. Ich habe mies Bock. Und ich habe, wie bei allen Olymp Games, keine Ahnung, was passiert. Gelobt sei das Lamm, Wegbereiter großer Macht und verheißener Befreier von jenem, der wartet. Nimm dich in acht, Opferlamm, denn die Krone kann nur auf einem Kopf sitzen. Okay. Gelobt sei das Lamm, Tammer. Exakt das. Diesen Emote werden wir sehr viel brauchen. So. Oh nein, ich bin ein sehr trauriges Lamm. Aber ich mag die Grafik. Die Grafik ist richtig insane. Wow. Justin, das ist eine wunderbare Emote-Kombination. Junge, hü, halbe Bibel Shadowkicks. Ey, viel Erfolg in der Nachtschicht beißt. Und dankeschön für die 1, 8, 7. Ach du Scheiße, wer ist das denn? Das sind meine Mods. Niederknien, um geopfert zu werden. Vor uns sehen wir den Letzten seiner Art. Alle anderen haben wir gejagt und hingerichtet. Mit diesem letzten Opfer wird es unmöglich sein, dass sich die Prophezeiung erfüllt. Der Ketzer, der unten in Ketten liegt, wird zu ewiger Gefangenschaft verdammt sein. Und deine Glaube wird erhalten bleiben. Digga. Werden wir jetzt geschlachtet? Okay. Das ist gar nicht mal so geil. Achso, Hölle. Jener, der wartet. Komm näher, fürchte dich nicht, denn obwohl du bereits tot bist, habe ich noch Verwendung für dich. Diese törichten Bischöfe dachten, sie könnten dich im Tode von mir fernhalten. Stattdessen haben sie dich direkt zu mir geführt. Ich schenke dir erneut Leben, aber das hat seinen Preis. Alles, was ich von dir verlange, ist ein Kult in meinem Namen zu gründen. Sind wir im Geschäft? Ja, rein in die Masse. Wir nennen den Kult Rotz-Community. Weise Entscheidung. Nimm die rote Krone, die ich einst trug. Und er wird dir die Loyalität deiner Anhänger sicher sein. Und du wirst Angst in den Herzen unserer Gegner schüren. Kehre in das Land der Lebenden zurück. Gründe einen Kult in meinem Namen und beginne damit, Anhängern zu rekrutieren. Soweit das vollbracht ist, wirst du mich wiedersehen. Ey, wetten, der ist der Endboss. Der will dann so seine Krone wiederhaben. Aber wir schlachten ihn einfach weg, weil wir dann den krassesten Kult aller Zeiten haben. Jo, Farson, 5 Euro. Halt dein Maul, dankeschön. Dankeschön für die 5 Euro. Angriff? Geil. Zack. Alter, das spielt sich übel geil. Das spielt sich... Ah, wow. Ey, das Gameplay ist ja mal richtig flüssig. Oh mein Gott. Okay, das spielt sich mal voll nice. Und ich mag die Grafik. Ich mag die Grafik extrem. Vermeide es, Schaden zu nehmen. Okay. Ich wollte eigentlich Schaden nehmen, aber... Dann doch nicht. Sound kann ich lauter machen, ja. Gebt mir Bescheid, einfach ob die Lautstärke passt. Ob lauter, leiser. Ich habe jetzt ein bisschen lauter gemacht. Okay, warte mal. Hier gibt es jetzt so verschiedene Stages, oder was? Das ist jetzt dieses Roguelike-Element, oder? Wo man irgendwie so von Ebene zu Ebene sich durchkämpft. Du hast doch eh schon den Schaden. Fürchte dich nicht, ich bin der Rathau. Ich war eins in auserwähltes Gefäß. Okay. Aber die Tage sind bereits Geschichte. Ich wurde ausgesandt, um dir den Weg zu weisen. Wir befinden uns tief in den Ländern des alten Glaubens und stecken in Gefahr. Meine Anweisungen lauten, dich in Sicherheit zu bringen. Geh weiter durch den Wald. Der Ausweg liegt vor dir. Okay. Kostet kalte Verdämpfers. Ja. Das ist ein Spiel, welches man bezahlt. Oh. Aber ich habe gar keine Lebensleiste. Wahrscheinlich kann man beim Intro einfach nicht sterben, ne? Jawollo! Freunde, ich habe Kohle bekommen. Ah, da ist noch die Twitch-Integration. Aber wie gesagt, die müsste ich eigentlich schon gemacht haben. Aber ich glaube, ich muss die nochmal frisch machen. Wartet. Die muss man wohl immer wieder neu machen. So, jawollo. Da ist es doch auch schon. Sehr geil. Cult of the Lamb Twitch-Einbindung. Zuschauer können Kanalpunkte für deine Twitch-Totem-Anzeige ausgeben. Kanalpunkte? Mashallah. Ist sie voll, erhältst du eine Belohnung. Schieb mir eure Kanalpunkte in den Arsch, Leute. Events zum Helfen oder Hindern starten automatisch. Nach Zuschauerwahl erhältst du einen Bonus oder wirst bestraft. Erlaube Zuschauer mit Hilfe einer Ziehung, deinen nächsten Anhänger zu gestalten. Der Name des Zuschauers, der ihn entwirft, wird permanent über ihm eingeblendet. Okay. Die Twitch-Einbindung ist auf Mobilgeräten angekommen. Zuschauer können jetzt auch unterwegs mit der Einbindung interagieren. Okay. Zusätzliche Optionen für Zuschauer. Anhänger mit Kleidung ausstatten. Okay. Aber ich glaube, das lernen wir erst nachher richtig, oder? Ähm. Let's go. Alles klar. Ich glaube, das ist eine Sache, die kommt dann erst... Ich glaube, wir sind jetzt hier gerade so eine Art Intro, würde ich schätzen. Und ich glaube, das ist eine Sache, die wird dann interessanter, wenn wir... wenn wir dann irgendwie anfangen, unseren Kult zu gründen. Wie auch immer das dann aussieht, ne? Ja, ich binde euch in meinen Kult ein, Freunde. Für die parasoziale Beziehung. Let's go. Okay. Wir haben schon drei Coins. Und hier gibt es nochmal Fettkohle. Nochmal drei Coins. Okay. Warte, warte, ich muss noch kurz das überprüfen. Ah, nee, okay. Alles... Alles entspannt, Freunde. Wir sind fast in Sicherheit, aber schau da vorne. Eine weitere arme Seele, die gleich geopfert wird. Rette ihn und es bleibt ihm keine Wahl, erst deinem neuen Kult beizutreten. Oh, ihr mächtigen Bischöfe, wir bitten euch, das Opfer anzunehmen. Hey, wer wagt, jetzt unser Ritual zu unterbrechen? Ich. Ich muss sagen, ich finde die Rolle ziemlich cool. Die kommt sehr Baba. Yeah. Oh, da kommt noch mehr. Okay. Sehr gut. Oh, schön. Hallo? Anhänger wartet auf Indoktrination. Habe ich das jetzt umgebracht? Ich dachte eigentlich, ich hätte das jetzt befreit. Aber ich habe es irgendwie... Ich habe es irgendwie einfach in... Ich weiß nicht, wohin geschickt. Ich habe es einfach ins Nichts gefeuert. What the fuck? Retten. Jietet ihn in die Hölle. Ja, so fühle ich mich. Wir sind in Sicherheit. Das hast du gut gemacht. Die rote Krone ermöglicht es dir, diese Markierung zu verwenden, um große Entfernung zurückzulegen. Du wirst zu einem verfallenen Tempel transportiert. Da gründest du einen neuen Kult. Ja, das ding doch nicht schlecht. Nee, knistet habe ich nicht. So, wir haben einen neuen Kultanhänger gefunden. 30 Gegner geschlachtet und 4 Minuten dafür gebraucht. Okay. Ich finde, das ist doch schon mal eine ganz, ganz feine Sache, oder? Wähle einen Schwierigkeitsgrad aus. Ja, Mittel. Immer Mittel. Immer Mittel. Lol, wenn man so entspannt nach unten läuft, dann guckt der voll evil. Das ist schon ein bisschen cute. Dieser geheiligte Boden gehört nun dir. Die verfallene Ruine wird Städte deines neuen Kults. Boah, kann ich dir einen Namen geben? Wir haben viel zu erledigen. Wir beginnen mit der Indoktrination. Anhänger können Ressourcen für dich sammeln. Oh, mit Holz oder Stein. Okay. Jawollo! Da ist der Hirsch wieder. Junge, geil. Geh Holz sammeln. Bekehre mich zu deinem Kult. Okay. Ah, und jetzt kann ich hier so eine Anhängerziehung machen. Starte eine Ziehung für deinen Twitch-Chat. Okay. Und wie läuft das? Was müsst ihr jetzt schreiben? Um zu ziehen? Weiß das jemand von euch? Irgendwie Ausrufezeichen Kult oder so? Oder wie? Nee, da passiert noch nichts. Okay. Nee, Ausrufezeichen Kult ist es nicht. Moment mal. Ich glaube, es gab auch irgendeine Twitch-Erweiterung. Wartet mal. Wartet mal. Das müssen wir jetzt mal ganz kurz rausfinden. Ich gehe mal kurz in meine Twitch-Einstellung. Es gab irgendeine Expansion, die dann so auch als Panel irgendwie mit dabei war. Irgendwas war da. Moment mal. Äh. Ist das bei Streaming-Tools? Nee. Ich glaube, das... Hier. Erweiterung. Da. Meine Erweiterung. Hier. Kalt auf der Lamp. Aktivieren. Okay. So. Und das müsstet ihr jetzt irgendwo sehen. Beim Handy ist das, glaube ich, immer oben im Chat. Rechts in der Ecke, glaube ich. Und am PC weiß ich. Ich gehe mal selber auf meinen Stream. Ich muss mal raushinten, wo das am PC ist. Ich habe jetzt irgendeine Erweiterung aktiviert. Warte mal. Oder muss ich das noch in die Panels packen? Ähm. Am PC ist es im Bild. Oh, jetzt passiert was. Okay. Also, wenn ihr am PC oder am Laptop seid, dann ist das quasi in eurem Streaming-Bild. Und wenn ihr am Handy seid... Wo ist das da? Ist das da überm Chat? Da ploppt was auf, wenn man am Handy ist. Okay. Geil, 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 geil. So. Und ich gehe jetzt mal ans Handy. Ja, genau. Beim Handy ist es quasi hier oben. Da. Seht ihr das da, wo mein Daumen ist? Da könnt ihr drauf tippen. Und dann lädt da irgendwas. Genau, 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 genau. Join the Cult. I want to join the Cult. Okay, geil. Alles klar. Also, Freunde. Ich glaube, das wird nicht das letzte Mal sein, dass wir das tun. So, aber dann beende ich jetzt die Ziehung. Wie gesagt, es gibt, glaube ich, noch ganz viele andere. So, Ziehung beenden. Junge, Asta! Halt dein Maul! Asta ist unsere erste Kult-Anhängerin. Es kracht. Es kracht. Asta, ich erwarte Großes von dir. So, Anhängerstellung im Gange. Asta, ich glaube, du kannst jetzt entscheiden, wie du aussehen möchtest. Und ich glaube, ich kann erst weiterspielen, wenn du entschieden hast, wie dein Charakter aussehen soll. Das ist ja mal mega cool gemacht. Wow! Das ist super cool. Okay, wir haben eine Katze. Eine orangene Katze. Ey, das macht ja mal so Spaß. Jawoll, oh, let's go! Okay. So, Eigenschaften, Trägheit. Das Tempo von Arbeit wird um 10% reduziert. Verliebt minus 5 Glauben, wenn ein anderer Anhänger stirbt. Okay. Nö, dann gehe ich jetzt hier einfach auf Annehmen. Ich finde die Grafik megaschön. So, Asta schicken wir jetzt Holzhacken. Durch deine Hand wird unser Kult sehr mächtig. Aber deine Anhänger leben nicht von Gebeten allein. Sie müssen essen. Sammle Ressourcen und entfache ein Feuer. Damit kannst du Mahlzeiten zubereiten. Okay. Okay, dann sammle ich jetzt hier Beeren. Oh, ich liebe die Grafik, ne? Für Holz und Stein. Holz macht Asta. Dann sammeln wir jetzt hier mal Stein. Gibt's da auch Ausrufezeichen Talk? Nein, Ausrufezeichen Talk gibt es nicht. Musik ist wirklich gut, ja? Ja, ich muss zugeben, ich bin gerade sehr begeistert von dem Spiel. Das macht einen sehr, sehr schönen Ersterdruck. Send you! Dankeschön für den Tier und Sub. Das hat wirklich Lego-Fortnite-Vibes. Ich gebe dir recht, ich gebe dir recht, Jacqueline. So, jetzt brauche ich ein Feuer. Das kann ich einfach Ressourcen hier hinbringen. Ah, und hier gibt's ganz viele Gebäude. Yo! Alter, gibt's hier viel zu tun. Okay. Wir bauen ein Feuer. Das pflanzt mir jetzt einfach mal hier oben an den Weg ran. So, passt auf. Dann hacke ich jetzt hier noch den Weg frei. Ah, und da steht auch der Name von Asta drüber. Wie cool. Ah, und sie hilft jetzt beim Bauen. Okay, man muss das quasi selber hier aufbauen. Deine Anhänger müssen Nahrung zu sich nehmen und es liegt an dir, sie mit Mahlzeiten zu versorgen. Okay. Nein, äh, das macht ein Wort, Luigi. Das macht ein Wort. Der Hunger wird oben links angezeigt. Okay, bei diesem Magensymbol. Besorge auf Kreuzzügen etwas zu essen. Wähle Routen durch Orte, die zur Nahrungssuche geeignet sind. Baue Farmen, um Nahrung anzubauen. Alles klar. Aber aktuell geht's uns allen hungertechnisch, glaube ich, ganz gut. Wehe, du lässt mich hungern. Auf gar keinen Fall. Alter, okay, das dauert ja mal ultra lang, das Ding hier zu zacken. Da brauchen wir wahrscheinlich noch mehr Anhänger, würde ich mal schätzen. So, und jetzt, ah, jetzt muss ich eine Mahlzeit kochen. Icy, Icy. Und mir wurde auch gesagt, das Game hat ein Ende. Also mir wurde auch gesagt, dass das Game Final Boss hat. Also man kann das wirklich, äh, durchspielen. So, Rezept. Sechs Beeren für eine schlichte Schüssel. Alles klar. Kochen. Aha. Und Asta hat sich schon gegönnt. Goldpalme. Ich, ich, ich... Mein erster Eindruck von dem Spiel ist gerade großartig. Jetzt müssen wir einen Schrein errichten, damit mehr... Aber wir brauchen mehr Anhänger und mehr Gold. Und das läuft über diese Kreuzzüge. Unser gemeinsamer Wohltiter, jener, der wartet, wurde von den vier Bischöfen gefangen. Jeder von ihnen bewacht eine Kette. Okay, wir müssen die vier Bischöfe töten, ne? Wir haben Zugänge zu ihren Reichen beschworen. Es ist deine Aufgabe, sie aufzuspüren und zu schlachten. Wir sollen halt wirklich schlachten, ne? Aber ein Kult im Rahmen eines Streaming-Projekts fördert die parasoziale Beziehung anders. Hier liegt scheiße. Asta hat hier hingeschissen. Unhygienische Zustände in deinem Kult haben zur Folge, dass Anhänger krank werden. Asta, unser Kult wird krank, weil du da hingeschissen hast. So. Verordne einem kranken Anhänger Bettruhe, sonst könnte er sterben. Kot, Erbrochenes und Leichen verursachen Krankheiten. Die Beseitigung und das Vergraben von Leichen verhindert die Ausbreitung von Krankheiten. Ah, jetzt haben wir eine Krankheitsanzeige da oben. Was ist hier in der Kiste? Weiß ich nicht. Okay. So, ist das hier das Land des alten Glaubens? Ja, scheint so. So, und ist es jetzt egal? Düsterholz. Ah, okay. Für den brauche ich neun Anhänger, um durch die Tür zu gehen. Und diese grüne Tür hier scheint die erste Tür zu sein, die ich betreten kann. Und by the way, lieber Lodi, vielen, vielen, vielen Dank für dein frisches Prime Sub. Schön, dass du da bist. Bro, also ich muss wirklich zugeben, Praying ist mit Abstand der beste Emote für dieses Spiel. Oh, da ist eine neue Waffe. Oh, da ist eine neue Waffe. Schaut mal. Klinge des Kreuzfahrers. Schaden 12. Ne, 1,2. War es 12 oder 1,2? Das ist gar nicht. Okay. Lesen. Du betrittst die Blender des Bischofs Leschi. Okay. Schauen wir doch mal. Feli Boy, danke schön. So, jetzt muss ich auf jeden Fall aufpassen, dass ich hier nicht aufs Maul bekomme. Weil jetzt kann ich halt Leben verlieren. Das ging vorhin im Tutorial nicht. Aber wenn ich jetzt sterbe, dann wird es schwierig. So, drei Münzen. Geil. Ah, und schau mal. Ich kriege ja auch Fleisch. Wenn ich zum Beispiel hier rumhacke. Also ich sammle jetzt auch ganz viel Loot. Okay, die brauchen drei Schläge. Und vielen Dank, Alter. Skill Rise auch mit einem frischen Prime Star. Mega. Vielen Dank, Mann, für den Support. Sau nice. Bam. Let's go. Und noch mehr Cash. Ah, das Leben schmeckt süß. Olymp, eine der besten Erfindungen von Hübi. Ey, ohne Witz. Ich hatte auf den Olymp 1 schon sehr Bock. Aber Olymp 2 ist irgendwie nochmal was ganz anderes. Weil ich irgendwie echt in den letzten Monaten noch ein bisschen mehr von Nintendo abgefuckt wurde. Und ich jetzt einfach nicht erwarten kann, jetzt diese ganzen Games hier zu zocken. Ich hab so Bock, ne? Wie kann das sein? Du hast die Klinge gespürt, Lamm. Genau wie alle deiner Art. Und trotzdem stehst du hier und zeigst keine Reue. Die Krone, seine Macht. Aber ich bin immer noch stärker. Gib Fersengeld, kleines Lamm. What? Gib Fersengeld. Hat er mir grad Geld abgenommen? So. Noch mehr Kohle. Aber ich seh jetzt gerade... Also ich hab jetzt nicht ganz verstanden, was das hier war. Aber jetzt seh ich auch gerade irgendwie... Hier kann ich auch noch nach unten gehen. Wir haben nämlich oben rechts eine Karte. Okay. Das ist Klauneck. Das ist eine Redewendung. Fersengeld klingt wie sowas, was ein Fußfetischist auf Onlyfans bezahlt. Äh, Lartop, ich zeig nachher nochmal, was man tun muss für die nächste Ziehung. Bei den Kultisten. Gelobt sei das, Lamm. So haben es mir die Karten gesagt. Vor vielen Lebzeiten. Ich hab immer deine Karten gezogen, Lamm. Und dennoch ist das die erste. Nimm diese Karten und ich werde bei jedem unserer Treffen eine weitere ziehen. Ah. Ein Herz geboten. Da krieg ich ein Extraherz. Ah, das sind jetzt diese Roguelite-Elemente, ne? Wo ich quasi jetzt unter... Aus unterschiedlichen Perks wählen kann. Oder 10% Chance, einen kritischen Treffer zu landen. Ich geh mal auf mehr Leben, weil ich noch nicht so gut im Ausweichen bin. Come on. Und jetzt hab ich neue Tarotkarten freigelegt. Äh, warum hab ich denn jetzt... Ähm... Äh, hallo? Warum hab ich denn jetzt auf einmal 15 Tarotkarten freigespielt? So, und jetzt hab ich oben ein Extraherz. Ja, richtig. Hä, wie cool. Warum ist dieses Spiel so cool? Die kann er jetzt ziehen. Ah, ist eine von denen wird es sein. Okay, ich verstehe. Gugi, dankeschön. Ey, ich genieße das Spiel grad viel zu sehr. Bro hat alle DLCs installiert. Bro, ich hab das Game einfach nur auf Steam gekauft. Federhalskette. Das Bewegungstempo deiner Anhänger erhöht sich. Ah, das sind jetzt permanente Perks für unseren Kult. Okay. Und das war's jetzt, oder wie? Ah, jetzt hier. Essen oder Rohstoffe. Wir gehen mal auf Essen. Na, wir bringen mal ein bisschen Brot nach Hause. Ey, das Game hat, glaub ich, 25 gekostet, wenn ich's mir richtig im Kopf hab. Oh ja, hier ist richtig viel. Oh, hier ist ultra viel Food. Wow, 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 wow. Bring noch so ein bisschen Fleisch mit. Beeren für uns zum Essen. Danke, Kultmeisterlamm. Ey, Chat, ich, 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 ich finde, das ist großartig. Ne, ihr werdet quasi willenlose Schafe. Um den Stream angenehmer zu gestalten, wäre noch eine Anzeige mit dem Spielenamen gut. Aber ist das notwendig? Das steht doch auf Steam selber, was wir zocken, oder? Aber ich mein, prinzipiell, ein Logo könnten wir da schon hinpacken. Ich mein, why not, ne? Ich mein, der Platz ist da. So, sehr schön, wieder Kohle. Ich find das mit der Karte oben nice. Ja, passt auf. Dann suche ich nach dem, nach dem Run hier, tue ich da noch irgendwie ein schönes Logo raus und dann packen wir das einfach unten in die Mitte. Ich mein, why not? Kostet nix. Und sieht auch vielleicht einfach ganz schick aus. Oh, let's go! Schon wieder eine Karte. So, Angriffstempo erhöht sich. Das ist geil. Oder erhalte die doppelte Lebensenergie beim Heilen? Nee. Höheres Angriffstempo finde ich richtig geil. Oh, okay. Wir greifen deutlich schneller an. Wow. Das ist nice. Ernst, danke für den 16. Monat. Was geht? Oh, hier ist er schon wieder. Ist hier ja nicht weiter, kleines Lamm. Meine Anhänger sind bereit, alles für mich zu tun. Kannst du dasselbe von deinen behaupten? Chat, eins in den Chat, wenn ihr alles für den Kult tun würdet. Danke, Chat. Wir bumsen den weg. Oh, das ist ein Minibus jetzt, oder was? Amdusias. Yo, 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 yo. Oh, nicht, hab direkt aus dem Morgen kommen. Okay. Geil. Oh, ist das ein neuer Anhänger, oder? Bitte verschone mich. Begehre mich zu deinem Kult. Geil. Let's go. So, wähle 8 Stein, 16 Bären oder Anhängerform. Nehmen Anhängerform. Was auch immer das ist. Ah, neue Tierform. Deine Anhänger, die deine Anhänger jetzt annehmen können. Ihr könnt jetzt Stachelschweine werden. Das Game ist ja so nice. Ja, oder? Und noch fett Kohle. Alter. Maschallah. Mach nochmal, würde ich sagen. Oh, hier ist das Ende. Aber die Boss-Tür ist noch nicht offen. Aber ich will erst noch jeden Raum überprüfen. So sind wir Zuschauer hier geworden. Erst verprügelt werden und dann ist man mit dabei. Ja, und zwar ganz freiwillig. Oh, dann Iggy kann das auch gewesen sein, ja. Aber erst mal alles töten. Für den maximalen Loot. So. Es ist ein Zweispieler-Add-On angekündigt zum Ende des Jahres. Oh, cool. Ja, die Grafik ist wahnsinnig. Massi, das ist so ein liebevoller Artstyle. So, wir gehen wieder heim. Also wir können, glaube ich, schon mal festhalten, Freunde. Das erste Spiel des Olymps ist instant ein riesiger Erfolg. Wir haben den Ketzer besiegt. So. Und hier? Asta hat uns irgendwas in die Kiste gelegt. Ich bin da leichter zu sehen, dass du sicher zurückgekehrt bist. Du hast noch jemanden überzeugt, sich unserer gläubigen Herde anzuschließen. Lass uns diesen neuen Bekehrten indoktrinieren. Ja, geil. So, Freunde. Äh, passt auf. Bitte verschone mich. Anhängerziehung. So. Also, jetzt noch mal für alle, die neu dazugekommen sind. Oh, ich habe abgebrochen. Wenn ihr am PC oder am Laptop schaut, dann habt ihr jetzt im Screen irgendwo, müsst ihr so eine Erweiterung aufploppen, auf die ihr klicken könnt. Wenn ihr am Handy oder Tablet oder guckt, also in der Twitch-App, dann müsste über dem Chat, müsste irgendwo so ein Cult of the Lamp, so eine Cult of the Lamp Erweiterung sein. Äh, ich kann euch das hier nochmal zeigen quasi. Bei mir sieht das so aus. Na, hier. Dieser Knopf hier oben. Wenn ihr auf den drückt, dann könnt ihr da, glaube ich, der Ziehung beitreten. Und dann könnt ihr quasi auch Teil des Kults werden. Na? Also, es geht am Handy sowie am PC. So. Schaffen wir 150 Willige, die dem Kult beitreten wollen? Bei 150 ziehe ich. Let's go. Okay, let's go. Und Gogi. Ey, let's go. Der hat vorhin sogar frisch gesuppt. Meister. GG. GG. Du musst jetzt noch deinen Anhänger zusammenbauen. Du musst jetzt noch deinen Anhänger zusammenbauen. Und ich hoffe, Gogi schafft das. Weil er, er, er baut noch nicht. Da merkt man, es ist Pay to Win. Genau, Meister. Genau. Du hast es verstanden. Ja, aber, 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 Gogi. Ah, jetzt baut Gogi. Sehr schön. Nein, es ist nicht Gogi Fortnite. Oh, er nimmt sogar direkt den Igel. So, ich fülle kurz Wasser auf, Freunde. Also, ich fülle kurz. Ich fülle kurz. Ja, ich fülle. Also, ich fülle kurz. Ich fülle kurz. Let's go. Er ist einfach Sonic. Er ist einfach Sonic. Geil. Oh, und schaut mal. Hier ignoriert er die Predigten von Abweichlern. Es wird um 15% schwieriger die Stufe zu erhöhen. Okay. So, du gehst Stein sammeln. Asta ist Holz sammeln, glaube ich. Anhänger werden arbeiten oder dich anbeten. Betende Anhänger erzeugen Hingabe, die man sammeln kann. Um Hingabe zu sammeln, benötigst du einen Schrein. Okay. Ich vermute, dann müssen wir den jetzt bauen. Ja. 30 Münzen kostet der. So. Ach, okay. Der muss in die Mitte platziert werden. Ich verstehe. Asta hilft auch mit. Gepriesen seist du. Deine Anhänger können dich jetzt anbeten. Wir haben einen neuen Anhänger. Beauftrage ihn damit, dich am Schrein anzubeten. Oh, Freunde. Noch jemand. Noti. Rein in die Masse, Freunde. Gamba, 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 Gamba. Jetzt über das Plugin. Willig werden. Joint dem Kult. Werde Teil des Lams. Am PC ploppt es irgendwo im Stream auf. Am Handy einfach als Erweiterung über dem Chat anklicken. Let's go. Wenn ich gezogen werde, ziehe ich blank. Okay. Dann muss ich jetzt ganz schnell die Ziehung beenden. Bitte, 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 bitte. Atom. Let's go. Leider nicht, Justin. Leider nicht, Justin. Und er konfiguriert ausschauen. Sehr schön, sehr schön. Ahle. Oh, ein Fuchs. Ein Fuchs. Oh, ist das eine Katze? Ne, ist auch eine Katze, oder? Ne, ist ein Fuchs. Ne, ist ein Fuchs. So, und dich schicken wir beten. Sammle Hingabe. Je mehr Anhänger beten, desto schneller füllen sie ihn auf. Sobald du göttliche Inspiration eingesammelt hast, kannst du beim Schreien neue Gebäude freischalten. Das sieht aus wie so ein Skilltree, ne? Ach, krass. Ja, aber dann schicke ich die doch jetzt alle mal beten. Ja. Schlafen, Geschenk geben. So. Ich schicke ein Aster jetzt auch beten. Dann wutschelt unser Sonic hier oben. Weil aktuell das Rohstoffe sammeln kriege ich auf jeden Fall selber noch hin. So. Ich selber kann wahrscheinlich nicht beten. Zwei Hingabe habe ich schon. So. Okay. Und jetzt kann ich mir den Tempel leisten, oder was? Erbaue einen Tempel, um Predigten abzuhalten und Rituale durchzuführen. Danke, Benjiro, für den Bit. So, okay. Und den kann ich jetzt wahrscheinlich hier platzieren, ne? Genau. 15 Holz und 5 Steinen. Das schaffe ich doch. Ey, Ted, ich liebe euch. Der Ted ist zu funny in diesem Stream. Wirklich. So. Ah, da hat Aster Assozial viel Holz gesammelt. Geiler Scheiß. Hier traue ich zu, dass du dich selbst anbeten kannst. Jeder sollte sich selbst anbeten können, Zindo. So, das nennt man gesundes Selbstbewusstsein. Tempel, erbaue einen Tempel, um Predigten abzuhalten. Boah, der ist ganz schön groß. Holy shit. Den platzieren wir jetzt einfach mal hier vorne, ne? Die Frage ist jetzt, ob du uns mit Macht oder mit Liebe regierst. Nur Liebe, Zyplex. Nur Liebe. Jacqueline, da hast du aber ordentlich einen rausgehauen. Ey, bist du. Dankeschön für die 11 Monate Prime. Grüß dich. Der Tempel ist das Zentrum deines Kults. Dort wirst du Predigten halten, um stärker zu werden. Du bist dafür verantwortlich, den Glauben deines Kults zu erhalten. Deine Anhänger sind bereit, deinen Worten zu lauschen. Zeig ihnen, dass du ihr großer Anführer bist. Halte deine Predigt. So, Leute. Jetzt wird hier eine Predigt gehalten. Okay. Kraft der Herde. Digga. Ich liebe alles daran. Ich liebe alles daran. Durch den Glauben wirst du stärker. Predigten entziehen ihnen Kraft und erlauben dir neue Fähigkeiten freizuschalten. Level-Ups wahrscheinlich, ne? Anhänger mit einer höheren... Ah, ich habe jetzt euch gelevelt. Ich habe jetzt quasi euch gelevelt. Herz der Gläubigen. Erhaltet dauerhaft ein halbes Herz dazu. Ja, gerne. Okay. So, was ist, wenn ich jetzt nochmal eine Predigt halte? Ah, man kann nur eine pro Tag machen. Okay. Du warst eine unglaubliche Offenbarung. Ein geborener Anführer. Wenn du dein Kult anführen willst, musst du Doktrinen verkünden, damit er dir gehorcht. Kehre in die Länder des alten Glaubens zurück in Suche nach Gebotssteinfragmenten. Okay. Das ist neuer Loot wahrscheinlich. So, und wo sehe ich jetzt zum Beispiel eure Stufe oder euer Level? Hm. Das sieht man nicht, ne? Ah, die göttlichen Inspirationen schalten Gebäude frei und das im Tempel ist quasi mein normales Level ab. Okay. Aber schau mal, ich kann es hier schon wieder 15 von denen mitnehmen. Geil. Jetzt habe ich wieder eine göttliche Inspiration freigeschaltet. Schlafsäcke. Oder Ackerparzelle. Acker klingt eigentlich geil, oder? Interagieren und dann Gedanken lesen. Okay. Interagieren. Kann keine Gedanken lesen. Ich glaube, das kriege ich noch. So, alles klar. Ich glaube, ich glaube, jetzt kann ich hier genau für fünf Gras und zwei Dinge kann ich jetzt hier so Acker bauen. Random, danke für deinen fünften Monat. Hallo. Den Acker haue ich einfach mal hier rüber. Zack, 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 zack. Okay. So. Ah, und jetzt muss ich das auch noch gießen. Okay. Da kann ich dann bestimmt Leute dann sozusagen... Das ist bestimmt eine neue Aufgabe, die ich jetzt meinen Anhängern geben kann. Dass sie sich halt um die Farm kümmern sollen, oder? Aber ich glaube, ich lasse sie trotzdem einfach mal weiterbeten. Ich glaube, das ist am sinnvollsten. Dann gehen wir mal wieder schlachten. Tamar, es freut mich, dass du es auch so siehst. Ey, Tim, du geile Sau. Was geht? Oh, eine Axt kriegen wir hier. Die macht mehr Schaden, aber wird natürlich auch ein bisschen langsamer geschwungen. Yo, Poggies. Behalte ich jetzt aber noch die Verbesserungen von letztem Mal? Also die Karten, die er mir gezogen hat? Oder sind die Karten immer noch für diesen einen Playfield? Aua. Der Arsch hat mich getroffen. Oh, ich muss zugeben, ich hätte doch lieber mein Schwert behalten sollen. Naja, egal. Oh, der hüpft. Okay. Och, er kommt schon wieder. Du bist hier richtig. Du bist hier ein bisschen stur bleiben, Lamm. Die Karten bleiben nur einmal, okay? Ich höre deine Lügen und rieche Furcht. Die rote Krone erhebt sich erneut. Halt der Maul. Wow, hä? Okay. Boah. Fernkämpfer. Asozial. Jetzt kacht sie einmal noch mehr. Okay, der hat mir Schlitter aufs Maul gegeben. Ah, aber jetzt habe ich auch wieder ein halbes, permanentes Herz zurückbekommen, okay? Weg mit den Ketzern. Ja, ich glaube, das Schwert finde ich geiler als die Axt. Geh mal drüber, Hüpften, Mann. Ich treffe noch nicht so gut, aber ich schaffe das schon noch. Ja, genau. Die blauen Herzen sind quasi mal wie die Lebenserweiterung in Galaxy, ne? Oh, neues Upgrade. Okay. 10% Crit Chance oder doppelte Lebensenergie behindert. Komm, wir gehen mal auf die Crits. Weil ich glaube, ein Crit mit der Axt kann halt anders krachen, ne? Du kannst da noch die Leichen trocken, aber es bringt mir doch nichts, oder? Habe ich davon irgendwas? Nö, irgendwie nicht. Ich finde die Idee so geil, Farming-Aufbau mit Roguelike zu verbinden. Voll. Voll. Ich bin froh, dich gefunden zu haben. Ich habe gute Nachrichten. Einer, der wartet, ist zufrieden mit deinem Fortschritt und wünscht, dir eine Kronenfähigkeit zu gewähren. Okay, ich lerne einen neuen Skill gerade. Ah, ich habe jetzt drei Fernschuss-Attacken, oder was? Krass. Getötete Gegner hinterlassen jetzt Eifer. Ah, das ist Munition. Okay. Ich habe jetzt Fernkampf gelernt. Okay. Schädelhalskette. Der Anhänger lebt unnatürlich lange. Doppelt so lange wie gewöhnlich. Ja, geil. Okay, das können wir dann wahrscheinlich jemandem schenken, ne? Okay, warte mal. Was geht jetzt ab? Hier kriege ich Stein. Ich weiß nicht, was das Symbol bedeutet. Irgendwie kämpfen. Geld. Holz. Hier ist irgendwie ein Shop oder so. Ich mache mal, ich mache mal Shop. Was auch immer das bedeutet. Ah. Ja, ich kann wirklich was einkaufen, ne? Anhänger von Blaupause. Halten, große Fackel. Ah, ich habe das jetzt wirklich genommen. Ich wusste doch nicht mehr, was das ist. Oh. Oder war das jetzt Zufall? Alter, Bafumi. Schön, dass du da bist. So, und jetzt kämpfen wir wieder, ne? Ingabe stehlen. Ne. Ach, der baut sich wieder auf. Was soll das denn jetzt hier? Okay. Okay, das scheint nichts zu bringen. Vor Äonen wimmelt es in diesen Ländern von Göttern und ihren Anhängern. Was geschah mit diesem Pantheon? Es liegt in der Natur, der Tiere zu vergessen. Vielleicht gingen sie fort. Aber die wenig verbliebenen entschlugen Wurzeln, spannten Netze und formten die Welt für sich. Einst gab es ein Land mit vielen Göttern. Hunderten. Jetzt? Ah, jetzt kriege ich hier ein Gebotsteinfragment. Okay. Okay. Da wird jetzt unser Kultsteuergeld verschwendet. Danke für eure Steuern. Du hast genug Fragmente gefunden, um einen Gebotstein zusammenzusetzen. Gebotsteine werden verwendet, um neue Doktrinen zu verkünden. Verwende den Altar deines Tempels, um eine neue Doktrin zu verkünden. Okay. Das war easy. Ah, neue Karte. Geil. Reduziert sich Lebensenergie auf die Hälfte. Kriegen alle Gegner doppelten Damage. Karte wird aufgedeckt. Vielleicht jetzt beides nicht so Bombe. Ich decke mal die Karte auf. Bin kein Fan von, wenn deine Leben niedrig sind. Neue Doktrin. Alle sollen mindestens 50 Euro pro Monat spenden. Okay. Da bin ich dabei. Das war ein Crit, glaube ich gerade. Ich habe den gewoneshotted. So, und hier kracht es jetzt. Aber hier war ein Herz. Schön. Ich kann doch einfach ins Wasser, ne? Ja. Aber im Wasser ist eine Strömung. Da wird man so ein bisschen... Da wird das Movement beeinflussen. Sehr schön. Die Crits für das Lamp. Warum ist dieser Praying-Emote viel zu gut? So. Und wir haben es schon wieder. Klinge des Kreuzfahrers 2. Ja. Okay. Die nehme ich auf jeden Fall. So, das ist eine verbesserte Version des Schwertes. Da sage ich nicht nein. Nein. Neue Doktrin. Kater erhalten ab sofort dreifache Entlohnung. So, Hingabe stehlen. Nice. Das habe ich bei dem vorherigen nicht gemacht. Das lief ein bisschen nicht so gut. Äh, what the fuck? Soll ich hier immer in Bewegung bleiben? Weil der sonst auf einen drauf kracht? Okay. Ah, und der verpufft einfach zu Goldklumpen. Ja, geil. Okay. Jetzt haben wir hier alles geschlachtet. Jetzt kriegen wir hier Flammenschuss 2. Ah. Jetzt haben wir einfach eine geupgradete Version bekommen. Ach so, das Gold war das Loot aus der Truhe. Okay, okay. So, wir kriegen nochmal eine Tarotkarte. Das sieht aus wie... Ne, alles gut. Erhöht die Chance, bessere Truhen zu spawnen? Angriffstempo erhöht sich. Komm, bessere Truhen. Aber aktuell brauchen wir noch nicht die Kampf-Upgrades. Alter, wenn ich hier schieße, one-shotte ich damit. Digga, was? Diese Schüsse haben gerade einfach beide gewone-shottet. Das war ein besseres Gamba gerade, ja? So, und das ist jetzt wieder ein Boss. Welfare. Okay. Jetzt habe ich keinen Schuss mehr. Schade. Äh. Aua. Ah, ich kann... Ah, ich kann da durchrollen. Okay, das ist so ein bisschen wie Souls. Dass die... Dass die Rollen einen unverwundbar machen. Okay. So, aufgepasst. Ah, warte mal. Aber jetzt... Ich habe jetzt hier wieder Munition bekommen. Putz. Putz. Ja, geil. Ja, geil. Oh, jetzt hat er auch mit einer schnellen Attacke gemacht. Damit hat er mich erwischt. Oh, nochmal erwischt. Okay. Ganz in Ruhe. So, jetzt habe ich hier da einen neuen Schuss. Putz. Lol. Hä? Der macht insane viel Damage. Bro, das Kampfsystem ist so nice. Ah, und jetzt Gold, Samen oder Holz. Ich nehme Gold, weil ich nicht weiß, was das bringt. Aber es sieht wertvoll aus. Und nochmal so ein Gebotsstein. Zu nice. Das lief doch ganz gut, Chad. Neuer Anhänger. Let's go. Macht euch bereit für die Ziehung. Ah, warte mal. Ich wollte doch noch so ein... Ich wollte doch hier an der Stelle nochmal so ein Logo raussuchen. Warte mal. Cult of the Lamp. Ich könnte das Spiel in einem Stream durchzocken. Ich bin richtig süchtig. PNG. Okay. Moment. Freund, jetzt wird es wieder gegambart. Das Spiel ist eine richtig geile Mischung aus irgendwie cozy, Community-Interaktion, aber trotzdem Action geladen. So. Why not? Okay. Die Farben sind auch richtig schön. Ja, der ganze Grafikstil. Oh, wir sind wieder bei ihm. Sehr gut, mein Gefäß. Nein, ich mache jetzt keinen... Ich mache jetzt keinen Witz über Gefäße. Sehr gut. Äh, wie es scheint, habe ich gut daran getan, dich vor dem Tod zu bewahren. Ich werde jeden einzelnen deiner Schritte beobachten. Damn. Enttäusche mich nicht. Das Spiel ist quasi Animal Crossing, aber mit Spiel dahinter. Ja. Ja. Oh, wieder ein Hut. So, ich hoffe, ihr habt alle gut gebetet. Yes. Ich glaube, ich kann gleich zwei Gebäude jetzt freischalten. Ja. Farm-Paket. Ja, ich gehe mal voll in die Farmer-Richtung. Passt mal auf. Ermöglicht Anhängern... Warte mal, was stand da? Ermöglicht Anhängern, Feldfrüchte in der Nähe zu bewässern. Und Samensilo. Lagere hier Samen für deine Anhänger, dass sie die aussehen können. Cool. Aber ich muss die Schlafsäcke auch noch kaufen. Ah, und jetzt haben wir hier neuen Stuff freigeschaltet. Jetzt können wir quasi hier nach oben gehen und Stufe 2 der Gebäude freischalten. Okay, so, die beten jetzt wieder. Aber, Freunde, jetzt gibt's erst mal den neuen Anhänger, Freunde. Startet jetzt die Twitch-Erweiterung. Wenn ihr am PC seid, einfach ploppt es irgendwo im Stream auf. Wenn ihr am Handy seid, über die Erweiterung. Über dem Chat. Oder am Tablet. Das Blankziehen gilt immer noch. Ey, Justin, du musst mir sagen, wann du im Pool bist. Wie gesagt, für alle, die am Handy sind, einfach über dem Chat müsste so ein Symbol sein. Geil. Alter, 170. Let's go. Auf geht's. Es ist der freaking Johnson. GG. Der meiste ist auch häufig im Stream. Der ist auch sehr häufig da. Macht ihr einen wunderschönen Anhänger, Kollege. Johnson ist richtig häufig da. Hose bleibt an. Algengrütze. Jetzt muss sie sich nur noch hier was bauen. Freunde, wenn ihr gezogen werdet, ganz wichtig. Jawollo, da geht es auch schon los. Walfelstreck ist so ein schönes Wort. Hi Fabian, willkommen im Stream, Mann. Cyplex! Momentan kann auch wir in der Szene noch gar nicht sein. Cyplex! Dankeschön. Vielen, vielen, vielen. Bruder, ratatata. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank, Mann. Das ist sehr, sehr, sehr korrekt. Ich weiß gar nicht. Pack mal einfach die unten. Ich glaube, da hast du das richtig. Einfach zehn giftige Zapps rausgehauen. Voll geil, Mann. Voll, voll geil. Vielen Dank. Vielen Dank. Cyplex hat jetzt seine Kultgebühren abbezahlt. Wo bleibt der Rest des Chats? Ist er ein lila Igel? Ich glaube schon, oder? Ein lila Igel. Er hält bei der Rekrutierung sofort zehn Glauben. Die Heilung verläuft um 15% langsamer, wenn er krank ist. Geil. So, passt auf. Dann schicken wir ihn jetzt auch mal zum Beten, auf jeden Fall. So. Alles klar. Dann, warte mal. Irgendwas haben wir jetzt hier bekommen. Ach nee, wir sind bei Deko, ne? Ja, aber... Also Deko ist mir ja wirklich... Ich bin echt kein Deko-Mensch. Johnson hat mir, glaube ich, auf Utopia einen Crêpes spendiert. Hä? Voll geil. Dann bauen wir erstmal Schlafsäcke. Einen Schlafplatz für Anhänger. Ja, dann... Machen wir da einfach ein paar, ne? Da kann ich mir drei Stück auf jeden Fall leisten. Und vier brauchen wir, aber eins nach dem anderen. Warte mal. Wenn da drüben so meine Farmgegend ist... Dann, dann, äh... Machen wir hier einfach direkt die Schlafquartiere. Sehr gut. Die kannst du gar nicht aufbauen. Ah, und Asta geht jetzt auch instant pennen. Oder? Nee. Die wollen mir nur beim Bauen. Ah nee, die beanspruchen das für sich. Ich verstehe. Ich verstehe. Pass auf, dann sammle ich jetzt noch ein bisschen Holz. Und dann kann ich für alle Anhänger haben wir dann auf jeden Fall schon meinen Schlafplatz. Ich gieße ja auch mal wieder. Da müssen wir dann gleich noch jemanden zuordnen. Ah, da kann ich auch sogar Dünger hinzufügen. Das ist diese Scheiße, die wir einsammeln. Was bringen die Schlafplätze? Da bin ich mir auch noch nicht hundertprozentig sicher. Hey, Leon Master, was geht? So, ein Holz brauchen wir noch. Und dann haben wir für jeden Anhänger einen Schlafplatz. So, Schlafplatz. Hier in die Gemeinschaftsecke. Ey, Master, danke schön für deinen Gifte-Zapp an Merlo. Hallöchen. Sehr lieb, danke. Und Blooper auch noch. Hey, wo kommen jetzt diese ganzen Einzel-Gifte-Zapps her? Ja, hä, voll cool. Die müssen schlafen, sonst sind sie unzufrieden und gehen. Ja, wunderbar. So, und pass auf. Johnson an der Stelle. Oh, ich habe ihn unterbrochen. Er ist jetzt sauer. Oh, es wird Nacht. Okay, kann ich mich auch irgendwo schlafen legen? Braucht ich auch ein Bett? Kleiner als drei. Die Welt, hallo. Trink nicht vergessen. Nee, nee, mache ich noch, mache ich noch, mache ich noch. Es gibt eine Taste, um die Zeit vorzuspulen. Okay, ich suche sie. Fortsetzend speichern? Nee. Ich kann mehr rufen. Okay, wisst ihr was? Wenn die jetzt pennen, dann gehe ich einfach nochmal auf den Kreuzzug. Dann gehe ich einfach auf den Kreuzzug. Nee. Doch, kann ich. Nee, kann ich nicht. Ich muss erst eine neue Doktrin verkünden, aber die pennen ja. Was ist die Rolle? Ah, jetzt vergeht die Zeit schneller. Jetzt vergeht die Zeit schneller. Das ist Dreieck auf dem Playstation-Controller. So. Hi. Großer Anführer, der Kult wächst mit jedem Tag. Es wird Zeit, ihm einen Namen zu geben. Freunde. Wie nennen wir uns? Oh, ich wollte parasozialer Club schreiben. Joel. Joel-Kult. Ja, Freunde. Damit ist es doch auch schon, oder? Joel-Lismus. Nee, wir nennen ihn einfach Joel. Wir nennen ihn einfach Joel. So wie den Clash of Clans dann. Joel, das hat einen schönen Klang. Danke, Asta. So. Und dich schicke ich jetzt... Oh, nee. Ich kann dich gar nicht zum Farmen schicken. Da brauche ich, glaube ich, erst das Gebäude für. Ähm. Pass auf. Dann schicken wir sie wieder beten. Ich werde aber noch dieses Farmer-Gebäude jetzt bauen. Hier, ne? Farm. Das brauche ich. Da brauche ich auch Geld für. Okay, dann gehe ich, glaube ich, erst mal... Ah, nee. Ich muss erst die Doktrin verkünden. Gepriesen sei Joel. So, Krone. Genau. Mit einer Doktrin können wir das machen. Verwende ein Gebotstellen, um die neue Doktrin zu verkünden. Okay. Düngersilo. Tanze um die Flamme, um den Glauben des Kults zu erhöhen. Das kapiere ich nicht. Entfache die Feuer und lass uns bis tief in die Nacht tanzen. Es gibt 30 Glaube. Okay. Nunu King. Dankeschön. So eine Predigt halten wir heute auch noch. Ah, jetzt halt. Jetzt kann ich wieder so aussehen. Fluch der Horde. Auf deinen Kreuzzügen tauchen drei neue Flüche auf. Türkische Waffen haben eine Chance, angegriffene Gegner zu vergiften. Okay. Vergiften finde ich gut. Gerade bei Bossen, glaube ich, sehr geil. Sehr schön. So, und jetzt können wir auch noch ein Ritual machen. Ey. Hallo, Hulbi. Mein Sohn 9 möchte, dass ich dir ausrichte, dass er deine YouTube-Videos sehr mag. DSW Eltern schauen auch gerne mit. Hulbi hi, Hulbi love. Das ist sehr lieb. Dann ganz liebe Grüße an den Kleinen und es freut mich, dass ihr da seid. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Ich brauche zehn Holz dafür und irgendwie 25 Knochensplitte. Aber die habe ich noch nicht. Nur Liebe an euch. Nur Liebe an euch. Du benötigst die Knochen deiner Gegner. Jetzt kann ich die sammeln. Rituale werden mit Knochen durchgeführt. Entweihe die Leiche eines getöteten Ungläubigen und entnimm ihr seine Knochen. Okay. So, ich brauche trotzdem jetzt noch Holz, Freunde. Wir brauchen Holz, damit wir so ein Farming-Silo bauen können. So, wir brauchen auf jeden Fall, jetzt müssen wir jetzt noch bald wieder was zu essen kochen. Denn oben unsere Magenleiste ist nur noch auf Hälfte, Freunde. Jetzt kochen wir erstmal was für unsere Freunde. Schlichte Schüssel Beeren. Deftige Fleischspiel. Zwei Fleisch. Okay. Ja, machen wir doch, kochen wir doch gleich zwei davon. Okay. Gugi und Atom essen direkt. Und da haben wir so zwei Schüssel Beeren. Sehr gut. Ah, die droppen da noch Loot. Okay. Ey, Cray, ich bin sehr gespannt auf Skyrim. Ich bin sehr gespannt. Oh mein Gott, ich habe meinen Besen gelevelt. Dadurch kann ich die schneller wegputzen, oder was? Was kann man hier denn alles skillen? Ich, das ist ja wie in Sims. Na, wenn du deine Sims die ganze Zeit irgendwas machen lässt. Vorsicht, Spoiler. Okay, lese ich nicht, lese ich nicht. Na, das ist wie in Sims. Du lässt sie einfach irgendwas tun und dabei werden sie besser. Wann kann man den Besen leveln? Ich weiß es nicht. So, okay, aber ich glaube, bevor ich jetzt hier Holz farme, ich gehe einfach auf den Kreuzzug. Ich gehe einfach auf den Kreuzzug. Ich glaube, das ist am sinnvollsten. Was ist eigentlich... Wie kann ich... Hier ist jetzt eine Twitch-Leiste. Seht ihr das? Könnt ihr hier irgendwie auch beten? Weil da ist ja so eine Twitch-Leiste drüber. Hi, Jui, willkommen. Und hi, Janjani. Grüß dich. Wie könnt ihr beten? Das ist das mit den Kanalpunkten. Ah. Wollt, dann muss ich die vielleicht aktivieren. Wo kann ich die hinzufügen? Ich sehe die aber nicht. Oh, boy. Okay, wie geht das? Hat das jemand von euch schon mal gemacht? So, passt mal auf. Äh, jetzt gehe ich nochmal hier auf Erweiterungen. Vielleicht in-gehen. Warte mal. Schauen wir mal. Zilvinus, danke schön. Warte mal, jetzt gehen wir mal hier auf Twitch. Twitch-Einbindung-Konfiguration. Hier, Twitch-Totum aktivieren. Häufigkeit von helfen. Ja. Aber ich habe das Gefühl, das muss ich noch irgendwie... Mal konfigurieren. Ich kann da aber nichts konfigurieren. Also, ich sehe leider noch nicht... Also, ich kann diese Erweiterung hinzufügen, die ihr ja seht. Worüber ihr mir joinen könnt. Der Queen hat etwas Deko gefehlt. Das stimmt, Zilvinus. Das stimmt. Ich sehe jetzt tatsächlich nur nicht, wo oder wie ich hier Kanalpunkte hinzufügen kann. So, vielleicht wenn ich den nochmal hier bloß deaktiviere und dann wieder aktiviere. Rehbehilfe. Twitch of the lamp. Hier. Nee. Zuschauer können Kanalpunkte für deine Twitch-Anzeige ausgeben. Ja. Aber hier ist nochmal ein Twitch-Update 1.2. Okay. Könnt ihr das irgendwie... Könnt ihr das in dieser Erweiterung tun? In dieser... In dieser... In dieser Cult of the Lamp-Erweiterung? Geht da irgendwas? Genau. Cult of the Lamp. Channel. Points. Das ist nur eine Anzeige der Cult-Follower. Okay. Jetzt schaue ich nochmal ganz kurz. Connect your Twitch-Account. Ja. Hier. Autorisieren. Jetzt bin ich auf einer Webseite. Ich bin hier auf irgendeiner Webseite gelandet, die... Drop Start. Nee. Das ist schon lange vorbei. Das hat nur irgendwas mit Twitch-Drops zu tun. Aber da ist jetzt nicht mehr. Das ist das für den Olymp-Kubo. Das ist das für den Olymp. Ha. Ha. Ja, Chat. Das ist jetzt leider nicht so einfach. Okay. Hier ist noch ein Tutorial. Oder warte mal. Jetzt schaue ich noch kurz. Hier ist Reddit. Ich versuche, das jetzt ganz fix rauszufinden. Und wenn nicht, dann... Dann egal. Okay. You would need access to channel points and polls for this extension to work. Okay. Dropped you a follow? Ja, halt der Maul. Hm. Schade. Ich weiß es gerade nicht, wie das, äh, funktioniert. Du musst das in der Extension-Page konfigurieren. Na, passt auf. Kann ich euch das zeigen? Seht ihr da irgendwas, was ihr nicht sehen dürft? Ich weiß es nicht. Companion of the Lamp. Das Ding ist nur, wenn ich hier auf konfigurieren gehe, sehe ich da gar nichts. Na, das kann ich euch zeigen. Ich bin jetzt hier in diesem Companion of the Lamp-Ding in meiner, in meiner Einstellung. So. Das ist... Das sind die Einstellungen. Ja, Cyplex. Ich hätte da auch voll Bock drauf. Na, ich... Hier ist es... Das ist die Erweiterung. Und dann gehe ich da auf das Zahnrad. Und dann sieht das halt so aus. Ja? Das macht es halt nicht so einfach. Soll ich mal einen anderen Browser probieren? Hier, passt mal auf. Ich probiere mal einen anderen Browser. Aber da gibt es eigentlich schon nochmal ordentlich mehr Funktionen. Auf die ich eigentlich ungern verzichten wollen würde. Oh, warte. Jetzt kommt Slasher-Hacke um die Ecke. Muss das vielleicht noch im Spiel freigeschaltet werden? Geht das vielleicht noch gar nicht? Du musst beten, damit die Einstellungen erscheinen. Bitte was? Da steht, du musst das einstellen, bevor du live gehst. Nee. Ja, warte mal. Jetzt gönne ich mir erst mal wieder. So, jetzt haben wir noch mal was freigeschaltet. Tempel 2. Verbessere deinen Tempel. Ja, geil. Drück auf Zahnrad. Da steht es. Okay, pass auf. Da steht nur, ja, dass ich das einrichten soll, bevor ich hier bin. Aber das steht bei jeder Erweiterung. Das steht bei jeder Erweiterung. Das wäre lieb. Das wäre lieb, Loki. So, okay. Aber jetzt haben wir einen Level 2 Tempel. Kann ich jetzt irgendwas Geiles tun? Nee, ich kann heute nicht noch mal predigen. Doch, ich kann noch mal predigen. Obwohl ich heute schon eine gehalten habe. Cool. Geil. Und ich glaube, dann gehen wir jetzt einfach wieder schlachten, oder? Sie haben Essen. Nicht krank. Ich glaube, Kugi schicke ich jetzt einfach mal hier Holz hacken. Sorg mal ein bisschen Holzmeister. Twitch hat die Preise ab 5 Gifted Subs jetzt wieder auf die alten Sub-Preise reduziert. Oh, lol. Es ist ein neuer Tag begonnen, weil ich AFK war. Ja, das habe ich nicht gesehen. Jacqueline, vielleicht will ich ja doch noch irgendeinen Graveyard Keeper. So, okay. Okay, also die Axt will ich, glaube ich, nicht. Habe ich eigentlich jetzt immer noch... Ah, nee, ich muss die nehmen, ne? Ich habe noch gar keine Waffe. Rufe einen gewaltigen Ausbruch mächtiger Tentakel herbei. Und eine Schleim-Axt. Und hier liegt noch ein Haufen Scheiße. Geil. Und ich muss jetzt hier diese Leichen schänden. Aber ich kann die nicht angreifen. Jetzt sind sie dritt hier. Die leute Krone sitzt auf dem Haupt eines anderen. Tentakel. Aber wie ist das möglich? Wir haben alles in unserer Macht stehen, die Tarnung. Das spielt keine Rolle. Damit müssen wir Shamura nicht beherlegen. Okay. Ich glaube, wir testen jetzt mal die Tentakel. Das ist so eine Art durchdringender Schuss. Und jetzt habe ich ihn auch gerade vergiftet. Aber ich habe jetzt auch Bügel aufs Maul bekommen. Digga. So. Zack. Okay. Aber das geht nicht über die ganze Map. Sondern nur über einen, ja, abgetrennten Bereich, sag ich mal. Geil. Geil. Sehr schön. Und hier ist noch mein halbes Herz. Das war in Ordnung. Tentakel benutzt man. Nein, Sebo Force. Nein. Der bewegt sich jetzt fort. Oh, ich habe ihn auch vergiftet. Oh mein Gott. Ich liebe die Vergiftung. Geile Fähigkeit. Geile Fähigkeit. Äh, den eindringenden, äh, Schuss suche ich noch. Justin. So. Meister des Fachs. Allgemeiner Waffenschaden erhöht sich um 1,2. Das ist geil. Oder mehr Eifer. Oh, beides gut. Beides sehr gut. Entweder mehr Tentakeln oder mehr Schaden. Ich gehe, ich gehe tatsächlich auf mehr Tentakeln. Ich finde diesen Fernkampf eigentlich ganz geil. Chat, ich habe von Quellen vorhin erfahren, wenn ihr 10 Subs giftet, könnt ihr for free in den Kult. Hä, Bruder? Das sollte doch eine Geheiminfo sein. Ey, die Vergiftung ist so stark. Und hier ist eine neue Karte. Reduziert sich die Lebensenergie auf, ah, okay. Das ist die so nicht. Geil. Einfach eine free Karte bekommen. Ist ja übel cool, dass das aus Fasten droppen kann. Noch eine Karte. Hä? 10%ige Chance beim Töten eines Gegners ein blaues Herz zu erhalten. Wahnsinn. Wahnsinn. So. Oh, warte mal. Hier drüben ist ein Anhänger. Warte mal. Ich gehe zur Karte. Und dann zum Anhänger. Ja. Da sehe ich uns. Da sehe ich uns. Karte. Bei einem Treffer wird allem auf dem Bildschirm Schaden zugefügt. Allem. Ach so, aber wenn ich getroffen werde. Kriege ich dann doppelten Schaden? Also wenn ich aufs Maul bekomme. So wie ich das verstehe. Wenn ich aufs Maul bekomme. Kriegen alle Schaden. Oder? Hm. Nur die Gegner? Ja, dann nehmen wir das doch. So. Und jetzt gehen wir hier lang. So. Hingabe klauen. Hi, Sablchen. Ah, das ist ein schwarzes Herz. Ah, und wenn das verschwindet, dann passiert das mit dem Damage auf alle. Ah, ich habe jetzt da oben ein schwarzes Extraherz. Okay. Ey, das mit den Tentakeln ist so cool. Und jetzt ist es Nacht geworden. Ah, da ist wieder so ein Goldener. Ah, und jetzt ist mein schwarzes Herz weg und jetzt haben alle Damage bekommen. Kann ich den eigentlich treffen? Nee, kann ich nicht. Okay. Okay. So, neue Karten. Besserer Loot spawnen. Immer, immer gerne. Ich habe fünf Karten einfach schon. Das ist ja mal voll geil. Aua. Du Hund. Oh, jetzt kassiere ich ein bisschen, ne? Also, ich kriege nicht mal ganz mit, was ich für Loot bekomme, aber ich glaube, das ist nicht so schlimm. Fünf Karten, Full House. Endlich. Ja, schöner Tentakel-Treffer. Aua. Ich habe wieder aus dem Maul bekommen. Ey, die Tentakeln sind einfach viel zu strong. Viel zu strong. Aua. Diese Schleimachse ist auch sick. Ups, ich wollte gar keine Tentakel vor. So, okay. Aha, Flammenschuss. Ach, Flammenschuss. Dann habe ich aber keine Tentakeln mehr. Ja, okay. Der aufgeladene Schuss war auch krass. Sorry, Chat. Ich musste die Tentakeln abgeben. Oh, ein Esel. Komm her, Meister. Danke, Nuno King. Du musst die Ausweichtaste häufiger benutzen. Okay. Weil du das jetzt gesagt hast. Leute, ich muss die Ausweichtaste mehr benutzen. Ich weiß jetzt leider nicht mehr, wie ich die Gegner angreifen kann. Weil das Ding ist, wenn ich halt immer ausweiche, kann ich nicht angreifen. Aber, äh, vielleicht schaffe ich es irgendwie. Bin leider, ich weiß irgendwie nicht genau, wie ich, äh, wie ich jetzt die Gegner besiegen kann. Ah, jetzt habe ich es aufs Maul bekommen. Okay, ich muss noch mehr ausweichen. Meister. Ich spiele so, wie ich happy bin. Ich muss sie verwirren, wie sie... Oh! Warte mal, ist das Tentakel 3? Das ist Tentakel 3! Junge, geil, Freunde. Die Tentakel sind zurück. Yes! Boah! Zwei auf einmal erwischt. Oh, der Piss... Der Piss hat mir zweimal Damage gemacht! Wie? Oh. Ich stand mit dem ganz komisch in der Ecke und irgendwie habe ich nicht geschnallt, was abgeht. Och, nee. Gar nicht mal so geil. Mhm. Sehr schön. Ein halbes Herz. Sehr gut. Und nochmal so ein blaues. Sehr schön. Okay, wir haben quasi wieder zwei Herzen. Ah, der Cherry. Bei Minecraft Überlebens. Du warst auf dem letzten, glaube ich, gar nicht drauf, oder? Schön, dass du da bist, Mann. Okay. Flammenschuss 4. Eine krassere Waffe, aber nicht unbedingt viel krasser als meine. Tückisches Schwert. Tückisches Schwert. Boah, ich glaube, ein Vergiftungsschwert ist geil. Grüne Waffen sind immer tückisch. Und dadurch habe ich diesen Vergiftungseffekt auf den, ne? Oh, boi. Barbatos. Oh nein, ich habe meine Tintakel nicht getroffen. Gar nicht mal so geil. So. Boah. Okay. Schöner Treffer. So, aufpassen. Ich muss die Vergiftung rausbekommen. Ich muss die Vergiftung rausbekommen. Ja, da ist die Vergiftung. Geil. Ich glaube, die ist auf einem Boss sehr, sehr mächtig. Sehr, sehr mächtig auf einem Boss. Wieder eine Vergiftung. Sehr schön. Oh, ich habe nichts mehr zum Schießen. Freunde, es läuft gar nicht mal so geil. Mein Damage hält sich leider sehr in Grenzen. Ich darf wirklich so ein bisschen auf Vergiftung grinden. Ist gar nicht so blöd. Scheiße. Scheiße. Ah, warte mal. Habe ich jetzt diesen Modus, dass ich doppelten Damage mache? Wenn meine Herzen niedrig sind? Ich spiele ultra vorsichtig. Ja, habe ich. Okay. Oh, Tentakel ist krass. Tentakel ist krass. Der Damage ist sick. Okay. Okay. Wir waren beide One-Shot. Wir waren beide One-Shot. Danke, Hyper-Crusher, für deinen 23. Monat. Ach, ist das ärgerlich. Ach, ist das ärgerlich. Ach, ist das ärgerlich. Fürchte dich nicht. Ich werde es nicht zulassen, denn du bist mir noch von Nutzen. Nimm, was du gesammelt hast. Ah! Ich darf sogar behalten, was ich gekillt habe. Das ist cool. Es war nicht komplett useless. Danke, Blooper. Dein Tod hat deinen Anhängern den Eindruck erweckt, dass du schwach bist. Okay? Aber wir kochen jetzt dann trotzdem erstmal für sie. Hat jetzt eigentlich jemand rausgefunden, was das mit dieser Twitch-Erweiterung auf sich hat? So, was ist das? Missionarstellung. Unangenehm. Unterkunft. Verbesserter Schlafplatz. Das klingt gut. Loki, du bist ein Schatz. Ich weiß das sehr zu schätzen, dass du suchst. Aber Weinos, hallo. So, okay. Also, der Meister hier sammelt weiter Holz. Theoretisch kann ich ihm helfen, hier zu hacken, ne? Warte mal, wenn ich allen sage, dass sie Holz hacken sollen. Du gehst auch Holz hacken. Du gehst auch Holz hacken. Und du gehst auch Holz hacken. Ah, okay. Aber wir können sich alle gemeinsam an dem Kollegen hacken, oder? Aber schaut mal hier. Sind jetzt Beeren gewachsen, weil ich die gedüngert habe. Geil. Lässt du deine treuen Zuschauer noch schön für dich knechten? Ja, klar. Pflanze jetzt hier meinen Kürbis ein. Wo sehe ich, wie viel Holz ich habe? Oh, Gugi hungert. Das ist nicht gut. Äh, ich koche schon. Ich koche schon. Let's go. Mhm. 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 Sehr gut. So. Jetzt hungert niemand mehr. Erweiterung entfernen, neu reinmachen. Das ist auch manchmal das Problem. Ja, ich kann es gleich mal probieren. Ich kann es gleich mal gucken. Im Inventar. Aber hier ist nur das. Nee. Sieht noch nicht so inventarig aus. Aber jetzt geht es immerhin allen wieder gut. Und jetzt hacken wir gemeinsam diesen Baum. Ah, nee, die unterhalten sich jetzt. Okay, ja. Das lassen wir natürlich zu. Okay. Äh, ich habe 33 Holz. Nee. Wie viel brauche ich für die Farm? 20 nur. Oh, Gott. Hä, wie komme ich denn auf die 50? Ja, Baba. Dann setzen wir die jetzt hier. Und dann können die Leute hier anfangen, selber ihr Essen zu produzieren. Oha, wir bauen hier einfach als eigene Familie. Schon ein bisschen süß. Let's go. So, und jetzt können wir hier quasi noch mehr von denen hier setzen. Und dann können wir jetzt hier eine richtig fette Farm hinstellen, ne? Jo. Voll nice. So, dann lassen wir die kurz pennen. Ich kann eh nichts bei Nachbarn. Oh! Wir können doch jemanden hier, äh, dazu holen. Freunde. Zeit für die Anhängerziehung. Freunde, rein in die Erweiterung. Ich hole kurz Wasser. Rein in die Erweiterung. Oh, oh, oh. Weniger als sonst. Bessere Chancen, gezogen zu werden. Rein in die Masse. Alter, Mr. Hugh Brain. GG. GG. So, pass auf. Dann melde ich jetzt nochmal ganz kurz die Erweiterung. Wobei, nee, ich kann die Erweiterung nicht rauswerfen. Während Mr. Hugh Brain ist einfach mein Hirn. Der muss jetzt kurz seinen Charakter machen. Yo, Brain. Du musst deinen Charakter bauen. Hab ich gehört. Also, ich habe online gelesen, dass man etwas in seinen Channel-Porns-Einstellungen machen muss, damit das mit dem Toten funktioniert. Okay, okay, pass auf. Dann schaue ich nochmal ganz kurz nach. Zuschauerbelohnung. Power-Ups und Kanalpunkte. Kanalpunkte aktivieren. Ja, das habe ich. Also, ich habe irgendwie das Gefühl, dass man halt irgendwie, ähm, dass man vielleicht der Erweiterung irgendwelche Berechtigungen geben muss. Ja, dass das irgendwie funktioniert. Aber, ich sehe hier aktuell nichts. Äh, ich glaube, Brain weiß nicht, dass er seinen, seinen, seinen Charakter gestalten muss. Äh, äh, okay. Dann, äh, brechen wir an der Stelle ab. Und wir haben eine neue Chance, Freunde. Let's go! Let's go! Let's go! Wehto, danke für die 21 Monate, Mann. Einfach nochmal die Erweiterung öffnen am PC. Einfach im Stream. Und am Handy über dem Chat auf den, äh, Cult of the Lamp-Button drücken. So, und dann machen wir jetzt hier Feuer frei. Bam! Alter, QV... Bro, der hat gerade gesuppt. Der hat gerade geprimed. Meister, GG. So, jetzt musste aber hier auch eine... Ah, er baut schon, er baut schon. Wunderbar, wunderbar. Pay to win. Oh, eine lila Katze. Interesting, interesting. Okay, boah. Erhalte 10 Glauben bei Ertrankung. Erhalte Glauben beim Bau besserer Unterkünfte. Scheidet nur Gold-Code aus. QV2 ist einfach Gold-Scheiße. Ja, geil. So, dann kümmert er sich direkt um die Farben. So, und es gibt nicht genug Betten für alle. Keine Sorge. Darum kümmere ich mich. Weil ich kein Ziel noch nicht... Ah! Ah, ich kann die nur erweitern. Nee, Moment. Erst muss jeder erst mal einen Schlafplatz bekommen, bevor ich hier anfange, Luxusschlafplätze zu bauen. So, dann spulen wir mal vor. Was ist los? Großer Anführer, in harten Zeiten können wir Gras-Mahlzeiten kochen. Die Anhänger werden sie nicht mögen, aber es ist besser, als zu verhungern. Bringe QV2 dazu, Gras-Schleim zu essen. Annehmen. Okay. Muss ich den Gras-Schleim irgendwie kochen? Gras-Schleim. Hier, ja. Brauche ich noch zwei Gras für. Aber Gras kann ich hier nicht farmen. Hier liegt Kot? Let's go! Neuer Tag! So, QV2, du gehst auf die Farm, ne? Genau. Die bauen jetzt alle die neuen Felder. Epic, epic. Ey, das ist schon cozy, ne? Wie die alle hier zusammen... zusammen bauen. Das ist schon sehr süß. Das ist schon wirklich sehr süß. Okay, aber warum bauen die jetzt nicht mehr? Oh, Gugi hat geschissen. Die sind beide scheißen gegangen. Und neuer Besen! Jawollo! Oh, das ist so liebevoll. Das ist so liebevoll gestaltet alles, ne? Dass selbst diese Besen eigene kleine Bildchen bekommen haben, die man leveln kann. Liebe es. So, aber kümmert sich jetzt QV2 hier drum? Ne, der unterhält sich gerade noch mit dem. QV2, du bist mein Farmer, Bro. Okay, also der sammelt jetzt hier Bären ein. Okay. Was ist das? Ich glaube, der checkt nicht, dass er für die Farben zugelassen ist, oder? Farmen bestellen. Doch. Ah. Okay. Kann ich jetzt eigentlich Grass schleim machen? Ne, da fehlen mir zwei. Okay. Du brauchst da noch ein Gebäude für. Hä? Aber dafür ist doch das hier da. Dafür ist doch hier das Ding da. Hm. Oh, der hat mir geschissen. Ich bin stark verwirrt. Keine Aufgaben verfügbar. Ah, ich brauche noch ein Samensilo. Oh boy, da fehlt mir aber Kohle. Okay, wir müssen nochmal schlachten gehen, Freunde. Passt auf. Dann gehen wir nochmal hier rein, halten unsere Predigt. Dann kriegen wir nochmal ein bisschen Boost. Und dann müssen wir jetzt nochmal den Kampf schaffen. Sehr schön. Das Ritual kann ich noch nicht, ne? Doch. Zehn Holz und 25. Entfache ein Feuer und lass uns bis tief in die Nacht tanzen. Ja, alles klar. Wie creepy ist das denn? Wie scheiß neftiger als Chico. Nein, Bro. Nein. Glaub mir. Tun sie nicht. Die Intrautination von Anhänger ist ja schön gut, aber kannst du ihn noch so viel mehr nehmen. Gib ihm Geschenke, schließe Quests ab und segne sie, damit ihre Loyalität erhöhen. Okay. Jetzt hat Asta irgendwas geschenkt bekommen. Anhängerloyalität. Okay. Jedes Mal, wenn es die Stufe eines Anhängers erhöht, erzeugt er zusätzlich Hingabe. Bei der Loyalität kannst du sie einmal am Tag segnen und ihnen auch Geschenke geben und Quests für sie erledigen. Okay. Oh, lol. Jetzt eröffnet sich hier irgendwas Neues. Die einsame Hütte. Alter, wir haben so viele Quests zu tun. Ah, jetzt kann ich da Schnellreise machen. Hybi-Erblühung. Hy-bi. Oh, wir pflanzen hier jetzt mal ganz viel. Ah, und jetzt kommt Quito zum Gießen. Okay. Der kann wässern, aber noch nicht aussäen, weil ich das Samensilo noch nicht habe. Ich verstehe, ich verstehe. So, okay, aber dann muss ich jetzt auf jeden Fall hier wieder auf Reise gehen, damit ich, äh, nochmal, damit ich Gras bekomme, damit er diesen Gras-Schleim essen kann, damit der ein höheres Level hat. Du hast mich arm gemacht. Ähm, gerne Nono King. Oder so. Okay, was haben wir jetzt hier? Göttliche Explosion. Wirf Gegnern, wirf Gegnern deiner Reichweite zurück und büge den Schaden zu. Das klingt eigentlich geil. Klinge des Verräters. Eine flinke Klinge. So, jetzt ein bisschen Gras ernten, ne? Let's go. Ich muss auf Reisen gehen, damit ich Gras bekomme. Ja, ich gebe zu, das klingt jetzt nicht so Bombe. Sehr gut. Die Klinge hat halt keine große Reichweite, ne? Das macht sich definitiv bemerkbar. Ich muss sehr nah ran, sehr nah ran. So, doppelte Leben. Karte wird aufgedeckt. Ich nehme die doppelten Leben. Weil Karte lohnt nicht, weil ich eh alles erkunde. Bei mir sind die Channel Points erschienen. Ich schicke dir mal wieder Discord den Link im Steam Community Bus. Okay. Äh, Loki, dann checke ich das gleich mal ab. Oh nein, diese scheiß Stacheln, ne? Sehr gut. Ist das sehr aufwendig? Oh, ich kriege immer Damage von den Stacheln. Immerhin diese Stachelfiecher sich irgendwo hinbewegen. Okay. Besser, besser. Oho, Blumentorbogen. Deko. Nee, okay. Mehr nicht. Münz und eine Federhalskette nochmal. Ah, die kann ich denen schenken, ne? Das waren ja alles Geschenke. Geil. Hier war nochmal Herzen. Schön. Hi, Crafting Dragon. Willkommen im Stream, Mann. Und hi, Hannes Cannes. Das grüßt dich. Jetzt haben wir so einen Bonus-Traum. Ah, das sind Stacheln. Und wenn man drüber läuft, äh, dann, äh, kommen die halt, glaube ich, raus. Okay. Sehr gut. Das hat funktioniert. Hey, Leon. Hallöchen. Was geht? Moin, wie läuft es? Läuft sehr gut. Ich liebe dieses Spiel, Mann. Es macht so Laune. Richtig gut. Richtig gut, Mann. So, neuer Anhänger. Safe. Safe. Ich glaube, Anhänger sind quasi das Beste, was du finden kannst, oder? Oh, dem geht es aber irgendwie nicht so gut, habe ich das Gefühl. Wir sind alle tot. Oh, Herr, wie konnte ich nur schon wieder. Siehst du sie in mir, die Finsternis in meiner Seele? Schließ dich mir an. Danke, Meister. Habe ich jetzt irgendeinen Freak rekrutiert? Ist das so ein Imposter? Der mich jetzt, der irgendwie meine ganze Sippe abschlachtet? Oh, es lag gerade wieder brutal. Oh, ich sehe es. Ich sehe es. Aber wieso? Es lag insane. Was ist passiert? Hier laufen immer mal wieder Downloads. Das ist doch... Aber ich habe alle Clouds deaktiviert. Wo kommen die her? Egal. So. Die Hingabe hier nehmen wir uns auf jeden Fall mit. Weiter geht's. Wie gesagt, ich muss einfach... Ich muss belieben. Ich muss ins Internet belieben. Und ich kann sowieso nichts dran ändern. So. Neue Waffen. Tückischer Dolch 2. Hä? Aber das sieht jetzt nicht so aus, ob ich da bessere Stats bekommen würde. Ach so. Ah doch. Es ändert sich, dass er tückisch ist. Dadurch kriege ich die Vergiftung dazu. Ah. Okay. Ich habe jetzt quasi einfach die Vergiftung. frisch dazu bekommen. Ich verstehe. Also die Fähigkeit zu vergiften. Oder die Möglichkeit zu vergiften. Ich glaube, das ist eher... besser beschrieben. Och du wasch. Ich teste jetzt mal die Explosion hier. Okay. Ne, ne, Queen Boy. Also es wird bis Ende August werden meine Streams laggen. Aber wir reden nicht drüber. Aber wenn ich drüber rede, will ich mir die Pulsadern aufschlitzen. Was ist das? Ein Baum. Okay. Oh, der hat mir vier schwarze Herzen gedroppt. Muss ich sehr aufpassen hier. Oh, das ging schnell. Und eine neue Karte. Geil. Immer wenn du eine neue Waffe bekommst, kannst du die alte in Gold umwandeln. Okay. Gegenhinter hast du mehr Eifer. Geil. Hey. Ich habe doch jetzt quasi vier neue Herzen. Wo ist der Unterschied zwischen schwarzen und blauen Herzen? Das ist ein neuer Anhänger hier. Gleich behalte ich es mir. Ich kriege Hunger. Ich liebe das Knacken in Ihrem kleinen Knochen. Ah, für acht Gold kann ich den kaufen. Ja, gerne. Ah, okay. Schwarze Herzen geben immer Schaden. Wenn sie quasi verschwunden sind. Schau mal, der hat hier sogar noch... Ich kann den plündern für Gold. Bei dem liegt einfach Gold rum. Okay. Hey, Bro. Ich habe jetzt einen neuen Kultisten. Und noch mehr Stonks. Na? So. Ich kriege noch mal sieben Hingabe. Ja, das Gold wieder zurückgestohlen. Ja, irgendwie schon, ne? So. Wir müssen mit rüber. Boah, das ist ein Vergiftungsdorch. Das ist krass. Wow. All dieser Vergiftungsdorch ist insane. Ich glaube, also... Ich meine, ich muss immer noch aufpassen, ne? Kann immer noch gut sein, dass der Boss uns schlachtet. Aber wir sind wirklich... Wir sind krass ausgerüstet. Mhm. Noch mal Herzen dazu bekommen. Schön. So. Angriffstempo erhöht sich. Oder 10%ige Schuss beim... Ah, nee. Mehr Angriffstempo. Das kommt auf dem Deuch, glaube ich, richtig böse. Das kommt auf dem Deuch, glaube ich, richtig geil. Geil. Aha. Tentakeln oder Schuss? Tentakeln. Ah, wiederverwerten. Geil. So. Da sind wir, Freunde. Bei dem Sohn. Erstmal zentakeln wir den Meister hier ein bisschen. So. Da ist eine Vergiftung. Ich darf nicht an ihn ran, während er sich fortbewegt. Das ist immer mein großes Problem. Das ist mein großes Problem. Jesse! Dankeschön! So. Weg. Genau. Und auch wenn die Stacheln noch da sind, jetzt habe ich den aufs Maul bekommen. Oder? Nee. Er hat aufs Maul bekommen. Boah, ey. Mhm. Sehr gut. Boah, ich greife so schnell an. Ich greife so schnell an. Da kommt halt auch immer eine Vergiftung raus, weil wir so viele Einzeltreffer haben. Yes! Geil. Geil. Freunde, das lief richtig gut. So. Sieben Bären, sieben Steigen. Oder finde ich... Ich nehme Stein. Ich glaube, Essen kriegen wir noch genug. Yo. Jetzt kracht's, Freunde. So. Einmal müssen wir, glaube ich, hier noch rein. Dann kommen wir zum Endboss, glaube ich. Von dieser Passage. Wenn ich das nicht noch verstanden habe. 95 Cash. Zwei neue... Drei neue Anhänger. Wow. Wow. Wir gehen nicht den Fehler, dich zum Diener deiner Anhänger zu machen. Sie sind dazu da, dass du sie zu deinem Vorteil ausnutzt. Ich glaube, ich glaube, es ist eine Ressource. Gibt diese aus, als handelt es sich um Münzen. Schöpfe Kraft daraus. Hier wäre die Kraft, ihre kläglichen kleinen Gedanken zu lesen. Ah. Ja, dann kriegt er auch permanent was dazu, ne? Irre. Fast wie YouTube. Also für manche Influencer schon. Wenn ich's richtig gesehen hab, hab... Äh, noch... Noch mal 20% Bonusmaterialien, weil du den Boss noch nicht geschafft hast. Ja, geil. Joel. Das sind wir wieder. Okay. So. Jetzt muss ich erst wieder was kochen, glaube ich. Jetzt mach ich erst mal so eine Gras... So ein Gras-Shit, ne? So, einen. Und Quito ist das jetzt, ne? Das war ja die Quest. Geil. Quest geschafft. Du ehrst mich. Ich bin ewig dankbar. Ja, wunderbar. Pass auf. Dann schenken wir ihm jetzt noch was. Äh. Ne, nicht arbeiten. Forderung. Hier, Geschenk. Um die Loyalität zu erhöhen. Der Anhänger wird doppelt so lang leben wie sonst. Höheres Bewegungstempo. Er kriegt das höhere Bewegungstempo. Ja, Wahnsinn. Okay. Der Glaube wurde erhöht dank des Twitch-Chats. Hä? Hä? Ist jetzt doch was passiert? Wie? Wie? Hier war ein Voting. Ne, bevor wir Gamba machen, will ich erst nochmal überprüfen, ob ich irgendwie, äh... Wir konnten gerade was abstimmen. Lol, das krieg ich gar nicht mit. Das hab ich gar nicht mitbekommen. Okay, warte mal. Äh... Justin... Äh, Justin gleich schon. Loki hat... Auf Discord hast du's mir geschickt, ne? Das Voting kann dich positiv oder negativ bewirken. Also sei brav zum Chat. Okay. Ich geb mein Bestes. So, Loki. Hier, Twitch-Integration not working. Gucken wir mal. Ich mein, sie funktioniert ja so zur Hälfte, ne? Ja. Reconnect using this. After clicking the link, please go to your creator-dashboard, then viewer rewards, then channel points and manage rewards. You should be able to configure everything. Okay, pass auf. Da ist irgendwas. Ich klicke jetzt hier auf Autorisieren. Ja! Jetzt ist was passiert! Jetzt ist was passiert! Jetzt ist was passiert! Jetzt müsstet ihr Kanalpunkte haben! Okay. Feli hat jetzt 500 Kanalpunkte rausgehauen. Aber das könnt ihr, glaube ich... Aber da ist jetzt ein Cooldown drauf. Jetzt kann Asta ingame schreiben. Lena, hallo! Danke für 37 Monate! Aber Freunde, das mit der Nachricht geht, glaube ich, nur, wenn ihr ein Charakter hier drin seid. Sonst glaube ich nicht. Okay. Hier, Totem-Beiträge, ne? Diese Eins von Zehn. Ich glaube, ich kann jetzt hier einstellen, wie oft das geht. Häufigkeit von Helfen oder Hindern. Ja, ganz, ganz niedrig. Okay. Ey, Loki, danke dir, ne? Vielen Dank! Und Foxy, Jani, danke schön für deinen Gifted-Sub an HeartEater. Das ist ein sehr, sehr crazy Name. Johnson! Hey, voll langweilig hier, Joel. Deine Mutter ist langweilig. Was soll das? Wat für langweilig! Oh, den Baum hat es zerlegt. Geil. Aber jetzt passt mal auf. Jetzt will ich mal hier diese Unterkünfte verbessern. Na? Ich will denen ja was bieten. So, hier. Zack. 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 Wir können alle verbessern! Holy shit! Ah, die können mir nachts nicht beim Bauen helfen! No! Oh, das ist jetzt gar nicht so geil. Okay, warte mal. Ich spule jetzt erstmal die Zeit vor. Die pennen jetzt alle auf den Boden. Äh, sorry. Sorry, liebe Kult-Anhänger. Das war jetzt gar nicht so geplant, Mann! Der Scam-Train ist da. Geil. Endlich hat mein Leben wieder einen Sinn. Okay. Und jetzt bauen wir alle die neuen Unterkünfte, Freunde. Oh, Vito will mir was sagen. Wenn wir Googie 9-5-Streiche spielen würden. So wählerisch... Wählerischen Essern sollte man mal etwas Kot vorsetzen. Bring Googie dazu, Kot zu essen. Okay. Es tut mir leid, Googie. Nimm's nicht persönlich, Googie. Nimm's nicht persönlich. Ey, ihr konntet schon wieder das zum Toten beitragen. Geil. Aber das muss noch irgendwie abgehakt werden. Mods, könnt ihr einstellen, dass... Äh... Dass sich das automatisch abhakt? Oder muss ich das machen? Okay. So, ey, aber alle kriegen jetzt hier, äh... Das ist voll schwer, hier mitzubauen. Weil man immer mit den Anhängern redet. Wir haken ab. Okay, okay, okay. Okay. Und hier will ich auch noch mitbauen. Weil das erhöht den Glauben. Wenn ich denen beim Bauen helfe. Äh, Asta, die... Die sind einfach selber schuld, würde ich sagen. Aber ich glaube, wir können das Talk auch deaktivieren. Also das Talk ist ganz nett. Was für ein schlechter Service wäre ich doch bei den Christen geblieben. Wann schenkst du mir mal was? Okay, irgendwie ist das doch ganz lustig. Ich muss mir zugeben. Komm, hier, Asta. Jetzt hier. Ah, da sehe ich das Level und die Eigenschaften und so. Okay. Hier, komm, äh... Gönn dir auch so eine Federhalskette. Zocker, danke schön für dein Prime im fünften Monat. Ich brauche jetzt noch hier so ein Samending, ne? So ein Samensilo. Da brauche ich noch Holz und Stein für. Okay, okay. Also auf, dann helfen wir hier auch mal mit. Die Steinmini klein zu hacken. Ja, wir haben noch Gamba, True. Machen wir gleich, machen wir gleich. Wir haben sogar dreifach Gamba. Drei Leute werden jetzt hier gleich gegambart. So, viel Stein. Geil. So, ich muss auch gleich noch Essen kochen. Wir haben einiges gleich zu tun. Ey, das funktioniert sehr gut mit dem Baum. Sehr schön. So. Und jetzt können wir, glaube ich, hier so ein Samensilo bauen, ne? Bäm. Alles klar. Und das stelle ich, glaube ich, hier mit rein. Spezidusche hat es einen Toten beigetragen. Danke, Spezidusche. Was macht man in dem Spiel? Man baut sich einen Kult auf, damit man irgendwann die falschen Götter schlachten kann. Ja, ich muss für Googie noch Kot kochen. So. Da ist das Samensilo. Und da kann ich jetzt einfach alle reintun, oder? Bäm. So. Und jetzt müsste doch eigentlich... Ne, Quito macht hier gar nichts. Und die unterhalten sich gerade. Googie. Du wirst jetzt mein, mein Farmarbeiter. Okay. Schauen wir mal. Tatsächlich. Der pflanzt hier was ein. Ja, das machst du großartig. So, erntet der auch? Ne, der... Okay, ich muss ernten. Okay. Lernen die das mit der Zeit noch? Schlechter der falschen Götter wäre eine Hammer-Metal-Band. True. True. Verernte kommt nochmal ein anderes Upgrade in Ordnung. So, ich ernte mal alles. Ach, nein, danke schön. Zwölf Monate. First of many. Ach, ich danke dir, Mann. So, okay. Jetzt wird gekocht, Freunde. Jetzt wird gekocht. Schlichte Schüssel Beeren. Grasschleim. Ne, den wollen wir nicht. Die Fleischbrühe. Da kann ich zwei machen. Dann wird jetzt mal kurz gekocht. Das ist geil, dass das Kochen so schnell geht. Das feiere ich. Das ist sehr, sehr smart gemacht. So, gönnt euch, Leute. Gönnt euch. He's cooking. Und die droppen da noch so viel Loot, ne? So, und wie bringe ich jetzt Googie dazu, Kot zu fressen? Schüssel Kot. Okay. Das kann ich aber auch nicht aufheben, ne? Kann ich ihm befehlen, zu essen? Ah, nee, der macht das automatisch. Okay, okay. Sorry, Mann. Oh, nein. Googie feiert das gar nicht. Aber QV2 feiert es dafür umso mehr. Hehehe. Und er geht auf Stufe 2. Oh. Yeah. Und sogar gibt es so einen Stein. Oh mein Gott. Und ich kann sogar noch jemanden segnen. Atom. Äh. Ne. Du wirst jetzt gesegnet, Meister. Oh. Googie be like pork tasty. Kann ich jeden segnen? Oder kann ich nur einen am Tag segnen? Ne, ich kann theoretisch jeden segnen. Oh, ich... Oh mein Gott. Freunde. Ich bin das von Nintendo nicht gewohnt. Ich bin das von Nintendo nicht gewohnt. Quality of life. Du kannst mehrere auf einmal segnen. Das sind Dinge, die bin ich nicht gewohnt. Oh. So. Schlafgutmeister. Wir haben wunderbare Betten für jeden. Und sobald der neue Tag angebrochen ist, Freunde, werden die neuen Anhänger. Werden die neuen Anhänger bestimmt, weil die haben jetzt noch nichts zu pennen. Das wäre dumm, die bei Nacht zu rekrutieren. Let's go. So. Auf geht's. Freunde, rein in die Erweiterung. Hä? Mr. Hybrain hat die Ziehung gewonnen. Was? Warum hat der Hybrain... Nein, Hybrain hat nicht gewonnen. Anhänger Ziehung. Hä? Okay. Ich meine, der hat ja vorhin gewonnen. Vielleicht hat er sich jetzt noch in den Charakter gemacht. Okay, warte mal. Pass auf. Ich meine, der hat ja theoretisch gewonnen. So. Du gehst beten, Bro. So. Und jetzt kommt hier der nächste. Anhänger Ziehung. Okay. Das war von vorhin wahrscheinlich noch. So, Freunde. Hybrain hat sich noch einen Charakter erstellt. Ja, und der hat ihn jetzt noch quasi nachgeliefert bekommen. Fett. So. Ich geh kurz aufs Klo. Freunde. Holt euch einen Anhänger in eurer Erweiterung. Wenn ihr am PC seid, ist das irgendwo in eurem Streaming-Fenster. Wenn ihr am Handy seid, über dem Chat. Ich bin sofort wieder da. Ich muss kurz urinieren. Hallo. 180 Kultisten. Ich raste aus. Ich raste aus. Okay. Wer tritt dem Kult bei? Alter, Kimo. Kimo, die geile Sau. Let's go. Kimo. Mach mal ganz fixen Charakter. Er ist schon dabei. Wir haben noch eine Ziehung. Wir haben noch eine Ziehung. Und da mache ich ganz schnell, Freunde. Ey, alle machen sich eine Katze, ne? Ich glaube, Kim 011. 010. Nee, es ist Kimo. Die 0 dahinter sieht anders aus als das O. Eine weiße Katze. Die hatten wir auch noch nicht, ne? Oder ein Wolf. Ich weiß noch nicht. Ich meine, es ist ein Wolf. Ich glaube, ich habe keine Ahnung, Mann. Oder Fuchs oder whatever, Digga. So. Alter. Hybi war lost. Und Luvian haben zum Toten beigetragen. Geil. Bro, was ist das denn für ein geiles Vieh? Anhängerziehung, Freunde. Let's go. Ganz fix. Sobald 100 im Pool sind, mache ich. Bei 100 mache ich. Bam. Ui Ananas. Let's go. Oh, Bali. Danke dir auch für den 35. Monat, Mann. Das war ein Axolotl. Er macht einen Esel. Er macht einen Esel. Danny, danke schön für den 16. Juhu, endlich ordentlich über den Typ. Und danke schön für den Kau. Okay, Ananas ist sehr wählerisch. Geil. Wunderbar. Und du darfst auch beten gehen. So. Dann, äh, ernten wir hier mal ganz kurz. Einen, ich brauche kurz. Einen, 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 einen brauche ich noch. Gibt es mehr als nur ein Shirt? Oh, ich weiß nicht. Auf die Shirts habe ich tatsächlich noch nie geachtet. So. Dekoration ist mir Wumpe. Opferstatue. Eine Statue der Anhänger zu deinen Ehren Opfer hinterlassen können. Okay, das klingt prinzipiell smart. So, Steinmine. Was ist Missionar? Schicke deine Anhänger auf eine heilige Mission, um Ressourcen zu sammeln. Nun, falls sie es lebendig zurückschaffen. Okay. Vogelscheuche hält Vögel davon ab, Saatgut von Ackerparzellen in Reichweite zu stehen. Das finde ich smart. Das finde ich smart. Und Feli hat schon wieder, hat schon wieder hier zum, zum Totem gebetet. Ich danke dir. So, Asta gießt hier auch schon. Wunderbar. Seit wann hat denn Asta hier den, den Farmerjob? Na, egal, ne? Solange es irgendjemand macht. Hubert, danke für deine 19. Hallo, hallo. Ich brauche auf jeden Fall noch Betten, Freunde. Wir halten mal wieder kurz unsere Predigt. Macht der Frommen erhöht die Ausgangsstufe von Waffen. Ja, Bombe. Bombe, Freunde. So gut, Mann. Boah, wir leveln ordentlich. Wir leveln ordentlich. Wow. Voll nice. So, Krone. Ah, das ist hier. Warte mal hier. Heilige Erleuchtung. Warte mal, was ist denn das? Ein edles Gewand? Oh, was ist das? Achso, nee, ich kann nur das hier nehmen, ne? Die neue Doktrin verkünden. Ich weiß nicht genau, was das ist, aber wir machen das jetzt einfach. Und segnen müssen wir noch. Ja, ja. Was? Versichere ihnen, dass der Tod nicht das Ende ist. Sie sollen für dich arbeiten und dich lieben. Lehre die Bedeutung von Gehorsam. Predige vom Wert irdischer Güter. Okay, nein. Der Tod ist nicht das Ende, Freunde. Es geht immer weiter. Okay. Alle Kultmitglieder erhalten die Eigenschaft Glaube ans Opfer. Plus 20 Glauben, wenn ein weiteres Kultmitglied geopfert wird. Verliere nur 5 statt 20 Glauben, wenn ein Kultmitglied stirbt. Nee, Opfergaben finde ich okay. Oder? Und ich meine, wenn die sterben, dann bumst es meinen Glauben nicht. Nee, ich will die nicht opfern, Freunde. Wir verringern die Trauer. Wir verringern die Trauer, wenn einer von uns stirbt. Du hast eine neue Doktrin verkündet. Diese Eigenschaft wird allen Kultmitgliedern zuteil und beeinflusst, wie ihr Glaube durch Ereignisse verändert wird. Okay. So, und jetzt hier? Doktrin? What the fuck? Ah, Kult umbenennen. Anhänger anzeigen. Ah, da sieht man die alle. Ah, das sind einfach nur Statistiken quasi. Genau, das ist... Ja, alle Kultmitglieder erhalten die Eigenschaft Glaube ans Jenseits. Okay, okay. So, warte, kann ich jetzt noch eine Gruppensegnung für euch machen? Nee, kann ich nicht, ne? So. Ah. Oh, Mann. Ja, ihr werdet jetzt alle, alle gesegnet. Ach, vier auf einmal. Baba. Sehr schön. Oh, du wirst auch noch gesegnet. Komm, Kugi kommt auch. Da oben ist goldene Scheiße. Sehr schön. Der Twitch-Chat entscheidet über dein Schicksal. Jui-Ananas starb aufgrund des Twitch-Chats. Ihr seid... Ihr seid... Ihr seid solche Schweine. Ich muss die Leichengrube freischalten. Schämt euch. Schämt euch. Es kursieren Gerüchte, dass wir nicht genug Nahrung haben. Koche zehn Mahlzeiten. Ja, das sollten wir doch schaffen. Okay, wo kriege ich die Leichengrube her? Hier? Da ist die Vogelscheuche jetzt dazu gekommen. Oder nee, die muss ich erst noch freischalten, ne? Ach, du Kacke. Äh, so. Ja, wir kochen erst mal wieder ein bisschen Essen. So. Und dann machen wir auch noch... Komm, viermal Gras. Auch wenn das den Leuten nicht so schmeckt. Damit wir schon die nächste Quest für Asta abschließen können. Damit wir auf jeden Fall... Damit wir nochmal ein höheres Level hier haben. So, Asta. Wunderbar. Bam. Fast halbe Stufe bekommen. Das ist geil. So, ich glaube, die gehen jetzt wieder alle kacken, oder? Nee, die beten. Die beten zum Toten. Okay. Aber da muss ich euch jetzt, glaube ich, auf jeden Fall alle mal zum Beten schicken, ne? Dass ich die Leichengrube irgendwie schneller bekomme. Der ist mir einfach viel zu früh weggestorben. Der ist mir viel zu früh weggestorben. Und ich brauche noch neue Schlafsäcke. Okay. Asta kümmert sich da hinten wieder drum. Ich brauche unbedingt diese Vogelscheuche. Ah, verdammte Axt. Ich habe neun Holz, verdammte Axt. Ich kann nur eins. Ich kann nur ein Bett hier machen. Es fehlen mir immer noch zwei. Ist hier noch irgendwo Holz, was ich hacken kann? Nee. Es gibt auf meinem Feld tatsächlich kein Holz mehr. Doch, hier? Da kann ich was buddeln. Warte mal. Das ist was ganz anderes. Eigentlich brauchen wir zum Anlass des Spiels ein Satan-Emote oder was ähnliches. Jetzt habe ich fünf. Also, wenn einer meiner Seven-TV-Mods was Gutes findet, soll es dann einem Satan-Emote nicht scheitern. Übrigens, bei dieser Abstimmung waren es nur negative Effekte im Gegensatz zu der davor. Ach so. Okay. Das heißt, ihr habt euch nicht bewusst gegen was Schlechtes entschieden, oder was? Wir haben jetzt Lamp-Please. Geil. Kalt auf der Lamp-Please. Momosaurus, dieses Spiel ist Teil vom Olymp. Das wird durchgespielt. Endlich lass uns das beenden. Ich erwarte dich in meinem Tempel. Oh, boy. Ultra-Boss-Fight am Ende. Okay. Ich hole aus für vier. What the fuck? Hier liegt eine vierische und tückische Axt auch auf vier. Das ist sick. Oh, ho. Oh, ho. Warte mal. Ist das wegen dem Level-Up? Monka-Satan. Okay, das ist cool. Das ist sehr stark. Das können wir dann auch benutzen, wenn das neue Doom-Spiel irgendwann rauskommt. Ich one-shotte fast alles. Ich one-shotte einfach fast alles. Hallo, ihr Kulturbanausen. Warum Kulturbanausen-Meister? Wir spielen ein gutes Spiel. Danke, Impi, für's Beten. Warte mal. Was habe ich jetzt hier freigeschaltet? Ah. Das sind quasi wie Granaten, die man werfen kann. Okay. Das ist lustig wegen Kult und so. Ich finde es nicht witzig, als Kulturbanausen bezeichnet zu werden. Er missachtet unseren Kult. Wie kann er? Eine fette Kiste mit einer Extrakarte. Verursacht Giftschaden bei getroffenen Gegnern. Ich liebe alles. Ich liebe alles. Doppelgift einfach. Ketzer, lass ihn verbrennen. Oh mein Gott. Ackerparzellen-Schild. Organisiere deine Farm mit diesen praktischen Schildern. Das ist aber auch nur Deko. Schade. Aber ein blaues Herz kriegen wir noch. So, gönnen wir uns einen neuen Anhänger oder Stein oder den Shop. Ich gönne mir einen neuen Anhänger. Wir dulden keine Blasphemie. Ich will das nochmal ausprobieren mit dem Werfen. Alter. Ey, wir haben so krasse Waffen in diesem Ort. Ah, das hinterlässt sogar Gift an der Stelle. Mega gut. Das ist jetzt aber ein Wolf, oder? Anhänger wartet auf Indoktrination. Deko hilft dem Kult aber auch. Das erhöht die Stimmung. Mmh. Dann bauen wir doch davon mal ein bisschen was. Wir wollen mehr Pedro. Ich bin schon dabei, Impi. Ich sammle schon ganz fleißig. Wow. Okay, hier geht's fett ab. Ah, weil mein schwarzes Herz jetzt aber gegitet wurde, haben alle auf dem Screen Damage bekommen. Das hat sich gerade sehr bemerkbar gemacht. Nicht in die Stacheln. Nicht in die Stacheln. Sehr schön. Ähm. Gar nicht mal so geil. Deine Wahrlichkeit fängt an mich zu nerven. Du hältst dich für schlau. Du hältst dich vielleicht für recht schaffen an deinem Dienst. An ihm. Wie ist die Steuerung so für Schwierigkeit? Steuerung ist eine 10 von 10. Unfassbar geile Steuerung. Und Schwierigkeit würde ich sagen fair. Also ich meine, ich bin schon einmal Game Over gegangen, aber wir sind halt auch noch ganz am Anfang, ne? Also ich bin sehr angetan von dem Spiel aktuell. Ah, der hat mich jetzt einmal erwischt. So. Gut. Die Steuerung spielt sich richtig smooth. Unfassbar smooth. Es spielt sich fast ein bisschen wie ein 2D Souls, ne? Aber das ist allgemein so cool an dem Spiel. Es ist halt irgendwie 2D und 3D. Warte mal, da steht der Twitch-Chat überscheidet. Entscheidet über ein Schicksal. Chat, ich liebe euch. Chat, ich liebe euch. Oh nein, was passiert jetzt? Ich habe eine Karte erhalten. Chat, chat. Ein Herzgeboh... Ich kriege ein blaues Herz. Ich küsse eure Herzen, Mann. Ich küsse sie. So, Klinge des Kreuzfahrers. 5. Okay. Schnelleres Tempo. Die Explosion fühle ich nicht so. Aber den Dolch fühle ich. Ich nehme den Dolch. Den finde ich geil. So, und die Waffe kann ich verwerten. Mua. Ich würde die Steuerung so beschreiben, dass sich einfach alles, was man macht, richtig anfühlt. Ja. Du hast nicht das Gefühl, oh mein Gott, warum ist die Steuerung so und so? Es gibt nicht genug für uns beide. Der beste Ort zum Fischen ist bei der Pilgerpassage. Wir haben schon wieder einen neuen Ort freigeschaltet. Okay. Nee, aber diese Dolch finde ich geil, weil du so schnell, ähm, weil du so schnell eine Vergiftung rausbekommst. Das ist der Wahnsinn. Oh, wir kriegen gleich zwei Indoktrinen, Indoktriniertafeln. Ich weiß nicht genau, wie das heißt. Und wieder eine Federhalskette, die wir verschenken können. So. Okay, ich kann entweder Stein oder Herzen nehmen. Ich gehe zum Stein. Ich brauche keine Herzen, glaube ich. Ich glaube, ich bin full. Ja, ich bin full. Yo. Gold und Stein. Mega. Mega gut. So. Oh boy. Bosskampf. Bosskampf. Oh shit. Dolch ist aber auch ultra short range, aber dadurch wird der Kill persönlicher. Jetzt bin ich gespannt. Sehr schön. Boah. Der Dolch ist so sick. Mega. Ich würde nochmal einen neuen Dolch bekommen. Aber ich glaube, den will ich nicht. Oder was macht der? Ne, das ist der gleiche Dolch, bloß ohne Gift. Nö, auf gar keinen Fall. Okay. Tentakeln. Die scheinen besser zu sein. Das ist Tentakeln 5. Ich glaube, ich habe aktuell nur diese komische Soße 4. Ja. So, dann weg damit. Aufnehmen und verwerten kannst du, ja. Bro, es laufen schon wieder ultra viele Downloads. Irgendwas downloadet schon wieder. Ich dreh holen. Ich habe irgendein Geräte in diesem Haushalt, was 24-7 downloadet. Aber wir sind wieder Tentakel technisch unterwegs. So, kann ich das hier alles kaputt machen? Ja. Oh, dich kann ich wegmachen. Okay, wo ist dieser Bosskampf, Freunde? Bitte was? Warum kriege ich hier so viele Kisten? Ich finde das sus. Ist das, weil jetzt der Bosskampf kommt? Oh, boah. Ich glaube. Ich glaube. Oh, shit. Impi. Ich habe ja keine Wahl. Ich habe ja keine Wahl. Weißt du? Ich könnte jetzt bis September in jedem Stream sauer werden, dass mein Internet nicht funktioniert. Äh. Oder ich akzeptiere es einfach so gut es geht. Ich kann es ja nicht ändern. Ich kann es ja nicht ändern, ne? Kann ich jetzt gegen den Battle? Oh, ich bin mega gespannt. Ich habe dich langsam satt, kleines Lamm. Wird Zeit, diese alberne Maskerade ein Ende zu bereiten. Okay. Fünf Priester. Ah. Die opfern sich jetzt, um ihm seine Macht zu geben. Wow. Okay. Ich bleibe erst mal ein bisschen in Bewegung. Einfach, um zu schauen, was der Meister macht. Und ich töte auch mal diese ganzen kleinen Viecher. Oh, jetzt habe ich das kleine Vierwäsche. Passt aus. Okay. So, der bewegt sich wieder durch den Boden. Oh, nee. Das wollte ich nicht. Aufpassen. So. Tentakeln. Was macht der jetzt? Der Spuck wieder. Hier irgendwie Säure. Aber den kann ich wohl nicht vergiften. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass ich mit dem Dolch hier gut Damage machen kann. Aber, ja, der scheint nicht vergiftbar zu sein. Scheiße, ich bin in seine Stachen gelaufen. Okay. Oh, jetzt hat er neue Kollegen gemacht. Gar nicht mal so geil. Aber immer, wenn ich die Vergiftung rausbekomme, dann sterben die Stück für Stück von alleine. Ja, ich muss die nur einmal vergiften. Oh, boy. Der hat Bock auf mich. Ja, sobald die Vergiftung raus ist, sterben sie. Abstand. Okay, ich habe ein gutes Gefühl, aber wir müssen weiter konzentriert bleiben. Okay, okay, okay. Wie weit geht das? Okay, es geht hier komplett durch. So, er landet jetzt wieder. Okay, jetzt habe ich ihn, glaube ich, in der dritten Phase. Bro, aber die sind jetzt instant vergiftet, ne? Das ist, glaube ich, wegen dieser Spinnenkarte, die ich habe. Das ist wegen der Spinnenkarte. Ich glaube, da ist einfach jeder Treffer immer eine direkte Vergiftung. So, er hackt jetzt hier ein bisschen. Ja, aufpassen. Und diese Instant-Vergiftung ist der Wahnsinn. Siora, danke schön! Das Gift carriert mich gerade. Okay. Ah, jetzt hackt er. Aber ich konnte ausweichen. Oh, Freunde. Geiler Kampf. Bäm! Alter! Herz eines Ketzers. Porgis! Aber ich gehe jetzt mal auf die Suche, Freunde. Nach den Internet-Problemen. Die dauern jetzt schon ziemlich lange an. Okay. Hab nichts gefunden. Das ist immer noch rot, das Internet. Was ist denn jetzt hier los? Was ist denn jetzt hier los? Es laufen irgendwelche Uploads gerade. Ne, jetzt geht's wieder, jetzt geht's wieder. Okay. Hm. Keine Ahnung, ne? Starlink und so. Läuft Bombe und so. Ne, das ist das Problem, wisst ihr? Egal, ob wir jetzt über das SIM-Karten-Internet reden, ne? Oder über Starlink oder was auch immer. 95, also Starlink ist die perfekte Lösung, oder auch SIM-Karten-Internet ist die perfekte Lösung für 99,9% der Menschen. Jetzt ist schon wieder rot. Jetzt macht hier Starlink komplett den Schuh, ne? Die einzigen Menschen, die mit diesen Dingen nichts anfangen können, sind Streamer. Das ist das große Problem. Die einzigen Menschen, die damit nichts anfangen können, sind Streamer. Nur Streaming ist etwas, was über diese Internetlösungen nicht gut funktioniert. Du hast das schlagende Herz eines Ketzers erhalten. Die rote Krone kann dieses... Bro, es ist immer noch rot. Alter, irgendwie kracht mein Internet gerade komplett. Es ist permanent rot. Ich möchte das nicht. Kannst du bitten... Was ist denn das? Elon! Elon, warum machst du das? Mann, ey. Elon boomst mich gerade komplett durch. Elon gerade so, nee. Du darfst jetzt nicht streamen. Nee, es lag komplett leider. Es lag komplett gerade. Es lag seit mehreren Minuten. Und ich verstehe nicht, warum. Das ist jetzt ärgerlich. Es lief die ganze Zeit so gut. Aber ich habe permanent verworfene Frames. Ich checke nicht, warum. Die rote Krone kann dieses Herz verzehren, um neue Kronenfähigkeiten freizuschalten. Okay. So eine Art neuer Skilltree, oder was? Scheint fast so. Alter, joo. Alter, joo. Eine Trophäe für das Töten von Lashy. Drei Gold und drei Gold und drei irgendwelche anderen Ziegel oder sowas. Irgendwelche anderen Ziegel. Oh mein Gott. Ihr könnt jetzt Hasen werden. Ihr könnt jetzt Hasen werden. Das ist ziemlich cool. Sollen wir jetzt hier reinlaufe? Ketzer besiegt. Ketzer besiegt. Wir haben viel Loot mitgebracht, Freunde. Wir haben sehr viel Loot mitgebracht. Ach, Fire Shock. Ich fühle mich immer so räudig, wenn du voll in den Lag rein donatest. Aber ich danke dir, Mann. Ich danke dir. Lashy wurde von dir... Hey, fünf Gift ist ein Fire Shock. Ich weiß das sehr zu schätzen, Mann. Ich gebe mein Bestes, nicht so gut wie möglich laufenden Stream rauszuhauen. Es liegt leider nicht in meiner Macht. Lashy wurde von dir hinweggefegt wie ein Sandkorn von einer Flutwelle. Was ist ein Hirte ohne seine Herde? IE-Web, was geht? TTV an die BS können wir mal timeouten für eine Woche oder so. Ich habe keinen Schimmer, um was es geht. Aber ich finde es gar nicht witzig. Egal, was er da schreibt. Hey, let's go. War dieser Ort so widerlich? Wenn du das nicht sauber machst, wird noch jemand krank. Oh boy. Ist das wegen der Leiche? Danke, Loki. Wir müssen mal kurz hier... Wir müssen mal ein bisschen den Kot wegräumen. Was ist der goldene eigentlich? Ach, da kommt einfach noch Kohle. Lol. Okay, das ist ein besonderer Dünger und man kriegt noch Fettkohle. Und wie kriegst du wieder neuen Besen? Ich habe keine Ahnung, was das bringt, ne? So keinen Plan. Aber neuer Besen ballert immer. Ich glaube, dann geht es einfach schneller, glaube ich. So, mein Glaube ist ein bisschen gebumst. Ich sehe es. Oh, es geht ja. Totenbelohnung abholen. Okay. Alter. Chat. Ihr habt mir übelst viel Essen gegambart. Dankeschön, Chat. Ich kann die Leiche nicht wegräumen. Ich habe keine Leichenhalle. Erntetotem, Düngersilo, Dämonenbeschwörung, Steinmine, Dämonenbeschwörung, Holzplatz, Tabernakel, Opferstatue, Gefängnis, Beichtstuhl, Heilquartier, Toilettenhäuser. Wo kann ich das wegräumen? Ah, hier Leichengrube. Hier unten. Ist noch ganz unten. Deswegen habe ich das nicht gesehen. Es geht sogar noch weiter rüber. Aber erst hier oben. Okay, ne Gruft. Alles klar. So. Dann... Ich habe kein Holz für eine Leichengrube. Willst du mich verarschen, Digger? Wie kann ich denn gar kein Holz haben? Aber es war Zeit auch, dass meine Anhänger irgendwann dieses Ernten lernen. Stimmt, wir müssen noch einmal Gamba machen, ne? Einen neuen haben wir mitgebracht. Ich habe auch ganz viel Fisch noch, ne? Jetzt kommt Asta wieder. Asta ist irgendwie meine Farmbeauftragte. Dafür segnen wir sie erst mal wieder. Oh, das Segnen bringt irgendwann gar nicht mehr so viel. Geschenk sucht eine Mahlzeit. Dann hauen wir einfach hier alles noch rein. Sehr gut. Die beten hier alle schon wieder fleißig. Warum habe ich denn kein bisschen Holz? Ich habe gar nichts. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel ihn hier zum Holz holen schicke... Er hat keine Aufgaben verfügbar. Es gibt halt kein Holz mehr, ne? Es gibt irgendwie nicht mehr so viel zu tun. Naja, oh. Das hat es gebumst. Ich brauche schneller drei Holz. Okay, warte mal, warte mal, warte mal. Jetzt ist es... Ich kann jetzt hier Schnellreise machen. Diese Einsamhütte hier oben. Was genau ist das? Was ist bei dieser Hütte? Das Holz. Neue Tierform. Ihr könnt jetzt Mäuse werden. Oh, cool. Feier ich. Jetzt sogar Bären ernten. Okay, was geht hier ab? Nehmen wir mich von meinen Pflichten befreit hast, hast du mir meinen größten Wunsch erfüllt. Frieden. Ach, der lebt da jetzt. Jetzt habe ich dir alles beigebracht, was du wissen musst. Ich kann meine restlichen Tage mit dem Spielen von Astragaloe verbringen. Okay. Schau mal, da betet sogar irgendjemand zu mir. Okay. Ah, das ist der Ausgang. Okay. Was geht hier ab? Das ist ein Geschenk. Okay. Das ist eine bescheidene Hütte entdeckt. Gib acht, nicht denselben Fehler zu machen, die ich gemacht habe. Oder wirst du genau an solchem Ort enden. Eine Partie Astragaloe. Komm an den Tisch und ich zeig's dir. Ein großes Geschenk. Was ist das? Ein Würfelspiel mit Risiken und Chancen. Werden Würfel mit der gleichen Zahl in derselben Reihe platziert, multiplizieren sich ihre Werte. Okay, ich habe keine Ahnung, wie das geht. Er würfelt zuerst. Okay. Mit einer Fünf. Ich packe die jetzt auch mal in die Mitte. Ah, man platziert die immer so gegenüber. Ah, ich verstehe. Ich verstehe. So. Jetzt rühre ich die hier hin und damit habe ich doch quasi schon gewonnen, ne? Die zwei packen wir hier hin. Das ist eigentlich wirklich ein ziemliches Gamba. Sechs. Ach, Chat, es tut mir so leid, dass es so hardcore lag. Das tut mir so leid. So, hier noch... Alter, wir multiplizieren ja nur. Ich bin der erste Twitch-Partner, der kein Internet hat. Ich sage es euch, wie es ist. Bäm! Okay. Wenn ich jetzt hier eine Fünf entlege, habe ich hier gewonnen, ne? Ja. Hä, aber warum ist jetzt seiner kaputt gegangen? Wieso destreut er mich jetzt so? Was soll das? Ich kapiehe noch nicht ganz, wann auf der anderen Seite was kaputt geht. Das verstehe ich noch nicht ganz. Ich kann es jetzt nur noch hier hinlegen, ne? Das Lamm siegt. Also 100% verstanden habe ich es nicht. Also so ganz, so ganz gecheckt habe ich es jetzt irgendwie nicht, aber... Naja, ne? Ich habe gewonnen. Ich würde sagen, dass das reicht. Und was kriege ich dafür? Oh, eine neue Tarot-Karte. Herz 2. Geil. Das gefällt mir. Hast du Lust, um ein paar Münzen zu wetten? Okay. Ne, es ist ja genug Gamba. Es ist ja kein Gamba jetzt mehr hier. So, und was ist jetzt unten hier in dieser Fischerhütte? Wenn du eine Zahl legst, die er auf seiner Reihe hat. Okay. Verstanden. So, hier ist ein... Axolotl! Was? Wer wagt es, unser heiliges Haus des Lichts zu betreten? Keine Schiffe, das bedeutet keine neuen Pilger. Wenn bloß unsere Anführerin hier wäre. Wir pläten sie an, nicht zu gehen. Okay. Jetzt haben wir keine Wahl. Repariere den Leuchtturm. Da muss 15 Holz rein. Okay, ich brauche so viel Holz, ne? Ich brauche 15 Holz, um den Kollegen jetzt zu reparieren. Anhängerform kaufen. Für 10. Okay. Ein Huhn! Geil! Ihr könnt jetzt Hühner sein. Ah, und da ist der Angler wieder. Boah, sieh mal einer an. Hier ist jetzt auch noch ein bisschen Holz, auf jeden Fall. Danke, Ananas. So. Okay, ich habe jetzt nicht genügend Holz. Sieh mal an, was die Flut angeschwemmt hat. Was stehst du da so rum? Glaubst du, dass ich für dich angeln werde? Äh. Ah, ich kann auch angeln. Lol. Okay. Ach nein, das ist dieses Stardew Valley-Angeln. Melko, danke für die 11 Monate, Mann. Vielen Dank. Oh, ich kriege wieder eine neue Karte. Yo, wie geil. Es ist möglich, dass Gegner einen Fisch hinterlassen. Das ist eine schöne Karte. Oh, aber es ist Nacht. Okay. Angel trotzdem hier mal. So. Okay, Angeln ist ziemlich cool, to be honest. Das macht ziemlich Laune. Aufpassen. Die kann ich dann wahrscheinlich auch verfüttern, ne? Oh boy. Ich habe einen ganz großen. Ich habe einen ganz großen. Ich habe zwei Schwertfische geangelt. Josef Halle, danke schön. Ich muss jetzt wieder nach Hause. Ich muss meinen Anhängern, glaube ich, noch mehr, äh, ich muss meinen Anhängern auf jeden Fall noch mehr Betten bauen. Oh. Ihr könnt jetzt Fische werden. Yo. Alter, das ist so nice. Okay, Freunde, pass auf. Äh, ich muss nach Hause. Ich muss meinen Jüngern, äh, also euch, oh. Ich glaube, irgendeiner hat jetzt auf dem Boden gepennt. Ups. Yeah. Well. Kann ich hier noch irgendwas tun? Ne. 41 Sekunden Verzögerung. Junge. Oh, Mann, ey. Äh, ja. Also mein Chat ist einfach, also mein Stream ist 24-7 am Lagen. Also, also quasi, ich weiß nicht mal, woran das liegt. Irgendwie mein Starlink scheint, wahrscheinlich fliegt gerade einfach kein passender Satellit oder so. So, warte mal. Also, jetzt muss ich erstmal wieder Essen kochen, glaube ich. Oh, erstmal neues Rad von euch. Kriegen Steine. Das ist schön. Warum sind alle Betten kaputt gegangen? Chat, wieso? Chat, wieso? Was habe ich euch getan? Was habe ich euch getan? Tja, das war's hier mit meinem Holz. Geil. Danke, Chat. Chat. So, äh, ich schaff das. Das kostet alles immer drei Holz, Mann. Ich hab nicht so viel. Okay, die beten alle. Dann, ich koche jetzt, glaube ich, erstmal hier ein bisschen was zu essen. Hier, einfach ganz viele Bären-Mahlzeiten. Sehr schön. So, und von Cookie kriege ich jetzt einfach nur eine Belohnung, ne? Geil, der geht auf Level 2. Sehr gut. Ich hab halt immer noch keine Leichtbogen, ne? Ich hab massive Holzprobleme. Okay, aber ich glaub ansonsten, oh, Bruder. Ey, hier drüben brauch ich auch Holz. Damit das Zeug hier besser wächst, ne? Ich kann die ja noch alle düngern. Ihr habt grad quasi mein ganzes Holz verbraucht. Ja, jetzt wollt ihr wieder Gambaren, ne? Erst, erst zerstört ihr alle Betten. Und jetzt wollt ihr wieder Gambaren machen, damit neue Leute von euch eine Chance haben, ins Spiel zu kommen. Ja, 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 ja. Ich seh schon, was ihr hier tut. So, let's go. Ja, mein Internet ist nur am lägen, das ist... Aber wir ziehen da jetzt einfach durch. Wir ziehen da jetzt einfach durch. So, Freunde. Let's go. Mal gucken, wie viele über den Delay überhaupt mitbekommen, dass sie eine Ziehung haben. Okay, 70 kriegen's mit. Let's go. Und es wird... Abfluss 10. Abflussmeister. Mach dir ein schönes Tier. Er baut. Er baut. Okay, er baut nicht mehr. Okay. Auch er nimmt sich einen Fuchs. Alle werden Füchse. Warum auch immer, alle werden Füchse. Ja, das Ding ist, ne? Ich hab kein Holz. Ich hab absolut kein Holz. Äh. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Aber hier war doch irgendwas mit einer Holzfarm. Oder? Hier. Holzplatz. Ein Anhänger erzeugt Holz. Das brauch ich. Ganz dringend. Ganz dringend. Okay. Äh. Wahrscheinlich hier unten, ne? Ne, hier ist Farming. Wirtschaft. Es kostet 15 Holz. Eine Holzfarm zu bauen. So, ich muss jetzt hier nochmal. An den Altar. So, Krone. Was kann ich hier? Jetzt kann ich hier... Irgendwas machen. Hier kann ich jetzt das Herz investieren. Stirbst du zum ersten Mal, kannst du wiedererweckt werden. Isst einmal pro Kreuzzug eine Suppe, um ein Herz zu erhalten. Fokussiere deinen Geist, während du auf einem Kreuzzug bist, um sofort zum Basislager zurückzukehren. Erhalte zu Beginn eines jeden Kreuzzugs ein krankes Herz. Das kranke Herz ist ein schwarzes Herz, oder? Ich nehme das jetzt. Die sind Baba. Neue Kronenfähigkeit. Beginnst du jeden neuen Kreuzzug mit einem kranken Herz. Kranke Herzen fügen allen Gegenden in deinem Raum Schaben zu, wenn du getroffen wirst. Baba. Hä? Voll nice. Kann ich nochmal irgendwas tun? Stimmt, ich habe nochmal so eine neue Tafel, die ich jetzt hier investieren kann. Soll ich nochmal auf Jenseits gehen? Komm, wir gehen nochmal auf Jenseits, Freunde. Führe in deinem Tempel ein Ritual durch, mit dem du tote Anhänger wiedererwecken kannst. Da sehe ich uns, Freunde. Da sehe ich uns. Räum doch endlich mal die Leiche weg. Nein! Ich werde ihn jetzt wieder erwecken, Tammer. Nix wegräumen. Ups, I did it again. I give you my money und ich mache wieder und wieder und wieder und wieder. Ist das zu einem Kalt wie die mit den Zipfelmützen, wo es nur sieben geben darf, würde er so wieder kalt. Ich danke dir, Snowpirat. Lamm schmeckt gut, Moorha. So, jetzt kriege ich hier ganz viel Glaube. Warte mal, haben wir den jetzt wiederbelebt? Ne, 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 ich muss erst noch. Hier. Wiederbeleben. Ui, Ananas, Junge. Let's go. Er ist zurück wie ein Frisbee. So, dann halten wir noch eine schöne Predigt. Oh, da kriegen wir erst mal wieder ein fettes Level ab. Geil. So, beschwöre eine Waffe erneut. Ne, das fühle ich jetzt nicht so. Vampirwaffen haben eine Chance, den Träger mit der Lebensenergie zu... Ja, das ist geil. Lebensraub finde ich Baba. Lebensraub finde ich sehr cool. Was ist hier das Doktrin? Was wird mir jetzt hier angezeigt? Hier. Ah, das ist das Ritual der Widerweckung. I see. Okay, okay. Das sind die einzelnen, äh, Skill-Trees, die wir quasi vervollständigen. So, aber dann segnen wir die jetzt auf jeden Fall auch alle mal. Dass es denen gut geht. Das bringt zwar echt nicht so viel, aber... Besser als nichts. Oh, gleich vier auf einmal. Jo, das bringt dem Glauben auf jeden Fall wieder voran. Schrei mal just for fun. Nein. Oh, hier ist wieder überall Kot. So, und ich glaube, jetzt müssen wir wahrscheinlich wieder auf Kreuzzüge gehen, schätze ich, oder? Funky, Hallöchen. So, Essen haben sie noch. Ihre Gesundheit geht mittlerweile auch wieder ganz gut. Ja, ich glaube, ich gehe jetzt ab wieder auf den Kreuzzug. Den Anhänger kann man maximal haben. Weiß ich nicht. Aber ich würde sagen, wir finden es raus. Let's go. Oh, die erste Kette, Freunde. Sieben brauche ich dafür. Die haben wir. Dank, Ingrid. Man baut sich einen Kult auf. Ich sammle solche Tiere. Mit diesen Tieren kann ich verschiedenste Rituale durchführen. Und die machen mich stärker, dass ich mehr Bosse besiegen kann, um meinen Kult noch größer zu machen. Oh, boy. Ist das eine Lebensraubwaffe? Eine verheerende Nahkampfangriff, der durch Aufladen verstärkt werden kann. Anni, das ist meine Kronenfähigkeit. Und das ist jetzt der Vampirdolch. Mit dem kann ich Leben wiederherstellen. Ah, ich verstehe. Okay. Da slashe ich so nach vorne. Oh, Bro. Neue Gegner. Okay. Ich glaube, die Frage ist jetzt, äh, wie häufig passiert dieser Lebensraubwaffe? Wahrscheinlich nicht so häufig, oder? So, hier immer die großen wegklatschen. Oder ich kann wahrscheinlich auch meine schwarzen Herzen wahrscheinlich auch noch nicht heilen, ne? Vermute ich mal sehr stark. Bei mir sind irgendwelche Uploads am Laufen. Und da ein Download. Ich habe das Gefühl, irgendeine Cloud ist an. Warte mal, ich schaue nochmal. Die ist deaktiviert. Und jetzt schaue ich mal kurz, ob hier noch was anderes aktiviert ist. Aber hier sind auch irgendwelche Downloads. Hier wird teilweise mit bis zu 10 MB pro Sekunde irgendwas runtergeladen. Oh, Mann, ey. Aber es ist auf jeden Fall, ich, 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 ich lerne, ich, ich, ich lerne Geduld, Freunde. Ich lerne Geduld. So. Was ist das? Guck mal, die sind, ah, lol. Aber schau mal, da ist eine Eins. Ah, muss ich erst den Einser töten? Um dann den Zweier, ja, um dann den Zweier angreifen zu dürfen. Man muss erst einen gewissen Gegner töten oder man muss ihn in einer gewissen Reihenfolge töten. Okay. Interesting. Sehr, sehr krass. Ich glaube, hier oben haben wir eine neue Tarotkarte. Aha, Meister des Fachs Plus. Allgemeiner Waffenschaden erhöht sich um 1,5. Aber so safe. Aber so safe. Blaue und schwarze Herzen können nicht geheilt werden. Also 1,5 extra Damage ist insane. Aber irgendwie der Lebensraub funktioniert nicht so Baba, muss ich zugeben. Also irgendwie... Ich habe noch kein einziges Mal auch nur ein halbes Herz wiederhergestellt, ne? Läuft irgendwie nicht so geil. Oh Mann ey, der ganze Chat diskutiert nur über Lag. Ich versuche es aber tatsächlich irgendwie im Stream nicht so viel anzusprechen. Weil ansonsten habe ich das Gefühl, dass wir die ganze Zeit nur über den Lag reden. Und das bringt ja auch nicht so viel. Das bringt ja irgendwie auch nichts zum Sinn. Ey, das ist... Irgendwas ist mit meinem Streaming-Programm. Ich habe hier... Teilweise wird mein Upload komplett ausgereizt. Ich habe das Gefühl, dass irgendein Upload läuft. Und ich weiß nicht welcher. Irgendwas, irgendwas. Ach Mann. Oh boy, Voting. Oh nein, Chat. Oh nein. Chat, was tut ihr? Oh, mega viel Holz hier. Was ist passiert? Chat hat irgendwas gemacht. Du hast ein Dämon erhalten dank des Twitch-Chats. Ist das gut? Oder schlecht? Also ich meine, es könnte irgendwie was Gutes sein. Aber es könnte auch was Schlechtes sein. Oh, ich habe wieder eine göttliche Inspiration freigeschaltet. Geil. Ja, jetzt mal ohne Witz. Ich habe kein einziges Mal bisher mit diesem Dolch-Lebensraub gehabt. Ich habe das Gefühl, das bringt nicht so viel. Ich fühle mich ein bisschen verarscht. Hast du vielleicht YouTube Premium Smart Downloads an? Ich mache mit YouTube Premium gar nichts. Mein YouTube ist nicht an und ich habe noch nie was runtergeladen. Oh, die Frösche sind ziemlich ätzend zu bekämpfen, muss ich zugeben. Oh! Ein Vampir-Schwert 5. Nee, das ist nur schlechter. Und ist die göttliche Explosion besser? Also ich meine, es wäre halt ein Vampir-Schwert 5. Aber irgendwie, ich mache dann weniger Schaden und habe weniger Tempo. Das ist doch dumm, oder? So, der Chat reagiert gerade auf die Frage, ob der Dämon was bringt. Okay, wisst ihr, was ich jetzt kurz mache, Freunde? Ich starte den Stream neu. Irgendwas kracht hier. Ich starte jetzt den Stream neu. Das ist mir jetzt zu blöd. Irgendwas ist hier ganz, ganz, ganz komisch. Also ich hatte noch nie so räudiges Internet wie im heutigen Stream. Ich weiß nicht, was es ist. Ich habe mein Stream nicht gestartet. Moment. Warum kann ich jetzt hier nicht starten? Mann ey! Komm schon. Starte doch bitte einfach den Stream. Mann ey! 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 Mann! Untertitelung. BR 2018 So, Freunde, schauen wir doch mal, was jetzt passiert. Nee, es kracht schon wieder. Es kracht schon wieder. Aber das liegt nicht an Twitch, oder? Das liegt nicht an Twitch. Jetzt ist es wieder grün. Oh Mann, ey. Okay. Ich bin back, aber ich habe immer noch das Gefühl, dass es... Nee, heute mag das Internet leider gar nicht. Das ist sehr sad. Immer noch rot, okay. Ich probiere jetzt noch eine Sache, Friends. Hallo, hier bin ich wieder. Also irgendwie ist das halt krass, ne? Es geht gar nichts. Ja, ich... Ich... Ich glaube, es ist am sinnvollsten, wenn wir jetzt, glaube ich... Ich nehme jetzt dieses komische Schwert. Keine Ahnung, ob das was bringt. Ähm... Schaden 2,2 Tempo 2. Also Schaden 2,2 Tempo 1. Ich glaube, ich spiele jetzt noch hier dieses... Diese... Diese Stage durch. Und ich glaube, dann... Muss ich es für heute sein lassen. Auch wenn ich leider echt... Sehr gerne mit euch weiter gestreamt hätte. Aber... Es... Wir sind mal wieder in Deutschland, wo du nicht mal... Einen 4er Upload stabil hast. Nicht mal einen 4er Upload. Und ich habe das jetzt ganz lang überspielt, aber ich habe insane, krank viele verworfene Frames. Und meine Laune ist mittlerweile einfach gefickt, leider. Das ist... Das ist leider mein großes Problem. Oh, was macht der denn hier? Wo bin ich? Abfluss 10. Was machst du denn da? Abfluss 10 hungert. Juhi, Ananas hungert. Nein! Warum lässt der die hungern? Warte mal, jetzt nehmen wir hier wieder die... Die Tentaken, glaube ich. Oder nee, ich nehme jetzt mal hier dieses Gift auf dem Boden. Das finde ich eigentlich cooler. Merd! Such mal nach Hybi Spirit Tracks. Oh, nee, ich merke auch, dass ich jetzt gerade wieder... Ich wäre jetzt wieder richtig salty. Jetzt wurde hier wieder einfach nach einem Projekt gefragt, was ich schon längst gespielt habe. Und Leute könnten es einfach selber googeln. Und ich merke jetzt, dass mich solche Nachrichten schon wieder hardcore triggern. Nee. Ich muss... Meine Laune ist leider ein bisschen gebumst. Aber wir lassen ihn jetzt schön hier in der Soße stehen. Ich kann es nicht mehr überspielen. Ich kann es... Ich stehe da jetzt leider nicht mehr so locker drüber, wie ich gern würde. Und das ist jetzt... Das ist ein großes Problem. Jetzt ist irgendwann zu sehr an meine Laune rangegangen. Ich habe nur noch ein halbes Herz. Nicht geil. Ah, jetzt bin ich sogar noch tot. Ach, Mann, ey. Okay, aber ey, scheiß drauf. Alles entspannt, Freunde. Alles entspannt. Wir hatten den Baba-Ersten-Stream, Jey und Juice und Jan. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Wir hatten den Baba-Ersten-Stream. Ich freue mich sehr, 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 das Spiel mit euch weiterzuspielen. Aber ich glaube, heute wird es nix mehr. Seit über einer Stunde ist mein Internet scheiße. Machst du nix, Freunde. Machst du nix. Das ist sehr, sehr... Ich muss noch kurz hier Essen kochen. Dann machen wir hier so ein paar Fischgerichte. Und hier noch Beerengerichte. Und dann schauen wir einfach mal, was passiert. Ah, wie glücklich ist das, ach. Ich hab wirklich... Ich hab's jetzt... Ich hab's jetzt... Über vier Stunden hab ich's jetzt so... Hab ich's jetzt echt irgendwie überspielen können. Aber seit über einer Stunde ist das Internet down, ey. Boah, das ist halt... Das ist nicht so geil. Warum kotzen die alle? Warum kotzen die? Hä? Mein Essen war doch Baba. Oder waren die Fische nicht gut? Hab ich irgendwas... Hab ich irgendwas falsch gemacht? Oh nein, ich kann jetzt hier noch... Warte mal, jetzt mach mal her. Die Steinmine nehme ich jetzt aber, glaube ich, auch noch mit. Na. Wenn man eine Holzmine macht, dann machen wir uns auch eine Steinmine. Oh! Wir schalten jetzt sogar eine komplett neue Stufe frei. Damn! Den Fisch fand ich irgendwie gar nicht so geil. Dann koch mal dich noch. Dann koch mal dich noch. Zack. Zack. So. Dann futtern die jetzt hier ganz glücklich. Es müsste alles gespeichert bleiben, soweit ich weiß, ja. So. Kann ich nochmal segnen? Warte mal. Geht das nochmal? Ja, okay. Es ist auf jeden Fall ein neuer Tag. Warum sind die alle böse? Die haben alle hier... Hund nach unten. Ach so. Muss ja auch eine Predigt halten. Aber jetzt... Jetzt muss ich mir noch ein bisschen... Ein bisschen muss ich jetzt noch machen. Minoxirus, danke schön. Oh, hier klingst du wieder ein komplettes Level ab, ne? Aber ich muss sagen, das mit dem Lebensraub, das habe ich gar nicht gefühlt. Das mit dem Gift war viel besser. Was ist Fluch der Horde? Auf deinen Kreuzzügen trauchen drei neue Flüche auf. Ja doch, let's go. Flüche sind ja, glaube ich, diese Fähigkeiten, die die Krone hat, ne? Aha. Er entsteht eine neue göttliche Inspo. Geil. Wir können irgendein Ritual machen. Hier. Bringt fett viel Glaube. Das machen wir, das machen wir. Die Laune ist grad gar nicht so Baba. Sehr schön. So. Jetzt ist die Stimmung noch wieder geil. Boah, jetzt kommen aber auch grad Chat-Nachrichten rein, die mich mies triggern, ne? Was ist das für ein Spiel? Jetzt haben wir das Logo sogar noch im Stream eingebaut, ne? Und trotzdem fragen Leute, was wir für ein Spiel spielen. Meine Laune ist bescheiden. So. Jetzt setzen wir nochmal zwei Schlafplätze, müssen wir auf jeden Fall nochmal setzen. Zack. Kann ich noch einsetzen? Nee, jetzt fehlt mich wieder das Holz. Och, Mann, ey. Warum hat man denn so krass Holzmangel in diesem Spiel? Das ist ja insane. Was soll das? Mal kurz ein bisschen Beeren ernten. Auch Beeren-Samt. Also, ich muss echt zugeben, ich hätte irgendwie gern noch deutlich mehr, äh, noch deutlich mehr Rohstoffe. Von allem. Meinung zu... Zu was? Outdoor-Kart fahren. Seppel, was laberst du? Keine Ahnung, hab ich noch nie gemacht. So. Dann packen wir noch ein paar neue Samen rein. Na ja, aber an Holz werde ich jetzt wieder nicht rankommen, ne? So, die gehen jetzt alle pennen. Ja, aber ein Kollege... Ein Kollege hat jetzt wieder kein Zuhause. Aber da kann ich halt auch nichts machen, ne? Raffinerie. Was ist das? Weihressource... Ah, okay. Das scheint irgendwas krasses zu sein. Justin, das ist ein sehr süßes Bild. Okay. Bro, Googie! Die verdiene ich nicht, Mann. Die verdiene ich nicht. So räudig, wie mein Stream gerade ist, verdiene ich das nicht. Dankeschön. Vielen, vielen Dank, Mann. Hier ist die Raffinerie. Brauche ich auch wieder Holz. Habe ich auch nicht. Oh, Mann. Ist hier unten irgendwie neues Holz gewachsen? Nee, ne? Hm. In die Dunkelheit blicken. What the hell? Ein kleines Lamm. Ganz allein. Du weißt nie, was in der Nacht lauert. Du trägst die rote Krone. Ein Pakt schließen. Ich habe Mordshunger. Ich will einen Fisch. Und ich gebe dir was in den Tausch, okay? Bro, was sind denn da für Riesenfische im Wasser? Hier, ein Schwertfisch. Okay, was kriege ich jetzt? Wieso sind diese Spiele auf dem Olymp? Okay, ich muss, ich muss dringend, ich muss dringend den Stream beenden. Ich bin viel zu hardcore triggered. Wieso spielst du Videospiele? Ananas, dankeschön, Mann. Ui, unterstrich, Ananas giftet, et hier einst, so du, wie bis Internet nüffelt. Der hilft dir den 10 Giftsabs in der Channel. Sehr geil. Angeln, angeln läuft. Da sind teilweise wirklich Riesenfische im Wasser, ne? Dann ziehe ich immer diese kleinen Versager. Ah, ich habe einen Oktopus, warte mal. Wollte der Kollege neben mir das nicht? Ich habe wieder zwei Schwertfische. Ne, eine Krabbe und noch irgendwie ein anderer Fisch fehlt mir. Hm. Ich kriege noch nicht das, was er will. Ach, Mann, ey. Was soll das? Gönnen wir doch jetzt mal so eine Krabbe. Ne, irgendwie. Aber Fischen geht schnell. Fischen geht sehr schnell. Uh, warte mal, den habe ich gebraucht. Ne, den hatte ich auch schon. So, und was? Ah, von ihm kriege ich jetzt auch sowas. Warte mal, von dem im Wasser habe ich doch auch was bekommen, ne? Geil, ich setze mir jetzt hier irgend so ein Stück zusammen. Ich brauche jetzt aber irgendwie noch einen Fisch, den er nicht hat. Na ja, machen wir später, aber ich habe das Gefühl, mein Kult hungert schon wieder. Bringen die Channel Points Sachen was für Spiel, wenn man nicht das Charakter im Kult ist? Nein. Tun sie nicht. Weil hier das Holz kann ich nicht abbauen. Das ist super schade. Ich habe irgendwie gehofft, dass ich da ein bisschen mehr Holz bekomme. Da haben sie der betet mich aus irgendwelchen Gründen auch an. Das ist sehr korrekt, Fili. Danke schön. Oha, was ist denn die Warte, Jacqueline? Jacqueline heißt das, wir chillen hier die ganze Zeit nur mit einer Fake, Jacqueline? Er ist krank. Wir schenken ihm jetzt ein großes Geschenk. Hier, Bro. Das ist ein Muffin. Wow. Das hat circa gar nichts gebracht. So, segnen kann ich ihn auch noch? Wie kann ich den denn jetzt segnen? Hier, Bettruhe. Ah, ich muss ihm quasi erlauben, sich hinzulegen. Okay, okay, okay. Ich segne hier nochmal ein bisschen weiter. Boah, hier sind so viele auf einmal. Prima, danke schön für die 137 Monate. Und Relax auch noch. Ach man, ich verdiene die ganzen Zaps nicht. Der Stream ist viel zu räulig. Oh, oh. Lol, was geht jetzt ab? Lol. Ich habe jetzt die Maus freigeschaltet. Geil. Sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. So, die Beeten weiter. Okay, wisst ihr was? Ich probiere jetzt noch einmal, diesen Kampf zu schaffen. Ich kann jetzt hier nicht mit einem... Mit so einem verlorenen Kampf den Stream beenden. Aha. Besen-Upgrade! Ich weiß immer noch nicht, was es bringt. Lol, Killer! Ich wollte mich einfach mal bei dir bedanken für die ganzen tollen Videos und Streams, die du machst. Auch wenn dein Internet nicht immer mitmacht. Vielen Dank dafür und mach weiter so. Dankeschön. Das ist sehr lieb. Das ist sehr lieb. Vielen, vielen Dank dafür. Thank you. Thank you. So, wir klatschen jetzt den Dude weg. Und ich nehme keine Lebensraub-Schwerter. Der Lebensraub war voll für den Arsch. Sind wir mal ehrlich? Wie oft hast du Cult of the Lamp schon durch? Was soll das heißen, Bro? Panzerhandschuhe. Okay. Ach. Ach. Der Klin, du wirst doch geküsst. Dafür sieht er zu professionell aus. Danke, Bro! Vielen Dank! Warte mal, was bringt das jetzt diese... Warte mal, die... Da war irgendwas... Ah, nee. Die Kombo wird besser. Ach, quasi je... Also... Je länger... Also, ist es so, dass jeder Schlag mit diesen Panzerhandschuhen stärker wird? So, direkt eine neue Karte. Geil. 10% Chance auf blaues Herz. Ja, blaues Herz ist gut. Ich werde einfach Cult of the Lamp, E-Sportler. Ja, Klin, komm vorbei. Ich übernehme das. Oder ich kenne jemanden, der das übernehmen würde. Okay, ich kriege das ein bisschen aufs Maul. Ah, hier ist noch mein Herz. Was ist denn jetzt, ne? Geil. Nee. Erklär mir mal ganz kurz das mit den Handschuhen. Tatsächlich, Asta, weiß ich nicht, von wem du redest. Aber ich muss halt ne Kombo rausbekommen. Ich hab schon das Gefühl, dass der letzte Schlag der stärkste ist. Okay, noch mehr so kleine. Okay, aber der Playthrough läuft auf jeden Fall besser als mein erster. Auf der Ebene. Weil ich die Panzer anschuhe, also 100% fühle ich sie noch nicht. Aber die haben auch eine, die haben eine riesen Range, sehe ich gerade. Die haben eine extrem hohe Range. So, er ist die Ebene geschafft. Eine Lamm-Flaggen-Statue. Baba. So, neuer Kult-Anhänger. Ja, ich mach's. Aber ich hab das Gefühl, mir fehlen einfach die Materialien, dass ich all diese Kult-Anhänger irgendwie, äh, versorgen kann. Oh, so ein Frosch. Das ist sehr süß. Aber was hab ich eigentlich als... Ah! Oh, ich hab die Sauce hier wieder. Geil! Das ist nice. Boah, die sind dumme Frösche, ne? Kann ich eigentlich meine eigene Sauce laufen? Also, ich weiß nicht, Justin. Also, so ganz fühle ich die jetzt nicht, die Panzerhandschuhe, muss ich sagen. Aber ich find die sehr slow irgendwie. Digga, wie viele Gegner kommen hier? Das hört ja gar nicht mehr auf. So, wir haben den Frosch gerettet. Sehr gut. Och Gott, jetzt kommt der Boss. Ich bin so gar nicht drauf. Ich hab auch nur eine Karte bekommen irgendwie, ne? Oder haben wir... Wie viele haben wir? Zwei? Ne, ich hab nur eine Karte. Keine neue Waffe. Gar nichts. Der Run lief einfach so null. Alter, der Run lief bisher... Zumindest von den Upgrades her gar nicht. Hm. Ich hab das ganz böse Gefühl, dass der Run auch sterben wird. Weil die Waffe echt zackt. Er hat immerhin ein komplettes blaues Herz. Das ist cool. Das ist sehr gut. Aha. Aha. Okay, das sind jetzt türkische Panzerhandschuhe. Die nehm ich. Gift ist geil. Gift feier ich. Nice. Skelette. Aua. Aua. Mhm. Nice. Wow. Okay. Extrem viele blaue Herzen. Sau stark. Ja, die Giftlafen sind die besten. Random. Deine Meinung zu der Deutschgeater von Kollegah. Äh, sehr starke Sache. Sehr starke Sache. Sehr, jetzt hier aufpassen. Aber der hinterlässt jetzt auch Gift. Wieso das denn? Das Gift gilt, glaube ich, für alle. Mann. Diese Frösche machen einfach durch bloße Berührung Damage. Jetzt die türkische Axt. Gar kein Bock mehr auf die Panzerhandschuhe. Die sacken ja anders. Ich habe kein gutes Gefühl, Freunde. Okay, ich habe nur noch ein Herz. Ich habe nur noch ein halbes Herz. Ey, aber also ohne Witz, Mann. Also, es sind ultra viele Kampfräume in diesem Run. Quasi keine Upgrades. Also, ich habe das Gefühl, wir haben mit dem Randomisen der Räume extremst Pech in diesem Durchlauf. Extremst. So. So. So, und von dem muss ich jetzt erstmal lernen, was der macht. So, der schleudert hier Gift. Oder Bälle einfach. So, ich habe ihn vergiftet. So, macht er nur das? Okay, er hüpft und macht Flächenschaden. So, und das Ei kann ich... Das war der beschissenste Run aller Zeiten. Das war ultra wack. Bisschen dauert es noch, Heik. Das war ja mal ultra wack. Holy shit, war das schlecht. In dem... Da lief gar nichts. Da lief gar nichts. Holy moly. Ja, das war einfach Pech. Das war... Also... Klar, ich hatte jetzt auch nicht viel gespielt. Aber es waren locker 10 bis 5... Also 10 Kampfräume mindestens. Ne? Und ich glaube, zweimal habe ich eine Verbesserung bekommen und das war's. Also... Da hat die Welt schon bessere Läufe gesehen. Als das. Das. Was geht, Oli? Verlass den Stream, Bro. Der Stream laggt nur. Kann ich dem eigentlich irgendwas Gutes tun? Aufwachen? Ne. Der pennt einfach nur, ne? Ja. So, Freunde. Unser letzter Kollege für heute. Unser letzter Kollege für heute. Let's go. Let's go. Let's go. Ein letztes Mal. Okay. Ich schau mal, ob wir auf 50 noch kommen. So, da. Dankeschön. Dankeschön. Kleiner als 3. Let's go. Kleiner als 3. Loki! Pog. Er macht den Fisch. Er macht den Fisch. Geil. Geil. Sehr, sehr geil. Boah. Bei der... Chat? Ich hab ne Theorie. Ich hab ne Theorie. Meint ihr... Warte mal. Na, du gehst erstmal beten. Meint ihr die Twitch-Integration überlastet mein Internet? Was geht schief? Wann gibt's richtiges Internet? Verpiss dich hier. Schiri, meine... Die Frage, wann gibt's richtiges Internet, ist so provokant, Bro. Ich weiß, du meinst es nicht so, okay? Aber immer wieder dieses... Wann holst du dir endlich mal richtiges... Bro, ich würd mir jetzt Internet holen, wenn ich könnte, okay? Ich weiß es nicht. Oh Mann, ich bin viel zu triggert. So. Jetzt koch ich hier mal erstmal ein bisschen Essen. So. Aber warum wird mir jetzt hier nicht... Normalerweise hatte ich da beim letzten Mal nicht Playstation-Symbole, die mir angezeigt wurden. Ich hab jetzt irgendwie keine Playstation-Symbole, die mir angezeigt werden, aber ist egal. Schaffen wir auch so. So, die essen jetzt hier wieder alle. Wie heißt der Kult? Joel. So, die essen jetzt hier alle. Das ist doch schon mal gut. Ich koch einfach noch mehr. Ich koch einfach noch mehr. Ah, was soll's. Damit hier jeder was zu essen kriegt. Was ist eigentlich das Totem mit den, äh, was ist eigentlich das Totem mit den Kanalfunkten, ne? Äh, das kannst du immer abhaken, wenn das reinkommt. Nur noch ein bisschen und wir haben das Jahr voll. Ey, dankeschön, Elias. Für deinen Elfen-Wurla-Prime. Was geht? So, dann muss ich erstmal Scheiße wegräumen. Weil die hier rüber auf den Boden kacken. Bro, der hat gekotzt. Du Sohn, Digga. Du Sohn. Ne, äh, wenn das eingereicht wird, dann wird hier quasi dieses Totem gefüllt in der Mitte. So, das passt. Jetzt habe ich hier eine göttliche Inspiration. Mit der kann ich jetzt was Neues freischalten. Ein Toilettenhäuschen. Oder Heilquartiere. Das klingt auch geil. Reinigungskosten. Warte mal. Gib deinen Anhängern einen Ort, an dem sie scheißen können. Okay. Damit können sie selber putzen. Ein Ort, an dem kranke Anhänger geheilt werden. Hm. Wollen wir da reingehen? Was ist das? Düngersilo. Lagere hier Dünger, den deine Anhänger auf Ackerparzellen nutzen können. Okay, das ist geil. Erhöht das Wachstumstempo auf allen Ackerzellen. Ich glaube, Wachstumstempo brauchen wir nicht. Was haben wir jetzt hier noch? Ein Gefängnis. Eine Gruft. Bette mehrere tote Anhänger zur letzten Ruhe. Hm. Missionar ist geil. Ich mag nur die Missionarstellung. Schicke deine Anhänger auf eine heilige Mission, um Ressourcen zu sammeln. Hm. Naja. Oh, keine Ahnung. Schneiderchen. Dankeschön. Ich habe einen sexuellen Joke gemacht, Freunde. Das war lustig. Äh. Ich habe keine Ahnung, Mann. Ich habe keine Ahnung. Wir. Äh. Komm. Gehen wir. Ich gehe mal hier in Missionar rein. Ne. Rohstoffe sammeln finde ich prinzipiell not bad. So. Das sind quasi Baupläne, die wir uns hier freischalten. Und die kann ich sogar erweitern. Geil. Die gibt es sogar noch auf Stufe 3. Okay. Alles klar. So. So. Aber jetzt müssen wir gleich mal schauen. Ähm. Mal, mal. Die Twitch-Integration geht, glaube ich, noch nicht. Weil ich glaube, da hätten jetzt schon was. Komm, pass auf. Ich melde mich mal hier kurz ab. Und dann verbinde ich mich nochmal frisch. Ich glaube, das funktioniert besser. So. Wenn du noch zwei, dann sind es zwei Jahre Hübit-Low. Okay. 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 So. Ich glaube, jetzt bin ich. Jetzt bin ich wohnt. Ariana, danke für deinen 22. Monat. So. Und jetzt schauen wir mal. Jetzt gucken wir mal, ob es geht. Weil wir haben einen neuen Anhänger. Und jetzt könnt ihr quasi in so eine Art Tombola gehen. Ne. Warte mal. Ich kann ihn noch gar nicht, den mit Twitch verbinden. Wieso? Abbruch. Nein. Abbruch. Ich. Hä? Bro. Warum ist das nicht an? Ich dreh hol. Warum ist das nicht an? Warte mal. Aber Loki hat mir letztes Mal irgendeinen Link geschickt. Warte mal. Ich schau mal, was Loki mir geschickt hat. Jetzt muss ich einen Namen eingeben. Ja. Aber das kriegen wir hin. Passt mal auf. Start das Game neu. Stimmt. Wir haben eigentlich noch nicht viel gemacht. Pass auf. Aber der hat da so einen Link geschickt. Und jetzt klicke ich nochmal hier drauf. So. Jetzt ist auf jeden Fall was passiert. Aber in-game noch nicht. Aber jetzt hat das auch hier mit den Kanalpunkten nochmal besser funktioniert. Mastercraft auch mit 17. Dankeschön dafür. Pass auf. Wir geben jetzt einfach irgendeinen Namen. Wir nennen ihn jetzt einfach... Äh... Ey, Uikami, dankeschön. Boah, keine Ahnung. Komm, wir nennen ihn einfach Ehrenholger. Was soll's. Was soll's. Das ist einfach Ehrenholger. So, und, äh, die schicken wir jetzt auch erstmal beten. So, aber jetzt brauche ich erstmal beten, ne? Wir brauchen jetzt erstmal beten. Aber wir haben immer noch massive Holzprobleme. So, ich muss auch noch eine Belohnung von Johnson einsammeln. Dem haben wir wohl irgendeine Quest... Äh, mit dem haben wir wohl irgendeine Quest abgeschlossen. Mein Idol Ehrenholger. Yo, Johnson ist einfach schon auf Stufe 3. Let's go. So. Reichtum der Ressourcen. Baue eine Steinmiele und baue einen Holzplatz. Okay. Ich muss jetzt erstmal noch mehr Betten bauen. Das Bettensymbol oben in der Mitte sagt uns, dass wir nicht genügend Betten haben. So, jetzt kann ich hier nochmal einen Schlafplatz setzen. Ah, ich brauche noch einen Schlafplatz. So, passt auf. Dann, äh, hacken wir jetzt den kurz kaputt. Hi, Schattifyer, grüß dich, Mann. Ja, der Frosch ist wirklich gut. Der hat nicht mal ein Bett, der liegt oben auf dem Boden. Okay, sehr gut. So. Jetzt hat zumindest jeder mal ein Bett, Freunde. Das finde ich doch schon mal ganz wichtig. So, dann bauen wir die jetzt ganz fix hier. Sehr geil. Sehr, 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 sehr geil. Hier haben wir nochmal ein bisschen Kot, den wir putzen können. Der genießt das Festival-Feeling. Zumindest kann ihn niemand vor den Eingang pissen. Wahre Worte, Meister. Wahre Worte. Das Game ist großartig, Schatti. Ich habe richtig viel Spaß, wirklich. So. Dann ernten wir noch kurz hier die Beeren. Das Gute ist, dass ich ja nicht pennen muss, ne? Das ist ja das Schöne. Yo, Snowpirat! Liebe Community und Wesen vor der Camp, seit 26 Monaten versuche ich hier im Lotto zu gewinnen und verliere jeden Monat Geld und das Wesen dort vor der Camp bereichert sich an mein Leid. Wie ist eigentlich die Dekong Racing auf der deiner Liste für Hübschraube geplant? Ja! Das ist aus dem ankündigten Real-Life-Projekt geworden, Punkt seit Monaten kam nicht mehr. Ich kenne Sven das Schaf aus Tim's Dream. Ich kenne Sven das Schaf aus Tim's Dream. Ähm. Das ist auch dieses Schaf, was immer andere Schafe bummst, ne? Und, ähm, Dekong Racing steht auf jeden Fall auf meiner To-Do-Liste, ja. Auf jeden Fall. So, okay. Aber warte mal, irgendwie die Twitch-Integration habe ich das Gefühl, funktioniert immer noch nicht so ganz. Ne, warte mal, warte mal. Ich lade, ich speichere und verlasse nochmal. Das mit der Twitch-Integration funktioniert gerade noch nicht so ganz. Der hätte jetzt eigentlich kommen müssen, dass hier irgendwas eingereicht wurde. Passt mal auf. So, Flemini auch noch im 18. Dankeschön! So. Joey-Clan. Da sind wir. Da müsste er eigentlich hier oben drüber... So, ich melde mich nochmal ab. Und dann verbinde ich mich jetzt nochmal mit Twitch. Eigentlich müsste über dem Totem so eine eigene Twitch-Leiste sein. So, jetzt schauen wir nochmal, ob das klappt. Okay. Schauen wir mal nach. Ne, ist sie aber nicht. Wieso? Da müsste jetzt doch eigentlich so Einreichungen an der Seite kommen mit... Bro, die funktioniert echt nicht so gut, ne? Das ist ein bisschen schade. Das ist echt ein bisschen schade. So, wir halten jetzt erstmal wieder eine Predigt. Damit die Leute an uns glauben. Schade! Ne, Schatti, das Game ist kein wirkliches Horror-Spiel. Und mit Kogga auch. Let's go! Danke dir. Hier, Herzen der Gläubigen 2. Oh, das klingt doch eigentlich ganz gut. Erhalte dauerhaft ein halbes Herz. Ja, gerne. Genieß es, Sesh-Master. Genieß es. So, und wir kriegen hier nochmal so einen Gebetsstein. Hä, let's go! Warte mal, wo ging das? War das bei Doktrinen? Ne, da kann ich nur nachgucken, was ich gemacht habe. Hier, bei Krone, ne? Genau, da gehen wir mal wieder in eine neue Doktrin rein. Und ich glaube, ich gehe einfach nochmal auf Jenseits. Ich pushe direkt hier Jenseits auf voll. So, alle Kultmitglieder erhalten die Eigenschaft, respektiere deine Ältesten. Anhänger erhalten plus 5 Glauben für jeden Alten im Kult. Finde ich eigentlich ganz geil. Die Guten sterben jung. Alle Kultmitglieder erhalten die Eigenschaft, die Guten sterben jung. Du erzähnt Lauben, wenn du einen Älteren opferst, ermordest oder verzehrst. Das, finde ich, klingt nach genau dem, was wir brauchen. Ich wollte schon immer mal unsere Alten essen. Pork tasty! Erstmal einen schönen Rentner verspeisen. Gute Idee auch für nächstes Uitopia. Digga, ich kann das alles nicht mehr. Okay. So, jetzt halten wir draußen noch ein paar Predigten. Pass auf, hier. Jetzt ganz schnell, ganz schnell. Warte mal, hier, hier. Zack und zack. Kann ich wieder ein paar Leute segnen. Wenn die Burger wieder knapp werden auf Uitopia. So, dann werdet ihr jetzt auch noch gesegnet. Der Meck Rentner tasty. Bro, der Meck Rentner. Halt deinen Baul. Ja, ich weiß, wir verlieren 20 Lauben, wenn sie normal sterben. Also, wir müssen sie essen. Aber was mache ich jetzt, dass die Twitch-Integration wieder funktioniert? Was mache ich denn da jetzt? Ich, 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 ich fühle mich total... Mr. Sprotte! Dankeschön! Ey, megagut! Megagut! Vielen Dank! Oh, es ist so schön, wenn das Internet funktioniert, Freunde. Es ist so schön, wenn das Internet... Game ganz neu starten. Ja, ich glaube, passt mal auf. Ich speichere. Und dann beende ich die Twitch-Verbindung. So, dann speichere ich mir nochmal. Ist schon gespeichert. Und wenn ich jetzt auf verlassen gehe... Und dann nochmal neu starte, mich dann frisch verbinde. Ich hoffe, dass es dann funktioniert. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Schickst du Loki wieder auf geheime Missionen rein? Auf YouTube sind die Burger immerhin leer. Auf Gamescom wird dann der halbe Burger zum Vollpreis verkauft. Alter, noch ein Gift in Zapf von den Anzumerset. Dankeschön! Ich will euch wieder in meinem Klan haben. Oder in meinem Kult. So. Frisch verbinden. Jetzt schauen wir mal. Connect my game. Hooray! You connected your Kult of the Lamp game successfully. Okay. So. Da sind wir. Die Einstellungen passen alle. Jawoll! Okay. Die Twitch-Leiste ist wieder da. Könnt ihr mal gucken, ob ihr jetzt was einreichen könnt? Oder muss ich die Kanalpunkte jetzt auch nochmal frisch verbinden? Pass auf, ich mach das jetzt auch nochmal kurz. Ich verbinde die Kanalpunkte auch nochmal kurz frisch. So. Warte mal. Zack, 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 zack. Wir müssen, glaube ich, einmal hier klicken. Einmal reconnecten. So. So. Wunderbar. Das passt. Und hier haken wir ab. Okay. Ist was passiert? Es ist nichts passiert, ne? Es ist... Wurde was contributed? Ich glaube nicht. Oh Mann, ey. Okay, wir probieren mal was anderes. Wir probieren mal was anderes, Freunde. Wir machen jetzt erstmal einen Run. Wir machen jetzt erstmal einen normalen Run. Und, äh, da sollte ich ja wahrscheinlich einen neuen Anhänger finden. Und dann können wir gucken, ob ihr dem Anhänger einen Namen geben könnt. Okay, passt mal auf. So, jetzt nehmen wir uns hier diese wunderbare Keule. Und unsere, unsere, unsere Zauberfähigkeit. Wunderbar. So. Bro, wer bist du denn? Was ist das für ein Ding? Oh, die rote Krone. Oh, die rote Krone. Komm, ich hab Werkzeuge für dich. Die wurden von Chemaj gefertigt. Bitte was? What the fuck? Hä? Okay. Da waren Tentakeln. Ich mag Tentakeln. Verwende ein zufälliges Relikt. Erzeuge einen Tentakel. Womit zahle ich hier? Werde kleiner. Beschwöre einen neuen Fluch mit erhöhter Stufe. Schwanz des Slivers. Vergifte aktive Gegner. Lass einen Sturm aus Blitzen niederregnen. 50% Chance, ein Herz zu heilen. Oder 50% Chance auf ein Geisterherz. Füge allen Gegnern Schaden zu. Werde größer. Ich mach jetzt erstmal hier diesen Tentakel. Nee. Hier. Wenn ich jetzt sag, ich will da... Nee. Ich hab jetzt zufällig eins bekommen. Lass einen Sturm aus Blitzen auf die Ungläubigen niederregnen. Relikte können verwendet werden, sobald sie voll aufgeladen sind. Manche Relikte können kaputt gehen. Okay. Ich glaube, am Handy kann man nicht Prime Sub-Iron. Aber ich bin mir nicht sicher. Bin stark verwirrt. Oh, ich muss noch kämpfen. Ah, jetzt kann ich mein Relikt verwenden. Wow. Okay. Das lädt sie einfach auf und dann über LB. Ja, geil. Ah, kleines Feli hat zum Toten beigetragen. Let's go. Es geht, Freunde. Die Twitch-Integration funktioniert. Mega. Richtig gut. Oh, jetzt kann ich wieder entspannt spielen. Ich war fast jetzt ein bisschen sauer, dass es nicht geht, weil ich finde, das Game lebt schon sehr von der Twitch-Integration. Aber das ist ja mal mega geil, dass es jetzt klappt. Voll nice, voll nice. Very, very nice. So, ich weiß gar nicht genau, was ich bekommen habe. Warte mal, ich gucke jetzt hier lang. Schauen wir mal, was hier abgeht. Oh, diese Frösche sind so kacke. Ich weiß noch, die haben beim letzten Mal meinen Run beendet, weil ich irgendwie echt Probleme hatte, den auszuweichen. Aber ich hatte beim letzten... Ich bin, wie gesagt... Kennt ihr das? Diese Abende, bevor ihr krank wurdet oder krank werdet? Das war ja quasi ich am Mittwoch, ne? Und ich merke jetzt einfach richtig, wie meine... Wie mein... Also, wie ich das Game jetzt ganz anders wahrnehme. Einfach, weil ich gesund bin. Und nicht quasi so halb im Delirium war. Und mein Zustand immer schlechter wurde. Oh, jetzt hat er mich erwischt, die Sau. Ich kann das gleich zeigen. Äh, Ryan, das hat dann mit dem, mit dem, äh... Man hat auf einmal so viel Energie. Ja, genau das. Äh, das kann ich dir gleich mal im Haupt... Also, in unserem Lager zeigen. Das kann ich dir da am besten zeigen. Ihr ladet damit quasi das Totem in der Mitte auf. Und, äh, wenn ihr dann ein... Wenn ihr dann die Leiste voll gemacht habt, dann kann ich bei diesem Totem so eine Art Glücksrad drehen. Äh, wo dann verschiedene Effekte quasi ein... Auftreten können. Und die können gut oder schlecht sein. Das ist dieses Glücksrad, genau. Boah, diese Frösche. Ich hab so Probleme, denen auszuweichen. Alter, diese Blitzfähigkeit ist ja der Wahnsinn. Ist ja krass. Richtig heftig. Na, nicht so ganz, Ryan. Also, wir sind jetzt ja gerade quasi im Roguelike-Element des Spiels. Also, jetzt kämpfen wir ja. Wir kriegen zufällige Items, zufällige Räume. Und in dem Hauptraum, wo wir vorhin waren, ne... Oh, hier kriegen wir einen neuen Anhänger. Aber hier ist ein Shop. Ah, ich nehm den neuen Anhänger. Ich nehm immer den neuen Anhänger. Ich weiß nicht, ob das dumm war. Aber quasi da, wo unser Hauptgebäude ist, das ist ja quasi so ein bisschen der Animal Crossing-Aspekt des Spiels, ne? Also, da farme ich und da baue ich Gebäude und levele mich auf und so weiter. Und da könnt ihr dann quasi, äh, neue Effekte freischalten. Also, nicht im Kampf selber. Hier im Kampf selber könnt ihr auch was freischalten. Mein Controller hat sich das connectet. Mein Controller hat sich das... Warum hat sich mein Controller disconnected? Hä, aber der ist noch verbunden. Der leuchtet. Jetzt geht er wieder. War ich gestunnt? Hä? What the fuck? Wie gesagt, hier im Kampf kann's auch ab und zu, äh... Warte mal, was hab ich eigentlich für eine Fähigkeit? Ah, ist ne Explosion, ne? Okay. Hier im Kampf können ab und zu so random Abstimmungen kommen. Die kommen dann auch über diese Twitch-Erweiterung, die ihr am PC sowie am Handy habt. Und, äh... Warte mal, hier. Putz erstmal mit der Explosion. Und da könnt ihr dann mal abstimmen zwischen zwei Dingen, die passieren können. Das kann mal was Gutes und was Schlechtes sein. Das kann auch mal nur was Schlechtes sein. Also, das kriegt ihr dann aber immer über diese Erweiterung mit. Hoffentlich kann man im nächsten Assassin's Creed auch Bewohner opfern. Ilona, mach dich gefasst, du Kachbar. Den Joke kapier ich leider nicht. So, wunderbar, Freunde. Wir haben einen neuen Anhänger. Und ich glaub, jetzt kommen wir schon in den Bossraum, ne? Ach, Animal Crossing. Ah. Wer ist Ilona in Animal Crossing? Ich hab grad gar nicht im Kopf, wer das ist. Ey, die Blitze sind ja ein Instant-Kill. Hä, warum sind die... Warum ist diese Fähigkeit so heftig? Ich liebe das. So ein hässliches Nashorn. Aber was hat sie dir getan, Bro? So. Das Ding ist, dass diese Frösche einfach nur durchs reine Hüpfen Schaden machen. Das heißt einfach, wenn sie sich nur in deiner Nähe bewegen, kriegst du aufs Maul. Und irgendwie hab ich auch das Gefühl, dass die nicht so leicht vergiftet werden können. Das heißt, man muss super vorsichtig bei denen spielen. Brot, was geht? Schön, dass du da bist, Mann. Und ich hab... Doch, hier. Hier ist der. Hier ist der Händler. Sehr geil. Okay. So. Wir kriegen wieder ein... Ein... Zufällig eine Fähigkeit. Zehn-prozentige Chance auf ein blaues Herz. Oder einfach ein safes blaues Herz. Da wir in der Nähe des Bosses sind, nehme ich tatsächlich das safe blaue Herz. Weil der Run hier nicht mehr lange gehen wird. Ich hoffe, dass das die sinnvollere Variante war. So. Immer aufpassen. Ja. Wenn man die Frösche vergiftet, ist geil. Ich hab das Gefühl, die kriegen richtig viel Damage. Äh. Aua. Ich hasse euch. Ich hab das Gefühl, die kriegen richtig viel Damage vom Gift. So. Wir können jetzt entweder die Klinge nehmen, den Dolch. Ich find aber die Keule ganz okay, muss ich sagen. Oder verschießt mehrere Projektile, die Gegner verfolgen. Das fühle ich. Das fühle ich. Da seh ich uns. So. Und das können wir noch verkaufen für ein bisschen Kohle. So. Und das ist der Boss. Der hat uns, glaub ich, schon ein oder zweimal gebumst. So. Hier. Alter, macht das Damage. Yo. Yo, 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 yo. Das ist ja mein... Wow. Wow. Okay. Und ich krieg voll aus Maul. Okay. Das ist insane. So, ich hab den Boss vergiftet. Sehr wichtig. So, jetzt aufpassen. Und jetzt hab ich hier auch noch den Blitz. Butz. Yo, hä? Warum sind denn diese Magierfähigkeiten so krass? What the fuck? Und wir haben noch einen neuen Bewohner. Oh mein Gott, der sieht ultra süß aus. Wow. Okay, diese Magierfähigkeiten sind insane. GG. Freunde, letztes Mal ging's mir... Hab ich da voll aus dem Maul gekommen. Sondern ich nehm jetzt, glaub ich, wirklich die Kürbisse. Weil ich echt gemerkt hab, Essen ist Mangelware. Essen ist echt Mangelware. So ein Münzenknochen, das passt. Ich werd ein bisschen auf Essen grinden. Danke für die GG's, Chat. Kuss auf euer Haupt. Es freut mich, dass ihr hier an diesem wunderschönen Sonntagnachmittag mich hier im Stream begleitet. Dass unser Stream nicht laggt. Dass wir ein schönes Spiel aus dem Olympischen... Ich bin einfach glücklich, okay? Ich bin grad scheiße glücklich. Einfach nur, weil es einfach toll ist hier. Du siehst mich hier in Ketten. Ich wurde von den Bischöfen gebumst. Jede vier Ketten, die mich festhalten, musst du kaputt machen. Einen Bischof hast du schon gebumst. Bumst die anderen drei auch noch. Okay. Opfere einen Anhänger, um stärker zu werden. Okay. Jacqueline, was ist so deine Meinung zu Ketten? Probleme mit dem Essen? Der Mac-Rentner kommt zur Rettung. Digga, der Mac-Rentner. Und letztes Mal, als ich auch noch gestreamt habe, hatte ich auch noch hier... Oh, ihr könnt wieder irgendwas abstimmen, Freunde. Oh, boy. Ihr könnt wieder irgendeine Scheiße abstimmen. Geht jetzt mal in die Erweiterung rein. Ihr habt am PC die Erweiterung irgendwo im Screen. Und am Handy ist die Abstimmung oben in der Ecke über dem Chat. So, und ich warte kurz, bis ihr die Abstimmung gemacht habt. Und im Anschluss werden wir die neuen Bewohner verteilen. So, okay. Dann werde ich jetzt aber, glaube ich, auf jeden Fall... Habe ich noch Holz? Ja. Ich werde auf jeden Fall nochmal zwei Betten bauen. Weil wir ja zwei neue Bewohner haben. Lädt nicht. Mir wird nichts angezeigt. Och, nee, Digga. Och, nee, Digga. Äh, okay. Warte mal, wir probieren mal was anderes. Was passiert, wenn ich jetzt hier einen neuen Bewohner mache? Anhängerziehung. Okay. Was ist, wenn ihr jetzt das Ganze ladet? Loki? Hä, den hatte ich doch letztes Mal schon. Okay, warte mal. Loki hatten wir eigentlich letztes Mal schon. Egal, aber das ist... Er hatte sich auch diesen Fisch gemacht. Also, das passt tatsächlich alles. Okay, aber der kann jetzt nicht Loki sein. Das ist jetzt kleines Feli. Okay, ihr müsst, glaube ich, nur den Stream aktualisieren. Was? What the f... Feli, wie hast du das getan? Feli, du cheatest. Ich sehe das. Feli, du hast eindeutig gecheatet. Hast du dir doch diesen roten Fuchs gemacht? Die schicken wir Stein holen. Ich check auch nichts mehr. Aber wir haben genügend Betten. Das ist schön. So, okay. Aber ich muss dir jetzt auf jeden Fall erst mal wieder was zu essen kochen. Wir können mal schauen. Oh ja, wir können auf der Farm auf jeden Fall ernten, ne? Und ich kann auch hier meine ganzen Kürbissamen rein... Ach nee, wir haben fertige Kürbisse bekommen. Ah, geil. Letztes Mal gab es einen Bug. Ich hatte auch das Menü. Okay, aber... Also, du hast dir die Figur gemacht. Weißt du? Solange du die gemacht hast, ist alles gut. Nicht, dass jetzt irgendeine Random-Figur zugeordnet wird, die du gar nicht wolltest. Also, alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Dann ist es noch irgendwas vom letzten Mal. So, ich ernte mal hier die ganzen Beeren. Dann können wir auf jeden Fall hier dann noch neues Food kochen. Aber ich packe mal die ganzen Beeren-Samen hier rein. Genau, da kommt jetzt nämlich schon QV2. Oh, was willst du? Oh! Der hat mir gerade einfach Stuff geschenkt. Dankeschön. Ich glaube, Asta ist meine Gärtnerin. Nee, nee, Atom auch. Okay. Man kann dieses Icon anklicken, aber dann steht da nur Erweiterung hinzufügen und so weiter. Äh? Ich schaue gleich mal. Ich schaue gleich mal. Wenn wir gleich noch mal eine Anhängerziehung haben. Asta ist für die Plantage zuständig. Smoke time. Oh, man ey. Schön. So, ich habe nochmal all die Samen, die ich habe hier rein. Na, schön in den Kompost rein sammen. Wenn ihr versteht, was ich meine. Okay. Okay. Äh, so. Dann kann ich hier nochmal wieder fett ernten. Bäm! Wir können schon wieder ein neues Gebäude rauslassen. Demo... Oder warte mal, pass auf. Wir machen die gleich Missionar 2. Dann bauen wir das auch gleich. Weil da kann ich die ja auf so Missionen schicken. Ah? Pass mal auf. Hier, Missionar 2. Da brauche ich... Ah, da brauche ich so Geschenke. Ne. Stein. Stein und Holz. Ich habe schon wieder Holzprobleme, ne? Das ist zum Heulen. Okay, warte mal. Okay, unser nächstes Ziel, Friends. Unser nächstes Ziel ist es, diese Holzfarm zu bauen. Aber für die brauchen wir nochmal Holz. Wir gehen einfach... Ich mache jetzt hier so Bären-Shit. Den hier, ne? Unser nächstes Ziel ist die Holzfabrik. Und dafür werde ich jetzt einfach nochmal ein bisschen auf diese Schnetzeltouren gehen. In der Hoffnung, dass wir da ordentlich Holz finden. Das ist die Idee. So. Ich segne wieder ein bisschen. Oh, ja. Oh, das ist eine dicke Segnung. Oh, ist Glücksrad freigeschaltet? Okay, ich gucke sofort. Let's go. So, Freunde. Was habt ihr mir ergambelt? Holz! Holz! Ach, shit. Och, ne! Was ist das? Eine Steinflagge. Eine Steinsäule zum Hissen deiner Flagge. Ich kann auch was anderes hissen. Dieser Frosch sieht so happy aus. Du meinst Ehrenholger. Oh Gott, Ehrenholger hat gerade irgendwie minus fünf bekommen. Der Arme. Okay, so. Wenn die alle pennen. Ich muss erst mal den Kot wegmachen, weil meine Bewohner schneller krank werden. Oh, ein Kürbis hier ist schon ready. Geil. Weil meine Bewohner werden schneller krank, wenn hier überall Kot rumliegt. Was kann ich mit dieser Spinne machen? Ich hab sie gefangen. Und dafür krieg ich ein Häppchen. Nice. So, ist hier noch irgendwo so ein Kothaufen? Ja, hier, ein goldener. Da kommt immer fett Kohle raus. Ich feier das. Und da oben ist auch noch einer. Okay. So, dann geht's meiner... Dann geht's uns wieder gut. So, und ich glaub, dann geh ich direkt wieder schlachten. Ah, ich kann nachts nicht. Oh, okay. Dann spulen wir kurz die Zeit vor. Wann gibt's die Lotterien? Du meinst, die Bewohnerlotterie? Hatten wir eigentlich gerade schon, aber wir hatten da leider noch irgendeinen Bug von letztem Mal drin. Sobald ich den nächsten Bewohner bekomme, sollte es eigentlich alles funktionieren. So, erstmal in der Früh eine schöne Predigt halten. Praying. Ryan, Digga. Danke für den Gifted-Sub ans Lamm-Kotelett. Jawollo, direkt wieder ein Level ab. Drücke die Taste Schwere Angriff, um einen schweren Angriff auszuführen. Das ist geil. Nekromantenwaffen lassen gefährliche Geister aus toten Gegnern entweichen. Das ist krass. Das ist krass. Okay, Nekromantenwaffen klingt fett. So, der Glaube ist wieder hergestellt. Wir kriegen wieder so eine Tafel. Arschgeil. Und kann ich noch ein Ritual machen? Nee, hier. Ah, ich kann eins ausführen. So ein Opfer, ein Anhänger, um stärker zu werden. Nee, das fühle ich nicht so. Erwecke einen toten Anhänger wieder? Nee, brauche ich eigentlich nicht. Alles gut, alles gut. Junge, Pipo-Satan ist auch geil. Warte mal, jetzt hier ganz schnell. Zack, segnen. Damit wir hier noch mal ein paar auf einmal bekommen. Wann isst du einen Anhänger? Wenn die alt werden. Wenn die alt werden, müssen wir sie essen. So lange sind sie noch verschont vom Essen. Sehr gut. So. Na dann. Oh Mann. Warum kann... Der Twitch-Chat entscheidet über dein Schicksal. Was soll denn das? Ist mein Spiel verbuggt? Alt schmecken die nicht mehr. Wir brauchen Frischfleisch. Das ist ein Bug. Okay, pass auf. Oh nein. Ah, pass auf. Vielleicht, wenn ich jetzt schnell reise. Vielleicht passiert dann irgendwas. Pass auf. Jetzt gehen wir noch mal hier hoch zur einsamen Hütte. Schauen wir noch mal kurz, ob ich hier irgendwas Sinnvolles finde. Kann nur hier auch noch ein bisschen Stuff abholen. Nee. Wenn ich jetzt wieder zurückgehe... ein Käfer... ein Käfer. Nee, ich glaube, ich komme nicht durch. Doch! Jetzt geht's. Okay, okay, alles gut. Glück gehabt. Wir müssen nicht neu starten. Rein in die Masse. Das ist wie bei Wein. Der muss ein paar Jahre auf dem Buckel haben, um zu schmecken. Ihr seid so ehrenlos. Ah, direkt ein Nekromantendolch. Geil. Direktor und Tentakeln. Okay, das Leben ist schön. Oh, wer sind die denn? Wenn mein Anhänger später nicht Materialist bekommt, ist das rigged. Bitte tu uns nichts. Wir sind einfache Anhänger, die sich einem unbekannten Ort verlaufen haben. Der große Sozo hat uns geschickt, um mehr über seine geliebten Gehirnwäschepilze zu finden. Interessiert sich nur für Pilze. Also, ich kenne auch andere, die sich nur für Pilze interessieren. Als wir hier ankamen, wurde uns bewusst, dass wir nicht wissen, wie man Gehirnwäschepilze findet. Wenn du ihm Gehirnwäschepilze bringst, würde er dich sicher belohnen. Du findest ihn bei der Sporengrotte. Ah, das ist ein neuer Ort, wo wir Stuff abgeben können. Okay. Toads haben sich verändert. Danke, SPT, dass du zum Kult beigetragen hast. So. So, jetzt pass mal auf. Jetzt hacke ich hier mal rein. Okay, aber nur manchmal kommen da Tote raus, oder was? Ich töte erst mal dich, ey. Da, jetzt ist da so ein Geist. Ah! Ja, stimmt. Und der hat jetzt so einen Frosch angegriffen. Und hier ist wieder ein Geist. Yo! Nice. Gefällt mir. Und wir kriegen direkt eine Karte. Schön, schön, schön. Schön, schön, schön. Zehn-prozentige Chance auf einen Crit. Erhalte doppelte Lebensenergie beim Heilen. Ich gehe auf den Crit. Gerade, wenn wir jetzt auch die Fähigkeit haben mit dem, äh, mit den Nekromanten. Je schneller wir Gegner töten, desto schneller kann da auch so ein Tote... Da ist so ein Geist rauskommen! Bam! Boah, ich muss unbedingt diese Geschütztürme kaputt machen. Denen auszuweichen ist, glaube ich, gar nicht so einfach. Oh, Digga. Ey, diese Geschütztürme sind fies. Klicke voll aufs Maul. Aua! Boah, das läuft gerade gar nicht gut. Gut! Kürbissamen, sehr schön. Ist hier nur ein Frosch? Ja. Okay, das war entspannt, to be honest. So, wo finde ich diese Pilze? Sind die irgendwo hier drin? Okay, ich hacke ja alles kaputt, aber ihr seid gar nichts, ne? Okay, was geht hier ab? Muss ich die Kerzen kaputt machen? Digga, das sieht auch Sass aus. Äh, hi. Fünf Zeichen des Pentagramms, fünf Zeichen des Untergangs. Schamura, wir wollten dich nicht stören, aber Schamura, Schamura. Was zur Hölle? King, danke für dein Gifted! Du, da gefäßt, der ruht mit dem Knie vor mir nieder. Nö. Das ist ihm mal. Jo! Der hat einfach alles in Kampf-Dungeons verwandelt. Alter, was soll der Scheiß? Was für ein ehrenloser Bums, aber wir kriegen eine neue Karte, Freunde. Reduziert sich die Lebensenergie auf fast Ende doppelter Schaden. Ja, das ist... Okay. Was soll das? Ja, müssen wir einfach den kürzesten Weg nehmen, ne? Ja, es ist immer zwei. Ne, hier ist nur einer. Okay, dann machen wir einfach einen ganz kurzen Weg. Dann einfach so schnell wie möglich zum Boss. Warte mal, der hat irgendwie eine Bombenfähigkeit. Was ist eigentlich... Was war meine... Ah, die Tentakel. Naja. Ah, der droppt eine Bombe, wenn er stirbt. Okay. Boah, der kann auch schießen, oder was? Bro! Ne, der droppt hier diese kleinen, oder was? Oder? Hier passiert gerade sehr viel. Bombenbrank. Wir haben nur noch zwei Herzen. Der Run sieht noch nicht so gut aus. Ich sag's, wie es ist. Sollte vielleicht ein bisschen mehr... Also, das Ding ist, dass... Dieses Nekromanten-Ding ist ja ganz nett. Aber leider machen die Geister echt nicht viel Schaden. So, immer hier diese kleinen Viecher erledigen. Genau. Boots, der hat jetzt aber den Hops genommen. Ja, diese grünen droppen diese kleinen Fliegen. Und die machen mir Schaden. Ich verstehe. Der Gift der Zappe hat mich sogar nur 2,50 gekostet. Weil Google Play einen 2-Euro-Gutschein hatte. Alter. Ist ja krass. Das heißt quasi, wenn man Google Play hat, sollte man jetzt auf jeden Fall was giften. Aua. Weg mit dir. Oh nein, der Chat entscheidet schon wieder über irgendein Schicksal. Nein. Chat, bitte. Chat, please. Chat, please. Chat, ich... Ich hab euch wirklich gern, Mann. Oh. Okay, wir kriegen den Würfel. 50-prozentige Chance, ein Herz zu heilen. Oder 50-prozentige Chance auf ein Geisterherz. Na dann. Ein Herz heilen? Oder ein halbes Herz heilen. Okay. Hast du den Stream schon mal neu gestartet, Jacqueline? Die Gegner sind schwerer... Nein. Ihr habt gevotet, dass die Gegner schwerer werden. Wieso, Chat? Was wäre die andere Auswahlmöglichkeit gewesen? Was soll diese? Gab nur schlecht. Okay, okay. Oh boy. Aber... Okay, will ich den besten... Nee, ich nehm das hier. Das ist geil. Das waren diese Pfeile, ne? Die automatisch auf die Gegner geschossen haben. Das war beim Bosskampf vorhin ziemlich mächtig. Treffer hinterlassen, Gift. Dich vergiften oder Bossleben erhöhen. Okay. Naja, das klingt jetzt beides nicht so nice. Okay, Chat. Ich verzeihe euch. Äh, okay. Yo! Hä? Das ist übelst der Glücksraum! Hä? Übel viel Geld und Leben und alles auf einmal! Bro, wir haben übel Glück mit dem Raum. Wir haben übel Glück. Voll nice. So, der macht den Schuh erst mal der Bombe ausweichen. Ich hasse diese roten Flasche. Die sind das Schlimmste. Sehr gut. Ey, wir kommen ganz gut durch. Wir kommen ganz gut durch. Okay. Verwende ein zufälliges Relikt. Äh, okay. Ich setze es mal im nächsten Raum ein und wir gucken, was passiert. Oh, wir kriegen noch mal eine Karte! Gegner hinterlassen, dreimal mehr Eifer. Beim Treffer. Oh, noch ein krankes Herz. Äh, ich nehme Eifer plus. Ich nehme Eifer plus, weil wir haben eigentlich ganz gute Herzen. So, genau. Wenn ich jetzt hier quasi... Oh, was habe ich jetzt? Oh, ich habe irgendwas... Lol, ich habe mir einen Kollegen hier... Äh, äh, beschworen. Schaut mal! Ich habe jetzt einfach einen Freund. Einmal im Leben habe ich einen Freund. Mal abgesehen von meinen parasozialen Freunden. Genieße es! So, Nekromanten-Panzerhandschuh. Ne, den fühle ich nicht so, aber den Flammenschutz auch nicht. Glaube ich, oder? Ach, komm, nehmen wir den Panzerhandschuh. Was soll's. Vielleicht lerne ich den Panzerhandschuh noch. Äh, Ronin, ich weiß noch nicht, wann wir... Äh, wann wir Skyrim starten. Aber da habe ich auch sehr Lust zu. So. Jetzt schieße ich erstmal hier wieder diese Zielpfeile. Okay, der eskaliert ja richtig. So. Geil, 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 geil. Okay. So, und jetzt, ich versuche hier immer direkt, äh, diese Zielsuchenden aufzuladen. Boah, krass, ey. Schaut mal, wie, wie häufig ich hier schießen kann, weil sich das, äh, so schnell auflädt. Immer hier schön ein... Bäm. Ich kann schon wieder zwei Zielsuchende Pfeile losschicken. Yo. Ich konnte einfach die ganze Zeit diese Zielsuchenden Pfeile schießen. Alter. In der Rolle hat man I-Frames. Ja, man ist da kurz und verwundbar. Alter, wir haben die Eule komplett rasiert. Und ich nehme Holz mit. Auf jeden Fall Holz. Auf jeden Fall. Geil, geil, geil. Wir haben Holz bekommen. Und wir haben sogar eine neue Steintafel. Das heißt, wir können wieder ein neues Opfergebot machen. Bro. Wahnsinnig gut. Geiler Run. Sehr geiler Run. Funfact. Das weiß ich nicht, Ryan. Wie gesagt, ich spiele das auch blind, ne? Meine Gesamtspielzeit steht da drüben. Mehr weiß ich nicht über das Game. Justin, ich spiele einfach wie ein König, Mann. Nein, aber ich hatte gerade einfach fucking Glück. Ich hatte mega die gute Kronenfähigkeit. Plus die Fähigkeit, dass ich, äh, dass ich meine Kronenfähigkeit schneller auflehe. Ich hatte gerade einfach ein sehr gutes Loadout. So, Meister, heil dich. Aber warum bist du... Okay. Die sind alle krank. Ich glaube, wir brauchen jetzt wirklich da mal das Gebäude, das jemand hier von alleine putzt. Oder ein Klo oder sowas. Ja, das Dorf hat gerade... What the hell? Chat, wer war das? Chat. Chat. Das ist nicht cool. Das ist nicht cool, Mann. So, Freunde. Let's go. Ziehung starten. Jetzt geht's wieder. Also, wenn ihr am PC oder am Laptop seid, müsst jetzt irgendwo im Screen bei euch so ein Add-on auftauchen. Oder wenn ihr am Handy seid, Freunde, dann... Ich zeig's euch ganz kurz. Dann geht ihr einfach quasi im Stream, äh, hier oben. Hier oben auf dieses Symbol. Da tippt ihr drauf. Und nachdem das dann geladen hat, könnt ihr dieser Ziehung beitreten. Hier. Dann klickt ihr... Dann geht ihr nämlich hier oben auf Join the Cult und dann auf diesen roten Button. Und dann seid ihr in der Ziehung. Und wenn ihr das gerade nicht seht, aktualisiert einfach mal den Stream. Also, Stream, äh, die App kurz schließen, neu laden, F5 drücken. Einfach mal kurz neu laden. So. Wer wird's, Freunde? 130 potenzielle Kult-Anhänger. Alter, Alper dazu. Was geht, Mann? Und jetzt musst du dir einen Charakter entstellen. Und zwar ganz schnell, Kollege. Ganz fix. Und alle, die nicht drangekommen sind, Freunde, keine Sorge. Wir haben noch viele Ziehungen vor uns. Hey, Sudden, was geht? Und wir können jetzt endlich die Holzding bauen. Wir können jetzt endlich diese Holzfabrik bauen. Warte mal. Fortsetzen. Alper dazu. Ah, der hat sich die Kuh gemacht. Alper, hast du dir die Kuh gemacht? Ja, ne? Bin fertig. Warst du die Kuh? Professor, ich gehe. Danke für deinen zehnten Monat. Hi, was geht? Ja, ich bin die Kuh. Wunderbar. Dann passt das. Willkommen im Kult. Äh, du kümmerst dich um Bäume. So, dann holen wir uns kurz hier wieder ein bisschen was ab. Ja, wir brauchen auf jeden Fall gleich nochmal ein neues Bett. So, jetzt hätte ich aber hier, ich mache jetzt hier, ich mache jetzt hier diese, den Reinigungsposten. Dann können wir nämlich jemanden darauf ansetzen, die Scheiße wegzuräumen. So, wunderbar. Lol. Was ist denn das für eine heftige? Warte mal, gehört das alles mir? Ne, ich kann verkaufen. Das ist eine Verkaufskiste. Ne, ich will nicht verkaufen. Höchstens meine Fische kann ich nicht. Ne, ich verkaufe hier doch nicht. Digga, was glaubt ihr, wer ich bin? So, Freunde. Jetzt bauen wir hier erstmal ein Bett. Damit alle ein Bett haben. Das ist das Wichtigste. Und jetzt bauen wir uns hier so eine Holz, Holzfabrik. Warte mal, wo ist sie? Hier. Holzplatz. Dann hat hoffentlich diese Holzknappheit langsam ein Ende. Und ich glaube so ein Steinbruch. Oder sollen wir so eine Raffinerie machen? Ich mache eine Raffinerie, glaube ich. Die ist wichtig. Dann kriegen wir nämlich nochmal ein paar bessere Items. Die stellen wir auch einfach mal hier oben hin. Da kann ich nämlich hier so Items veredeln. Und mit dem Veredeln kann ich wiederum neue Items machen. So, ich habe noch acht Holz. Oh, ich kann die Steinbrüche sogar machen, weil die nur ein Stein kostet. Ja, geil. Die stellen wir direkt hier daneben, würde ich sagen. Sehr schön. Sehr schön. Und ich helfe beim Bauen. Das freut meine Leute immer. Eine Vogelscheuche muss ich auch noch machen, ja. Richtig, richtig. Lisa, danke für deinen neunten Monat. Viel Erfolg um Olympus. Dankeschön. Auf geht's Richtung ein Jahr. Viel Erfolg um Olympus. Du musst auch das Gold und Holz veredeln, um das Klo zu bauen. Ja, da brauchen wir neue, da brauchen wir neue Materialien für. Deswegen die Raffinerie. So, das ist hier, glaube ich, die Veredelung. Ah, Lokium fängt schon an. Okay. Das heißt, Lokium fängt an, jetzt an dieser Stelle Holz zu produzieren. Die Mänen gehen nach einiger Zeit kaputt. Ja, aber sie werden hoffentlich mehr Holz produzieren, als sie mich kosten. Rekrutiere abtrünnige Anhänger. Ja, why not? Ein Anhänger hat begonnen, sich von dir abzukehren. Das passiert, wenn der Glaube zu niedrig ist. Ein Verräter verbreitet Falschinformationen über dich. Andere Anhänger können beeinflusst werden. Das ist der Hater-Discord. Das ist, wenn der Hater-Discord in den Kult kommt. Dafür brauche ich einen Knast. Wer ist abtrünnig geworden? Wer? Wer? Warte mal, hier ist ein neuer. Bro, hier ist noch ein neuer Anhänger. Wo kommt der her? Freunde! Ziehung! Wir brauchen einen neuen! So, ich füge kurz meinen Wasserbecher auf. Danach wird der Anhänger gezogen. Und ich füge kurz meinen, nanach knepell. am Differentie Juniornahme wer ist nicht ges Tiknya, aber auch蒙 Förstung. Dannabtrünnige Masch. Ich füge kurz meinen Wasser Stick. Ich füge kurz meinen Wasserken. Ich füge kurz meinen Wasser. Kelünde operationeinen. Füge Kabir, das ist친 Ha dale, Leavais defenders mit Menschen en. Untertitelung. BR 2018 Leute, Leute, ich weiß, wer den Riesenhaufen gesetzt hat. Chico. Der hat mir nämlich gerade wieder eine Atombombe im Klo hinterlassen. Alter, Sikami, let's go. GG. Habe ich doch geschrieben. Digga, das stinkt so abgöttisch im Bart schon wieder. Digga, so ein Klumpenkot, Alter. Junge, was kommt aus dieser Katze raus? Er hat nicht vergraben, nein. Konstantin, Dankeschön. Ihr habt nur gesehen, krank daran zu denken, dass das letzte schon fast ein Jahr her wurde. Nächstes Mal bin ich auch dabei. Ist so, ist so. Was krank, dass das nächste Mal, letzte Mal schon fast ein Jahr her war? Achso, du meinst, dass die ein Jahr auseinanderlagen, ja. Alter, 10 Euro. Mega lieb. Leute, lasst mir bitte ein bisschen Liebe da, Mann. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Ah, er ist jetzt der Imposter. Er ist jetzt der Imposter. LOL. Der Hund. Der Hund, Alter. Abweichler umerziehen. Aha. Okay, mehr kann ich da nicht tun. Nein, Chico versucht es immer zu verbuddeln. Aber, aber es hat er, also er, er buddelt einfach, also er, er buddelt dann im Klo, aber er buddelt an der falschen Stelle. Er kann, er, er, er versteht nicht, wie man quasi Katzenstreu auf sein, auf seine Bombe bringt. Aber ich liebe diese Katze über alles. So, passt mal auf. Dann, äh, gehen wir jetzt erstmal hier rein. Dann halte ich jetzt meine Predigt. So. Und dann müssen wir uns auf jeden Fall ein Gefängnis bauen. Und Level upen können wir auch noch. Brain ist so ein geil. Alle Emotes mit diesem gelben Smiley sind eh eine 10 von 10. So, sehr schön. So, und die Krone kann ich auch leveln. So, das letzte auf Jenseits, Freunde. Dann haben wir den Jenseits 2 komplett gelevelt. So. Äh, die Gefallenen betrauern. Schaltet das Gebäude Grab frei. Schaltet das Gebäude natürliche Bestattung frei. Die Leichen toter Anhänger kehren zur Erde zurück, indem sie Dünger werden. Erhaltet 2 Glauben, wenn Anhänger am Grab trauern. Oh, ich glaube, Dünger finde ich gut. Alles, was mit Essen zu tun hat, finde ich nice. Da muss ich nur noch so ein Dünger, so eine Düngerkiste bauen. Damit wir den Dünger auch irgendwo aufbewahren können. So, sehr schön. Und wenn ich die jetzt draußen abfange, genau, dann kann ich jetzt nämlich auch gleich noch ein paar segnen. Mein Tag war sehr schön, Sutton. Ich habe heute Morgen viel Olympia geschaut. Ich habe gut gefrühstückt. Mein, äh, mein Internet funktioniert. Der Stream macht Spaß. Ich habe keinen einzigen verworfenen Frame bisher. Es ist, es ist einfach toll. Kann ich das Gefängnis schon bauen? Nee, ne, ich muss das erst noch freischalten. Jetzt passt mal auf. Da brauche ich erst noch hier ein bisschen mehr Glaube. Das ist, äh... Ja, alles nicht so einfach. Alles nicht so einfach. Die müssen einfach fleißig weiterbeten. Digga, Feli! Ich habe es genau gesehen, Feli. Ich habe es genau... Ich habe es on cam. Ich habe es on cam. Ich, ich, ich bin schockiert. Der Haufen war die Twitch-Einbindung. Das ist von euch! Ihr habt das gemacht! Digga. So, wie kann ich eigentlich mehr Gerichte freischalten? Das verstehe ich noch nicht so ganz. Tödliches Gericht. Schüsselkot. Bro, ich, ich habe halt kein gutes Essen langsam mehr, ne? Ihr Kürbissuppe. Machen wir die mal. Und dann noch ein bisschen Beeren hinterher. Mir geht halt echt langsam das Essen aus. Aber schaffen wir es schon. So, die können jetzt alle noch essen. Und dann können wir ins Bett gehen. Oh, die essen alle nicht auf. Loll, Stufe 4! Das ist krass. Das ist echt. Ohne so. Bam. So. Okay. So, die pennen. Aber wir brauchen noch ein Bett. Für den, für den Ketzer. Aber das ist okay. Das ist okay. Wir, wir, wir bekehren den ja. Sobald wir den Knast haben, äh... Ist er ja einer von uns. So, Mr. HuBrain wird auch langsam wieder gesund. Ich würde aber auch auf Chat, ich würde auch auf Codhaufen klicken, Chat. Muss ich ehrlich zugeben. Ich habe ein Holz bekommen. Also irgendwie, die Holzmine macht nicht so viel Holz, wie ich mir erhofft hatte. Aber ich meine, immerhin macht sie Holz, ne? Ich packe jetzt hier mal ein bisschen Golddünger überall drauf. Zumindest bei dem, was noch wächst. Ich meine, wenn wir den Dünger haben, dann verwenden wir ihn auch. So, Hauptsache, wir nutzen unsere Ressourcen. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Du kannst ja mal was freischalten. Irgendwie fern freischalten, Mika? Habe ich noch irgendwie ein Gebäude, was ich freischalten kann, meinst du? Ja, wir brauchen mehr Felder. Das Ding ist aber, dass wir halt nicht so viele Samen haben. Das ist das große Problem. Tag 21. Es gibt nicht genügend Betten für alle Anhänger. Warum? Sind zwei kaputt gegangen? Sind zwei Betten kaputt gegangen? So, wir haben wieder alles gepflanzt. Dann verteile ich jetzt hier überall noch ein bisschen, äh... Äh, Asta, du machst das großartig. So. Hier auch noch Dünger drauf. Sehr gut. Ah ja, tatsächlich. Die sind kaputt gegangen. Bam. Oh, das kostet mich nochmal ein Holz. Ach Mann, ey. So, wir holen jetzt hier direkt nochmal Glaube ab. Und jetzt gehen wir auch... Jetzt halten wir auch gleich noch die Tagespredigt. Wir brauchen so dringend wie möglich den Knast. Weil wir haben immer noch den Ketzer unter uns. Wir haben immer noch den Ketzer unter uns, Freunde. Aber wir kriegen schon wieder ein Level ab. Geil, 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 geil. So, und jetzt nehme ich, glaube ich, das hier. Ich finde, schwerer Waffenangriff klingt eigentlich ganz Baba. Schauen wir mal genau, was der macht. Oder wie ich den einsetzen kann. Ah, und jetzt habe ich hier sogar direkt das nächste Level ab für das Kämpfen vorgestattet. Schön. Yes. Bam. So. Und eine neue Tafel. Schön. Schön segnen. Der Ketzer bekommt ein Time Out. Sehr geil. Loki ist auf zwei gegangen. So, hier können wir auch nochmal, glaube ich, eine fette Predigt halten. Oder fett segnen. Genau, weil durch die Level-Ups kriegen wir auch nochmal Stuff, Alter. Also, ich muss sagen, so eine große Horde an Anhängern zu haben, ist schon ganz nice. So, ich versuche mir wieder so ein bisschen davon abzuhalten, hier seinen Ketzerglauben zu verbreiten. Oh, wir haben wieder ein Glücksrad? Let's go, Freunde. Let's go. Holz, Holz, Holz oder Essen? Holz oder Essen? Holz. Wie viel? Wie viel kriegen wir? Yo! 40 Holz! Geil. Geil, geil, geil. So, Knast. Gutes Gamba. Danke, Chat. Das war nur mit euren Kanalpunkten möglich. Propaganda-Sprecher und ein Beichtstuhl. Wie geil. So. Jetzt bauen wir uns hier einen schönen Knast. Schön hier in die Mitte am Dorfplatz. Das gefällt dem Ketzer gar nicht so gut unter uns. Ketzer ist Ungläubiger. Erst meinen persönlichen Goebbels einstellen. So, Sikami. Gar nicht so geil, Ketzer zu sein, oder? So, ummerziehen. Geht grad gar nicht. Okay. Sorry, Meister. Der wird jetzt von allen ausgelacht. Alter, das ist voll brutal. So, wir brauchen aber noch ein Bett. Ah, weil das hier kaputt gegangen ist. Aber jetzt habe ich ja auch wieder die passenden Materialien. So. Und, äh, dann baue ich jetzt auf jeden Fall noch eine Vogelscheuche. Oh, die kostet 25 Holz, Digga. Okay, okay. Äh, ja, so viel habe ich noch nicht. Aber immerhin kriege ich hier zwei Holz. Ich baue noch, ich baue noch mal so eine, so eine Holzmine. Die wird sich ja langfristig hoffentlich lohnen, oder? Ich kann nur eine bauen. Oh. Nee, warte mal, wo ist denn die? Nee, ich kann mehrere bauen. Die wird sich hoffentlich langfristig lohnen. Okay. Wir bleiben immer unpolitisch, Döner. Lass sowas mal bei Uitopia hinstellen. Und wer kommt da rein? So, jetzt haben wir nämlich schon zwei Leute, die an Holz arbeiten können. So, Quito hat einen Vorschlag für mich. Bringe Gugi dazu, eine Schüssel Kot zu essen. Bro, es ist immer Quito. Mit dieser Schüssel Kot. Wo ist denn die? Schüssel Kot. Ich mache eine. So, und ist die jetzt auch der, der sie essen soll? Ist die jetzt auch Gugi? Keine Ahnung. Ich hoffe. Ey, danke schön. Grün, mega lieb. Ja, da kommt Gugi. Und gönnt sich. Ey, Gugi wird übel weggemobbt. Es tut mir so leid, Mann. Oh, er ist krank. Ja, ja, gönn dir, gönn dir Pause. Es ist so ein Mobber, Digga. Aber dafür ist halt jetzt auch der Kollege schon auf Level 4, ne? Und wir kriegen eine komplett neue Tafel sogar noch. Geil. Okay, so. Wir haben zwei Holzfarmen. So, hier wird auch schön Stein produziert. Das macht Spaß. Jetzt baue ich eine Vogelscheuche. Kann ich... Ne, die konnte ich mir nicht leisten, ne? Genau, weil wir 25 Holz dafür brauchen. Ja, gut, ne? Ich würde sagen, Freunde. Ich würde sagen, wir, äh... Oh, der hat da hingekotzt. Nee, hingeschissen. Aber mein Ehrenholger... Oh, nochmal ein besserer Besen. Ehrenholger geht's auch nicht gut. Oh, Bro, meine ganze... Es ist alles voller Scheiße. Ich seh's auch grad. Brauchst du dringend eine Reinigungskraft oder Toiletten? Eins von beiden. Holy moly, ey. Wir leben in so einem richtigen Sauhaufen hier. Neue Besen kehren gut, wie ein Wirtshaus. Richtig. Okay, also. Und ich glaub, wir können jetzt noch einmal hier abholen. Geil. Und ich glaub, dann gehen wir jetzt wieder kämpfen. Weil übers Kämpfen kriegt man am ehesten, glaub ich, Progress, den man braucht. Es ist Sonntag und ich schau dir beim Scheiße-Wegmachen zu. Toll. Würdest du es jetzt als gut oder als schlecht bezeichnen, Jacqueline? So, wir kriegen... Oh, schwerer Angriff. Ist eine eigene Taste. Jede Waffe hat einen individuellen, schweren Angriff. RB. Okay. Das ist, glaub ich, ein ganz normaler Dolch, ne? Wir schauen mal. RB. Ah! Okay, da hackt man so viele Dolche vor sich. Boah, aber damit zu treffen ist gar nicht so einfach. Das war ein ganz normaler Dolch, den ich hab, ne? Oder hatte der irgendeine besondere Fähigkeit? Uh, eine Naturheizkette. Geil. Und Holzlaternen als Deko-Gegenstände. Nett. Wann gibt's wieder Umfragen? Die kommen immer zufällig. Da hab ich keinen Einfluss drauf. Sehr schön. Mit der Explosion kann man die nämlich auch immer so ein bisschen betäuben. Das ist ganz nice. Sehr schön. Bisschen Cash. So, da kriegen wir jetzt wieder so ein... So ein Zaubergegenstand. Werde größer. Ich weiß halt nicht, ob ich das will, ne? Weil ich dadurch auch eine größere Hitbox habe. Ah, hallo? Ah, da sind Geschütztürme. Oh, das ist gar nicht mal so geil. Kommt drauf an, was größer wird. Ha, 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 ha. Bro, das haben sogar mehrere im Chat geschrieben. Schämt euch. Oh, wow, Alter. Jo, ich hab irgendwelche Pilze konsumiert. Bleibt das jetzt für immer? Bleibt das für immer? Ich kann damit auch direkt Sachen wegrattern, wenn ich sie berühre. Oh, ich krieg voll aufs Maul. Statements! Nein, Myko, nein! Nein, 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 Meister! Danke dir für die 2 Euro, aber das ist eine Lüge. Chat, ihr wart dabei. Wir sind drauf eingegangen. Und ich habe gesagt, dass es leider nichts wird, weil die Zürich Popcorn kurz vor meiner Podcast-Tour ist. Und da schaffen wir das nicht. Ich lasse mir hier nichts unterstellen. Wir sind darauf eingegangen. Oh, ich bleibe für den ganzen Run groß. Okay, Stein, Stein, nichts. Shop, Shop klingt gut. Ah, aber der kann nicht wieder Gold bezahlen, um einen Anhänger zu bekommen, ne? Sehr schön. Da müssen wir ihm leider zustimmen. Was heißt denn hier leider? Ich habe einfach mein Wort gehalten, wie ein Mann. Oh, man macht einfach alles kaputt, was man berührt. Geil. Du kennst mich doch, Jacqueline. Ich bin so toxisch maskulin. Oh, ist das so eine Art Mini-Boss? Was geht jetzt ab? Oh nein, er schon wieder. Oh nein, er schon wieder. Füro, danke für die 10 Monate. Für diese verachtenswerten aller Sünden eine Hungersnot. Chat, wart ihr das? Aber es gibt gerade noch eine Abstimmung. Ihr macht gerade noch eine Abstimmung. Der nächste Mini-Boss wird mehr Leben haben. Cool. Danke, Chat. Es ist echt immer wieder großartig mit euch. So, ich nehme jetzt hier, glaube ich, den Flammenschuss. Den finde ich besser. Also irgendwie, der Run ist es noch nicht so ganz. Sehr gut. Sag mal, hier kriege ich noch meine Karte. Geil. So, komm, gib mir irgendwas Geiles. Irgendwas Geiles. Tür des Todes. Reduziert sich die Lebens... Ah, erhalte ein zusätzliches Herz. Ja. Das mag ich. Das mag ich. Du bist doch ein echter Mann. Du willst doch eine Herausforderung. Oder... Ah, ja, stimmt. Jetzt, wo du es sagst, stimmt, ich bin ja ein echter Mann. Da spiele ich natürlich nur sowas. Was anderes kommt mir gar nicht in die Tüte. Aber ich habe mein extra Herz gerade schon wieder verloren. So, Ebene geschafft. So, wir kommen auf die Boss-Ebene. Nee, erst einmal zum Shop. Geil, nochmal Shop. Das mag ich. Wir kriegen hier das Secret. Hält für eine kurze Dauer die Zeit an. Gefällt mir. Gefällt mir. Und wo muss ich jetzt lang? Ah, hier, ne? Okay, also kurzer Time-Freeze ist eigentlich ganz nice. Nice. So, aufpassen. Oh, Bruder. Bro, ich habe nur noch ein Leben, ne? Ich habe noch ein halbes Leben. Das sieht nicht so gut aus. Das sieht nicht so gut aus. Aber ich nehme die Axt. Oh, ich habe noch ein halbes Herz für irgendwas bekommen. Ich weiß noch nicht für... Ich muss auch sagen, also ich fühle dieses Größerwerden nur so halb. Ich habe das Gefühl, dass ich dafür echt krass mehr Hitbox habe. Aua. Bro. Das ist voll für einen Arsch. Ich will nicht mehr größer werden. Das ist voll kacke. Da wird ein bisschen was abgezogen. Ja, fast. Fast, fast, fast. Nee, das wird dem Größerwerden. Aber jetzt habe ich erst mal eine Hungersnot bei mir im Dorf. Äh, das ist gar nicht mal so nice. So, dann ernten wir erst mal die Shrooms. Ah, das sind diese Gehirnwäsche-Pilze. Okay. Aber die kann ich ja nicht verfüttern. So, ich packe noch überall wieder so ein bisschen goldene Kacka drauf. So, du wirst kurz gesegnet. Jubi wollte nur unseren starken Boss dodgen. Es fällt mir sehr schwer, keine Witze zu reißen. Warum willst du denn keine Witze reißen? So, äh, kann ich dich eigentlich mittlerweile wieder umerziehen einmal? Ja. So, ja, die Hungersnot hier ballert, ne? Wir kochen jetzt mal alles, was ich habe. Ähm, Samir. Schlichte Schüssel aus Beeren. Einmal alles, was geht. Ich glaube, wenn ich angle, kann ich theoretisch nochmal neues Essen bekommen, oder? Was ist denn die effizienteste Art und Weise, an Essen zu kommen? Ich habe das noch nicht so ganz durchblickt, muss ich zugeben. Hier kann ich so Fischschüsseln machen. Let's go. Was hast du jetzt gesagt, Jacqueline? So. Erstmal den ganzen Kot wieder wegmachen. So, schaut mal, wir haben die Hungersnot doch eigentlich ganz gut abgewendet. Bloß, Alper geht es nicht so gut. Der hat die Fischsuppe nicht so gut vertragen. Der E-Kanal geht für 39 Monate. So, aber den Kollegen haben wir noch. Freunde, es wird Zeit für eine Ziehung. Rein in die Ziehung. Wer will dem Kult beitreten? Gewinne, gewinne, gewinne. Keine Mieten. So, wir machen mal bis 120. Wir warten mal. Finde ist nirgends auf dem PC. Es müsste irgendwo in deinem Twitch-Fenster zu sehen sein. So, bam. Tauroas, let's go. Let's go. Wie heißt das Buch, Jacqueline? Ich frage für einen Freund. Joint unserem Fischladen. Tauroas hat es auf jeden Fall verdient. Sehr häufig hier. So, welches Tier wird es? Oh, ein Büffel. Cool. Ich glaube, wir haben noch gar keinen. Ein grüner. Bro ist einfach Schreck. Nein, er ist wieder braun. Ja, er ist wieder grün. Jawollo. Sehr geil, sehr geil. So, äh, Holz bitte. Holz. Wir brauchen viel, viel, viel Holz. Allein schon jetzt zum Reparieren dieser... Ich habe schon wieder nicht genug Holz hier. Aber hier müsste auch jetzt ein bisschen was drin sein. Neun Holz! Und ja... Okay, Freunde. Die Holzfarmen machen ihren Job. Ich habe das Reparieren verschissen. Okay. Bam. So, ich habe immer noch, immer noch neun Holz. So, Quito hat schon wieder eine neue Quest. Wer soll jetzt Scheiße fressen? Schicke Googie... Bro! Der ist nur am Googie mobben. Ey, Googie, es tut mir so leid, ne? Es tut mir so leid, Mann. Es tut mir so leid. Ah, nee, aber der Knast ist voll. Okay. Er hat Glück gehabt. So, ihr werdet mal kurz hier gesegnet. Sehr schön. So, äh... Dann hole ich mir erstmal hier das Stuff ab. Ich schaue mal, ob... Oh, wir brauchen noch ein neues Bett. Ich sehe gerade. Stimmt, wir haben den neuen Anhänger schon wieder. So, ich gehe mal hier ein bisschen in die Essensrichtung nochmal. Richtung Farm. Passt mal auf. Wo war Farming? Hier, ne? Erntetotem. Erhöht das Wachstumstempo? Ja, das war das. Ne, Düngersilo. Genau, dass ich meinen Dünger hier reintun kann. Damit der Farmer das nutzen kann. Das finde ich eigentlich ganz geil. Okay. So. Kann ich mir die Vogelscheuche eigentlich mittlerweile leisten? Ne, die hat diese 25, Digga. Warum kostet das alles so viel Holz? Das war auch dieses fünfmal verarbeitete Holz. Passt mal auf. Digga, drei Holz werden einverarbeitet. Wo kriege ich so viel Holz her? Oh Mann, ey. Ich brauche aber erst mal ein Bett. Und dann, was wir jetzt machen ist, meinem Glauben geht es gut, meiner Krankheit geht es auch, würde ich sagen. Oh, Gold, gell? Geht es auch gut. Dann besuchen wir jetzt mal diesen Dude, dem wir diese Pilze bringen sollen. Hier, ne? Holz bekommst du im ersten Dungeon mehr. Ah! Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ah, ich kann mir neue Karten kaufen. Karten, Karten! Okay. Weinender Mond für 25 Münzen kaufen. In der Nacht erhöht sich der Schaden um 30%. Ja, kaufe ich. Neue Karten sind immer gut. Das Kartenset verbessern ist großartig. Splatpet! Hi, was geht? Schön, dass ihr hier seid. Willkommen im Stream. Was war das für eine Karte? Gegner erleiden Schaden, wenn du gegen sie rollst. Geil! Geil! Sehr mächtige Karte. 35 Bewegungstempo erhöht sich. Finde ich auch geil. Splatpet sogar jetzt mit dem 2-Monats-Jubiläum. Was geht? Willkommen, willkommen. Allein ist du einen Treffer, wird ein Tentakel erzeugt. Der Gegner... Ja, das finde ich auch... Bro, nur geile Karten hier. Da lohnt es sich, das Gold zu grinden. Zwei Jahre ist krass. Und das sind nur Deko-Gegenstände, ne? Ja, die sind mir eigentlich scheißegal. So, aber wir gehen mal hier rein. Er will diese Pilze haben, ne? Ich grüße dich. Ja, ich bin Sozo, Pilzforscher. Ich schätze, das macht mich zu einem Champion der Champignons. Kleiner Witz. Ja, ich brauche die Pilze. Okay. So. Ich muss bei Sozo... Nicht bei Sozo anwenden. Nein, Sozo wird dir freiwillig folgen. Nimm den Weg nach Anura und such Pilze für mich. Ja, ich habe welche. Ah, 10 brauche ich. Okay. 10 Stück brauche ich. Das schaffe ich, Freunde. Oh, es ist schon wieder Nacht. Pennen bei mir alle? Ja. Kann ich den eigentlich wieder in der neue Predigt halten? Ne, ne? Und der Kranke pennt auch. Es ist wichtig, genau, dass er was hat. Sehr gut. Oh, der Chat entscheidet schon wieder. Der Chat votet schon wieder für irgendwas. Ich kriege schon wieder PTSD. So, oh, neuer Tag schon. Passt auf. Dann ziehen wir ihn gleich um. Ich glaube, dann ist er nämlich geheilt. Ne, immer noch nicht ganz. Ach, das ist doch Mist. Ich spüre meine Knochen knirschen und meine Sehkraft schwinden. Okay. Stabil. Ah, das ist ein Alter. Das ist ein Alter. Oh, Freunde. Wir müssen ihn opfern. Wir müssen ihn opfern. Wer ist das? Mr. Hu Brain. Wo kann ich ihn essen? Den Anhänger sucht sich eine Mahlzeit. Ne. Da brauche ich ein Opferaltar, oder? Oh, Freunde. Weiße Scheiße. Leuchtender Dünger. Okay. Regenbogenscheiße. Was ist denn jetzt hier los? Als Tätigkeiten der Kirche gehen. Ah, okay. Ja, Hu Brain. Wir müssen dich leider opfern, Bro. Unser Kult fordert das. Das war die Eintrittsbedingung. Die hast du auch unterschrieben. Da ist noch Scheiße. So, wir halten jetzt eh mal eine Predigt. So. Habt ihr abgestimmt, dass der alt wird? War das eure Abstimmung? Jo, sogar noch ein Level ab. Macht der Frommen 3. Erhöht die Ausgangsstufe von Waffen. Junge, nice. Ne, war es nicht? Okay. Nein, für den Spezialkot. Digga, könnt ihr auch irgendwas anderes voten, was nichts mit Scheiße zu tun hat? Oh Gott. So. Rituale, ne? Opfer des Fleisches. Ne, ich muss ihn opfern. Ne? So. Mr. Hu Brain. Es tut mir leid, Mann. Es tut mir leid. F***. 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 Ich hab ein Achievement dafür bekommen. Wie glücklich alle sind. Ja. Das ist so crazy, Mann. So, ich muss Googie in den Knast stecken. Es tut mir so leid, Mann. Ah, ne. Ich kann ihn doch gar nicht. Stimmt. Der ist noch nicht ganz überzeugt. So. Hier ist noch mal ein bisschen Holz. Dann haben wir schon mal zwölf wieder. Okay. So, und dann ernten wir jetzt mal den ganzen Stuff hier. Dann kann ich nämlich ein paar Kürbissuppen schon wieder machen. Irgendwie, irgendwie muss ich noch an meiner, äh, Nahrungsbeschaffung arbeiten, hab ich das Gefühl. Bau das Silo. Ja, ich muss, ich muss allgemein, ich muss mehr in Richtung, äh, ich muss mehr in Richtung Nahrungsbeschaffung bauen. So, jetzt passt mal auf. Kochfeuer brauche ich nicht. Das ist alles, nee, das ist alles gut. Äh, so, wir haben jetzt hier Nahrung. Genau. Die Farm habe ich. So, da habe ich nicht genügend Holz für, für die Vogelscheuche. Deponiere Leichen, um sie in Dünger zu verwandeln. Das kostet aber zehn veredeltes Holz. So, Samensilo habe ich. So, und da brauche ich auch fünf veredeltes Holz. Warte mal, fünf veredeltes Holz sind 15 Holz. Habe ich das? Nee, ich habe zwölf nur. Nee, nee. Okay, was haben wir hier oben? Ah, jetzt können wir es machen. Okay, passt auf. Dann mache ich das Düngersilo. Drei, vier, fünf. Genau. Jetzt können nämlich Kimo hier drüben. Nee, wer kümmert sich da jetzt drum? Muss ich das jemandem zuordnen? Oder macht das Loki? Ah, Loki macht das. Sehr schön. Und Fede geht da auch arbeiten. Ja, wunderbar. So, aber dann kann ich nämlich... Alper, dir geht es bald wieder gut. Dann können wir nämlich alles, was wir anbauen, mit Dünger versehen. Dann kommt da hoffentlich mehr Stuff raus. So. Ich koche jetzt auch schon mal wieder ein bisschen, würde ich sagen. Mit unseren Kür... Ach, ich schaue mal hier. Anhänger-Hackfleisch. 75-prozentige Chance für eine Krankheit. Oh, das fühle ich jetzt nicht so. Tödliches Gericht. Nee. So, hier die Fleischbrühe. Da machen wir die. Und dann hier aus den... Bisschen so, ein bisschen Kürbisfutter. Einfach nur damit, damit wir hier was am Start haben. Sehr schön. Okay. So, dann würde ich sagen, Freunde... Probieren wir noch mal Schlachten zu gehen. Warte mal, wir brauchen noch Gehirnwäschepilze. Habe ich mittlerweile zehn von denen? Wo sehe ich mein Inventar? Ich glaube hier, ne? Nee, ich hab acht. Die müssen noch mal wachsen. Die müssen noch mal wachsen. Aber alles zu seiner Zeit. So, da noch mal drei Holz. Dann müssen wir noch neun Holz. Das ist schön. Schön. Das mit dem Holz klappt ja langsam. So, auf geht's. Mach mal 14 tödliche Gerichte. Ja, vielleicht. Aber vielleicht auch nicht. So, wir kriegen jetzt wieder von Anfang an schon wieder bessere Waffen, ne? Vampir durch. Das ist das mit eventuellem Lebensraub, ne? Und das ist diese Schleimsoße auf dem Boden. Die ist eigentlich auch ganz geil. So. Erstmal die Fernkämpfer hier wegmachen. Aha. So, was jagt der mich so? Warte mal, ist das so ein... Ist das der gebuffte Gegner von euch? Ist das der Gegner, den ihr über das Voting besser gemacht habt? Wahrscheinlich, ne? So, was geht hier ab? Ach, hier kommt wieder der Priester. Ach, ne. Die stehen da im Busch. Wir haben nichts gemacht. Nee, von vorhin noch. Ich bin ja vorhin gestorben bei, dass der nächste Boss besser wird. Oder der nächste Miniboss. Und vielleicht war das ja ein Miniboss, ne? Keine Ahnung. Das Schicksal gilt nur für den gleichen Run. Okay, okay. Ja, dann hat es sich erledigt. Bro, dieser Frosch, ne? Sehr schön. So, den Raum No Damage geschafft. Angenehm. Sehr angenehm. So. Oh, die macht Schaden, Mann. Wow. Oh, ich geh voll aufs Maul. Ah, aber diese Frösche. Aber wieder ein Herz dazu bekommen. Sehr schön. Und ne Karte. Giftschaden bei getroffenen Gegnern. Ja, das ist mega. Das ist mega. Das ist so geil. Das ist so geil. Jeder Treffer instant ne Vergiftung ist so mächtig, Mann. Aua. So. Ersten Raum geschafft. Ich bringe hier irgendeine Kette. Der Anhänger schläft nie. Yo. Wie geil. Du wirst niemals schlafen. Holz. Oder Essen. Ne, Holz, Freunde. Holz. Gefühlt alle meine Gebäude hängen von Holz ab. Give me Holz. Es ist nicht die Welt. Ich meine, so 16 Holz oder fast 20, aber trotzdem. Schön. Schön. Ich könnte hier noch zum Stein, aber ich glaube, ich will nicht zum Stein. Wir steppen direkt durch. Wir steppen direkt Richtung Boss. Hübi kriegt einen einzigen Schaden. Hübi, ich kriege voll aufs Maul. Ja, ich spiele nur No Damage. Gegner mit Schilden. Lol. Tragen Gegner Schilde. Verwende einen schweren Angriff, um sie zu zertrümmern. Lol. Okay. Mein schwerer Angriff war das, ne? Aha. Aha. Okay. 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 Sehr schön. Noch mal ein halbes Herz. Ich mag die Heilung. So, jetzt muss ich wieder voll aufpassen. Ja, weil diese Ledermäuse, die haben richtig fiese Angriffe. Es ist voll schwer, denen auszuweichen. Mhm. Mhm. Och, Mann ey. Butz. Sehr schön. Ich hasse diese Flugviecher. Ich hätte am liebsten wieder diese zielsuchende Fähigkeit. Von den Grundschüssen her. Das war in meinem Geisten. Aua. Der froscht schon wieder, Freunde. Ich hab nur noch ein Herz. Gar nicht mal so geil. Okay. Wir kriegen nochmal ein halbes. Schön. Aber ich krieg wenig Buffs. Ich krieg wenig Buffs. Ich krieg wenig Liebe. In dem Run. Mhm. Scheiße. Ich denke immer, dass ich deren Angriffe unterbrechen kann, wenn ich sie boxe. Ja, Bro. Das war's doch schon wieder. Oh, ein ganzes Blaues. Chat, was votet ihr? Chat, was votet ihr? Okay, okay. Warte mal. Explosion. Schuss. Fette Keule. Okay. Ihr habt mir den Panzerhandschuh gedroppt. Den nehm ich vor. Der kommt vom Chat. Der kommt vom Chat. den hab ich mit Liebe genommen. Den hab ich mit Liebe genommen. Okay. Aufpassen. Mh-hmm. Okay. Nochmal ein halbes Blaues. Wahnsinn. Wahnsinn. Und Ebene geschafft. Jetzt kommt noch die Boss-Ebene. Okay, was war das? Nein, werde größer. Nee, das will ich nicht. Nee. Nee. Ich hab keine guten Erfahrungen damit gemacht. Können wir bitte aufhören, immer zu helfen? Was heißt denn hier immer zu helfen? Ihr habt in letzter Zeit nur Crap für mich gemacht. Hi, Baumesser. Willkommen, Chat-Man. So, rollen, rollen, rollen. Oh, genau. Vor dem aufpassen. Ja. So, vor diesen großen Gegnern. Deren Angriffsmuster kann ich nicht unterbrechen. Das ist das, was ich lernen muss. Von den kleinen schon. Die werden quasi so zurückgeworfen. Joho, noch mein Herz. Geil. Höh. Aber die großen nicht. Die großen nicht. So. Au, au. Wer hat mich jetzt erwischt? Mhm. Justin, ich muss aber sagen, ich komme langsam ein bisschen in den Genuss der Panzerhandschuhe. Ich kapiere langsam, wie man die am besten spielt. Mhm. Mhm. Geil. So, und was ist das hier? Erhalte ein zusätzliches Herz. Bro. Jetzt muss man aber auch mal ganz fairerweise sagen, jetzt habe ich wirklich ein bisschen Itemlack. Muss man jetzt einfach mal sagen. So. Flammenschuss. Acht. Türkische Axt. Neun. Ich nehme die. Ich nehme die. Ich grüße euch zurück von meinem München-Wochenende. Vollgepackt mit Harry Potter und viel zu vielen glitzernden Swifties. War mit Freunden in der Harry Potter-Ausstellung und es war sehr schön doch. Dann haben wir zusätzlich noch den ganzen Wahnsinn bezüglich Taylor Swift-Fans gesehen und waren zweimal lecker essen. Ich hoffe, euer Vivo-Axte ist großartig. Hey, was geht, Axta? Schön, dass du da bist. Dankeschön für dein Tier-Tour. Und freut mich, dass ihr eine großartige Zeit hattet. Aber du musst jetzt nicht sagen, dass du in einer Harry Potter-Ausstellung warst. Wir wissen, dass du auf dem Taylor Swift-Konzert warst. Du musst jetzt nicht sagen, ich war zufällig während dem Taylor Swift-Konzert in München. Alles gut, wir akzeptieren dich, auch wenn du Taylor Swift hörst. So, das sind die zielsuchenden, geil. Nein, ich hoffe, du hattest eine schöne Zeit in der Harry Potter-Ausstellung. Wow, ich bin gespawnt und hab Insinn aufs Maul bekommen. Fair. Boah, die Axt ist aber auch krass, ne? Beschwöre einen neuen Fluch mit erhöhter Stufe. Okay. Oh, das war die schwere Attacke. Ne, LB, hier. Äh. Und jetzt? Wow, okay. Ich hab jetzt die Schleimschleuder. Ich hab jetzt die Schleimschleuder wieder. Ah, nochmal ein Frosch. Nein! Bitte nicht! Oh, der Damage! Wow, wie viele Frösche der macht, ne? Putz! Ausweichen. Ah, ja, stimmt. Immer, wenn er landet, ne? Aufpassen, aufpassen, aufpassen. So, immer auf Abstand bleiben. Immer auf Abstand bleiben. So, bei ihm kriegen wir keinen Schaden, wenn er uns, sag ich mal, nur berührt, ne? In ihm können wir... Nur, ja. Nur in der Landung. Nur die Landung pumst du uns. Das war's! Geil! Geil, 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 geil. Sehr schön. Guter Kampf. Ey, ich hab den Run auch schon wieder sterben sehen. Äh, ich nehm die Kürbisse. Essen ist, glaub ich, immer gut. Wir haben eine neue Steintafel komplett. Knochen und Münzner. Very nice. Very nice. Guter Run. Sehr guter Run. Wir hatten wirklich Lack mit den Herzen. Ey, Domi. Lack für dein 21. Und Dacre. Gib dir auch nochmal dem Totem ein bisschen Liebe. So muss das. So, kann ich dir nochmal eine Predigt halten? Ja. So, dann ist Sikami jetzt kein Ketzer mehr. Sondern er ist wieder einer von uns. Dann können wir ihn jetzt wieder freilassen. Wunderbar. So, dann weißt du, wir müssen Googie in den Knast packen. Damit wir hier wieder eine Quest abschließen können. Es tut mir so leid. Oh, wir haben auch das Glücksrad. Oh boy, oh boy, oh boy. Holz, nein. Fleisch ist auch gut. Fleisch ist nice. Essen, Essen ist der absolute Wahnsinn. Danke Twitch Chat. Danke. Wir brauchen noch ein neues Bett. Oh, weil so ein Zelt kaputt gegangen ist. What? So, warte mal. Ich will auf jeden Fall in Essen reingehen. Alles in Essen investieren. Ich gehe hier auf Erntetotem. Why not? Why not? Wir grinden ins Essen rein. So, und jetzt, wo ist, wo ist Googie? Ne, da ist Ehrenrecker. Wo ist, wo ist Googie? Da ist er. Meister. Es tut mir leid. Ich glaube, ich kann ihn noch gleich wieder freilassen, glaube ich, oder? So, bist du happy, Veto? Ja, sehr schön. Boah, der ist aber fast Stufe 5 schon. So, und dann lassen wir ihn noch gleich wieder frei. So, dann bauen wir jetzt kurz hier wieder auf. So, jetzt glaube ich, jetzt haben wir auch hier oben, glaube ich, das verbesserte Holz. Genau. Wo war ich einsperren? Das war eine Quest. Das war eine Quest. Ich war ein Opfer der Quest. So, genau. Jetzt können wir hier dieses Düngersilo bauen. Geil. Jetzt stellen wir gleich hier neben Samensilo. Und dann kann ich jetzt hier dann quasi meinen ganzen Dünger reinpacken. Und dann kann der Farmer automatisch auf Dünger zugreifen. Ja, Kot müssen wir auch noch wegputzen. Essen müssen wir kochen. Wir können dann auch noch mal mit der Steintafel einen neuen Glaubensshit freischalten. Ja, ein Scheißhaus müssen wir auch nehmen. Ey, wir haben viel zu tun. Wir haben viel zu tun. Eins nach dem anderen. Essen ist jetzt mal meine Prio 1. Weil das Kot wegmachen, das ist schnell erledigt. Könntest du beim Dungeon-Auswahlraum nach links laufen? Da ist ein NPC. Kann ich machen. So, wie viel kann da rein? Okay, wir haben voll gemacht. So, alles klar. Dann ernten wir hier kurz. Neuer Bärenstrauch rein. Schön. Essen, kochen, Kot wegmachen. Hausmann-Simulator hier. So, ich spule mal vor. Hallo. Nicht sehr maskulin. Ja, meine toxische Maskulinität feiert das gar nicht mal so sehr. Oh, wir haben noch den neuen Anhänger. True. So, aber jetzt gibt es erst wieder eine Predigt. Die morgendliche Predigt zum Hübmeister. Alter. Alter, einfach schon der Stufe 4 tut vorne. Das ist doch schon wieder ein Level up, oder? Das ist schon wieder ein Level up. Wunderbar. Da ist schon wieder jemand alt. Oh, shit. Okay. Okay. Eiferwaffen. Eiferwaffen wirken, dass das gesammelte Eifer göttliche Inspirationsleiste vergrößert. Okay, ja, was haben wir noch hier unten? Was ist hier drüben noch? Fluch des Nekromanten. Eifer des Rechenschaftenden. Das sind einfach, dass ich bessere Flüche bekomme, ne? Und Flüche sind quasi die Kronenfähigkeiten. Auf deinen Kreuzzügen tauchen drei neue Flüche auf. Erhöht die Gesamtmenge deines Eifers, um vier Flüche auf einmal wirken zu können. Das finde ich gut. Das finde ich gut. Lunio, danke für 29. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich auf den zweiten Olymp. Mach weiter so. Ich freue mich auch. Ich freue mich gerade. Ich habe sehr viel Spaß. So, und jetzt können wir in ein neues Buch investieren. Das ist geil. Hier, Essen, Versorgung. Bäm. Führe in deinem Tempel ein Ritual durch, um eine Fastenzeit auszurufen. Anhänger werden drei Tage lang nicht essen oder hungrig sein. Organisiere ein großes Festmahl für deine Anhänger, um ihren Hunger zu stillen. Das finde ich geil. Das finde ich geil. Einen wunderschönen guten Tag, Elisa. Mensch, du heißt ja gar nicht mehr, Elisa. Du heißt nur noch Ili. Wolltest du es schon immer so heißen? Oder ist das Saar einfach verschwundener? Grüß dich. Und duftende Heugabel. Danke für 18 Monate. Super Smash Bros. Eli. Du bist so irre lustiger. So, ja, dann machen wir doch... Ey, Bro, aber das ist ja mal voll geil. Für 75 Knochenstücke kann ich mir quasi diesen ganzen Hungerbums hier sparen. So, meine Kinder, heute reden wir über euren Samensilo. Warte mal, bam. So, Ritual. Dann machen wir das nochmal. Dann machen wir das einfach so ein Hungerritual. Iron Man. Sechs Monate Prime. Poggies. Danke für deine Streams und Videos. Danke für die lieben Worte. Sehr cool, sehr korrekt, Mann. Das stimmt, Elisa. Wenn es für die Community passt... Ich fand nur immer eigentlich, dass Elisa eigentlich ganz cool war, weil es halt mit deinem Namen so gut matcht, ne? So, hier ein bisschen Segnung. Meine Söhne und Töchter. Hier noch eine schöne Segnung droppen. Aber Leute können das irgendwie nicht schreiben oder aussprechen. Ja, man ist immer mit der Dummheit der Menschen konfrontiert. Schau dir diesen Chat an. Johnson einfach auch schon auf Stufe 4. Geil. Oh, Freunde. Wir haben wieder einen alten. Atom wird noch den Schuh machen. Oh, shit. Oh, shit. So. Anhängerziehung. Warte mal, was ist die Umfrage gewesen? Geht jetzt jemand drauf? Nee. Freunde, wer will meinem Kult beitreten? Klickt in die... Kult der Lampe Erweiterung auf Twitch. Ich warte wieder bis 120. Bäm. Junge, der Darkie. Mach dir einen schönen Charaktermeister. Vielleicht stirbst du jetzt gleich. Mal schauen, was er nimmt. Ich glaube, wir haben noch kein Reh. Haben wir schon ein Reh? Ich bin mir nicht mal sicher. Aber ich glaube, ich mache jetzt mal die Klima aus. Damit die nicht zu viel Strom verbraucht. Aber es ist eine sehr angenehme Temperatur hier drin. Und 23 Grad ist es auch nicht so ultra runtergekühlt. Es ist so einfach eine sehr angenehme Raumtemperatur. Sommerliche Raumtemperatur. Die Musik ist wirklich gut, ja? Oh, ein schwarzer Fuchs. Let's go. Will ich den Holz machen? So. Oh. Wer hat den Schuh gemacht? Asta! Nein! Asta hat den Schuh gemacht. RIP. Nein, QV2. Will er wieder mobben? Er will wieder Googie mobben. Lass uns Googie ermorden! Digga, was ist das? Ein Scheißdreck, Bro. Deine Streiche müssen langsam hier mal ein Ende nehmen. So, warte mal. Wie kann ich jetzt mit ihr interagieren? Da. So, Beute nehmen. So, was machen wir jetzt mit ihr? Wir beleben sie einfach wieder. Oder? Komm, komm, wir beleben sie wieder. Mit freundlichen Grüßen. Was muss, das muss. Dann sinkt mein Glaube, glaube ich, noch weiter, ne? Weil die das gruselig finden. Oh, scheiße, Alter. Essen? Ah, wie kann ich essen? Wie kann ich essen? Brauche ich da ein eigenes... Brauche ich da irgendwie einen Opfer... Brauche ich den Opferaltar für, oder? Warte mal. Hier, Leichengrube. Die könnte ich mir bauen. Aber hier, Nahrung, Wirtschaft. Ne, ne, ne. Dein Mangel an Glaube ist beklagenswert. Ich brauche, glaube ich, einen Opferaltar dafür. Moment mal. Ich muss mal hier noch ein bisschen Glaube grinden. So, wir nehmen erst mal das Holz hier wieder mit. Bro, das ist so geil mit den Holzminen. Das ist wirklich sick. Das ist wirklich, wirklich geil. Der werde ich jetzt auch, glaube ich, gleich hier noch mein Feld vergrößern. Warte mal, wir können jetzt hier die Vogelscheuche bauen. Ja. So, ich stelle die jetzt mal hier hin. Und ich muss die eigentlich so ein bisschen nach unten bauen, dass ich vielleicht noch eine zweite Farm so ein bisschen mit abdecke. Passt mal auf, ich stelle die hier hin. Bam. Sehr schön. Vogelscheuche steht. Das erhöht schon mal unsere Ackererträge. Ah, lol. Das kostet nur Gras. Lol. Ja, mega geil. So. Freunde. Ach, ne. Warte mal. Den da oben wollen wir nicht. Stopp. Kann ich das abbrechen? Abbrechen. Nein, das müsste ich abbrechen. So, warte mal. Ne, das nicht. Bro, ich bin gerade stark verwirrt, Freunde. Bäm. So. Essen ist eine Fähigkeit, die du mit einem Ketzerherz freischaltest. Ah, warte mal, warte mal, warte mal. War das, war das? Wo war denn das? War das bei Rituale? Nee, das Rituale ist nur mit Knochen. Und bei Krone? Hier. Nee, edles Gewand. Passend für den Anführer eines Kults. Bietet keine Bohnen. Hier, das ist das mit dem Ketzerherz, ne? Stirbst du zum ersten Mal? Hier. Alter zu Beginn? Nee. Das stimmt nicht. Bei dem Ketzerherz ist nix mit Bewohner essen. Chat, wie kann ich ein Kultmember essen? Ah, Halsbault. Konzentratiert. Was zum Dick Toll! Ey! Es ist unglaublich. Reicht nicht auf den Fiel, Ficke. Reigen die, Olga. Nicht schlecht. Ohaah! 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 Alter, lovely Diana, wo kam das denn her? Oder Diana? What the hell? What the hell? Du darfst den nicht balsamieren, sondern musst ihn direkt zerhackstückelen. Ich kann sie jetzt aber nicht mehr ändern, ne? Ich muss eine Grube bauen. Alter, Dankeschön. Vielen Dank für die 25 Gifte, Zapsmann. Und Malti, danke dir auch noch für die 48. Und Isabel auch noch mit den 5. Guys, vielen Dank! Vielen, vielen, vielen Dank. Das ist der absolute Wahnsinn, ey. Wow, 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 wow. Wow. Krass. Krass, krass, krass. Paulana freut mich, Mann. Freut mich. Oh, ich hab bald keine Samen mehr. Das ist gar nicht mal so geil. So, dann vergraben wir jetzt Asta. Asta. Du hast Rainbow-Kacke. Ja, ja, weiß ich, weiß ich. So, die Kami macht das sehr, 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 sehr gut hier mit. Okay. Also, dann, äh, muss ich noch ein bisschen Scheiße wegräumen. Es geht gerade der, äh, Hygiene meines Kults nicht so gut. Aber eins nach dem anderen. Wann nächste Abstimmung? Ich will noch jemanden umbringen. Wir müssen jetzt Atom, müssen wir jetzt noch opfern. Aber ich hab irgendwie das Gefühl, dass die da irgendwie so eine Art Opferaltar brauchen. Also, ich werd mal auf das nächste Level-Up hier noch warten. Die beten hier auch schon sehr, 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 sehr geil. Das ist ziemlich nice. Ich glaub, das nächste Level-Up wird da nicht lange auf sich warten lassen. Mein Bruder und ich sind gemeinsam durchs Düsterholz gereist und wurden getrennt. Find die Huren im Düsterholz. Okay. Ja, pass auf. Dann machen wir das doch kurz. So, Düsterholz. Ja, meinem Glauben geht's nicht so gut, aber wir schaffen das. So, find ich den einfach, wenn ich hier reinsteppe? Die Winde des Wandels wehen. Spürst du es nicht? Früher verharrten sie unbeweglich. Unbewegt ihr Jahrhunderte, setzt ein Rost an. Nun ist Lashy gefallen und jetzt beginnen die Bewohner dieses Landes ihren Kampf um Macht von Neuem. Ah, quasi, weil wir den großen Priester geschafft haben. Sind die Gegner jetzt die stärker geworden. So. Riesiger Dolch. Und die Explosion, glaub ich, ne? Geil. Okay. Und hier krieg ich aber auch Samen. Geil. Oh! Was ist das? Ein Relikt! Verwandle einen zufälligen Gegner in Kleinvieh. Nice. Okay. Genau, bei den kleinen Gegnern, deren Angriffe kann ich unterbrechen, wenn ich sie angreife. Bei den großen klappt das nicht so gut. Sehr schön, so. Ah, das sind die Blitze. Das ist der Blitz, ne? Das ist wahnsinnig gut. Ein wahnsinnig guter Seite. Und jetzt gibt es hier sogar noch eine Karte für uns. 10% Crit-Chance. Allgemeiner Waffenschaden um 1,2, ja. Waffenschaden klingt gut. Ja. Okay. Und wie finde ich jetzt diesen Luon? Sind wir hoffentlich gleich raus. Schon mitbekommen, dass ein paar neue Teaser-Pics zu Subnautica 2 released wurden? Ne, habe ich noch nicht mitbekommen. Aber ich bin auch nicht so der Teaser-Typ, muss ich ehrlicherweise zugeben. Ich schaue mir mal gern fertige Produkte an. Ne, gut. Bei Nacht erkennt man nur leider nicht so viel. Tipp. Wenn über den Räumen nichts hängt, sind es Kampfräume. Bei späteren Waffenräumen... Ja, das weiß ich, Meister. Das weiß ich doch schon längst. Döner heißt das Album wirklich so. Wo finde ich jetzt... Ah, da. Das ist wahrscheinlich der Quest-Dude, ne? Ja, dann muss ich hier lang. Machst du nix. Dankeschön, Living Angel, für die 100 Bits. Hi, Gauner, grüß dich. Oder, Kollegah bringt einfach Still King und Raph bringt einfach Anthrazit Forever. Wir sind jetzt schon an dem Punkt angekommen, wo nicht nur die ganze Zeit Songs geremaked werden. Die Remake-Kultur geht jetzt sogar schon so weit, dass ganze Alben geremaked werden. Ich kann das alles nicht mehr. Wenn ich mich drüber beschwere, bin ich wieder der Gauner. Sehr schön. Wann Plankton-Weed reloaded. So, sag mal hier, wahre Sicht. Das ist wieder die Crit-Chance. Es ist möglich, das Gegner Fische hinterlassen. Ey, Freunde. Fische sind Essen. Fuck, ey, die sind scheiß Geschütze drumherum. Die erwische mich immer wieder. Oh, ich muss so aufpassen. Immer gerade, wie gesagt, wenn du hier immer noch von so einem Ding verfolgt wirst, was nur darauf wartet, wieder einen Schädel zu zertrümmern. Gar nicht mal so angenehm. Oh nein, wir haben schon wieder ein Voting. Oh nein, bitte nicht. Oh, Nekromanten-Panzer-Handschuh. Oh. Sag ich nicht nein. So. Und da können wir jetzt, glaube ich, den Kollegen befreien. Äh, oh, ähm. Bruder, was ist das denn? Was zur Hölle ist da gerade passiert? Was? Was ist da gerade passiert? Wo kamen die Bomben her? Ah, das waren ihr! Das war das Voting! Bro, ich war gerade so verwirrt. Sehr gut. Aber eigentlich habt ihr mir damit fast geholfen. Habt ihr nicht damit sogar ein paar Gegner erledigt? So, dann retten wir den Kollegen mal. Also ich fand das jetzt eigentlich gar nicht so bad. So, Freunde. Und jetzt sind wir wieder beim Boss. Okay, hört. Das Geile bei den Panzerhandschuhen ist, dass die wirklich eine verdammt große Range haben. Also du kannst wirklich über eine große Reichweite die Gegner treffen. Das macht Spaß. Oh, Axt aber auch, Baba. Ach, wir nehmen die Axt. Die Axt ist nochmal krasser. Also Axt ist, finde ich, fast das Beste. Weil die halt wirklich mit einem Schlag so viel Damage machen. Ich hasse diese Wachtürme. Aua! Fuck, ich hatte nur noch ein halbes Herz. Ja, das wird nichts, Freunde. Oder? Oder? Wow! Ein blaues Herz. Okay, okay. Ey, immer wenn ich kurz davor bin, den Schuh zu machen, dann kommt doch immer aus dem Nichts irgendwie noch eine geile Heilung. Soll ich nochmal eine neue Deko bekommen. Okay, mit eineinhalb Herzen könnte es machbar sein. Ah, ich hab die Explosion, hab ich. Machen wir erstmal den hier. Geil. Einmal den ganzen Raum gecleatet. Und da kriegen wir nochmal eine Karte. Da kriegen wir nochmal eine Karte. Zusätzliches Herz. Let's go. Let's go! Oh! Okay, wir haben wieder zweieinhalb Herzen. Hi, Hansi, grüß dich. Schön. Oh boy, wir sind da, wir sind da, wir sind da. Okay, okay, okay. Was macht der für einen Move? So, ich mach jetzt erstmal hier meine Explosion ein bisschen. So. Oh, die Explosion macht fast so viel Damage wie eine Axt. Das ist ja der Wahnsinn. So, aber jetzt hier mit Nekromantie kriege ich so einen Geist raus. Nee. So, jetzt haben wir aber so einen Geist. Und der greift gleich den Boss an. Nee. Der ist hier rüber. So, der springt. Aufpassen, aufpassen. Putz, okay. Ausweichen. Explosion. Okay, der Boss ist machbar. Der Boss ist machbar. Yo, schon wieder Gegner. Direkt nächste Phase erwischt. Oh mein Gott. Die Türme weg. Die Türme weg. Schön. Ah, jetzt hab ich sogar noch Schaden bekommen. Ich wollte den No Damage machen. Das wär geil. Weil da kriegt man immer nochmal extra Loot. Okay. Aufpassen. Immer einzelne Schläge. Immer mit einzelnen Schlägen sich zufriedengeben. Schön, schön, schön. Macht Spaß, macht Spaß, macht Spaß. Ein halbes Herz hab ich verloren, ne? Dankeschön, Yuraiku. Bam. Vielen Dank für die 18 Wohne. Und Craig auch noch mit dem 25. Grüßt euch. Oh, das ist ne Spinne. Ist das ne Spinne? Titi. So, Geschenk. Bären. Auf jeden Fall Bären, Freunde. Immer essen. Immer essen. So, nochmal eine neue Steintafel bekommen. Was ist das? Auge des Zeugen. Was machen denn Augen des Zeugen? Jetzt, da du den Bischof besiegt hast, kannst du deinen Weg fortsetzen. Je weiter du dich voranwachst, desto größere Belohnungen erwarten dich. Aber Vorsicht. Ohne die Allgegenwärtigkeit, Kronenfähigkeit zu besitzen, kannst du nicht zum Kult zurückkehren, bis du einen anderen Teleporter erreichst. Äh, nee. Nee. Nee, ich will eigentlich wieder zurück zu euch. Ohne meine besten Freunde im Kult und im Chat kann ich nicht leben. Ja, guter Loot, würde ich sagen, oder? Nie ohne meinen Chat. Nie ohne meinen Chat. Oh Gott. Digga, mein Glaube ist am Arsch. Mein Glaube ist am Arsch. Mein, 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 mein Kult ist kurz davor, mich für immer zu verlassen. Das ist gar nicht mal so geil. Okay. Okay. Wir können theoretisch so ein Ritual machen. Hier. Genau, einfach, einfach Feuergrube. Um den Glaube wieder ein bisschen zu pushen. Diesen Feuertanz feiern die, habe ich gelernt. Okay, Freunde, ich glaube, wir haben unseren Kult nochmal gerettet. Und wir haben ein bisschen Holz dafür bezahlt. Ich glaube, das kann sich sehen lassen. Das war sowas von saved, Freunde. Sehr geil. Ja, unseren Glauben geht es dir richtig gut. Oh, Glücksrad vom Chat. Holz. Chat, ich liebe euch. Chat, ich liebe euch. Ihr seid so geil. Ihr seid so geil. So, und was gibt es jetzt hier für uns? Irgendwo war doch was mit Opfern. Leichengrube. Gruft. Mehrere tote Anhänger dahin bringen, ne? Weiß ich ja nicht, ne? Und was macht der Beichtstuhl? Um ihre Loyalität zu erhöhen. Kann einmal täglich verwendet werden. Doch, das wird gut. Opfern ist ein Ritual. Okay, okay, okay. Dann schauen wir doch mal, ob wir den Beichtstuhl bauen können. Hier ist wieder, ich habe wieder irgendeine Deko freigeschaltet, die mir vollkommen egal ist. So, da ist der Beichtstuhl. Fünf veredeltes Holz und drei veredelte Stein. Okay, okay. Stein veredeln ist gar kein Problem. Ich habe mehr als genug davon. So, Holz gibt es hier. Yes! Ich glaube, ich baue instant noch mal so ein Holzding, ne? Ich habe keinen Bock mehr auf Holzprobleme. Ich baue hier gleich noch mal so ein Holzlager. Mine, wie auch immer. Ich baue gleich zwei. Ich baue gleich zwei. Freunde, nie wieder Holzprobleme. So, und wir haben... Oh, wir müssen erst mal wieder hier... Zack. Reparieren. Sehr gut. Alle haben ein Bett. So, passt auf. Dann baue ich jetzt noch ein kleines Bett. Weil wir haben noch einen neuen Anhänger. Und dann baue ich erst das Bett. Und dann holen wir den hier dazu. Bam. So! Freunde, rein in die Lotterie. Mehr Deko, weniger Fläche zum Hinkoten. Smart! Freunde, die Ziehung läuft. Ich düse kurz auf die Toilette. Das Leitungswasser drückt. Ich bin sofort wieder da. Jigga, 154 von euch wollen in den Kult. Holy Shit. Jigga, ich esse hier gerade mal so ein Stück Ovo-Martini-Schokolade. Mh! Let's go. Bam. Duftende Heugabel. GG, würde ich an der Stelle mal sagen. GG. Dann bau dir mal einen schönen Kollegen. Base-Name. Ja. Oh, ein Hirsch. Ich glaube, einen Hirsch haben wir auch noch nicht. Ich glaube, Hirsch ist auch komplett neu. Geil. Ja, wunderbar. Und ein Bett haben wir auch schon für dich. Ähm. Du kannst dich um Holz kümmern. No, wir haben noch jemanden. Habe ich da überhaupt ein Bett für? Ne, warte mal. Ich brauche noch ein Bett. Raider-Minute. Und wir müssen auf jeden Fall hier noch diesen alten Mann. Wir müssen Atom noch verspeisen. Das ist Pflicht. Das ist Pflicht. So. Freunde. Kurzes Gamba. Kurzes Gamba. So, für alle, die noch neu dazugekommen sind, ihr müsstet jetzt irgendwo, wenn ihr am PC oder Laptop seid, irgendwo im Twitch-Screen das Add-on für Cult of the Lambs sehen. Wenn ihr am Handy zuschaut, ist es noch einfacher. Dann geht ihr einfach, ich zeige es euch wieder ganz kurz, über dem Chat, rechts über den Chat, hier, an der Stelle, geht ihr auf diesen Button. Da tippt ihr drauf und dann öffnet sich der Companion of the Lamp und dann geht ihr auf Join Kult, das ist hier oben, und dann auf den dicken roten Button. Und dann seid ihr drin. So, jetzt mache ich den Stream hier wieder aus. Bam. So. Beziehung beenden. Tobio, Alter. Was ein schöner Name. Tobio, du hast für den Chat dieses wunderbare Gefühl freigeschaltet. Yo, Julian, was geht? Bam. Sexy schmecksy. Bro, er macht einfach die goldene Spinne. Geil. Und er hat einfach ignoriert Predigten von Abweichlern, erhält 10 Glaube bei Erkrankung und erhält bei der Rekrutierung sofort 10 Glaube. Ja, Wahnsinn. Grandchild, was geht? 30 Monate Prime. Dankeschön. Kuss, kuss. Den schicke ich zum Beten. Den schicke ich zum Beten. Okay, alle pennen. So, hier. Feli können wir direkt die Quest abgeben. Damit geht Feli direkt auf Stufe 3 hoch. Nice. Und ich glaube, ich habe auch mittlerweile 10 dieser Pilze. Ja. Dann können wir die nämlich jetzt so zu bringen. Was auch immer das macht. Kipp auf Gold. Auch mit den 17 Monaten. Dankeschön. Äh, da müssen wir rein, ne? Ja. So. Hi. So, was bringt das? Was bringt das? Bring so zum Meer. Und so zeig dir, wie du deinen Anhängern eine Gehirnwäsche verpasst. Ah, da kriegen wir auch wieder so eine Tafel. Okay. Ja, Maus. Auch mit 11 Monaten. Thank you. Du hast alle vier Teile eines heiligen Talismans gefunden. Talisman ist mystische Relikte, die die rote Krone veröffentlichen kann, um neue Fliese herzustellen. Ah, jetzt kann ich neue Klamotten damit machen. Und die neuen Klamotten haben, glaube ich, dann unterschiedliche Effekte. Ich verstehe. Ich verstehe. So, hier nochmal ein bisschen Holz bekommen. Geil. Neuer Tag. Instant Predigt halten, Freunde. Bevor die auch nur irgendwie auf die Idee kommen, nicht an mich zu glauben. Einige Level 4er schon, das ist voll nice. Und wir kriegen schon wieder ein Kampflevel ab. Ey, wir kriegen so viele Level-Ups heute. Eifer des Rechtsschaffenden kriegen wir... Dann haben wir fünf Flüche, die wir feuern können. Das ist nice. Das ist geil. Glaube steigt auch bei allen. Einige Level-Ups für die Bewohner. Und wir kriegen die neue Gebetstafel. Was zur Hölle? Ey, es kracht so anders. So, goldenes Vlies. Der verursachte Schaden erhöht sich mit jedem Kill. Wird aber zurückgesetzt, wenn du getroffen wirst. Oh, aber doppeltes Vlies. Ey, doppelter Schaden. Flüche verursachen doppelten Schaden und kosten nur die Hälfte an Eifer. Aber der Nahkampf schadet. Und die Lebensenergie werden halbiert. Du erhältst bei jeder Ziehung einer Tarotkarte ein krankes Herz, wirst aber durch erlittenen Schaden vergiftet. Bro! Alle Herzen werden durch eineinhalb der Menge an blauen Herzen ersetzt. Ah, okay. Ziehe vier Tarotkarten zu Beginn jedes Durchlaufs, aber keine kann im Nachhinein gezogen werden. Das finde ich eigentlich geil. Weil... Weil die wenigsten, ne? In den wenigsten Runs kriege ich mehr als vier Karten. Soll ich Gold oder Schicksal nehmen? Ich habe das Gefühl, Gold ist so alles oder nichts. Und das ist so die safe Variante. Hi, Tom, es geht. Ich glaube, ich nehme... Ich sage Gold. Ich probiere es, okay. Ich probiere es. Aber doppelter Schaden klingt übel. Doppelter Schaden klingt übel. Wir probieren es mal. Wenn wir zu häufig scheitern, dann legen wir es wieder ab. So, warte mal. Predige von wertirdischer Güter. Gehorsam arbeiten und beten. Gehorsam arbeiten und beten. Was haben wir hier? Alle Kultmitglieder erhalten die Eigenschaft Kannibale, wenn sie eine Mahlzeit aus Anhängerfleisch essen. Okay. Alle Kultmitglieder erhalten die Eigenschaft Grasfresser. Du verlierst keinen Glauben, wenn deine Anhänger... Okay, das ist geil. Essen aus Gras machen ohne Nachteile. Das ist geil. Das ist sehr gut. Das ist very nice. Sehr schön. Sehr schön. So, jetzt muss ich aber, glaube ich, trotzdem hier noch segnen, ne? Das ist geil. Die kommen alle zum Bauen. Jetzt kann ich alle auf einmal segnen. Yo. Let's go. So muss das. So muss das. Und ich glaube, da mache ich hier gleich mal so ein paar Gras-Mahlzeiten, ne? Ich brauche auch gar nicht so viele, merke ich gerade. Ähm. Zurück. Ne. Ah, die haben auch schon was. Duftende Heugabe? Ey! Ihr seid solche Wichser. Ihr seid solche Wichser. Der war nur wenige Tage alt. Der war quasi komplett frisch. Ihr seid solche Ehrenlosen. Ihr seid solche Ehrenlosen. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Der ist jetzt hier oben irgendwo gestanden. Aber warte mal, kann ich den jetzt hier essen? Fleisch gewinnen. Jetzt. Okay. Fanden die gar nicht so witzig. Aber jetzt nochmal eine Frage. Wir müssen den ja töten. Jetzt habe ich ihn noch gesegnet. Aber das kann ich nur mit diesem Opfern machen, oder? Aber da muss ich ja Knochen für zahlen. Hm. Naja, ich meine, dafür sammeln wir die Knochen, ne? Bro, wir verlieren einfach zwei. Unser Kult hat jetzt insgesamt zwei Anhänger verloren, ne? Ne, oh, die Abklingzeit läuft sogar noch. Das hier, ne? Opfer rein Anhänger. Hm. Ich hoffe, der macht es einfach noch ein bisschen. Ich hoffe, der macht es einfach noch ein bisschen. Das ist jetzt mein Plan. Oh, liegt irgendwo Kot rum? Hier noch. So, haben wir das gereinigt? So, ernten muss ich immer noch selber, ne? Aber ich glaube, das kann man denen auch irgendwie beibringen, dass die das auch machen. Das ernten. Ich glaube, da brauchen wir das Silo für. So, ich nehme hier einmal alles mit, was hier ist. Aber ich habe das Gefühl, dass wir unser Essensproblem langsam gut in den Griff bekommen. Also allein, weil die jetzt Gras fressen können. Eigentlich ganz geil. Eigentlich ganz geil. Saf, danke für deinen dritten Monat. Vielen, vielen Dank. Wie bist du, Glove? Wir geben ihm nochmal alles, was wir hier haben. Da füllen wir nochmal auf. So, Holzproblem sollten wir hoffentlich wirklich nicht mehr bekommen. Und dann werde ich jetzt, glaube ich, auch noch die Zeit ein bisschen nutzen. So, da brauchen wir veredeltes Holz. Okay, das schaffen wir. So, hier Erntetotem ist es mal nicht so wichtig. Samen- und Düngersilo haben wir. Die Raffinerie haben wir. So. Hier, wir wollen jetzt hier so ein Missionar bauen. Bam. Genau, damit kann ich ja die nämlich auf irgendeine Mission schicken. Das probieren wir jetzt gleich mal. Der will eine Quest. Baue Deko. Das schaffe ich. Jetzt kann ich hier nochmal versuchen, mir zu segnen. Jetzt ist ja hier einer dabei, der den Segen noch nicht bekommen hat. Noch ein Monat, dann endlich ein Jahr. Hübitzer liebt. Gnistert. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh, Bro. Hier liegt schon überall scheiße. Wo? Wo haben die denn gecoatet? Dass es gleich so räulig ist. Ah, hier sind drei in der Ecke. Und sonst? Ich hab das Gefühl, dass die Kot irgendwo anstelle... Oh, was? Einfach vier Haufen. Einfach vier. What the fuck? Da kann ich jetzt jemanden auf eine Mission schicken, oder was? Eine Holzsteinmünzen- oder Fleischmission? Mit einer Überlebenswahrscheinlichkeit. Okay. Googie. Geh für mich... ...auf eine Fleischmission. Gute Reise, Mann. Gute Reise. Die Koten dahin, wo keine Gebäude sind. Okay. Jetzt geht's doch mehr oder weniger gut. So, jetzt muss ich aber drei Dekos bauen. Warte mal. Drei Dekos, damit der Kollege happy ist. Dann bauen wir jetzt hier so eine... ...Laterne hin. Und hier auch noch eine. Und hier auch noch eine. So, dann hab ich drei Dekos. Wir haben die Quest quasi auch geschafft. Und hier kriegen wir jetzt gleich nochmal ein Level ab. Für einen neuen Bauplan. Heilquartier. Toilettenhäuschen. Ich mach ein Toilettenhäuschen. Dann spare ich mir das mit dem... ...mit dem... ...mit dem die ganze Zeit Kot einsammeln. Das, glaub ich, auch... ...spart viel Zeit. So, göttliche Inspiration, um auf die Idee zu kommen... ...ein Klo zu bauen. So, fünfmal Holz, bitte. Sehr gut. Boogie muss nur leiden. Nein, er macht jetzt was Sinnvolles. Er macht jetzt was Sinnvolles für den Kult. So, dann kochen wir jetzt hier einfach nochmal... ...einfach noch mehr Gras, ne? Sehr gut. Was? Die 91-prozentige Chance war doch, dass er überlebt. Oder? Nicht, dass er stirbt. Ich dachte, die war dafür, dass er überlebt. Ja, aber auf Überleben. Eben. Stell mich hier mal nicht so als Monster dar. Bei wem muss ich jetzt die Quest abgeben? Bei unserem grünen... Hier oben! Bei Tauroas! Hi! Bäm! Bäm! So, ich glaub, meinem Kult geht's gut. Dann geh ich jetzt wieder schlachten. Kommt jetzt nicht der Bosskampf? Ich glaub, jetzt kommt der Bosskampf. Oh boy! Oh boy! Okay, ich... Oh Gott, ich hab jetzt das goldene Vlies an. Holy shit, ey. So, doppelter Schaden bekommen. Und pro... Oh, ne Axt, geil. Und pro Gegner aber auch mehr Schaden austeilen, ne? Jetzt wird's crazy. Jetzt wird's crazy, man. Da ist er schon wieder. Was macht er jetzt? Er labert irgendwie, dass ich halt seinen Bruder getötet hab und ihn nicht und bla bla bla. So. Kommt hier direkt so mit einem halben Boss... Minibossfight um die Ecke, ne? Och, Bruder. Ja, ich halte halt gar nichts mehr aus, ne? Aua. Ja, ich hab nur noch zwei Herzen. Läuft gar nicht mal so gut. So, aber jetzt hab ich ihn getötet und dadurch mach ich jetzt mehr Damage, ne? Okay. Schaden... Nee, plus 10% nur. Oh, Bro. Läuft gar nicht mal so gut. Mal sehen. Mal sehen. So. Schaden plus 25%. Okay. Ja doch, es macht sich langsam bemerkbar. Gerade mit der Vergiftung geht's auch noch. Okay, okay. Ich fange an zu mögen. Ich fange an zu mögen. Direkt oben steht immer, wie hoch unser Schadensboost ist. Der ist gerade auf 35%. Zehnprozentige Chance auf ein blaues Herz oder Fische? Ich geh aufs blaue Herz. Ich geh aufs blaue Herz. Ein bisschen Heilung bekommen, kann nicht schaden. Wer bist du? Hallo, mein Kind. Ich kenn dich. Bist du ein Freund von Rathau? Ich erkenne diese Kronen auf deinem Kopf. Ich bin unterwegs, zu ihm eine Runde Astralogie zu spielen. Okay. Sie chillt da jetzt auch bei ihm, oder was? Okay. Ich hab jetzt irgendeinen Charakter, glaube ich, angeschaltet oder sowas. Bin mir jetzt gar nicht sicher. So. Bro, wir one-shotten die fast. Wir one-shotten die fast. Plus 50% Schaden. Okay, also ich... Ich erkenne den Reiz der goldenen Weste. Ich erkenne den Reiz der goldenen Weste, Freunde. Blumenhalskette. Oh, ich muss noch mehr Geschenke verteilen. Ihr habt mich voll geheilt! Hä, Chat, was seid ihr denn für... ...krasse Dudes? Wie heftig seid ihr denn? Ey, riesen Kuss-Chat. Dass ich das nochmal erleben darf. Ich bin so positiv begeistert. So, Shop. Ah. Beschwöre einen Dämon, der dich im Kampf unterstützt. Ja! Ja! Okay. Oh mein Gott. 17 Monate. Hi. Bin auch mal wieder da. So. Jetzt hab ich hier so einen Dämon. Oh, aufpassen. Oh, nein! Jetzt ist mein Schaden... ...mein Schadensboost nicht mehr so hoch. Egal, egal. Boah. Oh, es ist unübersichtlich. Bro! Okay. Ich hab alle Leben grad verloren. Das war so hardcore unübersichtlich. Ich hab nichts kapiert. Gar nichts. Was macht der Dämon aber? Gibt er mir einfach mehr Damage? Also, was ist seine Aufgabe? Halbes Herz? Schön. Shadow Wolf, freut mich, dass dir die Videos gefallen, Mann. Aufpassen, aufpassen. Was ist eigentlich meine Kronenfähigkeit? Äh, ich hab's grad nicht auf dem Schirm. Oh! Okay. Das ist mein halbes Herz. Schön. Mhm. Geil. Geil, 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 geil. Rief gut. Blaues Herz. So, oben ist nämlich die Pilze. Hier sind Waffen. Hier gibt's eine bessere Waffe. Auuuuh, let's go. Dankeschön. Todesstreich, Klingel, blablabla, Vampirschwert. Ich will legit nichts davon. Ich find mein aktuelles Loadout richtig gut. Ich mag mein aktuelles Loadout. Ich mag mein aktuelles Loadout. Geh mir einen Baum. Okay. Hacken. Okay, was macht der? Ist das gut oder schlecht, dass ich das hier tue? Oh, ein schwarzes Herz und ein bisschen Holz. Nice. Okay, sehr lucky. Sehr lucky aktuell. Was geht jetzt ab? Ah, ich seh sie wieder. Die... Die Wachtürme. Aber diesmal hab ich sie früh genug erkannt. One-Shot. Geil. 55% extra Schaden. Bam. Nochmal ne Karte. Blaues Herz und ne Karte. Ne Rainbow. What? Ah, ein Handy. Dankeschön. Flüche verbrauchen 75% weniger Eifer. Das heißt, ich kann jetzt Tentakeln wie Scheiße Spam. Oder was? Die kannst du auf Card Market verkaufen. 60% Damage. 65? 70. Geil, geil, geil. Nochmal ein Herz. Boah, ist das Schmackofatz. Was macht der Dämon, Freunde? Könnt ihr mir das nochmal schreiben? 90% mehr Damage. Atom ist tot. Ihr habt wieder jemanden... Ah ne, das war der Alte, ne? Scheiße. Jetzt krieg ich Glaubensverlust. Den wollte ich doch eigentlich opfern. Den wollte ich doch eigentlich opfern. Boah, aufpassen, dass ich kein Damage kriege. Ich hab 100% mehr Damage. Scheiße. Ich bin voll in seine Attacke reingelaufen. Okay, aber da... Okay, hier krieg ich aber nochmal theoretisch ne Waffe. Oh, Panzerhandschuhe. Oder Vampir-Axt. Ne, ich nehm die Panzerhandschuhe, weil ich die Vergiftung behalten will. Vergiftung gerade beim Boss. Sehr, sehr mächtig. Ne, ich konnte nicht... Ich konnte ihn nicht opfern. Ich konnte... Mein Opferritual war noch auf Cooldown. Ich hätte ihn nicht opfern können, selbst wenn ich's gewollt hätte. Oh, ich muss mega aufpassen. Okay, mega aufpassen. Ah, die kann ich auch nicht. Deren Attacken kann ich auch nicht unterbrechen. Shit. Okay. Jetzt würde ich nochmal ne Axt kriegen. Die ist aber besser, ne? Ich nehm die Axt wieder. Ich will eigentlich nur die Vergiftung behalten. Das ist mein großes Ziel. Und mein Dämon ist weg. Schade. War schön mit ihm. Du hast jetzt 28 Tentakel-Schüsse. Oh, geil. Ich bin einfach Hentai. Okay, warte mal. Was geht hier ab? Mhm. Ah, jetzt hab ich seinen Schilzer splattert. Ja. Default thems, default thems, default thems, default thems, default thems, default thems. Ah, na, was geht, Schraubi? Danke für deinen 22. So. Bin ich blöd? Du verlierst immer noch voll viel Beschuss. Ich sollte, glaube ich, ein Viertel. Ich glaube, ich sollte so eine Viertel Aufladung, glaube ich, verlieren. Aber ich, ich, ah, ich hab halt nicht viele Leben, ne? Kann gut sein, dass wir es nicht schaffen. Kann gut sein, dass wir es nicht schaffen. Einfach ein Riesen-Frosch, Digga. Okay. Okay, er spuckt. Ich guck erstmal, was er macht. Okay. Ah, mein Dämon ist wieder da. Okay. Wow, wow, wow. Okay, okay, krass. Ich muss mega aufpassen, Mann. Bro. Bro. Es passiert so viel. Okay, ich muss ihn jetzt angreifen. Okay. Es sind einfach viel. Bro, es ist so viel los, Mann. Okay. Ich kann doch safe seine Zunge angreifen, oder? Okay, erste Phase, oder sowas? Ja, er springt mir einfach voll ins Maul. Ja, Bro. Feierabend, Digga. Das war nix. Ja, Bro. Ich weiß nicht, ob die goldene Weste für so einen Bosskampf die richtige ist. Ich glaub, die bringt da nicht so viel, weil du kriegst da eh immer wieder aufs Maul und dadurch verlierst du immer deinen Schadensbonus. Ich glaub, das ist nicht so smart. Oh, da liegt Atom. Damn, Bro. Oh, Chat. Geil. Ein Busch. Und Marco, danke für den 42. Siehst du, ne? So. Dann würde ich sagen, begraben wir den Meister kurz. Bro, die haben alle geschissen. Das war doch schon wieder von euch, Chat. Das war doch schon wieder von euch. Bro, jetzt ist auch direkt der Erste krank geworden. Ihr seid so asozial. So, Johnson hat irgendeine Quest für mich. Wir vermissen duftende Heugabel. Können Sie ihn zurückbringen? Okay. Ich denke drüber nach. Liegt der hier noch irgendwo? Oh, schaut mal. Er ist zurückgekehrt. Maschine. So, gönn dir Schlaf. So, da ist auch nochmal Kot. Oh, mein Besen ist... Bro, einfach ein goldener freaking Besen. Ich bin immer noch gespannt, ob ich irgendwas davon habe, wenn ich den voll gelevelt habe. Ich baue jetzt auch gleich ein Klo für die. So, passt auf. Ich baue jetzt erst ein Klo. Ah, ne, da brauche ich dieses verbesserte Holz. Aber ich glaube, das müsste ich hier haben, oder? Ich mache gleich nochmal neues verbessertes Holz. Bam, so. Und jetzt hier ein Klo. Direkt hier nebens essen. Dass die sofort einen abseilen können. Weil ich es gerade erst vorhin freigeschaltet habe, sind nur deswegen. So, und ich muss unbedingt ne Predigt wiederhalten. War es Nacht in der Zwischenzeit? Ja. Joshua, was geht? Danke für deinen 5. Monat Prime. Ein PC-Teil ist kaputt gegangen und das neue hat ewig gedauert, anzukommen. Aber jetzt endlich wieder E-Bistreams-Show-Pay-Pay-Pay. Viel Erfolg mit deinem intakten PC-Meister. Na, was will er? Er will ihn wiederbelebt haben, na? Wen duftende Heugabel? Ja, okay. Dann holen wir die Heugabel wieder. So, jetzt ist nur ihr Glaube ein bisschen gebumst. Ah, ich kann doch noch nicht das Feuerritual machen. Shirt. Naja, aber er ist wieder da. So, dann segnen wir die kurz. Hier alle. Boah, Riesensegnung. Oh, das erhöht den Glauben, krass. Okay. Segnen bringt auch massiv was auf Glaube. Schön. So, Essen muss ich noch kochen. So, wo unser Klo steht. Ah, und da kann ich dann den Kot quasi mir rausholen. Oh. Ah, und jetzt sind die Holzlager kaputt. Okay, aber es hat sich trotzdem massiv gelohnt. Dann bauen wir gleich wieder ein neues hin. Solange die mehr als 15 produzieren, lohnen die sich ja, ne? So, ihm haben wir die Quest abgeschlossen. Abgeschlossen. Direkt auf Stufe 5. Geil. Luigi... Nein, Tamaya ist der 40. Safe ist so der Hater-Discord gestanden. Das ist der Hater-Discord-Simulator. Der wird bloß nicht so genannt. Dankeschön, Mann. Vielen, vielen, vielen Dank. Auch Luigi Boy für den 18., ne? Sehr gut. So, dann machen wir den Kollegen mal wieder Essen. Kann ich denen eigentlich auch gutes Essen machen? Komm, wir machen die einfach wieder ein paar. Paar Schüsseln, Bären. Verbraten wir mal wieder alle unsere Bären, die wir haben. Und ich glaube, dann ziehe ich jetzt auch die goldene Weste wieder aus. Wie gesagt, es ist zwar für normale Runs ist es geil, glaube ich. Also ich glaube, ich werde die auch wieder anziehen. Sobald ich den Boss erledigt habe. Aber ich glaube, für einen Bosskampf ist es nicht die smarteste Art. So, die haben alle... Essen die gerade alle? Ja. Sehr geil, sehr geil. Bro, warum scheißt du hier hin? Mann, du hast legit vor's Klo gekackt. Was ist das? Was ist das? Oh, allein hier waren schon 15 Holz drin. Geil, 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 geil. So, was bauen wir eigentlich als nächstes? Ein Reinigungsposten, ne? Da brauche ich 5 verbessertes Holz. Das habe ich gleich. So, und danach bauen wir den Beichtschuh. Da brauche ich auch 5 verbessertes Holz. Okay, also wir müssen auf jeden Fall hier ordentlich... Ordentlich, äh, ordentlich Holz verbessern. Aber ist okay, ist okay, schaffe ich. So, wir legen jetzt hier die Rainbow-Kacke rein und die leuchtende und die goldene. Und hier auch noch. So, und habe ich hier noch irgendwas? Diese Pilze, ne? Was haben die gebracht? Wir haben die diesen Kollegen gebracht, aber... Wir haben noch nichts dafür bekommen, so wirklich, ne? Eideron, dankeschön für den 11. Monat. Vielen Dank. Habe ich irgendeine Chance, an bessere Dinge zu kommen? An mehr Samen? Kann ich die irgendwo kaufen oder so? So, wir haben hier 5 mal verbessertes Holz. Und jetzt verbessern wir direkt nochmal 5 Holz, ne? So, dann baue ich jetzt zunächst... Äh... Missionar 2. Oder den Beichtschuhl. Ich glaube, ich nehme den Beichtschuhl. Ich glaube, legit, ich nehme den Beichtschuhl. Dann stelle ich mich hier hin. Weil das kann ich ja einmal am Tag machen. Kann ich dem eigentlich sagen, dass er sich hinlegen soll? Der Gugi? Schlafen. So, leg dich hin, Bro. Dir geht's nicht gut. Kann ich hier nochmal eine Massensegnung machen? Ne, da muss jetzt jemanden finden, den ich noch nicht gesegnet habe, ne? Ne, alles gut, okay. Bei Missionar 2 kannst du Leute Samen holen lassen. Oh, das ist cool, das ist cool. So, jetzt die letzte Verbesserung, bevor wir gleich die neue Ebene freischalten. Ähm... Was ist das? Dämonenbeschwörung. Du kannst einen Dämonen von einem Anhängerbesitzer greifen lassen. Damit er nicht... Ne, ne, ne. Das machen wir nicht. Ein Heilager wäre eigentlich auch sinnvoll. Gruft hier. Warte mal, wie komme ich hier auf den zweiten Weg? Achso, das kommt automatisch. Okay. Zur Abwechslung mal etwas anderes gesülze. Bin seit Freitag set, weil ich von denen meine Arbeit aus womöglich Abschied auf Lebenszeit nehmen musste. Wir hatten alle gemeinsam Rotz und Wasser geholfen. Jetzt hier den ganzen Trash-Duck gepaart. Mit dem Gameplay und lustiger Chat-Einbindung heitert meine Stimmung erhele ich auf. Ah, das freut mich. Das freut mich. Ah, das ist... Wirst du in eine andere Schule oder so gebracht? Ryan, oder wie kommt das? Danke dir für deine 35, Mann. Aber es freut mich, dass du hier Spaß hast. Das ist das Wichtigste. Ah, und das Scheißhaus kann ich quasi säubern. Okay, okay, okay. So, und jetzt kann ich mich hier reinsetzen. Dann nehme ich jetzt hier von Q Vito. Er ist ja eh schon in den Ewigkeiten dabei. Nehme ich jetzt die Beichte ab. Und dann feiert der mich noch mehr, oder? Und dann fertig... Ach so, einfach weil es Viertklässler sind. Ah, ich verstehe. Nimm eine Beichte ab. Ja, geil. So, hi. Hole eine Kamille aus dem Düsterholz. Ja, das schaffen wir schon irgendwie. Aber erstmal will ich nochmal den Brustkampf machen. So, sie haben zu essen, oder? Oh, hier. Wir müssen ein bisschen Gras kochen, dies, das. Jetzt warte ich noch kurz auf die Scheißen. Weil ansonsten haben wir wieder alle Corona, wenn ich von meinem Kreuzzug zurückkomme. Ist man direkt im Game, wenn man die Belohnung eindürst? Nee, nee, nee. Man kommt nur ins Game, wenn ich hier im Spiel einen neuen Anhänger bekomme. Und dann kann man sich über die Erweiterung, wir haben so eine Twitch-Erweiterung, kann man sich quasi darauf bewerben. Das ist so eine Art, ja, Lostopf. So, okay, die pennen alle. Warum liegt duftende Heulgabel hier auf dem Boden? Wir haben doch Betten für alle. Wir haben doch Betten für alle. Wende mich demnächst mit meinen Beichten an dich. Danke. Was geben wir jetzt? Duftende Heulgabel. So, pennen jetzt hier, Bro. Vielleicht kam das Spiel da so ein bisschen mit der Wiederbelebung durcheinander. So. Und Freunde, wir gehen jetzt nochmal... Wir probieren nochmal den Boss. Ohne goldene, ohne goldene Weste. Genau, Tamae, alles. Vampir-Schwert 7. Und diesen Schuss, ne? Okay. So, jetzt geht der Kollege drauf, Alter. Oh, aufpassen. Aber Vampir-Schwert war, dass ich eventuell Lebensraub habe, ne? Den wir aber gefühlt noch nie bekommen haben. Warte mal, Vieh schläft lieber auf dem Boden als im Bett? Was hab ich jetzt verpasst? Aua! Hält für eine kurze Dauer die Zeit an. Was war das? Wolltest du nicht noch was anderes spielen? Ich hab gesagt, ich überleg's mir. Aber es macht grad Spaß. Sie war zu müde und ist auf dem Boden eingepennt. Ja, ganz normale Dinge, ne? Geschwöre einen neuen Fluch mit erhöhter Stufe. Ja, das find ich geil. Das find ich geil. Das machen wir instant. Oh, Tentakel? Okay. Mal weg mit dir. Und du auch. Ja. Ja, das ist deutlich entspannter, wenn man keinen doppelten Damage bekommt. Wer hätte es gedacht? Wow, hier war ein Frosch in dieser Ebene. Beeindruckend. Wer ist dein meist gehasster Zuschauer? Du. So, Fleisch oder neuer Anhänger? Neuer Anhänger. Mir sterben die grad weg. Ich brauch neue Anhänger. Ah, okay. Das sind einfach jetzt Tentakel in die eigene Richtung. Ähm. Ja, aber das macht fett Damage, ne? Wow, er hat mich wirklich erwischt. Der war irgendwie unverwundbar für einen kurzen Moment. Alter, machen die Tentakel viel Damage. Wart ihr das? Das habt ihr mit den Bomben, ne? Ja, ja. I see what you did there. Aber nicht mit mir. Ein Nashorn. Oh mein Gott. Okay, Nashorn is cute. Junge, Tamai entdeckt grad die, die, äh, den Spaß von Cult of the Lamp. So, was ist das hier? Warte mal, ich kann hier nochmal das hier machen. Oh, die Explosion. Aber die scheint wohl nochmal stärker jetzt zu sein. Okay, die ist auf neun. Erzeuge einen Tentakel, der bei Berührung Schaden verursacht. Finde ich prinzipiell für den Bosskampf keine schlechte Sache. Na gut. Na gut. Bam. Okay, neue Waffe. Bro, wieder nur Tentakel schlagen in vier Richtungen. Flammenschuss. Ich nehm legit den Flammenschuss auf Stufe 10. Holy shit. Weil der, glaub ich, am Ende des Tages... Bro! Ziel... Zielsuch... Schüsse auf Stufe 11. Alter. Wir werden den Boss ja so grillen. So, hier, dieses Flugvieh. Das macht mir ein bisschen Angst. Ich mach jetzt hier mal Zielsuch. Alter! Joho! Digga, der Damage von denen! Das ist wegen meinem Relikt, was ich auf LB habe, habe ich mir immer automatisch einen neuen Schussbewegungstemper erhöht. Habe ich mir immer automatisch eine verbesserte Kronenfähigkeit gegeben und habe dadurch immer das Level erhöht. Und dadurch ist meine Kronenfähigkeit aber auf Level 11, während meine Waffen noch ganz normal auf Stufe 18. Und dadurch habe ich so viel Damage! Digga! Bro, meine Kronenfähigkeit pumpst alles! Das liebe ich halt an Roguelike-Spielen, ne? Das ist das Geile an Roguelike-Spielen. Die sind halt auch bis zu einem gewissen Punkt Glücksbasiert. Und wenn du halt Glück hast, kriegst du halt einfach komplett das OP-Loadout manchmal. Und das ist einfach so befriedigend zu spielen. Alter! Ich pumse mir... Mit diesen zielsuchenden Schüssen pumse ich alles weg! So, aufpassen! Das ist so schön! Das ist so schön! Und ich habe direkt fünf Aufladungen! Ja, jetzt kommt der Boss. Der kriegt jetzt fünf Aufladungen ins Maul. Direkt! Direkt! Aber das muss ich machen, wenn keine seiner Frösche da sind. Also wenn er wirklich alleine auf dem Bildschirm ist. So, let's go! Let's go, Digga! Bro, fast Half-Life, ne? Aber er hat mir auch gut gegeben. Er hat mir auch gut gegeben. Ah! Bro, er gibt mir auch ganz gut, ne? Er gibt mir auch ganz gut! Der Kollege ist echt nicht ohne. Vor allem, weil er halt so viele Frösche beschwört. Aua, er hat mich erwischt. Bro, der Boss ist echt nicht ohne, Mann. Ja, jetzt macht der auch noch so große! Er eskaliert halt komplett! So. Einmal alles bumsen, was geht, Digga. Mit den Zielsuchenden! Ja! Ich muss irgendwie meine Kronenfähigkeit aufladen! Scheiß, nur noch ein Herz, Digga. Noch ein halbes Herz, Digga. Digga. Warte mal, ich hab noch hier ein Tentakel! Okay. Keine Ahnung, was der macht. Bro! Bro! Oh mein Gott! Alter! Der Boss ist schwer! Das war ein guter Try! Das war ein guter Try! Warum schläft Googie hier? Das war ein sehr guter Try! Aber der, der ballert ordentlich! Der ballert ordentlich, äh, Kompagnons raus! Der schallert hier einen massiven Gegner-Spam! Hab das Genschen fast durch in dem Boss ohne Schaden gekillt. Du bist so geil, Digga! Geil, Mann! Danke! Danke, dass du deine Meinung mit uns geteilt hast! Du bist so heftig! Krass! Richtig geil, Mann! Freut mich! So, Freunde! Neue Ziehung! Let's go, Digga! Wer möchte dem Kult beitreten? Wer möchte dem Kult beitreten? Hi, Gellix, die Melone! Ab 100 mach ich! Bäm! Keks-Miau! Let's go! Junge Döner, jetzt sei doch nicht so traurig! Ein petrolfarbener Esel! Geil! Ich bin ein Grießkram! Beten, Bruder, beten! Aber ich glaube tatsächlich, dass ich Loki tatsächlich auch noch dem gebe ich erst mal ein Geschenk oder freut er sich, ne? Und dann segnen wir ihn auch noch. Aber eigentlich wollte ich Loki nur zum Farmer machen. Das ist eigentlich alles, was ich tun wollte. Ähm... Arbeiten! Auf die Farmen! Wir haben noch nicht genügend Farmer, würde ich sagen. Sehr gut. So. sehr gut. Essen. Ah, ich halte jetzt mal kurz meine Predigt. Oh, Bro, wir haben neues Glücksrad. Oh, was hat er geschrieben? Spiel doch auch leicht, wenn es dir zu schwer ist. Ah, ne, du bist jetzt schon zweimal gestorben, Streamer. Spiel doch auch leicht. Du schaffst es sowieso nicht. Lass es doch einfach. Warum probieren? Bro, wir haben gut Anhänger mittlerweile. Ich feiere das. Aber wir haben, glaube ich, zwei alte schon. Mindestens einen davon müssen wir opfern. Bäm! Schönen Abend euch allen. So. So, hier sind noch mal... Da kriege ich noch mal neue Flüche. Und hier kriege ich Waffen, die schneller Eifer aufladen. Eigentlich geil. Weil ich echt immer mehr mit diesen Kronenwaffen spiele. Und wenn ich Waffen finde, die dafür sorgen, dass ich schneller Kronenwaffen einsetzen kann, why not? Why not? So, mein Glaube ist wieder voll. So, passt auf. Ich könnte... Ja, ich muss... Ich muss einen meiner alten opfern. Es tut mir sehr leid. Ich habe sogar zwei alte. QV2. I'm sorry, my man. I'm sorry. Aber ich kriege ein komplettes Level ab durch ihn. Shit. Shit. Du hast Dark Souls durch. Das schaffst du auch kalt auf der Lamp. Guys, entspannt euch. Ich habe zwei Tries bei diesen Possents gehabt. Zwei. So, und noch mal bessere Waffen am Start eines Runs. Geil. Ich muss die QV2 killen. Mein Kult baut darauf auf, dass ich alte Leute töten muss. wie glücklich die immer sind, ne? So, okay. Passt mal auf. Die Beichte habe ich auch schon genommen. Dann kann ich jetzt noch jemanden auf eine Mission schicken. John, ich kriege irgendeine auf einer niedrigen Stufe. Wer ist Stufe 3? Hier. Sikami, du gehst mir Holz besorgen. Tschüss. So, und hier müssen wir auf jeden Fall noch mehr Holz verfeinern. Die Holzverfeinerung, oh, ich habe gar nicht mehr so viel Holz. Geil. Geil. Mega. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Damit uns das Holz nicht ausgeht. Ich baue direkt nochmal zwei weitere Holzfahnen. Direkt. Die Gruft mache ich, wenn mir nochmal irgendeiner wegstirbt. Und in der Zwischenzeit, Freunde, machen wir einfach nochmal mehr Holz. Wir hoffen, dir geht es soweit gut und du hast viel Spaß an dem Game. Würdest du eigentlich das Spiel weiter empfehlen? Ja. Und ja. Wahrscheinlich die nächste Mission kann dank des Twitch-Chats nicht scheitern. Habt ihr gerade dafür gesorgt, dass hier Sikami safe zurückkommt? Geil. Ehre. Kann ich nicht noch eins bauen? Nee. Ah, weil mir jetzt das Holz fehlt. Aber jetzt kann ich wieder eine Massensegnung machen. Wenn hier so viele an einem Haus bauen. Geil. Leider. Was soll das denn heißen? Oh, neue Tafel. Mega. So, und hier wird jetzt wieder ganz viel Holz produziert. Sehr schön. So, und jetzt will ich noch Missionar 2 bauen. Geht aber nicht. Ah, da muss ich auch noch Stein verbessern. Ja, das schaffe ich doch. Bäm. So, dann kann ich nämlich dann gleich noch eine Mission losschicken. Jetzt muss ich noch einmal Essen kochen. Zack. Sehr schön. So, mit der neuen Steintafel können wir jetzt gleich noch mal eine neue Doktrin verkünden. Versorgung. So, ich gehe wieder auf Versorgung. Na, damit die immer schön Essen haben. Führe in deinem Tempel ein Ritual durch, das dafür sorgt, dass alle Samen für die Ernte bereit sind. Ne, ich habe zu wenig Samen. Führe ein Ritual in deinem Tempel ein, dass es zwei Tage lang wahrscheinlicher macht, besondere Fische erscheinen. Okay, das finde ich schon besser. Dann kann ich das zünden und dann einmal richtig Hardcore angeln gehen. Aber mein Problem ist ja nicht die Ernte, sondern die Samen. Ne? Das ist ja das Problem. Aber ich kann vielleicht auch dieses Essensritual noch ballern. Hier, für 75 Knochen. Dann geht es nämlich allen wieder gut und alle haben gegessen. Wobei, ich habe gerade Gras gekocht. Ich glaube, das war dumm. Egal. Sehr schön. Was ist jetzt hier? Rituale? Achso, weil wir da jetzt ein neues haben. So, und jetzt, warte mal, warum haben die nicht alle gegessen? Ah doch, sie haben alle gegessen. Das war nur noch nicht geladen. So. Dann gehe ich jetzt nochmal kurz zu dem Pilzgut, um zu gucken, was der mir zu bieten hat. Weil das habe ich immer noch nicht ganz verstanden, was seine Mission ist. Hier. Bist du glücklich? Da ist genau richtig. Da wird dieses Ritual einweihen, aber du darfst es niemandem zeigen. Okay. Er verteilt die Pilze auf alle seine Priester. Ritual der Gehirnwäsche. Führe in deinem Tempel ein Ritual durch, das all deine Anhänger einer Gehirnwäsche unterzieht. Glaube bleibt zwei Tage lang auf Maximalwert. Ja, geil! So. Jetzt kriegen wir sogar nochmal hier so ein Medaillon von ihm. Und das war's jetzt? Das war, das war alles, was er zu bieten hat? Hm. Naja. Weiß ich ja jetzt nicht so, ne? Warte mal, er meint, ich kann Samen kaufen. Im Dungeon-Eingang nach links laufen. Passt auf. Wir schauen mal. Wir schauen mal. Langlebende Pilze. Bei dem? Tatsächlich, der hat Saatgut. Hi. Kaufen wir mal hier. Boah, aber einer kostet drei. Nee, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Erst, wenn ich, wenn ich dick Probleme mit Essen habe. Dann. Dann. Freunde, wir klatschen jetzt diesen Boss. Wir klatschen. Ich glaube jetzt, Bro, was ist das? Eiferschwert 10. Maschallah. Okay. Ach, ich habe wieder, ich habe die, die, die Giftschleuder wieder. Okay. Bro, ich check gar nichts gerade, ne? Ah, ich muss das Ding klatschen, ne? Ja. Aha. Aufpassen. Ich darf nicht in das Gift laufen, das kommt vom Gegner, ne? Ja. Sehr gut. Gut. Halbes Herz verloren, alles entspannt. Sondern ich, ich lade wirklich deutlich mehr Eifer auf. Das Spiel hat Charme und einen coolen Artstyle, der nicht realistisch und voller Blut ist. Das Spiel muss für Kinder sein. Okay. War das jetzt Ironie oder war das ernst? Ich habe es nicht verstanden. Ich sage es, wie es ist. Ich habe es einfach nicht verstanden. 10% Chance, keinen Schaden zu bekommen oder 10% Chance auf blaues Herz. Blaues Herz, Freunde. Immer blaues Herz. Oh Mann, ey. Diese Wachtürme killen mich. Ich hätte nur gerne eine bessere Kronenfähigkeit. Ah, hier ist ja so ein Tentakel. Ist eigentlich ganz geil, den zu kriegen. Wenn ich den jetzt nämlich setze. Genau, aber ich muss die einfach in meine Richtung locken, ne? Ja, genau so. Bro, der Tentakel ist krass. Nice. Aber ich weiß nicht, ich finde jetzt Spiele, in denen man Leichen frisst und alte Menschen einem riesigen Tentakel-Gott opfert, um eine Sekte daraus zu bauen, finde ich jetzt nicht so kinderfreundlich, to be honest. weiß ich jetzt nicht, ob ich das meinen Sechsjährigen spielen lassen würde. Normaler Dienstag in Japan, lieber. Du Ehrenloser. So, Shopsteine-Kampf haben wir hier. Hier haben wir Kampfsteine-Ende. Da haben wir Bewohner-Kampf-Random. Ah, komm, geh mal auf Bewohner. Ich erzähle die besten Tipps und Tricks und du timeoutest mich. Dein Tipp war, wenn es dir zu schwer ist, stell doch auf leicht. Das war dein Tipp. So. Ah, Bruder. Ich muss jetzt wieder genau diese schweren Angriffe mit dem Schwert machen. Ich habe immer noch die Explosion. Ach nee, ich habe ja nicht die Explosion. Oh Mann, ey. Aber dafür, dass ich auch diese komische Chance auf blaue Herzen habe, kriege ich ziemlich wenig blaue Herzen, finde ich. Aber das sind diese Wachtürme, die nur in eine Richtung schießen. Das finde ich immer ganz angenehm. Sehr gut. Wie viele Wege stehen denn jetzt auf der... Hier. So, hier ist nichts. Da gibt es eine neue Waffe. Okay. Okay. Panzerhandschuhe des Sturms. Das ist, glaube ich, ganz normale Panzerhandschuhe. Nekromantenschwert ist okay. Vergiftung, ne? Tückisches Schwert. Ja, oder... Oder will ich den Eifer behalten? Ne, ich glaube, ich bleibe beim Gift. Gerade bei den vielen, äh... Gerade bei den vielen Fröschen am Ende ist es, glaube ich, besser, wenn ich die alle vergifte. Ja. Gift auf diesen Fröschen. Jo, ne Karte! 10% Chance auf Crit. Das war ein Crit. Geil. Geil, 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 geil. Schön, schön, schön. Doch! Gefällt mir. Den neuen Mario Odyssey Kaizo Mode. Äh... Ich weiß von Nichtsmeister. Soll er mehr Damage, wenn die Lebensenergie low ist? So, jetzt kommt, jetzt kommt Fragezeichen. Wer bist du? Herr Friede, sei mit dir. Ich suche die Wahrheit und das Licht. Ich kann von Nutzen sein. Ich kann die Loyalität eines bliebigen deiner Anhänger erhöhen. Okay. Ah, Johnson ist aber schon alt. Dann machen wir Feli. Meine Arbeit ist getan. Okay. Das war doch entspannt. Okay, Fly. Muss ich mir mal angucken. Muss ich mir mal angucken. Oh, passt auf. Na, die Frösche da drin, die machen mir schon ein bisschen Angst. Boah, aber wie viel Damage meine Kronenfähigkeit schon wieder macht. Ich liebe alles daran. Geil. Ich mag unser Loadout aktuell. Ich mag unser Loadout. Ein, zwei mehr Herzen wären schön. Boah, wie die alle vom Gift immer zerplatzen. Ein Projektil, das schwarzen Ichhofer sprüht. Das ist das gleiche, was ich gerade habe. ne? Bloß in Besser. Komm, nehmen wir es. Ne, was Ähnliches. Was Ähnliches. Warte mal, wie funktioniert das? Und das andere explodiert. Hm. Ey, das klingt spannend, Fly. Wirklich. Seldi, danke für den achten Monat. Ich nehme, glaube ich, die Explosion. Ich bleibe bei meiner Explosion. Ich, ich, ich. Wie gesagt, ich mag meine aktuellen Waffen. Die fühlen sich sehr, sehr, sehr gut an. So, hier unten nehmen wir nochmal eine neue Karte. Geil. Hey, Punker, magst du, was geht? Oh, ich kann sogar für 20 Gold noch eine Karte kaufen bei den Kollegen. Bewegungstempo oder Karte? Na, das ist beides nicht so. Baba, ich nehme das Bewegungstempo. Ich kaufe noch eine, Freunde. Gamba, Gamba. Flüche verbrauchen weniger Eifer ist geil. Oder allgemeiner Waffen. Oh, ich nehme Waffenschaben. Ich nehme Waffenschaben. Sehr gut, sehr gut. So, ich habe auch noch den Tentakel. Den darf ich auch nicht vergessen. Der könnte im Bosskampf sehr mächtig werden. Oh, diese Skelette immer. Ich denke immer, dass ich sie so weghauen könnte, aber kann ich nicht. Oh, ich mache gerade Crits ohne Ende. Machen wir noch mal eine Heilung. Geil, 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 geil. Also, auf jeden Fall bestes Loadout bisher, bevor wir hier bei diesem Boss sind. Das kann man festhalten. Bei unseren drei Tries ist das der vielversprechendste. Boah, ich habe wieder ein Crit. Also, wir haben immer die gleiche Chance auf Crits wie auf hellblaue Herzen. Aber wir machen die ganze Zeit Crits, aber kriegen keine hellblauen Herzen. So, da sind wir. Da sind wir. Mal sehen, was es wird. Mal sehen, was es wird. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Aber die Crits auf dem Boss könnten uns auch helfen. So. Oh, ich stehe zu weit weg, oder? Bro! Wie viel Damage die machen, weil die mehrfach in ihm explodieren. Schau dir! Schau dir das an! Der schmilzt komplett! Was ist passiert? Was habe ich denn verpasst? Wo? Wo? Was ist passiert? Oder? Aber weiter konzentriert bleiben, Freunde. Keine Faxen machen. Nicht choken, nicht... Ist Loki gerade gestorben? Da war irgendeine Meldung mit Loki. So, ich habe zwei... Ja, jetzt. Digga, was ist mit der Kronenfähigkeit los? Wo kam der Damage her? Wo kam der Damage her? Alter, das ist die heftigste Kronenfähigkeit. Diese Pfützen, die mehrfach explodieren. Das ist der absolute Wahnsinn. Zweiten Main-Boss gelegt, Freunde. Zweiter Main-Boss liegt. Und 53 Kohle. Geil, geil, geil. Ich zahack auch immer die Knochen. Weil ich diese Knochensplitter auf jeden Fall haben will. Die brauche ich nämlich für meine Rituale. Genau, das war so eine Mehrfach-Explosion. Und das hat den komplett zerlegt, Mann. Ha! Das war geil. Ich habe es genossen zu beobachten, wie du Hackett vernichtet hast. Dein gnadenloser Kreuzzug gegen den alten Glauben wärmt mein kaltes Herz. Nice. Mit W-Mod wär die halt noch krasser, aber musst du wissen. Die Hirte mit einem Fahrt durch die Wildnisbahn, Flüsse in die Wüste bringen und Licht ins Dunkel. Okay. Perfekter Moment, in ein anderes Game zu gehen, oder? Top-3-Sneaky-Momente, um dem Streamer zu sagen, dass man keinen Bock mehr auf das Spiel hat. Top-3-Sneaky-Momente, um dem Streamer zu sagen, dass man keinen Bock mehr auf das Spiel hat. Aber wir segnen erst mal wieder hier ordentlich. Oh, let's go! Tauras mit dem Level ab! So, wir kriegen wieder hier... Aber Tempel-3 muss ich leveln? Ja, gerne. Verbessere deinen Tempel, erhalte mehr Hingabe und ermögliche mehr Anhängern zu bieten. Ja, das... Gerne! Das ist die vorletzte Stufe? Tschüss! So, jetzt nehmen wir uns erst mal hier wieder alles mit. Sehr schön. So, und Freunde, wir müssen Loki dann bald opfern, ne? Habe ich noch irgendeine Möglichkeit, diese Menschen, äh, zu opfern als mit diesem einen Ritual? Freunde. Gamba! Wer will in den Kult? Wer will in den Kult? Sagt es mir! Über die Kult-of-the-Lamb-Erweiterung! Wir müssen, Asta, sonst macht ihr den Schuh wie Schuster. So, Ziehung beend, ne? Jason! Let's go! Glückwunsch! Ich stich Loki einfach ab. Ja, wenn ich ein Messer hätte? Wenn es so einfach wäre, ne? Stack-Kill. Ein blauer Frosch, das ist cute. Es gibt eine Möglichkeit zum Morden. Okay, das überprüfe ich gleich mal. Was hat er? Erhalte bei Rekrutierung direkt zu den Glauben. Es wird um 15% leichter, die Stufe zu erhöhen. Boah, das ist schön! Äh, du gehst... Wollt's machen. Habe ich dich schon gesegnet? Ja. Gunkum-Schalomon! Okay. So, Kimo. Ähm. Ne, ich kann den nicht ermorden. Das freut mich mal schon wohl. Das freut mich. Wieder eine Steintafel. Das ist immer nice. Okay. Dann nehmen wir uns hier erstmal wieder fett Holz mit. Ah, da oben ist hier ein Holzding kaputt gegangen. Aber alles gut. Da kommt ordentlich was raus. Und ich glaube, dann werde ich das direkt wieder refinanzieren, ne? Passt auf. Dann haue ich jetzt hier erstmal... ...erst wieder fünf rein. Dass wir hier wieder besseres Holz haben. Und dann werde ich gleich wieder meine... ...meine Holzproduktion vergrößern, indem wir gleich wieder zwei... ...zwei Holzproduktionen hinklatschen. Dass wir nie wieder ein Holzproblem bekommen. Nie wieder. Kann ich Predigt halten? Oder ist das immer noch der gleiche Tag? Ne, ich kann wieder predigen. Sehr schön. Geil. Praying! So, mein Glaube ist sehr hoch. Das ist schön. So, jetzt kann ich das Herz wieder ballern, ne? So, Wiedererweckung für Anhängeropfern will ich nicht. Ist einmal pro Kreuzzug eine... ...irgendwas, um mein Herz zu erhalten. Fokussiere deinen Geist, während du auf einem Kreuzzug bist, um zum Basislager zurückzukehren. Das ist geil. Das nehme ich. Das ist, wenn man in bereits gegangene Dungeons nochmal reingeht und die dann so unendlich lang weitergrindet, ne? Du hast eine neue Kronenfähigkeit freigeschaltet. Fokussiere deinen Geist, während du auf einem Kreuzzug bist, um zum Basislager zurückzukehren. Ja, genau das. So. Anhänger erhalten eine Gehirnwäsche. Das ist eh eine Quest, dass ich das machen muss. Für 25 Pilze geht das. Freunde, einfach ein paar Pilze ballern. Ja, auf jeden Fall, Conan. Auf jeden Fall. So. Sehr gut. Denen geht es allen gar nicht mal so gut. Ich habe drei Rentner. Oh nein, das ist wieder eine Abstimmung. Oh, Bruder. Ich schiebe immer Krise bei Abstimmung. Aber wisst ihr, was wir jetzt machen? Ich mache jetzt mal dieses Angelritual. Und dann lassen wir uns jetzt einfach mal ehrenlos... Äh, ich kann das noch gar nicht. Doch, ja. Und dann lassen wir uns jetzt einfach mal ehrenlos Fisch raus. 25 Pilze ist aber viel für eine Gehirnwäsche. Die sind dann einfach auf dem Mars oder so. 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 Okay. So gut. Jetzt wird geangelt, Freunde. Hey, denver. Thanks. So, einfach hier hinstellen, ne? Okay. Und jetzt müssen wir, glaube ich, einfach hier ein bisschen quasi... Angeln, ne? Da kommen einfach drei Fische raus. Yo. Das ist crazy. Das ist richtig crazy. Ich will diese Big Fish. Genau die. So. Wie gesagt, wir müssen, glaube ich, dem neben uns auch noch irgendwie ein paar Fische abgeben. Das ist eine Quest, die ich habe. Aber ich weiß nicht, welche davon. Aha! Fange ein Exemplar jeder Fischart. Oh! Ich habe jetzt schon alle. Wow. Gibt es einen Gruß zum Kult? Sibuna. Du musst dir ein Auge zuhalten. Und dann Sibuna sagen. So. Hier. Noch einen davon. Ah, da kriegen wir auch noch mal hier, dass wir uns noch mal neue Klamotten kaufen können. Ich hoffe, du bist jetzt glücklich, weil ich dir hier alles gegeben habe. Nicht schlecht. Du hast mich reichlich versorgt. Okay. Ja, geil. Oh, was sind das für Riesenfische hier? Aber wir haben ja jetzt angeblich schon jede Fischart, ne? Ja. Sehe ich schon alle auf der Gamescom, um uns zu begrüßen. Aber nur wenn wir alle dem... Also, da muss ich aber im Schafskostüm kommen. Damit ich der Schafsanführer bin. Ein neues Relikt. Schnabel des Vogeljägers füllt den Eifer sofort wieder auf. Geil. Okay, mach. Ja, aber das sind so Aussagen wie, wenn er auf der Gamescom, das passiert, keine Ahnung, tätowiere ich mich oder so. Und dann passiert es ja auch nicht, ne? Auf der Gamescom wird eh nur gelogen. Du weißt ja, wie es läuft, Jendrik, ne? So. Ich mache jetzt noch ein bisschen. Ich meine, meine Anhänger pennen ja sowieso gerade, ne? Also ist es auch gelogen, wenn du sagst, schön dich zu sehen. Psst. Der Gamescom nur Heuchler unterwegs. Macht die Größe des Fisches, also der Schatten, irgendeinen Unterschied? Keine Ahnung. So. Ah, warte mal. Den müssen wir Holz bringen, ne? Jawollo. Stimmt, wir können hier diesen Leuchtturm noch reparieren. Da war ja was. Ah. Und jetzt kann ich bei denen vorbeikommen. Dann wird hier ab und zu noch, äh, kann ich mir auch immer noch so ein bisschen Glauben abholen. Kann ich hier eigentlich noch irgendwas tun? Ne, ist immer rausverkauft. Aber schaut mal, die verticken jetzt auch noch mal Karten hier oben. Große Anführer, was weißt du über Tarotkarten? Ich kann sie selbst nicht verwenden. Okay, 25. Hä, voll günstig. Voll rein Projektilab, wenn du deine Waffe schwingst. Yo. Bro, es gibt so heftige Karten, die man hier freischalten kann. Ich dreh hol. Am Tag erhöht sich der Schaden um 20%. Baba, jetzt haben wir das für Tag und für Nacht. Was ist das? Erhalte Bonusressourcen. Ja, geil. Ey, Welsiuki, danke für die 18 Monate. Hallo. 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 Und hier, wirf eine freundliche Bombe, wenn du getroffen wirst. Freundliche Bombe heißt wahrscheinlich, dass nur Gegner Schaden bekommen können und nicht ich, ne? Ne, hier. Ich will die Deko nicht. Ich mag keine Deko. So, sind hier noch mehr Bären irgendwo? Ja, ich nehme die ganzen Bären mal mit. Puder, wie die reden. Oh Mann, ey. Geil, 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 geil. So, um uns ziehen zwei Betten. Oh Gott, über Nacht sind zwei Betten kaputt gegangen. What the hell? Was macht Loki hier oben? Dem geht's gar nicht gut, Mann. Was haben die nur getrieben? Bro, in meinem Dorf laufen so viele Rentner rum. Ich dreh holen. So, Jason, was willst du für eine Quest, ha? Rekrutiere kranke Anhänger. Ja, schaffen wir, Digga. Zwei neue kriegen wir. Oh, erstmal Twitch-Rad. Twitch-Rad. Essen. Yes. Mega. Sehr geil, Twitch-Chat. Dankeschön. So, und weil wir jetzt kranke Anhänger rekrutieren, Freunde, hole ich mir direkt hier das Lazarett. Dann kann ich die neun, das war nämlich direkt mein Plan, dann kann ich die neun Anhänger nämlich gleich direkt heilen. Gemeinsame Unterkunft. Wow, ja, dann sparen wir uns diese ganzen Einzelbetten. Okay, so, wir bauen uns jetzt direkt hier so ein Lazarett. Digga, Peddo, voll geil. Dankeschön für 44 Monate. Musst du sagen, ich kenne kein Game, was so interaktiv mit Twitch im Chat ist. Ey, das ist, das ist Peak. Das ist Peak-Twitch-Interaktion. So, dass ihr viel machen könnt, aber immer noch so, dass der Chat auch gut benutzbar ist und nicht mit Commands voll gespammt wird und so. Wahnsinnig geil, wahnsinnig geil. So, ich muss gleich noch mal Essen kochen. So, aber wir haben wieder eine Ziehung, Friends. Let's go. Wer möchte in den Kult? Ich hole mir kurz was zu snacken, bis gleich. Hallo. Ah, da 150 schon wieder. Let's go. Jui, Gangster. Poggies. Und Smalltree, Dankeschön. Ich glaube, Daniel. Deine habe ich auch noch nicht vorgelesen, oder? Hallo. Dankeschön. Aber immer nur so kleine Stücke, Jacqueline. Immer nur ein kleines Rippchen. Döner, halt dein Maul. Das ist so ein provokantes Glückwunsch. Gangster, du musst jetzt aber deinen Charakter bauen, Bro. Geht nicht. No. Okay, Freunde. Dann brauchen wir eine neue Ziehung. Schade. Schade. So, ich mache hier gleich eine ganz schnelle. Bei 100. Bei 100 ziehe ich. Bam. Alter. Leon, let's go. Der ist seit Ewigkeiten auch schon dabei. Sindo, wo willst du denn jetzt Spare Ribs herholen? Oh, so eine grüne, pelzige Spinne. Das sieht cute aus. Oh mein Gott. Okay, pink ist noch cool. Das ist ein geiler Charakter. Das ist ein Baba-Charakter. So, aber der ist jetzt direkt krank, ne? Das heißt, mit dir... Warte mal, wie kann ich... Ah, nee, warte mal. Das letzte Rett muss erst gebaut werden. Pass auf. Dann machen wir jetzt erstmal hier die nächste Ziehung. Ich mache wieder direkt bei 100 die Ziehung. BAM. Alter, Yui Senju. Let's go. Heute ist richtig viel Gamba, ja? So. Aber Senju fängt wieder nicht an, seinen Charakter zu bauen. Das macht mir immer Angst. Da habe ich immer das Gefühl, dass sie technische Probleme haben. Funktioniert nicht. Ach Gott, verdammt, Digga. Neue Runde. JC, danke für die 17 Monate. Wald ist eineinhalb Jahre. Let's go. Flosilla! Wir machen das, bis Döner es wird. Ja, ich glaube, das kommt bestimmt gut an. Alter, holt das denn? Mina, es geht darum, dass man sich ein Kult aus Tieren aufbaut. Die beten dann zu einem. Und aus dieser Kraft kann man dann quasi losziehen und die falschen Götter besiegen, damit die eigene Religion noch größer wird. Weiße Spinne. Geborener Skeptiker und leichtgläubig. So, okay. Also die sind jetzt beide krank, ne? Genau. Aber das Lazarett ist gebaut. Deswegen kommt jetzt er instant rein. Lord, der wird... Warte mal, in dem Lazarett werden die sofort geheilt. Digga, was? Mit was bezahle ich da? Ach, mit diesen Blumen. Lol. Alter, wir haben die beide einfach instant geheilt. Wow. Wow. Ja, krass. Mit diesen Mohnblumen oder so. Nein! Zikami ist verreckt, Freunde. RIP, Digga. Ich dachte, die Mission kann nicht scheitern. Ja, JC, es ist richtig krass, dass es da eine Twitch-Erweiterung für gibt. Game Launcher mit dem frischen Prime. Thank you. So, äh, können wir die Leiche irgendwo verbuddeln? Hier ist nochmal ein bisschen Holz. Geil. Okay. Dann muss ich, glaube ich, nochmal ein Grab bauen. Oder wir können sogar eine Gruft bauen. Pass auf. Wir bauen gleich eine Gruft. Dann sparen wir uns hier ein bisschen Platz. Alle einmal bitte mitmachen. Ich baue auch mit. Kann mir erklären, warum O7 eigentlich O7 heißt? Äh, weil der Emote das darstellt. Das O ist das Gesicht. Und die 7 ist quasi der abgeknickte Arm, sozusagen. So. Ab in die Gruft damit. Ich muss dann gleich mal, äh, Futter machen, oder? So, dann. Schüssel Kot. Ne, das fühle ich jetzt nicht so. So, stimmt. Aber stimmt, ich habe ja ultra viel Fleisch bekommen. Bäm. Ich darf das nur nicht verkacken. Das ist das, was wir... Das, was ich vom Twitch-Chat bekommen habe. Bäm. Yes. Kimo ist an hohem Alter gestorben. No. Aber wir haben ja auch zwei neue Anhänger heute bekommen, ne? Muss man ja auch fairerweise sagen. Wir haben ja auch zwei neue bekommen. Er kackt hier instant hin. Sehr gut. Aber der Hunger ist irgendwie jetzt noch lange nicht besiegt. Ihr müsst mir das mal erklären. Also in dieser Übersicht steht da immer dran, wenn ich so und so viel koche, ist der Hunger quasi komplett weg. Aber wenn sie es dann essen, bringt das kaum was. Irgendwie müsste ich mir das mal... Irgendwie müsste ich mir das mal erklären. Oh, der ist irgendwie so ein Premium-Drei-Sterne-Gericht. Oh, der droppt einfach instant hier. Stuff. Das ist crazy shit. Wir machen noch ein bisschen mehr Gras hier. Okay. So. Hier habe ich, glaube ich, alles gebaut. Scheiße. Ne, die Reinigungskraft kann ich noch bauen. Da muss ich mich nicht mehr... Den Hausmeister tun wir einfach hier oben hin. Bisschen abseits vom Schlag. Den müssen wir nur noch jemanden zum Hausweist da auserkoren. Piro! Oh, das freut mich. Danke. Das ist eine sehr liebe Nachricht. Vielen, vielen Dank dafür. Warum hat den Laien noch kein Bett? Das ist eine sehr süße Nachricht. Dankeschön. Und vielen Dank auch für die 207. Ich würde den Hausmeister-Job machen. Sag mal. Nein, kann ich... Ihr? Ne. Ihr pennt nur, ne? Loki. Genau, der... Warum gehen die alle nicht pennen? Keks-Meow. Das ist jetzt einfach das Bett von Keks-Meow. Das stimme ich jetzt einfach. Geht pennen, Mann. Da oben ist Laien. Geh auch pennen, Mann. Okay. Aber ich meine, eigentlich kann es mir ja egal sein, wo die schlafen, oder? Wie würdest du das Spiel von 1 bis 10 bewerten? Bisher ist das Ding eine glatte 10. Das kann ich auf jeden Fall sagen. So. Und, äh, pass auf. Dann skippen wir kurz den Tag vor. Sag mal, können wir Loki eigentlich schon opfern? Muss man nach... Hab ich genügend Knochen? Oh, Bro! Ich hab zur Predigt gerufen. Nachts. Bin ich dumm? Oder ist das egal? Ich glaub, ist egal. Wie viele Knochen habe ich? 68 nur. Nee, das ist nicht so gut. Ups. Aber ich will noch irgendwie so mehr Schlafgemächer bauen. Ich kann die theoretisch da. Ich kann die alle... Boah, für 10 Gold. Mir geht doch bald das Gold aus, ne? Mir geht doch einfach bald das Gold aus. Ha. Ja, gut. Ich glaub, ich geh einfach... Ich glaub, ich geh einfach kämpfen. Was soll's? Nein. Jetzt kann ich wieder irgendwas nicht tun. WAS? Warum tötet ihr immer? Digga. Ihr macht mich alle fertig. Ihr tötet einfach meinen kompletten Kult weg. Ihr schlachtet einfach meinen kompletten Kult. Wieso? So, da ist er wieder. Tauros hat eine Quest für uns. Schick die Keks mir auf eine Mission. Ja, das kann ich machen. Ah, der kommt immer safe zurück. Ja, dann bringen wir doch mal Cash mit, würde ich sagen. Hallo. Ich danke dir, Waldos, was geht. Grüß dich, Mann. Aber wer hat mir die Quest gegeben? Irgendwo muss da jetzt dieses grüne Symbol sein, dafür, dass ich die Quest abgeben kann, oder? Und ich muss noch irgendjemanden Ich muss irgendjemanden noch zum Hausmeister machen. Ah, hier, er. Er hier, ne? So, Happy. Sehr gut. Meister, du wirst Hausmeister. Ah, Beten, Material, Lager aufräumen. Ach, nee. Ach so, das kann ich quasi von alleine machen. Das machen die von alleine. Okay, Freunde, ich muss dringend auf Mission, Mann. Ich brauche mehr Anhänger. Aber stimmt, wir haben jetzt hier sogar eine Kette gelöst, ne? Und jetzt geht, glaube ich, die Tür auf, wenn wir genügend Anhänger haben. Habe ich genügend Anhänger? Die sterben gerade regelmäßig. Neun brauche ich nur. Okay, alles gut. Ich hoffe, dass irgendwann mal wieder ein Anime-Crossing oder ein 3D-Mario kommt, Hard-Eater. Aber ich glaube, da müssen wir bis mindestens Anfang nächsten Jahres warten, weil ich glaube, vorher wird die neue Konsole nicht releasen. 41 für Klo, nur 40 für Töten. Was geht denn bei dir ab? Lass deine Anhänger dich gegenstreuen. Lo, ich habe dem Geld gegeben. Ich habe dem viel zu viel Geld gegeben. Ich habe einen neuen Anhänger gekauft. Ich wollte das gar nicht. 50 hat das gekostet. Das hat einfach 50 gekostet. Naja, aber... Wir brauchen eh jungen Nachwuchs, weil es werden auch bald noch ein paar alte sterben. Na, also... Unser Kult wird sowieso bald wieder ein bisschen kleiner. Gamba! Oh, jetzt Gangster konnte ich einen Charakter machen. Geil, 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 geil. Ich glaube, ich muss echt noch ein paar mehr zum Beten schicken, habe ich das Gefühl. Ich mache noch eine stabile Segnung hier an der Stelle. Stimmt, Keksmeer. Du bringst von deiner Mission da bald wieder ordentlich Cash mit. So. Und wir gehen jetzt mal in das neue Gebiet schlachten. Ich bin sehr gespannt, was da los ist. Weil die Gebiete zeichnen sich ja meistens immer durch irgendwas aus. Das Zweite, was wir gespielt haben, hat sich ja durch die Frösche ausge... Boah, ein Hammer! Hammer des Kriegstreibers. Geil. Und hier wieder einfach so ein Giftauswurf. Oh, okay. Sehr langsamer Angriff. Okay, die Dinger explodieren einfach. Alter! Okay. Okay. Kein sehr schneller Angriff. Hä, warum sind da immer nur... Ich finde, der Blumenkohlsamen. Oh! Das ist auf jeden Fall irgendeine Unterwasser-Area. Und hier gibt's auf jeden Fall Food zum Looten. Alter, der Hammer ist ja insane. Oh, jetzt kommt der Gott, ne? Er ist der neue Boss. Er hat viele Gefäße über dich geschickt. Einer nach dem anderen fallen sie allesamt. Bis weitergekommen ist die meisten. Ich werde es sehr genießen, zu sehen, wie dein Kult von innen heraus verfault. Ich fühle mich nicht so gut. Tauros! Oh, er hat den krank gemacht. Ja. Er hat einfach Tauros Corona gegeben. Oh, ich glaube, Johnson ist gestorben an hohem Alter. RIP. Ey, der Hammer ist der Wahnsinn, Digga. Unfassbarer Damage. Unfassbarer Damage, wirklich. Aber also optisch sieht das sehr sick aus. Oh! Vergifte alle Gegner. Oh, das ist schön. Schöne Fähigkeit. Oh, da. Die Räume hier sind aktuell wirklich noch sehr geschenkt. Aber ich sage dazu... Ich sage dazu nicht nein. Cash. Weiter geht's. So. Das sieht mir nach Essen aus. Why not? Why not? Geil. Hopfen. Kann ich jetzt Bier brauen? 15 Hopfen-Samen gab's hier. Sehr schön. Nutze den Schlauch. Welcher Schlauch, Digga? What are you talking about? Ah, der hat so'n Dash nach vorne. Der hat den sogar angeteasert. Das war dumm. Ich beh... Oh, zielsuchende Schüsse! Yes! Geil. Ey, ich muss auch sagen, also der Hammer ist... Stark. Extrem mächtige Waffe. Sehr mächtige Waffe. Shit. Jetzt hab ich nicht getroffen. Karte. Karte. Ein zusätzliches Halbesert. Schön. Ich muss auch sagen, also der Hammer ist, glaube ich, auch sehr stark. Aber die erste Ebene wirkt auch sehr einfach. Oder hier der erste. Okay. Ah, der schießt hier. Mehrere Schüsse. Mhm. Mhm. Schön. Da gibt's nochmal eine neue Karte für uns. Und ich glaube, wenn ich ohne Twitch-Set spielen würde, würde es mir wahrscheinlich sogar besser gehen. Die erste Karte ein Leuchtfeuer, die zweite ein Schatten, die dritte etwas Verlorenes. Die Karten sprechen ein Reliktruft. Du musst es suchen und beanspruchen. Ja, was la war der? Oh, mehr Fische. Das mag ich. Also, wenn ihr nach UK Watch-Spielern im Chat sucht, äh, bin ich, glaube ich, nicht euer Ansprechpartner. Kristallscherben. Da bin ich auch gespannt, wofür die sind. So, okay. Boss. Aber ich hab sehr viele zielsuchende Geschosse. Ich erstmal hier alle schön rausfeuere. Aua. Spawn von denen unendlich viele. Boah, macht das Damage. Ah, der Dash, der zeigt den Dash immer an. Der zeigt den immer an. Okay, der geht auch bis zur Wand. Boah. Ekelhafter Boss, Mann. Jawoll. Chillig. Ich glaube, Random Kai spielt für UK Watch. Ich glaube, da kann man gucken. So, Holz. Anhänger von... Ja, komm. Für euch, Chat. Für euch, dass die Anhänger mehr Tiere sein können. Nur für... Elefant! Let's go! Ey, Elefanten sind wahnsinnig krasse Tiere. Elefanten sind wahnsinnig krasse Tiere. Waui, saui! Und wir haben sehr viele, äh, hier. Wir haben 15 Samen gefunden. Mit diesem Rüssel kann ich mich... Game Launcher, danke für den GG-Bahn. So, wir sind wieder back. Okay, wie geht's meinem Kult? Wäre noch ganz gut eigentlich, ne? So, direkt neuer Tag hier. Ja, er hat den Schuh gemacht. Das passiert. Den bringen wir direkt in die Gruft. Sag mal, kann ich eigentlich gleich noch irgendwie verwerten? Weil ich hacke die halt immer alle in die Gruft. Und das ist ja auch alles ganz nett und so. Aber... Also... Ich meine, irgendwann geht einem doch dann der Platz aus, oder? Oder verchecke ich da gerade was? So, Flozilla hat ne Quest. Schalamba, geil. Was? Baue einen Schlafsack. Ich repariere einfach. Okay, dann, äh, baue ich halt einen Schlafsack. Wenn du da... Also, wenn dich das so glücklich macht... Das sollte noch drin sein. Hier. Bist du happy? Danke. Ja, gerne. So schnell kann's gehen. Man kann sie zu Dünger verarbeiten. Ach, stimmt. Da gab's was. Ich erinnere mich. So, warte mal. Okay, kann ich das sogar ins Lazarett ballern? Oh, den kann ich aber grad nicht sagen. Okay, so. Aber, nee, warte mal. Ich glaube, hier ist die Anhängerziehung jetzt auch schon fertig. Genau, weil Senju hier noch dran war. Sehr gut. Oh, Senju, lass mir beten. So, und weil's auch ein neuer Tag ist, kann ich auch direkt eine neue Doktrin verkünden und predigen, ne? David hat mir geschrieben. Er hat mir ein Video geschickt. Junge, was zur Hölle? Ich ahne, Schlimmes. David bringt Väter seiner Freunde dazu, Mois-Memes zu sagen. Gnadenlose Waffen haben eine Chance auf kritische Treffer. Das find ich geil. Er bringt die Väter seiner Freunde dazu, zu sagen, I eat you. Weil ich mich kontrolliere. Ich kann das alles nicht mehr. So, Krone. Genau, können wir noch eine neue Doktrin verkünden. Ja, stimmt. Die letzte Versorgungsdoktrin. So, was geht ab? Alle Kultmitglieder erhalten die Eigenschaft, Substanzen erlaubt. Erhalte 20 Glauben in ein Ritual der Gehirnwäsche. Okay. Alle Kulturmitglieder erhalten die Eigenschaft, Prohibitionist. Arbeitstemper erhöht. Hingabeerzeugung um 10% gesteigert. Aber 50% Chance, dass Anhänger durch das Ritual erkranken. Ähm. Ich find das jetzt irgendwie beides nicht so, Baba, ne? Nehme ich das mit den Pilzen. Dann hau ich hier einfach ab und zu mal so eine schöne Pilz-Substanz raus. Okay, Jacqueline. Okay. Der Moment, wo du vielleicht aufhören solltest zu chatten, ist erreicht. So, nochmal eine dicke Predigt hier raushauen. Boah. Voll viele Level-Ups. Geil. Ich find's immer noch geil, dass die alle so gaga sind, weil die alle immer noch diese Predigt bekommen haben. So. Kann ich eigentlich... Irgendwie dafür sorgen, Freunde? Dass meine Farmer... Das Zeug selber ernten. Oder geht das vielleicht mit Farm 2? Ich weiß, dass es irgendwo eine zweite Farm gibt. Ah, Farm 2. Okay. Weil das geht mir halt immer noch mies auf die Nüsse. Dass, äh... Dass ich hier quasi gar keine Chance habe, dass die das für mich machen. Das ist immer noch... Das frisst so viel Zeit. Jan, danke für 21 Monate Prime. Was geht, Mann? So, okay. Dann lass ich die jetzt, glaub ich, erst mal pflanzen. Ja, mit diesen ganzen... Mit diesen Pilzen kann ich ja quasi mal diese Rituale machen, ne? Und die Rituale geben jetzt auch mehr Glauben. Das ist eigentlich alles ganz nice. Und schaut mal, diese ganzen Holzminen oben, ne? Die sind jetzt alle durch. Und ich... Also, ich glaub, Holzprobleme sollten wir jetzt so schnell nicht mehr haben. Oh, einigen von denen ist jetzt schlecht. Weil die Pilze aufgehört haben zu wirken. Well. Die gehen jetzt alle irgendwo hinreihern. So, aber dann farm ich hier dann... Ich glaub, ich kann Farm 2 jetzt machen. Wart mal, pass mal auf. Wo war die Farm? Hier, ne? Farm 2, ja. So, Kompost. Da kann ich, glaub ich, Laichen und so zu Dünger machen. So, die Farmer können deine Feldfrüchte für dich ernten und... Ja, geil. Geil! Genau das wollen wir, Chat. Exakt das. Was kostet mich der Bums? 10 veredeltes Holz. Okay. Das wird doch was. Wart mal, wo reihern die jetzt eigentlich alles? Sind die alle aufs Klo gegangen zum Reiern? Nee, aber stimmt. Meine Dudes putzen jetzt mittlerweile auch selber. Boah, ist doch alles geil hier. So, Keksmiau hat 37 Kohle mitgebracht. Jawollo. So. Hat irgendjemand eine gute Quote auf die Münzmission? 80, 81 Prozent. 74 Prozent. Da war 83. Hier. Wir schicken jetzt Googie. Ah, er ist ein Ältester. Shit. Bro, ich hab... Bro, die sind alle krank. Ich kann das alles nicht. Hier, 81 Prozent. Meister, du hast die beste Chance auf die Münzmission. Viel Erfolg, Mann. Viel Erfolg. So, äh... Du gehst ins... Lazarett... Warte mal! Warum kann ich eigentlich gerade niemanden ins Lazarett schicken? Ach, weil ich die da selber hinschicken muss. Stimmt, so war das. So. Zwei kann ich noch heilen. Das kostet 15 von diesen Blumen. Und 30 hatte ich. Utopia-Efter-Show-Video gesehen auf YouTube. Krieg direkt wieder Bock auf Utopia kleiner als 3. Ey, das freut mich mal. Das freut mich. Danke für die 13 Monate, Sparky. Freut mich, dass es dir gefallen hat. So. Und wo sind jetzt meine Krankene? Ah, der hat ein Level ab. Alles gut? Aber der ist... Der ist müde. Meister, leg dich hin. Leg dich hin. So, ich hab nur noch einen kranken und einen müden. Ja, wunderbar. Und der hat eine Quest. Tobias, ein Spion von einem feindlichen Kult. Oh. Und ich glaub, Loki hat grad den Schuh gemacht. Scheiße, Loki. R.I.P., man. R.I.P. J.C., es gibt noch keine feste Bestätigung für Utopia nächstes Jahr. Oh, Glücksrad. Glücksrad. Oh, es ist Glaube, ne? Ne, neuer Anhänger. Ja, geil. Da wird der Loki direkt ersetzt. Rein da. Ich zieh wieder bei 100. Ich zieh wieder bei 100. Bäm. Daniel, Poggies. Bro, die werden alle dieses pinke Pelzvieh. Das ist so süß. Daniel aber auch sehr viel im Stream. Daniel auch sehr viel im Stream. So, und, äh, den bieten wir wieder. Ich hab Loki in die Gruft gelegt. Nicht in den Müll. So, sehr schön. Also, hier wird noch weiter fleißig Holz gemacht. Das ist gut. Ich geb hier Feli auch gar keine Pause. Direkt weiter rein das Holz. Okay, so. Und was war Farm 2? Einfach noch ganz viel verzaubertes Holz. Okay. Und hier die natürliche Bestattung. Bro, okay. Ich brauch auf jeden Fall nochmal so ein Opfer. Alter. Kann ich da noch einen bauen? Hier. Das ist ja insane. Das ist ja wirklich insane, wie viel man von diesem verbesserten Holz braucht. Da hast du mir eine Massensegnung hier. Dass das erste Game direkt so gut ist, hätte ich nicht gedacht. Hätte, glaub ich, niemand gedacht. Dass das erste Game so sehr ballert. Okay. Ich muss mich kurz konzentrieren, dass ich das Essen nicht verhaue. Spagel Taz an. Thank you. 24 Monate. Einfach das Zwei-Jahres-Jubiläum. So ist das. Münzen, Stein, Holz. Sehr schön. Ihr müsst essen, Leute. Ihr müsst essen. Und hier machen wir auch gleich nochmal hier. Verbessertes Holz. Oh, wie schnell auch die Statue hier immer voll wird. Ich feier das. Okay. So. Dann geht es eigentlich allen ganz okay. Hier muss noch gegossen werden. Aber haben wir gerade niemanden, der sich um... Wir haben gerade niemanden, der sich um die Farm kümmert. Kann das sein? Ananas. Du musst jetzt Farmer werden. Nee, geht nicht. Aber da muss doch gegossen werden. Warum können die denn nicht gießen? Oder ist mein Farmer gerade krank? Oder was ist hier los? So, okay. Aber die pennen alle. Pass auf. Dann gehe ich jetzt bei Nacht... ...auf einen Feldzug. Weil es gibt ja die Karte, dass wir bei Nacht mehr Damage machen. Und wie geil wäre das, wenn wir die jetzt kriegen würden. Das wäre schon fett, ne? Was ist das? Gnadenlose Schwert. Mit Crit-Chance. Wie cool das aussieht. Und das ist dieser... Das ist dieser insane Zauber. Mit dem Explosionsschleim. Okay. Erster Raum ist Klunko und Bob. Ich bin Klunko. Das ist Bob. Wer ist Bob? Wir sind auf dem Weg zu unserem Freund Ratau. Okay. Ach, gegen den muss ich auch wieder dieses Würfelspiel spielen. Ja, das machen wir auch noch irgendwann. Ja, das ist ein entspannter erster Raum. So, mal aufpassen. Boah, Bruder. Das ist ein scheiß Däsch in den Viechern, ne? Mal aufpassen. Mhm. Jetzt immer die Knochen weghacken. Dass wir neue Knochen für unsere Opferungen bekommen. Und da gibt es direkt die erste Tarotkarte. Da war ein Wurm. Den habe ich nicht gesehen. Erhöhte Chance bei Truhen oder erhöhte Bonus-Ressourcen? Ressourcen brauche ich gar nicht so viel. Oder? Ja, wir würden auch mehr Knochen bekommen. Ich bin gespannt, ob es sich gelohnt hat. Ihr habt gesagt Ressourcen. Ich habe euch beliebe. Ich beliebe in euch. Ach, er schon wieder. Oh, was? Der macht fünf Leute krank. Du Bastard, Digga. Was soll? Ist das Zufall oder passiert das immer? Ist das skriptet? Okay, der hüpft zweimal. Immer? Okay. Ich muss unbedingt mein Lazarett vergrößern. Eindeutig. Hey, Kekskonsumierer. Warum so laut? Was geht? So, okay. Ich brauche neue Anhänger. Ich meine, was ist das? Nee, das ist eine Quest. Okay, ich gehe zur Quest. Quests haben bei mir immer Vorrang. Ah, hier ist... Oh, es geht näher. Okay. Wow. Arschviel Baumwolle. Wozu brauche ich denn die Baumwolle? Wäre ich das wie neue Klamotten für meine Leute irgendwie schneidern lassen? Mein Controller macht Faxen. Oh nein. Ich habe den Controller von meinem Akku leergespielt. Wieder fit? Yes, Legend of Zelda Gamer. Ich bin wieder topfit, Mann. Ey, dieses Spiel macht so Spaß, ne? Ey, wirklich unfassbarer Win schmied er durch den Olymp. Unglaublicher Win. Die hüpfen aber immer zweimal. Naja. Okay, aber das ist planbar. Das ist planbar. Und planbare Gegner sind gute Gegner. Oh, es wird schon hier gevotet. Oh nein. Oh nein. Was tut ihr, Chad? Was? Ich bleib einfach stehen. Ich bleib einfach stehen. In der Textbox bin ich sicher für euren Scheißbomben. Andersrum, Aster. So ein Nekromanten durch? Nee. Ich mag eigentlich alles, was ich habe. Aber komme ich nie in den Nekromanten durch, dass meine nächste Waffe wieder ein höheres Level hat. Aber meinen Zauber will ich eigentlich nicht mehr hergeben. meinen Zauber will ich eigentlich nicht mehr hergeben. Den finde ich eigentlich ganz geil, genauso wie er ist. Geil. Aua. Ich habe da voll aufs Maul bekommen. Bro, die machen unendlich von diesen kleinen Viechern, oder was? Okay. Das hat gepasst. Zack. Okay. Also irgendwie fand ich Ebene 2... Oh. Eine Tafel. Ja, geil. Geil. Komplett neue Tafel wieder fertig bekommen. Ja, nice. Also Ebene 2... Oder halt diese zweiten Räume. Finde ich bisher schwerer als die dritten. Also quasi die Räume des zweiten Gottes. Zusätzliches Herz. Geil. Ja, das habe ich auch gerade gesehen. Quimboid, dass man die Projektile zurückschleudern kann. Voll geil. Warum sprichst du zwei Ektarfen höher? Weil ich bin Mickey Maus. Ah, okay. Die können auch komplett in eine Richtung dashen. Interessant, interessant. Ausweichen. Aber wenn die sich einmal auf eine Richtung festgelegt haben, dann bleiben die da auch. Oder fast zumindest. Holz. Ja. Why not? Hi, Shy Guy. Ah, die schon wieder. Sehr schön. Aua. Hä? Wo hat der mir Damage gemacht? Kann der mir auch In-Sprung-Schaden machen? Wahrscheinlich. Hero-Karten. Mickey Maus. Überaus. Gut aussehen. Verbrauche weniger Eifer. Ja. Da sehe ich uns. Noch mehr Zauber. Hi Marvin, Willi. Grüß dich. Wow, das ist ein Miniboss, ne? Pass mal auf. Boah. Bro, diese Fähigkeit ist so overpowered. Overpowered. Holy Shit. Ist Googie grad gestorben? Auf der Mission? Nee, Googie war gar nicht auf Mission. Oder an Altersschwäche. Oh, das ist der Boss, ne? Bro, Achtung. Freunde, er achtet auf seine Lebensleiste. Oh, das juckt den gar nicht so sehr. Okay, krass. Okay. Ich halte mein Maul. Der Kollege ist gar nicht so anfällig auf meine Moves. Bro, bro, bro. Der gibt mir mies. Der ist fucking tanky, der Dude. Was passiert jetzt? Das ist gar nicht so einfach, dem auszuweichen. Okay. Alright. Okay. 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 Boah, mit dem Gift. Mit dem Gift. Alter, die ganze Ebene war ultra einfach. Und dann kommt ihr mit so einem Monster-Boss um die Ecke. So, elfmal Blumenkohlsamen, Junge. Rein in die Masse. Das war, der war alles andere als einfach, der Kollege. Der hat super viel ausgehalten. Der war richtig tanky. Puh, geil. Schon wieder in den Ketzer geklatscht. Und wir haben, glaube ich, viel Essen mitgebracht. Ich möchte übrigens nochmal sagen, Freunde. Dass wir in diesem Stream keinen einzigen fucking Frame gedroppt haben. Kein einziger Lag. Die SIM-Karte macht einen mega Job heute. Oh, scheiße, Digga. Ach stimmt, die sind ja alle krank. Deswegen kotzen die alle und pissen und kacken. Oh, Bruder. Das ist gar nicht mal so geil. Riesenhaufen. Was bringt es, diese Spinnen zu fangen? Alter, mein Glaube ist auch voll am Arsch. Ja, ich sehe es gerade, ich sehe es gerade. Siehst du jetzt den Olymp durch oder kommt er auch ab und zu Elden Ring? Ich werde nicht permanent nur Olymp-Spiele spielen. Es wird auch zwischendrin was anderes kommen, Mago. Also ich werde jetzt nicht alle meine Streams nur Olymp machen und sonst gar nichts. Also ja, es kommen auch andere Games. So, Freunde. Wir haben nochmal einen frischen Anhänger. Wer hat Bock? Bei 100 ziehe ich wieder. Bei 100 ziehe ich wieder. Bei 100 ziehe ich wieder. Einfach auf die Erweiterung klicken, Freunde. Bäm! Alter, Kaiser! GG! Doch, Astar. Aber bei Starlink, wenn ich mit Starlink streame, dann ist es immer so, dass ich immer diese 10% Lag habe, die nicht direkt ein Lag sind, aber wodurch immer dieser ultragroße Delay entsteht. Und deswegen werde ich jetzt versuchen, Streams immer über Sim-Karte zu machen und alles andere über Starlink, weil da sind die Geschwindigkeiten deutlich höher. Starlink funktioniert für alles, nur nicht für Stream. Ah, da einfach... Ist das ein Schwein? Ist das ein Schweinchen? Ich zahle doppelt, ja. Aber ich meine, ich muss doppelt zahlen, um meinen Job gut machen zu können. Da bleibt... Entweder sterbe ich den Tod, dass meine Videos ewig lange im Upload brauchen und meine Cutter nicht schnell genug meinen Stuff bekommen oder dass meine Streams laggen und übelst Delay haben. Oder ich zahle doppelt und kann beides so gut es geht nutzen. Das ist der Preis, den ich zahlen muss, um meinen Job richtig zu machen. Boah, das sieht richtig cool aus, Alter. Kaiser hat sich einen richtig Baba-Charakter gemacht. So. Du darfst aufräumen, Kollege. Äh, Ayoivo, gib mal Ausrufezeichen Olymp ein. Ich glaube, du hast noch nicht ganz mitbekommen, was der Olymp ist. So, ich gieße jetzt hier mal. So. Hier haben wir noch relativ viel Holz. Ja, was mache ich mit den sechs Kranken, ne? Oh. Da hat Googie den Schuh gemacht. Damit ist jetzt auch gleich meine Gruft voll, ne? Die ist schon voll, glaube ich, oder? Die ist schon voll, halt der Maul. Aber ich glaube, ich kann mir einen Komposthaufen machen. Ich glaube, ich kann mir so einen menschlichen Kompost machen. Weiter hier. Die poniere Leichen, um sie in den Dünger zu verwandeln. Ja, genau. Sechs Gold kostet das. Holy shit, das ist arschteuer. Okay, okay. So. Muss irgendwie meine Leichen loswerden, Mann. Patrick, tatsächlich hatte ich Olympia. Ich habe erst am Samstag erfahren, also gestern erfahren, dass vorgestern Olympia losgegangen ist. Aber seitdem habe ich mir alles reingezogen, wo deutsche Athleten teilgenommen haben. Bro, ich muss unbedingt meinen Glauben pushen. So. Ich soll mit ihm reden, ne? Weil er eventuell Sass ist. Er ist ein Ketzer! In den Knast mit dir, Bro. In den Knast mit dir. So, und jetzt halten wir erst mal eine Predigt, damit wir den Glauben wieder hochhalten können. Oh, Bro. Ich habe so viele Kranke, die alle nicht zur Predigt kommen können. Ah, der Kaiser. So muss das, so muss das. Willkommen im Kult. So. Arbeiten und Beten. Gehorsam. Besitztümer. Keine Ahnung, was ist Arbeiten und Beten? Ich probiere es einfach mal. Ich habe keine Ahnung, was da kommt. Alle Kultmitglieder erhalten, sie erzeugen 15% schneller Hingabe. Arbeitstem. Ja, Arbeitstempo ist mir egal. Hingabe finde ich gut. Das ist eine gute Sache. Mehr Glauben, bessere Religion, alles nice. Irgendwas machst du falsch? Ich mache gar nichts falsch. Ich kämpfe gerade gegen den Gott der See. Und der hat einfach sechs Leute von mir auf einmal krank gemacht. Da kann ich nichts dafür. Aber jetzt halte ich den alle noch hier. Jetzt halte ich den, ich segne die jetzt noch alle. Das feiern die auch immer voll. Das pusht auch nochmal den Glauben. Die müssen alle kotzen. Ich glaube, ich kann die auch nicht heilen, weil ich, ja, ich habe zu wenig von diesen roten Blüten, ne? Ja. Kann ich mittlerweile eigentlich die Farm 2 bauen? Nein. Mir fehlt immer noch veredeltes Holz. Aber jetzt bringe ich erstmal die Leichen in den Kompost. Hier. Bam. Okay, okay. Und den kann ich jetzt schon wieder anfangen. Ah, er ist kein Abweichler mehr. Okay. Jetzt kann ich von Abfluss 10 hier die Belohnung einsammeln. Aber alle Anhänger wurden wegen dem Chat geha... Oh mein Gott. Ich küsse eure Herzen. Ich küsse eure Herzen. Ich, ich... Ich kann meine Liebe zu euch nicht in Worte fassen. Womit habe ich diese Gütigkeit verdient? Diese Güte. Gütigkeit. Gütigkeit. So, finde das Relikt aus Kudai's Hinweis. Was darf ich mir denn unter Kudai's Hinweis vorstellen? Hm. Ich glaube, ich kämpfe einfach mal weiter. Und wir gucken, was passiert. Aber ich koche jetzt erstmal. Für die Massen. Ne, warte. Ich muss erst mehr Holz produzieren, Freunde. Erst mehr heiliges Holz. Das ist jetzt erstmal wichtiger. Ich brauche sehr viel von diesem heiligen Holz. Bro, es ist so geil, wie viel Holz wir haben. Und... Alter, der Partylona. Schön, dass du noch da bist. So, neuer Dünger. So, und jetzt fangen wir an, Stück für Stück. Hier, äh... Die Leichen zu kompostieren. Damit wir kein Leichenproblem in unserem Dorf haben. Oh, der hat sogar den ganzen Kompost verbraucht. Ja, noch besser. Sehr gut. Okay, so, Essen noch. Und ich glaube, dann können wir schon wieder kämpfen gehen. Weil ich habe das Gefühl, kämpfen gehen bringt unser Dorf massiv voran. Ich habe das Gefühl, das ist etwas sehr, sehr Sinnvolles. Weil dadurch kriegen wir sehr viele Level-Ups. Und die bringen uns insgesamt massiv voran. Und wir bringen auch echt viele Items mit nach Hause. So, unserem Glauben geht es wieder gut. Unserem Hunger geht es, glaube ich, wieder gut. Och, ne. Warum bist du jetzt krank geworden? Du hast einfach nur eine Kürbissuppe gegessen, Digga. Oh, schön. Bald an, ja. Daniel, danke für deinen 11. Monat. Und wir haben gleich ein neues Glücksrad. So. Ist das ein besserer Kompost? Deponiere Gras. Ne, ich mache Leichen zu Dünger. Vogelschein. Fängt Vögel, die Saatgut von Ackerparzellen in Reichweite stehen. Leute, da kann man die da töten. Okay. Ist auch ein bisschen krass. So, was haben wir hier? Das ist die gemeinsame Unterkunft. Gewähre deinen Anhängern den Luxus, den sie verdienen. Sammelt Hingabe, während sie pennen. Ne, ich glaube, ich mache die gemeinsame Unterkunft. Da spare ich mir Holz, wenn ich nicht dauernd die Betten reparieren muss. Das finde ich, glaube ich, ganz nice. Ich mache eine ordentliche Kürbissuppe, damit wird keiner krank. Ich gebe mein Bestes. Hier, ne? Braucht veredeltes Gold. Ich brauche zehn Scheiße. Warum brauche ich zehn Scheiße, um eine gemeinsame Unterkunft zu bauen? Ich muss irgendwie Gold veredeln. Ich weiß noch nicht genau, wie das funktionieren soll. Aber finden wir raus. So. Oh, er ist zurückgekehrt. Ich habe es geschafft. Jawoll. 44 Cash. Nice. So, du darfst dich gleich hinlegen, Meister. Gönn dir den Schlaf. Och, Abfluss ist verreckt. Scheiße. Den hätte ich wieder opfern müssen, ne? Das Problem ist, dass das Opferritual einfach insane viel... Ähm... Insane viel von diesen Knochen kostet. Der wird direkt kompostiert. Ja, aber dann gehen wir direkt wieder auf Mission, Freunde. Wir gehen instant auf Mission, weil dadurch, äh, finde ich vielleicht auch neue Anhänger. Let's go. Severin! Harry, Professor, ich war das ganze Schuljahr nicht da, weil, weil ich mir auf Miley-EM angesehen und literweise Butterbeer gekippt habe. Dumbledore, es erfordert viel Mut, so etwas vor sämtlichen Schülern zu gestehen. 500 Punkte für Gryffindor. Stark! Sehr, 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 sehr stark! Oh mein Gott, ich liebe es. Sehr stark, Mann. Guter Joke, kannte ich nicht. Ich habe mir auf Miley-EM angesehen und mir literweise Butterbeer gekippt. Oh Mann, ey. Ja, so hat Gryffindor sich die Punkte gesnackt. Freunde, Ziehung, by the way. Eine Secret-Ziehung. Bam! Top! Digga, Tamai. Junge, Tamai ist erst seit heute im Stream und kennt erst seit heute Cult of the Lamp. Döner und Popelkeks sterben gerade tausend Tode. Tamai kennt Cult of the Lamp erst seit eineinhalb Stunden oder so. Er wird einfach ein Fisch. Ein lila Fisch. Ey, der sieht cute aus. Coolen Charakter hast du gemacht. Der sieht wirklich nice aus. So, äh, Materialien raffinieren. Ne, wir lassen ihn beten. Auf jeden Fall beten. Oh, Ehrenholger hat eine Quest. Schicke Tobio ins Gefängnis. Okay. Wo schimmelt der? Der ist krank. Ich soll einen Kranken ins Gefängnis stecken. Ne, das mach ich nachher. Wie ist denn mit Ehrenholger los? So, ich mach noch kurz hier wieder ein bisschen Grass-Food. So, das passt. Und dann geh ich jetzt, glaub ich, einfach wieder auf Mission. Direkt, direkt weiter schlachten. Richtiger Schurkenholger, ja. So, was haben wir hier? Eiferachst. Geil. Eine Axt mit Chance auf Crit. Und Tentakeln. Okay, und was steht hier? Du betrittst die Länder von Bischof Kalamar. Wie ein Kalamari. Okay. Halt der Maul. Ex, den mag ich eigentlich als Waffen. Vor allem mit deren Crit ist halt einfach ein Instant-One-Shot, ne? Also, Crits sind halt mit einer Axt ultra-gottlos. Schön. Wow, 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 wow. Okay. Extrem viele Gegner hier. Aber die Kronenfähigkeit macht gut Damage. Nice, nice, nice. Nur ein halbes Herz hier verloren. Ich glaub, das war eine gute Sache. Gibt's eine Waffe im Spiel, die du gar nicht magst? Also, ich find tatsächlich das... Also, was heißt gar nicht magst? Ich find das normale Schwert tatsächlich recht langweilig. Ähm, das fühl ich nicht so. Nee, ich stopp Dolch. Also, den Dolch find ich mittlerweile fast am blödsten. Verwandle einen zufälligen Gegner in Kleinvieh. Ja, gerne. Mit den Handschuhen hab ich mich mittlerweile tatsächlich angefreundet. Die Handschuhe find ich mittlerweile gar nicht mehr so bad. Geil. Aha. Bam. Und jetzt kommt er noch, ne? Bam. Ja, die Dolche staggern kaum. Und irgendwie, man kriegt mit denen... Also, ich find den Dolch geil, wenn du Gift drauf hast. Tag. Was? Am Tag ist der Schaden bei 20%. Ja, geil. Ah, es ist gleich Tag. Warte mal, es ist Tag. Okay. So, neuer Anhänger, Freunde. Wir brauchen auf jeden Fall einen neuen Anhänger. Ein Dino? Oder ein Drache? Yo. Wie geil. Wie geil. Ist der Drache jetzt immer zur Auswahl? Oh, ich krieg ne neue Karte. Warum? Rotes Herz verlieren, Tarotkarte erhalten. Was ist denn jetzt los? In der Nacht ist der Schaden bei 30%. Ja, geil. Das bringt mir gar nix. Habt ihr das grad gevotet? Chat, habt ihr das grad gevotet? Wirst du einen Blick auf die schönsten Antiquitäten der Länder werfen? Okay. Neuer Händler. Waren wir nicht? Wo kam das her? Wie gefällt dir der Tag-Nacht-Rhythmus des Games insgesamt? Ganz geil. Weil nicht häufig Nacht ist. Aber wenn's da mal für die kurze Zeit, die es nachts ist, da noch Nacht wird, da kann man so ein paar Dinge tun, äh, sag ich mal ohne Stress. Ich find's eigentlich, ich find's ganz nice. Ich find's ganz nice. So. Immer ausweichen. Ah, der schießt wieder Projektile, der Hund. Sehr gut. Neue Waffe. Oh. Nekromanten-Axt. Das sind alles Nekromanten-Stuff, oder? Ne, Gnadenlos-Axt. Das ist die gleiche, die ich jetzt hab? Oder was hab ich denn jetzt grad für eine? Ist das auch Gnaden... Ne, das war die Eifer-Axt. Ne. Gnadenlos find ich da fast besser. Doch, mit der bin ich zufrieden. Wann und wo auf der Gamescom. Das ist sehr direkt gefragt. Das kann man auch freundlicher fragen. Nein, alles gut, Mann. Äh, ich werde noch, äh, ich werde noch vor der Gamescom eine Story machen, oder Bilder veröffnen und euch Bescheid geben, wann, an welchem Tag, wo, um wieviel Uhr, bei welchem Stand bin. Es wird auf jeden Fall vor der Messe noch auf meinen Social Media eine genaue Auflistung geben, um wieviel Uhr ich an welchem Stand bin. Oh, ausweichen. Okay. Schon wieder rotes Herz verlieren und eine Karte bekommen. Hä, was ist das? Ich hab sehr viele Timeslots, Jacqueline. Extrem viele. Ne, was ist denn dieses rote Herz... Ne, da oben. Ich check das nicht. Ich check das nicht. Okay. Wieder irgendeine Deko. Aus den Anker-Tiefen. Okay. Und da krieg ich jetzt wieder irgendwie, irgendwie Essen, ne? Du bist in einen Challenge-Raum gegangen. Ah, lol. Da hab ich gar nicht drauf geachtet. Ich weiß gar nicht, ob ich diese Baumwolle will, weil die kann man ja nicht essen, oder? Also mir wär neu, dass man Baumwolle essen kann. So, hier ist je nachdem... Ich glaub, an den Symbolen erkennt man, welcher Händler das ist. Aber ich weiß nicht, welcher. Das ist eine Katze und das ist ein Pokal. Äh, ich geh zum Pokal. Ah, geil. Beschwöre einen Dämon, der dich im Kampf unterstützt. Da sag ich nicht nein. Hallo. Oh, der scheint irgendwie zu explodieren. Das scheint irgendeine Art Bombe zu sein. Man erkennt Challenge-Raum, wenn ein Symbol unter dem Schwert ist. Okay. Gegner im nächsten Raum werden viel schwerer sein, dank des Twitch-Chats. Digga. Kann das alles nicht mehr. Warum macht ihr diesen Twitch-Shit? Sehr geil. Geil. Bäm. Okay. Ich hab nur noch zwei Herzen, Digga. Ich hab einfach nur noch zwei Herzen. Geil. Okay, das war's mit ihnen. Boah, ich glaub, den Boss werd ich nicht schaffen. Ich hab keine gute Ausgangslage für den Boss, auf jeden Fall. Das kann man festhalten. Aua. Scheiße. Ah, der heilt den Hund wieder. Ah, hier haben wir noch ein Leben. Okay. Das sind beides Dolche, ne? Eifer Dolch und Nekromanten Dolch. Ne, das fühl ich jetzt beides nicht so. Da gibt's noch mal eine Waffe. Ein Herz nur noch. Ja, Vampir durch. Aber da kriegst du eh nie Leben. Von dem Scheiß kriegst du eh nie was. Tentakel schlagen in alle vier Richtungen aus. Ja, das probiert das Nehmer. Das Nehmer. Weil es halt auch ein höheres Level hat. Und ich verkaufe. Also, ich glaub, der Run wird's nicht, Freunde. Ich glaub, der Run wird's nicht. Aber, hey. Na, wir geben unser Bestes. Oh. Was machst du denn hier? Bro, einfach Lore. Einfach, einfach die, äh, äh, Cult of the Lamp Lore hier bekommen. Bringt mir doch leider nix. Oh, Bro. Junge, Balzebub. Da bin ich ja mal gespannt. Okay, ich mein, ich mach ihm schon. Oh, nee. Das ist auch so einer, der immer Projekt... Bro. Projektile schießen ist so evil, Mann. Ich muss halt auf Kritz hoffen, ne? Naja, hab ich getroffen, weil ich in meiner Aufladeanimation war. So, der spaltet sich wieder. Ich brauch Kritz. Gar nicht mal so geil. Was geht jetzt ab? Okay. Das war close. Das war ein Crit, glaub ich. Ich glaub, das war ein Crit. Boom, Digga! Yes! Hahaha! Geil! Wow, wow. Das hätte ich nicht gedacht. Das hätte ich nicht gedacht. So, Blumenkohl, Blumenkohl, Geschenk. In dem Blumenkohl, Freunde. Essen, immer essen. Essen für den Kult. Essen. Geil! Geil, 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 geil. Bro, mit dem halben fricken Herz. Was? Mega! Mega! Und wir bringen 48 Knochen mit. Sau stark, Mann. Sau stark. Digga, wisst ihr, wie man es schon über 6 Stunden... Ich glaub, wir machen jetzt dann Feierabend, Freunde. Wird heute noch durchgespielt? Ne, ne, ne. Wir machen jetzt dann Schluss. Ich mach jetzt noch so meine Daily-Arbeiten, die hier so anstehen. Aber ich glaub, danach machen wir Schicht im Schacht. Aber ein bisschen was machen wir noch. Also ich werde jetzt nicht sofort... Wir bringen das Lager noch auf Vordermann, Freunde. Wir bringen auf jeden Fall das Lager noch auf Vordermann. Oh, Glücksrad! Stein. Wow, ja, Stein ist das Dümmste leider. Das brauch ich leider echt am wenigsten. Ganz viel Glaube wieder bekommen. So, hier ist dieses... Da kann ich gleich wieder mehr Holz in die Warteschlange packen. Damit die hier auch schön weiter fleißig Holz produzieren. Ah, die ganzen Holzdinge hier sind auch am Arsch. Aber ich hab mittlerweile auch gut Holz, ne. Fast 100 Stück. Wobei ich trotzdem, glaub ich, jetzt direkt wieder 2-3 neue Minen mache. Damit ich nicht in das Problem laufe, dass es mir doch irgendwann mal ausgeht, ne. Man sollte nicht aufhören zu produzieren. So, aber machen wir mal 2. Das sollte reichen. Ähm... So, aber irgendwie, warum pennen die alle auf dem Boden? Was, was, was ist das? Geh doch ins Bett, Mann. Okay, ich spure mal kurz die Zeit vor. So. Hier ist schon wieder einiges kaputt. Ich brauche jetzt diese... Ach nee, ich brauche diese verfeinerten Goldbarren, damit ich diese Massenunterkunft bauen kann, ne. Pass mal auf, jetzt ziehe ich das mal raus. Hier, 10 Golddukaten kostet das. Ja, dann blechen wir mal dafür. Okay, so. Und was habe ich für die Farm 2 gebraucht? Nix. Die kann ich machen. Baba. Ich kann die einfach upgraden. Geil. Junge, das mag ich immer, wenn man sie an Auto und Stelle einfach upgraden kann. So. Hier gibt es jetzt erstmal eine Massensegnung. Ja, aber normalerweise nehmen sie sich die Betten immer selber. Also mich wundert es, dass sie sich die freien Betten nicht selber nehmen. Aber ich glaube halt, sobald die sterben, ne. Dann kommen die irgendwie, glaube ich, durcheinander. Oh, ich habe eine neue Tafel bekommen. Das ist cool, dass man euch die Level-Ups auf so Tafeln bekommt. So, warte mal. Ich muss das ja gar nicht mehr ernten. Stimmt. Ab der Farm 2 machen die das ja schön selber. So, und ich packe gleich noch schon hier eine neue Leiche rein. Jetzt wird Johnson kompostiert. Dann wählen wir unser Leichenproblem wieder los. Bam. Geil. So. Jetzt erntet der Meister auch. Geil. Der packt das einfach hier rein. Voll nice. Voll nice. So. Jetzt arbeitet unsere Farm gut. So, ich glaube, ich mache gleich noch eine. Real Talk. Ah, ich brauche jetzt eine normale Farm dazu. Okay. Ah, Leute. Der Einfluss von der ist auch größer geworden, oder? Oder bilde ich mir das nur ein? Was passiert, wenn ich die jetzt im Radius... Habe ich irgendwas davon, die im Radius zu platzieren, Freunde? Bringt mir das was. Es ist einfach größer geworden. Oha. Dann brauche ich doch keine neue Farm. Dann muss ich einfach nur neue Felder bestellen, ne? Das kostet immer alles Geld. Ich hätte nicht gedacht, dass das Geld mal problematisch wird. Aber jetzt ist hier noch mein kleiner Rahmen, Freunde. Jetzt checke ich irgendwas nicht mehr. Ne, die Farbe... Was ist denn jetzt der kleine Rahmen? Mann, ich checke's nicht. Der große Radius ist die Vogelscheuche. Scheiße, Digga. Ich habe reingeschissen. Oh, ich habe reingeschissen. Beziehungsweise, ihr habt mir gesagt, die Farm ist größer geworden. Aber ich hätte es auch selber checken müssen. Und dann platzieren wir sie da. Ja, was mache ich jetzt mit den... Ja, die Felder, die nicht bestellt werden können, einfach Pech gehabt, oder? Felder kannst du umplatzieren? Wie? Oder Regenbogen-Scheiße, goldene Scheiße. Das Leben ist nice. So, Predigt machen wir auch noch, bevor ich die vergesse. Kannst du im Baumenü abbauen? Okay, ich guck gleich mal. Alter, unser Kult ist wieder schön groß. Geil. So muss das. So, und wir können wieder hier einmal... So, in Arbeiten und Beten reingrinden. Inspiriere einen Anhänger, um seine Loyalität zu steigern. Ersetze das Segnen. Oder einschüchtern. Nein, Freunde. Immer inspirieren. Wir sind der gute Boss. Pass auf, dass du die Felder verschiebst und nicht abbauen. Okay. Ist es auch wieder alle inspirieren? Nee, den Einzelnen kann ich inspirieren, oder? Nee, alle auf einmal. Das ist jetzt tatsächlich einfach ein krasseres Segnen geworden. Das hat jetzt einfach massiv das Segnen verbessert. So, hier. Umplatzieren müssen wir. Gebäude bearbeiten. Hier, so. Achtung. Bewegen auf A. Okay. Yes, yes. Okay, okay, passt, passt, passt. Verstanden, verstanden. Sehr gut. So, da muss einmal der Baum hier weg. Und da muss in den gleichen Radius, muss es aber, glaube ich, auch wieder so ein Silo und alles, ne? Einmal alles. So, Samensilo brauchen wir auf jeden Fall. Wieder hier drin. Und, genau, dann müssen wir es auch wieder auf eine Farm 2 upgraden. Und da brauche ich beides, beides heiliges. So ein Düngersilo auch. Okay, brauche ich wieder überall ganz viel heiliges Holz. Hier hat Düngersilo. So. Die nächste Farm kann ich dann hier hin tun. Dann teilen die sich das Düngersilo vielleicht sogar. So. Kann ich die jetzt einmal alle inspirieren? Geil. Masseninspiration. Boah, das ist ja mega. Dieses Inspirieren-Upgrade ist der Wahnsinn. Eie, oh Leute, die müssen nicht im Radius sein. Oh, wow. Ja, egal. Scheiß drauf, Digga. Wo ist denn der mit dem Level-Up? Hier. Dann gehe ich jetzt einfach hier auf Gebäude bearbeiten. Pass auf, dann entferne ich das. Dann baue ich dich auch ab. Okay. Dann habe ich nämlich noch mehr Platz. So, und Tamai baut jetzt hier auch schon an. Cool, cool. Und ernten tut der auch schon selber. So, jetzt muss ich dann nur noch irgendwann hoffen, dass ich dann auch hier dieses Samensilo vergrößern kann. So, kann ich jetzt eigentlich auch diesen Blumenkohl, mit dem Blumenkohl kochen? Safe, oder? Hier, mit vier Blumenkohl. Geil. Kannst du noch neue Anhänger annehmen? Äh, ich muss gleich mal gucken. Ich glaube, wir haben gerade niemanden in der Warteschlange, oder? Doch, stimmt, den Dino. You're right. Wir haben auch den Dino. Ja, rein in die Masse. Der letzte Anhänger für heute, Freunde. Der letzte. Bäm. Domi. Let's go. GG. Bau mal, Domi. Dikadöner und Justin. Er wird ein majestätischer Hirsch. Aber er hat gerade leichte Entscheidungsprobleme. Er weiß nicht, welche Farbe er als Hirsch nehmen soll. Er ist ein verwirrter Hirsch. Domi. Ich müsste schon auf weiter gedrückt haben. Okay, dann breche ich hier mal ab. Dann mach auf den... Ah, da ist er ja schon. Okay, hat funktioniert, ja. Hat funktioniert, Meister. So, dich schicke ich auch auf die Farm. Stimmt, wir haben noch einen. Für den Endboss kriegt man ja auch immer einen. Das vergesse ich immer. Let's go. Let's... Ja, das ist die letzte Ziehung für heute. Gamba, 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 Gamba. Schaffen wir nochmal 100 Teilnehmer, Freunde? Für die letzte Ziehung heute Abend? Let's go. Slasher! Ey, der ist schon von Anfang an dabei. Der ist schon... Der ist schon... Oh, Bruder. Ich hab abgebrochen. Slasher, Digga. Kannst du deinen Charakter trotzdem noch machen? Ich bin auf den falschen Knopf gekommen. Kannst du den Charakter trotzdem noch erstellen? Jo, okay. Sag mir, wenn du fertig erstellt hast, dann müsste der nächste Charakter trotzdem dir noch gehören. Sag, wenn du ihn fertig erstellt hast. Ich bin auf die falsche Knopf gekommen. Schwierig. Schwierig. Hübi's Leben ist gerade nicht vorbeigezogen. Wir warten sehnsüchtig. Fertig, okay. Da ist er. Ein Vogel. Lol, wir haben Vögel? Warum hat denn bisher niemand einen Vogel gemacht? Hä, voll geil. Du darfst beten, Bro. Oh, wir können sogar gleich nochmal ein neues Gebäude machen. So. Reinigungsposten 2. Ja, ich finde Gebäude-Upgrades mega. Ich mag Gebäude-Upgrades sehr gerne. Oh mein Gott. Wir haben die letzte Tempelstufe freigeschaltet. Wow. Wow, wow, wow. Wir machen bemerkbaren Fortschritt, Freunde. Warum gießen die nicht? Ah, weil sie noch anpflanzen. Jetzt gießt Domi. Okay, alles gut. So, Dünger ist auch voll. Sehr schön. Wir können hier oben nochmal eine Leiche kompostieren. Du hast näht dir den Elefanten genommen, aber muss Hübi halt wissen. Junge, warum bist du so gut darin, die Rolle des beleidigten Ex zu spielen, Döner? Das ist echt gruselig, Mann. Oh, dem geht's gar nicht so gut. Ab ins Bett mit dir, Kollege. Und irgendeiner ist übermüdet. Aber ich weiß nicht, wer. Warte mal, was will ich noch bauen? Hier. Da brauche ich noch Degazinholz. Die verlangen so viel für die Materialien. Das ist ja crazy, Alter. So, hier unten habe ich, glaube ich, nix mehr, was ich will. Ne, alles klar. Und bei Deko will ich auch nix. Und beim Glauben, höchstens Missionar 2. Okay, ich muss auf jeden Fall noch, ich muss noch mehr Stein und Holz raffinieren lassen. Schaut mal, ich kann Geld produzieren lassen. Okay, ich brauche eindeutig, ich brauche eindeutig nochmal so eine Raffinierungsstation. Hier. Alter, das ist ja, gefühlt alle Materialien, die wir brauchen, werden ja nur noch in diesen Dingern hier produziert. Ey, die muss ich ja am besten 24-7 laufen lassen. Und das Totem hier wird auch immer super schnell voll. So, dann schicken wir hier nochmal jemanden auf Cash-Missionen. Da hatten wir 85%. Ah, das schafft der meistens, das schafft der. Schlaf gut, Jaclyn, wir machen auch in wenigen Minuten aus. So, dann machen wir noch Stein. Hier kann ich Fäden machen lassen, aber doch, nee. Auch edles Garn. Muss mal herausfinden, wie ich überhaupt Garn machen kann. Wahrscheinlich ein neues Gebäude, oder? Und wo ist dieser übermüdete Dude? Angeblich gibt es immer noch einen übermüdeten. So, Daniel hat kein Bett. Ich warte jetzt mal, bis alle ins Bett gegangen sind. Okay. Dann weise mir das jetzt Daniel zu. So, dann hat der Kollege ein Bett. Slasherhacke hat auch kein Bett und Tamai auch nicht. Irgendwas läuft da ganz, ganz gravierend schief. Mal, Slasherhacke. Und Tamai. So, haben wir jetzt alle ein Bett? Irgendwo muss einer sein. Das war vielleicht auch ein Anzeigefehler. Nee, Real Kaiser noch. Okay. Dann kommt hier der gute Kaiser hin. Zack. So. Jetzt muss keiner mehr hier auf dem Boden pennen, ne? Sollte für jeden etwas da sein. Hard Eater. Immer wenn ein neuer Bewohner kommt, kann man sich live dann quasi auf einen Bewohner bewerben. Und dann gießen wir hier noch kurz. Die Samenkiste ist quasi voll. Sehr gut. Die Düngerkiste füllen wir auch nochmal auf. Hier mit Regenbogen und, und, und. Was da nicht alles reinkommt. So. Und ich glaube, Freunde, das ist ein guter Zeitpunkt. Ich koche noch was zu essen. Hier diesen Blumenkohl. Oh, ich habe keinen Blumenkohl mehr. Schade. Ja, dann machen wir einfach hier Beeren, Digga. So, hinterlassen wir unseren Anhängern noch ein bisschen was zu essen. Sehr gut. Und dann, Domi hat auch kein Bett? Wo liegt Domi? Haben wir noch irgendwo ein leeres? Hier. Domi. Pass auf. Bam. Jetzt hat er eins. Dann machen wir an der Stelle Feierabend, Freunde. Und wir haben insane viel heute geschafft. Und es hat unglaublichen Spaß gemacht. Was ein geiler Stream und was ein geiles Spiel. So, wir sind wieder back. Also, ganz kurz für Leute, die das Spiel nicht kennen. Stellt euch das Spiel ein bisschen wie Animal Crossing vor. Also, ihr baut euch ein Dorf auf. Ihr baut dann aber auch kleine Gebäude hin, wo eure Bewohner arbeiten können, Ressourcen sammeln können, etc., etc. Aber mit den gesammelten Ressourcen und allem drum und dran geht ihr in eine Art Roguelike-Gameplay. Also, in zufällig generierte Räume, wo ihr pro Raum Belohnungen bekommt und am Ende Bosse klatscht. Und ihr baut euch halt kein schönes kleines Dorf auf, sondern ihr baut euch einen einfach riesigen religiösen Kult auf. Und alle Tiere beten euch an. So, aber ich sehe gerade, wir haben hier schon wieder einen alten Bewohner und den muss ich jetzt wieder in das Opferritual packen. Damit, äh, damit wir hier keine Probleme bekommen. Ja, wenn ihr zu alt werdet, werdet ihr geopfert. Dem Glauben. Oh, sehr schön. Einige Level-Ups. Sehr geil. Und sogar noch mal eine Gebetstafel, Junge. Jetzt kracht es ja mal wieder anders. Oh, ich kann noch gar nicht, äh, ein neues Gebet machen. So, aber jetzt machen wir hier ein Ritual. Hier, das Opfer, ne? Ritual der Wiedererweckung. Ne, Wiedererweckung nicht, Opfern. Hier. Opfer des Fleisches. So, und dann müssen wir jetzt... Wer ist unser alter Bewohner? Hier, der Darkie, Meister. An deinem weißen Mantel erkennen wir dein Alter. Es war mir eine Ehre, dass du meinem Stamm gedient hast und meinem Kult. Es wird Zeit, einem höheren Wohl geopfert zu werden. Oh, Seven an den Meister. So, und wir kriegen jetzt hier... So, entweder hier, dass wir neue Flüche bekommen. Beschwöre eine Waffe oder Fluch erneut, aber die Schiffe wird um eins gesenkt. Ne, das fühle ich gar nicht. Okay, aber dann muss ich das andere hier nehmen, ne? Dann muss ich das hier leveln. Drei neue Flüche auf meinen Kreuzzügen. Okay. Du kannst Geopferte wiederbeleben. Das weiß ich, aber das kostet ultra viele von diesen Knochen. Und so viele habe ich nicht. Alter, anonymer Anruf! Warte, ich gebe gerne eine Summe ihrer Wahl, wenn sie Asta wiederbeleben. Ich suche mir keine Summe aus. Mach mir einen Vorschlag. Mach mir einen Vorschlag. Und dann sage ich, ja oder nein. So, sehr gut. Ich weiß nicht, wer das war. Ich weiß legit nicht, wer das war. So, sehr schön. Oh, das Twitch-Glücksrad ist auch wieder am Start. Und wir kriegen Nahrung! Junge, Nahrung ist geil. Sehr schön. So, wir müssen es aber auch ein bisschen putzen, ne? Ich merke gerade, dass die Hygiene hier schon wieder gar nicht mal so geil ist in unserem Dorf. Liegt hier noch irgendwo einen Kodhaufen oder so rum? Alle Anhänger deines Clans wurden geheilt. Alter, Chat! Ich danke euch. Ich danke euch. Das ist sehr lieb. Das ist sehr, sehr lieb. Okay. So, alle Samen sind gepflanzt. Der hat hier auch noch Food, glaube ich. Ein bisschen zumindest. Passt auf. Dann kocht man mal. Irgendwo liegt hier immer noch Kodhaufen. Weil hier, ja, tatsächlich. Aber ich glaube, Feli macht das, ne? Ich glaube, putzen muss ich selber nicht mehr. Das machen meine Anhänger jetzt ganz von alleine. By the way, wenn das Add-on bei euch nicht ganz richtig funktioniert, na, wenn das, äh, wenn dieses Cult of the Lamp Add-on bei euch nicht ganz funktioniert, dann einfach kurz den Stream neu starten. Also, ihr müsstet entweder, wenn ihr in der App seid, oben rechts im Chat so ein kleines Cult of the Lamp Add-on sehen. Oder wenn ihr im Stream oder, also wenn ihr am Laptop oder am PC seid, müsst es irgendwo im, im Spiel zu sehen sein. Mein Add-on buggt auch noch bei Neuladen. Okay, einige sagen, dass es bei ihnen buggt. Okay. Okay. Hm. Das ist jetzt schwierig. Weil, ich sag mal, die Kanalpunktbelohnung geht. Bei Asta läuft es. Okay, dann warten wir. Okay, bei einigen geht's. Okay, dann warten wir einfach nochmal ein bisschen. Warten wir für ein Ritual durch, dass alle im Bau befindlichen Gebäude fertig steht. Das will ich nicht. Dass drei Tage lang das Erzeugungstempo für Hingabe erhöht. Ja, das ist ganz nett. Fühl ich jetzt aber beides nicht so, muss ich sagen. Habe Erlaubnis wieder rufen und neu erteilt. Bei mir funktioniert es wieder. Okay, okay. So, habe ich gerade dieses Ritual gemacht? Nee. Was, was zur Hölle habe ich gerade getan? Ich weiß es nicht. Ich habe kein Schimmer, was gerade passiert ist. Was soll's? So, dann koche ich denen, glaube ich, noch einmal was. Und dann gehen wir, glaube ich, direkt schlachten. Ich habe Bock. Machen wir einfach ein bisschen so, ein bisschen hier Fleischsuppe und rein in die Masse. Okay, einige schreiben gerade, dass es geht. Ich glaube, es muss einfach noch sich mit allen verknüpfen, habe ich das Gefühl. Keg W700. Dankeschön für dein Prime. Das ist sehr lieb von dir. Vielen, vielen, vielen Dank. So, wir kriegen sogar noch einen neuen Bauplan. Den Tempel 4. Junge, geil. Der Frosch ist ja so cute. Ey, der Frosch ist Ehrenholger, Mann. Die letzte Erweiterungsstufe. Let's fucking go. Oh boy, das ist schon cool. Ich weiß nicht, wann wir eine Summe vorgeschlagen bekommen. Also, ich meine, es standen ein paar Summen im Chat, aber die waren natürlich alle einfach nur Troll. Ich weiß noch nicht, wie viel Geld das dem anonymen Spender wert war, Asta wieder zu beleben. So, okay, sie haben Essen. Der Glaube ist gut. Dann putzen wir hier noch einmal. Ich glaube, dann gehen wir jetzt schlachten. Warte, ich glaube... Warte mal. Warum ist hier eine neue Gegend frei? Tatsächlich, die Schmugglerstätte. Ich glaube, jetzt kommt der dritte Boss kommt jetzt. Der dritte Boss ist das nächste. Der hat auch noch mal Tarotkarten. Die Bischöfe sind fiese Typen, aber dafür halten sie die Wasserwege offen und sorgen dafür, dass der Handel floriert. Und dann hier rumläuft und sie tötet es, öffnet es allen möglichen monströsen Bästchen Tür und Tor, meine Waren zu versenken. Du machst das am besten wieder gut. Jedes Mal, wenn ein Bischof stirbt, nimmt ein fieses Monster, das Zeuge genannt wird, seinen Platz ein. Für deinem Glück kennt Plimbo Leute, die ein hübsches Sympchen für das Auge eines Zeugen zahlen würden. Ich hab doch sogar so ein Auge. Ich hab... Wir haben das schon mal gemacht. Wird auch Zeit. Schau dir das matschige Ding an. Okay. Genau wie meine Schwiegermutter. Okay. Ähm. Joa, viel Spaß mit deiner Schwiegermutter. Aber du hast hier diese Karten. Ich hab nur 40 Gold. Ich hab nur 40 Gold. 10% Chance auf Heilung beim Töten eines Gegners. Das kann ich mir nicht mehr leisten. Ja, Digga. Ich komm, glaub ich, später nochmal. Was kann ich hier machen? Da kann ich eine Anhänger... Komm, Chat. Ich kauf wieder ein neues Tier für euch. Ich kauf ein neues Tier für euch. Und wenn wir jetzt gleich neue Bewohner haben, könnt ihr ein Bär werden. Okay, wie wäre es mit 50 Euro bar oder als giftig? Zaps für die Wiederbelebung. 50 Euro dafür, dass ich Asta wiederbelebe. Deal. Deal. Ich belebe Asta und dann kommt die Donation. Asta, 50 Euro ist doch ein guter Wert. 50 Euro per Donation. Und dann, dann kauf ich Asta ein. Wir handeln einfach mit Asta. Oh, warte mal. Mein Glaube suckt. Warum suckt mein Glaube so? Was habe ich... Was habe ich... Was habe ich verpasst? Warum ist mein Glaube so für ein Arsch? Uh, er ist wieder da. Alper ist da. Mit 48 Gold. Geil. Oh, ich habe eine Quest verkackt. Ah, ich verstehe. Hole Kamille aus düster Holz. Oh, nee. Ja, mache ich, mache ich. Jetzt leg dich hin. So, Ananas hat kein Bett. Wieso? Ananas, das ist dein Bett. Irgendwie das automatische Zuordnen der Betten funktioniert nicht so ganz. Warum kann ich Ananas nicht in ein Bett geben? Hä? Das ist Ananasbett, oder was? Okay, ich kapiere gar nichts. Äh, aber in Ordnung. Ja, warte mal. Dann machen wir es folgendermaßen. Dann spule ich jetzt erst ein bisschen vor. Daida, danke für die 41 Monate. Vielen, vielen Dank. Schön, dass du da bist. So, okay. Es gibt nicht genug Betten. Hä? Okay, mein Volk rebelliert. Aber wir schaffen das schon. Wir halten jetzt erst mal unsere Predigt. Fireshock. Ich sag gleich, wie es funktioniert. Mein Sub ignorierst du einfach. Lukas. Sind wir immer noch an dem Punkt, wo sich immer beschwert wird, soweit ich einmal aus Versehen was übersehe? Ihr seht doch, dass ich mir Mühe gebe, alles vorzulesen. Luca, mein Tag war großartig. Danke dir. War nur ein Scherz. Hat sich aber nicht wie ein Scherz gelesen. Auf deinen Kreuzzügen tauchen wieder drei neue Flüche auf. Ja, come on, go for it. Bam. So, und am besten müsste ich jetzt eigentlich nochmal... Alter, mein Glaube ist immer noch voll für den Arsch. Wieso? Rituale. Hier, es kostet 25 Knochen. Das Wiederbeleben 150. Aber ich gehe eh auf Kreuzzüge. Ja, dann machen wir jetzt einmal das. Einfach, um den Glauben wieder ein bisschen zu pushen. Damals, 2020, in dem Color Splash Stream, habe ich eine YouTube-Mitgliedschaft abgeschlossen. Die hast du dir übersehen. Okay, Glaube ist wieder gepusht. Und was ist hier bei Krone? Ah, ich kann mir jetzt ein neues Gewand rauslassen. Ja, nehmen wir mal das. Das finde ich eigentlich auch... Dann machen wir mit diesem Gewand jetzt mal diesen Run durchs Düsterholz. Da kriege ich direkt am Anfang so ein paar Karten. Das finde ich eigentlich ganz nice. So, eine Masseninspiration hier. Let's go. So, das hat den Glauben auch gut getan. Und dann holen wir jetzt noch diese komische Kamelie oder Kamelie. Ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht. Aus dem Düsterholz. Dann machen wir einfach nochmal einen frischen Düsterholz-Run. Mit dem weißen Gewand. Und dann müsste es hoffentlich allen wieder gut gehen. Das war das Düsterholz, hoffe ich. Ist das das Düsterholz? Ja. Okay. Okay, wir kriegen vier Karten. Schaden in der Nacht um 30% erhöht das Sackt. Immer Gift ist geil. Erhöhtes Bewegungstempo und erhöhter Waffenschaden. Ja, das finde ich eigentlich in Ordnung, muss ich zugeben. Wirft Gegner zurück und friert sie ein. Geil. So, und was bist du? Statue der Bestie begehrt Gold. Was habe ich getan? Okay. Ich habe es gar für 30 Gold hier ein Opfer gebracht. Ah ja. Okay, aufpassen. Okay, der kotzt hier immer so ein bisschen. So, das Gift ballert jetzt, ne? Hoffe ich. Yes. Okay, alles klar. Wir können jetzt keine weiteren mehr dieser Karten finden. Aber ich finde, eigentlich haben wir jetzt ganz guten Loot. Mit dem wir eigentlich echt zufrieden sein können. Ja, okay. Ach, da habe ich diese Schilde kaputt gemacht, ne? Okay. Bro, ich gehe gerade voll aufs Maul, ne? Weil der schwere Angriff nicht so funktioniert, wie ich will. Ich kille den einfach über das Gift. Sehr schön. Ist das Game schwer? Ich finde, es hat einen okayen. Ich finde, es hat einen okayen Schwierigkeitsgrad. Ist nicht super schwer, aber man kann schon mal sterben. So ist es nicht. Was habe ich jetzt? Da habe ich einen Eisschuss auf Stufe 11. Geil. Wir testen das mal. Okay. Dadurch werden die so langsam, wenn die eingefroren sind. Ich verstehe. Aber eigentlich sind wir ja vor allem hier. Da müssen wir ja aufpassen, weil wir diese Blumen einsammeln sollen, ne? Lukas, danke für den Gift-Subs an mir. Kicks mir aus. Sehr geil. So. So, bei denen wichtig. Meine Schläge lassen die nicht... Och, Bruder. Nicht zurückschrecken. Bro, der Gift-Schaden ist insane, man. Geiler Gift-Schaden. Schmackofatz, sage ich da nur, ne? Schmackofatz. In diesen ganzen Säcken sind überall Leichen drin. Da kommen neue Knochen raus. Ich brauche 150 Knochen für das Wiederbelebungsritual von Asta. Sehr schön. So. Gibt es irgendwo... Ja, da oben ist ein neuer Bewohner. Dann gehen wir hier lang. Ich will auf jeden Fall einen neuen Bewohner auch. Wie war nochmal der Kultgruß? Sibuna. Okay, das ist jetzt auch ein neuer Händler, ne? Ich kann mit Herzen zahlen hier. Oh, Bro. Ne, doch nicht. Fluchangriffsschaden erhöht. Ne, aber das ist eine neue Bewohnerform. Ja, okay. Bewohnerform feiere ich immer. Die kriege ich sogar geschenkt. Ihr könnt jetzt ein Einhorn werden. Ein blutiges Einhorn. Bei Angriffen wird Gift hinterlassen, dank des Twitch-Chats. Alter Twitch-Chats. Ihr seid so sick. Ihr seid so sick. Ah, aber ich kriege... Ich bekomme auch den Gift-Schaden. Ich hinterlasse jetzt quasi Gift-Pfützen, wenn ich angreife. Oh, boy. Oh, das heißt, ich muss immer in Bewegung bleiben. Okay, so Baba ist das gar nicht. Es ist okay. Es ist halt Schaden für alle, ne? So Gegner wie ich haben, also... Es ist eher einfach so eine Stage-Beeinflussung, so ein bisschen. Beeinflussung. Ich muss mich halt immer... Ich muss halt immer in Bewegung bleiben. Da ist nochmal so eine komische Kamille. Geil. Ich brauche immer noch zwei. Da ist nochmal eine. Die nehme ich auch mit. Ah, nee. Nur ich kriege das. Okay, danke, Chat. Ich habe euch gelobt. Ich nehme das Lob zurück. Ihr habt mich einfach gehopst. Den habe ich vergiftet in der Mitte. Das Gute ist, ich kann das wirklich über das Gift relativ gut regeln. Ein Schlag auf die reicht. Und das Gift macht dann echt den Rest quasi. Sehr schön. Ist nochmal irgendwo so eine rote Blume? Ich brauche nur eine rote Blume. Der Chat will dich leiden sehen. Ich merke schon. Ich merke schon. Sehr gut. So, dann machen wir mal den da. Einfach immer Schlagen rollen. Das ist jetzt, das ist halt die neue Meta, ne? Schlagen rollen. Sehr gut. Das Gift stellt deine toxische Persönlichkeit dar. Bitte was? Das nehme ich ja jetzt fast persönlich. Sehr schön. Warte mal, wenn es hier normal weitergeht. Aber no front. Das reicht, glaube ich, wenn ich alle einmal treffe. Weil das Gift die killt. Das ist halt mega, ne? Ah, und ich habe genügend von diesen roten Blumen eingesammelt. Das heißt, ich kann meinem Team auf jeden... Oder meinem Kult auf jeden Fall wieder ein bisschen Glauben geben. Oh, oh, oh. Oh, ne fette Axt mit Chance auf Crypt-Treffer. Geil. Die Axt mag ich. So, jetzt kriegen wir einen neuen Anhänger, Freunde. Das heißt, wir kriegen gleich... Macht schon mal eure, eure, äh... Macht schon mal eure Twitch-Erweiterung ready, Freunde. Es kracht gleich wieder. Ey, Feli macht hier super viel mit, äh... Kanalpunkte dem Kult, äh, sag ich mal. Beisteuern. Ich sehe ganz häufig, kleines Feli hat was beigetragen. Das war ein Crit. Oh, jetzt bin ich auch vergiftet. Shit. Mhm. Das hat gerumst. Sehr gut. Sehr geil. So, das ist ein Stachelschwein, ne? Wenn ich jetzt hier so ein Stachelsch... Ne, so ein Gürteltier. Entschuldigung, ein Gürteltier. Wenn ich jetzt hier so ein Gürteltier finde, ist das dann auch als neue Anhängerform freigeschaltet? Oder Armadillo, ja. Ich glaube, Gürteltier und Armadillo sind das gleiche, ne? Cash. Boah, ey. Mit der Vergiftung muss man aufpassen. Boah. Boah. Ei. Okay. Ich habe nur noch ein Herz. Ich kriege halt gar keine Heilung, ne? Ich habe nur noch... Okay. Aber es ist nicht schlimm, wenn ich sterbe. Es ist nicht schlimm, weil ich, äh... Weil ich habe den Bewohner, den wollte ich... Wow. Eineinhalb Herzen. Und, äh... Warte mal, ich kann noch mal neun Fluch machen. Warte mal. Und ich habe die Quest geschafft. Oh, es ist das Ziel suchend. Was ist das hier? Friert alle Gegner ein. Den nehme ich. Ey, Parabelrambo, danke für die sieben Monate. Und Asuna auch mit sieben Monaten. Leider lang nicht mehr gesehen, zwecks neuer XD. Das ist das neue XD, Asuna. Aber Dankeschön. Okay, das hat gepasst. Oh, pass auf. Sehr gut. No Damage. Panzerhandschuhe 12. Oder Malstrom 13. Wisst ihr, das? Ich nehme Tentakel 13. Ich finde die Flüche super stark. Und die zu leveln, ist, glaube ich, immer ne gute Sache. Neue Arbeit. Perfekter Vorführeffekt. Ja, XD. Neue Arbeit. Alles das Gleiche. Ah, da hat er mich nicht einmal erwischt. Und nochmal. Ja, das wird nix, Freunde. Weil er mir immer in die Fresse springt. Bruder! Wo kommt das denn her? Ich muss mich nur gerade sehr konzentrieren, weil ich noch so ganz minimale Hoffnung habe, diesen Kampf zu schaffen. Auch wenn die Hoffnung nicht hoch ist. Ich schaue sofort. Das waren wahrscheinlich fünf, oder? Oh, jetzt springt er schon dreimal. Okay. Eins, zwei, drei. Eins. Da war ein halbes Herz. Eins, zwei. Jawollo! Ey, wir haben das doch gerockt! Let's go! Von wem war das? Asuna mit den fünf giftet! Vielen Dank! Vielen, vielen, vielen Dank! Wahnsinnig großzügig! Ey, nice! Dankeschön! So, ich weiß nicht. Großes Geschenk finde ich eigentlich geil. Na, wobei, großes Geschenk ist auch nur für die Mitbewohner, ne? Äh, no way. Hypercrasher auch mit fünf. Hypercrasher. Ich nehme die Beeren. Ich nehme die Beeren. Dankeschön! Danke, 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 danke! Mega lieb! Mega lieb, Mann! Danke, Leute! Sau cool! Sau cool! Super großzügig! Jan hat VIP eingelöst! Bro, warum sehe ich das nicht? Ah, weil ich auf Kult-Anfragen bin. Maschallah! Ey, wir haben jetzt zwei neue VIPs in kurzer Zeit, Freunde. Ihr wisst, was das heißt. Es wird bald wieder Zeit für die Erhöhung der VIP-Preise. Aufreise. So. Okay, jetzt muss ich aber hier erstmal ein bisschen aufpassen. Ach, du Scheiße. Boah, ich gehe einmal auf so eine Mission. Na, instant gefühlt hier schon wieder komplett Feierabend. Bro, was ist mit den Betten passiert? Das wart ihr. Wart ihr das mit einer Twitch-Abstimmung? Wart ihr das mit einer Twitch-Abstimmung? Nicht! Okay, krass. Dann haben wir einfach Ultra-Pech. Okay, alles klar. So, und Hunger haben sie, Freunde. Hunger hat das Volk. Na, dann machen wir doch mal hier ein paar... Warte mal, was haben wir denn hier so? Bären. Wobei, nee, da müssen die mal kacken, ne? Dann machen wir hier, oder? Gemüsesuppe. Erschöpfung ausgelöst wird. Zehn-prozentige Chance. Nee, machen wir hier Fleischbrühe. No way. No way. Nochmal. Feiershock! Feiershock! Einfach mit den drei Gifte-Subs! Ich danke dir, Mann. Ey, was macht ihr? Das ist ja mal so cool, Chad. Dankeschön! Vielen Dank! Dieses Mal bessere Laune. Was soll heißen, dieses Mal bessere Laune? Also beim Kalt-of-the-Lamb-Spielen, Meister, habe ich doch immer gute Laune, oder? Also ich meine, ich finde das Spiel richtig geil. Oh, hier ist ein Ketzer! Ja, Meister, dann ab in den Knast, ne? Junge, Real Kaiser will hier Faxen machen. Jetzt kann ich hier auch alle segnen, ne? Geil. Wir müssen, by the way, Feli bald opfern. Die ist alt. Auch wenn es mir im Herzen weh tut. Und ich brauche auf jeden Fall noch eine Schlafmöglichkeit. Ey, Hyper-Crusher! Danke, Mann! Danke, 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 danke! Boah, ich ver... Ah, veredelten Stein. Okay. Warte mal, was ist in den Kisten drin? Fünf veredelter Stein, pass auf. Machen wir hier veredelten Stein? Da mache ich doch direkt mal mit. Und hier auch. Kyle auch mit 16 Monaten Prime. Ey! Chat, was tut ihr? Was tut ihr? Vielen Dank! Und hier lasse ich jetzt einfach mal Goldmünzen produzieren. Thank you. Thank you so much. Wirklich. Da rede ich sogar Englisch, als wäre ich Mois. Misako auch mit 21, Bruder. Danke schön. So, hier oben haben wir noch unsere Holzkiste. Die hat den Schuh gemacht. Bam! Okay, äh, passt auf. Jetzt haben wir hier noch Dünger. Pass auf, dann werde ich jetzt hier direkt mal noch die letzte Leiche los. Dann ist nämlich unsere Gruft wieder leer. Okay. So, die produzieren alle. Die beten alle. Das ist auch schön. Äh, ja, ich werde nochmal Essen kochen müssen. Essen ist echt immer und immer wieder ein Thema. So, Moment. Bruder, die Suppe einfach auch noch mitten im Prime. Ja, Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. So, und ein Bett müssen wir auf jeden Fall noch craften. Ein Bett brauchen wir auf jeden Fall. Ich mache, glaube ich, gleich so ein... Ah, nee, ich mache dann bald mal so eine Massenunterkunft. Wenn ich das verbesserte... Wenn ich den verbesserten Stein habe, dann mache ich mal so eine Massenunterkunft. So. Fluzilla, gib mir mal hier dein Level ab. Und jetzt, Freunde, der neue Bewohner. Der neue Bewohner. So, damit ihr jetzt ein Bewohner werden könnt, Freunde, müsst ihr entweder, wenn ihr am Laptop oder PC seid, im Livestream-Fenster irgendwo so ein Button für den Cult of the Lamp, für die Cult of the Lamp-Erweiterung sein. Oder, wenn ihr am Handy seid, rechts oben über dem Chat müsste so ein roter Button sein. Der müsste das Cult of the Lamp-Logo sein, wo ihr euch auch hier für eine, äh, Ziehung quasi eintragen könnt. Und bei 100 mache ich immer. Zack. Junge Hybi war lost. Das ist ja auch wirklich ein Wahnsinnsname. Alle. Oh, er nimmt instin das Einhorn. Let's go. Direkt ein neues Tier. Geil. Ein lila Einhorn. Gute Sache. Und, äh, dich machen wir auf jeden Fall zum Putzen. Damit hier alles immer, damit hier alles angenehm sauber bleibt. So, alles klar. Warum pennt Flozilla nicht? Ah, weil er noch gegessen und geschissen ist. So, das verbrannte Essen muss ich auch wegputzen. Was macht diese Spinne hier? So, das pennen alle, ne? Ja. Junge. Das klingt wie eine Drohung. Wie sieht das aus mit dem Tanktop, was du mir geben sollst? Auf der Gamescom sehen wir uns wieder. Boah, Dix, Digger. Und jetzt hauen wir instant eine Predigt raus. Und dann wird Asta wiederbelebt. Wie oft hat man ungefähr die Chance? Einmal pro Stunde? Nee, häufiger, häufiger. Also, ich würde mal sagen, so alle fünf bis zehn Minuten. Oh, wir haben einige Level-Ups im Glauben. Und können jetzt sogar theoretisch neu die Doktrin verkünden. Aber, Freunde, es wird Zeit, Asta zurückzuholen. Von den Toten. Die hat jetzt sogar ein recht hohes Level, ne? Stufe 4, ja. Asta wird wiederbelebt. Praying. Praying. Jetzt kann ich sogar noch eine neue Doktrin verkünden. Führe in ein Ritual durch, dass deine Anhänger drei Tage und Nächte ohne zu ermüden durcharbeiten. Das ist cool. Bei dem du einen Ruhetag ausrufst. Deine Anhänger werden einen Tag lang nicht arbeiten, aber 80 Glauben erhalten. Ne, nix Ruhetag. Durcharbeiten für drei Tage. Das fühle ich. Du bist also doch außerhalb von Hype Charity kaufbar. Sehr schön. Ja, aber für die Community. Ich habe das ja nur für Asta gemacht. Nicht für mich. Was geht jetzt wieder ab? Jetzt laufe ich wieder hier in die Mitte. Das war doch sonst nie so. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Was ist das jetzt hier? Gegenstand nehmen. Wo kommen die jetzt 154 Gold her? Was habe ich denn jetzt verpasst? Das war ein Voting? Ja, jo. Wie krass. Ihr habt mir eine Kirchensteuer. Oh, ich habe wieder einen neuen Bauplan. Geil. Aber ich segne die jetzt hier nochmal ein bisschen. So, und noch mal ein Glücksrad. Alter, jetzt kracht es ja mal anders hier. Oh, das ist eine neue Form. Ne, das ist nur eine neue Deko, wow. Ja, Bro. Nein, ihr habt die schon wieder goldene Kacke hinterlassen. Okay. So, okay. Was geht hier? Besseres Scheißhaus. Besserer Holzplatz. Missionar 3. Küche. Ermöglicht Anhänger, Mahlzeiten für andere zu kochen. Ja, aber so selten. Ja, aber so selten. Wie Chico. Hä? Bro, wenn ich nicht mehr kochen muss, das wäre ja insane. Das würde mir ja so viel Arbeit sparen. Okay, was kostet der Bums? Was kostet der Bums? Hier oben. Auch nur verbesserten Stein. Ja, da produziere ich ja gerade sowieso. So, Gold, Gold. Und Stein wird noch gemacht. Pass auf, ich mache gleich mehr verbesserten Stein. Ich habe das Gefühl, davon werde ich noch viel brauchen. So, und dann produziere ich jetzt, glaube ich, gleich noch, wenn wir schon dabei sind, mehr Rohstoffe. Dann machen wir hier noch mal zwei so Holzfarmen hin. Und dann werde ich jetzt, glaube ich, auch gleich noch mal zwei Steinminen hinbauen. Weil wenn ich jetzt so viel verbesserten Stein brauche, dann sollte ich vielleicht doch langsamer wieder anfangen, Stein zu produzieren. Mit den 500 Kanalpunkten füllt ihr diese Twitchliste hier. Yo! Okay, hier ist die Knete. Hier ist die. Ich habe die Anrufposten abgezogen, Bpw. Ist fair. Ist fair. Ein, ein Anruf, ein Wort. Ich weiß ja nicht mehr, bei wem ich mich bedanken muss. Ein, aber ein Anruf, ein Wort, Freunde. Let's go, man. Let's go. So, warte mal. Ich will wieder, ich schicke die da auf Goldmissionen. 85%ige Überlebenschance. Das schaffst du. Das schaffst du. Ich lasse die immer Gold holen gehen. Das Telefon vibriert. Anruf anonym. So, dem können wir auch noch jetzt wieder eine Bekehrungspredigt halten. So, die bauen hier auch schon fleißig. Sehr schön. Okay. Freunde, dann würde ich sagen, gehen wir einfach direkt... Ne, warte mal. Ich ziehe noch mein Gewand aus. Moment. Aber wir gehen auf Schlachtungsmissionen. Wir legen jetzt den Boss. Wir legen jetzt... Oder wir probieren es. Sagen wir lieber, wir probieren es. Probieren wir den, äh... den Wasserboss zu legen. Ich ziehe wieder mein normales Gewand an. Das finde ich am Geisten. Probieren wir es mal. Probieren wir es mal. Mal sehen, ob das was wird. Hint fort. Such woanders genug Tugend. Du wirst die Schwelle meines Tempels nicht überschreiten. Ich glaube nicht. So, gönnen wir erst mal geile Waffen. Was kriegen wir? Panzerhandschuhe mit Crit Chance. Das ist in Ordnung. Zwei Sekunden Unverwundbarkeit. Okay, das will ich gar nicht. Also nicht mal so ein bisschen. So gar nicht, gar nicht. Bratgurke, ich habe bereits vor einer Minute darauf geantwortet. Irgendwann musst du auch zuhören. Boah. Sehr gut. Ach, Bruder. Okay, ich fühle Panzerhandschuhe doch nicht. Also in dem Raum, wo viele Gegner sind, ist der Panzerhandschuhe halt voll für den Arsch. Weil du, du musst halt deine Angriffe stacken. Aber wenn du stackst, kannst du diesen vielen Angriffen nicht ausweichen. Da muss man ein bisschen anders spielen mit dem Panzerhandschuhe, glaube ich. Nö, ich habe gesagt, dass die 500 Kanalpunkte das Totem in der Mitte füllen. Und damit gibt es Boni. Mehr ist es nicht. Wer bist du denn? Fünf werden zu vier werden. Drei zu zwei und zu einem und der wird zu nichts. Kalmar hat es schon immer Angst vor der roten Krone. An meiner Tür wirst du als nächstes klopfen. Klopf, klopf, das Lamm kommt. Okay. Chilliger Move, Bro. Oh, okay. Auffassen. Okay, die schwingt sich jetzt da irgendwie. Ah, lol! Die kann auf mir landen, das wusste ich nicht. So. Beschwöre einen Dämon, der dich im Kampf unterstützt. Let's go! Was für einer ist es? Stacheldämon. Okay. Heißt das, die kriegen Schaden, wenn sie mich berühren? Das ist jetzt nicht das Geilste, aber auch nicht das Schlechteste. Aua. Ah, nee, der dasht hier einfach ein bisschen rum. Okay, der ist einfach glücklich so. Mhm. Wer kann auf dem Land nicht? Ich wollte... Soll ich das machen mit den 500 Kanalpunkten? Wenn du möchtest. So, aufpassen. Weg mit dir. Weg mit dir. Okay. Justin, nur weil du jetzt wieder Internet hast, heißt das nicht, dass du jetzt ein Flirt-Gott bist. Aua. Also, ich finde den Stacheldämon okay. Aber er ist jetzt auch nicht die Welt. Ich muss jetzt auch mal fairerweise dazugeben. So, erste Ebene geschafft. Friere alle Gegner ein. Ja. Kann man sich merken. So, warte mal, wenn ich hier rüber gehe, kommt Zufall, Kampf und neues Schmidt-Lied. Ja, komm, gehen wir mal zu Zufall. Aha. Zufall ist eher. Das ist, glaube ich, Lore. Okay. Ja, das war jetzt nicht so das, was ich wollte, to be honest. Aber, naja, ein Free-Raum, würde ich sagen. So, und hier gibt es jetzt irgendwie, ich verliere Geld, wenn ich getroffen werde, verstehe ich das richtig? Doppelte Münzen, Gegner hinterlassen, Gift. Okay. Wenn sie sterben, oder was? Ja, wahrscheinlich, wenn sie sterben. Ja, okay, Gegner hinterlassen, Gift, wenn sie sterben. Aber das ist okay. Also, ich muss sagen, dafür finde ich doppelte Kohle ganz geil. Und Lombardo im 41. High. Was geht? Was geht, Mann? Okay, aufpassen. Aha. Ja, Bombe. Zack, weg mit allem. Easy, Digga. Und hier unten gibt es endlich mal eine Karte. Endlich mal eine Tarotkarte. So. Zusätzliches Herz und Bewegungstempo, dann nehme ich das Herz. Sonst kann ich hier für 30 mir nochmal eine neue Karte holen. Das mache ich. Gegner hinterlassen, mehr Eifer. Ja. Das ist quasi, dass ich besser zaubern kann, ne? Sehr schön. Nicht viel heute, wie gefällt dir Karte auf der Lämm? Ich liebe es. Es ist für mich ein riesen Win, Mann. Es ist für mich wirklich ein riesen Win. Ich enjoy es so sehr. Also er ist das Spiel vom Olymp und ein absoluter, absolut geiles Ding. Das ist für mich. Lassen wir hier den ganzen kleinen Bums weg. So, das machen wir schon wieder. So. Was habe ich eigentlich gerade vor mir? Ah, so ein Butz. Ah, ah, das explodiert und ich bin dann kurz unverwundbar. Das ist ja wiederum ganz geil. Aua. Aha. So, jetzt bin ich ja gerade unverwundbar. Okay, dann ist die Unverwundbarkeit eigentlich ganz nice. Aber ich will jetzt mal eine andere Waffe als diese Panzerhandschuhe haben. Also, sobald es halt mehrere Gegner werden, wird es halt super unübersichtlich. Du hast kaum noch eine Chance, ne? Das ist so ein bisschen das Ding. Die sind, finde ich, nur gegen gewisse Gegnerarten gut. So, okay. Ein explosives Projekt hier. Alles so. Mir geht's gut, Daniela. Dankeschön. Mir geht's sehr, sehr gut. Vielen, vielen Dank für den 38. Monat. Wir haben uns geweigert zu konvertieren, also haben sie alle getötet. Bitte nehme ich mit. Keine Sorge. Freunde, wir haben einen Hiebpferd. Ich denke, der Stream geht eher noch drei. Okay, also so ganz boss-ready fühle ich mich noch nicht, wenn ich ehrlich bin. Aber mal sehen, was so passiert. Bro, wie viel hält der aus? Ah lol, hat der vielleicht ein Schild? Nee. What the fuck? Ich check's dann. Ich check's nicht. Was muss ich denn da tun? Ich muss auf ihn zurückschleudern. Ah! Digga! Ich hab gar nichts kapiert. Der nächste Miniboss hat mehr Leben wegen uns. Ja, Bro, der Run wird's auch nicht. Das seh ich schon. Der Run wird's so gar nicht. Lass einen Blitz auf die Ungläubigen niederschmettern. Das find ich gut. Ich hab den auch gar nicht kapiert, diesen Gegner hier. So null. Ich mein, jetzt der Hammer ist Waffe, ist geil, aber das wird ja bei. Oh. Oh. Der ist schön. Okay, aber immerhin wieder ein Herz bekommen. Hammer ist jetzt eigentlich, also ich bin mit Waffe und Fluch eigentlich mittlerweile ganz zufrieden. Reicht die kaputt machen? Nee, okay, die sind einfach nur so da. Okay, die gehen auch kaputt. Ohne Karte. Kriege ich die beide? Aha. Ein krankes Herz. Herz. Haben wir schon wieder drei Herzen? Ich krieg zwei Karten einfach so. Und nochmal ein blaues Herz. Habt ihr das gemacht? Oh Gott, ich seh schon wieder minus zehn Glaube die ganze Zeit da an der Seite. ich seh schon wieder ich seh schon wieder hier meinen ich komm zurück von diesem Schlachtfeldzug und mein ganzer Glaube glaubt, also mein ganzer Kult glaubt einfach nicht mehr an mich so. Mhm. Sehr schön. Okay. Irgendwie hat das geklappt. Ja, irgendjemand ist an Altersschwäche gestorben. Jo, eine Karte und ein Herz. Reduzi... Achso, das ist mehr Schaden, wenn die Lebensanzeige down ist. Ey, ich hab fünf Herzen. Oder viereinhalb. Nee, Feli wurde nicht geopfert. Feli ist einfach an Altersschwäche gestorben. Daniel hungert. Ah, Bruder. Das finde ich echt ein bisschen weird, ne, in dem Game. Wenn du dann einfach auf diesen Kreuzzügen bist, so kracht halt einfach dein kompletter Clan ins Nichts. Gerade mit den Twitch-Integrationen ist es fast immer ein bisschen unfair, finde ich, ne. Du bist einfach auf einem Kreuzzug und dann kommt sie, ja, während du weg warst, hat übrigens dein Kult hat sich selbst in Brand gesteckt. Waren deine zufälligen Gegnern klein, finde ich. Bleib bei meinem Blitzen. Oh, okay. Wieder irgendeine neue Deko. Ich weiß nicht, in welche Richtung wir laufen müssen. Wir gehen einfach mal hier lang. Sehr gut. Oh, die brauchen drei Schläge. Auffassen. Ah, jetzt hat er mich erwischt. Zu viele Projektile. Aber der Hammer ist mega als Waffe. Der Hammer ist richtig cool. Mhm. Mal aufpassen. Ah, der beschwört hier schon wieder so kleine Pisser, ne. Sehr gut. die Schneider viel zu schnell für mich sind. Weil ich meine ganzen Bonus-Helts schon wieder verloren. Ich denke übrigens auch gerade wieder dauernd, dass dieser Stachelkollege, den ich habe, dass es ein Feind ist. Okay. Oh, wir kriegen noch mal Waffen. Was ist das? Vampir-Schwert. Gewährt die Chance, den Träger mit der Lebenskraft eines getöteten Gegners zu heilen. Ne, ich bleibe bei meinem Hammer. Ich bleibe bei meinem Hammer tatsächlich. ganz viel aufpassen, was hier passiert. Erstmal ganz viel von diesen Bombengegnern. Dann du weg. Och, Bro, der kam aus dem Gebüsch. Bro, und jetzt hat sich sein Angriffstiming verzögert, weil mein Stachelkollege den getroffen hat. Mann. Da steht alles so unlucky hier. Ja, der Bosskampf wird es glaube ich nicht, Freunde. Du hast einen Krog übersehen. Das ist wie wenn der Lehrer den Klassenraum verlässt, sofort Apokalypse. Ja, so fühlt es sich an, wirklich, wirklich. Ja, das sieht jetzt nicht so gut aus. Sind wir jetzt mal ehrlich? Das sieht jetzt nicht so gut aus. Einen unbekannten Boss mit zweieinhalb Leben klatschen. Nicht so nice. Mal sehen, was er kann. Mal sehen, was der Meister drauf hat. Bro, what the fuck? Okay. Ich kann so ein bisschen auf Kerzen hoffen. Hier im Gebüsch vielleicht. Okay. vielleicht hier, wenn ich die so ein bisschen klatsche. So. Äh. Ja! Bro! Ja! Genau! Alter! Bei dem kracht's ja mal anders. Okay. Da müssen wir auf jeden Fall noch... Ich brauch auf jeden Fall noch bessere Moves, wenn ich gegen den was reißen will. Okay, ich brauch volle Herzen, wenn ich bei dem bin. Ich brauch volle Herzen, wenn ich bei dem bin. Junge, 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 Junge. Okay, der ist eine Ansage. Bro, mein Glaube ist auf Null. Irgendjemand ist tot. Was habt ihr denn jetzt schon... Also... What the fuck? Was habt ihr denn jetzt schon wieder gemacht? Was habt ihr denn... Du gehst einmal auf so eine Mission und alle Werte sind auf Null. Was willst du denn machen? So, bessere Waffe, wenn ich einen Kreuzzug starte. Da sage ich nicht nein. So, und dann machen wir jetzt hier gleich nochmal so ein Glaubensritual. Kann ich grad gar nicht. Okay. Fang zwei Tage lang doppelt so viele Fische. Das würde den Glauben ein bisschen pushen. Und hier, Festritual. Ja, den Hunger füllen. Das ist geil. Das ist geil. Das ist geil. Bringt Glaube und löst unser Essensproblem. Ja, auf einmal bin ich doch gar nicht mehr so scheiße, ne? Wenn die Mägen auf einmal wieder voll sind, dann ist es auf einmal doch alles gar nicht mehr so blöd. So, Feli hat den Schuh gemacht. Die wird direkt, äh, auf den Kompost geworfen. Oh, und wir haben jetzt sogar, ähm... Wir haben jetzt sogar hier Reekaiser wieder zurückgewonnen als Abweichler. Dem, dem Meister geht's wieder gut. Den können wir entlassen. Dann machen wir hier einmal die Kacke weg. Hier, da, schaut mal. Auf einmal! Und auf einmal ist doch alles gar nicht mehr so schlecht. Was ist das? Das ist ein toter Scheißhaut. Ergebener Dünger. Okay. Interessant. Wenn wir nochmal Gold nennen. 20 Münzen bringt. Daniel will irgendwas. Rekrutiere abtrünnige Anhänger. Ja, das schaffen wir. So. Und dann machen wir jetzt auf jeden Fall noch zwei Ziehungen, Freunde. Und wir müssen auch noch ihn. Ehrenholger müssen wir opfern. Oh Gott, das wird mir... Ich kann doch nicht Ehrenholger opfern. So, Freunde. Nilpferdziehung. Wer möchte das Nilpferd sein? Bei 100 Teilnehmern mache ich Instantziehung. Ohne, wir kriegen gar keine 100 mehr hin. Ah, doch. Jetzt passiert nochmal was. Bam. Einfach tu zu. Sehr schön. Oh, meine Cam hat den Schuh gemacht. Oh, meine Cam wird es zu heiß. Ja, ich habe die Klimaanlage ausgemacht. Äh, einen Moment. Aber tu zu. GG. Er macht den Fisch. Er macht den Fisch. Wunderbar. Schon besser. Den schwarzen Schwertfisch. Den schwarzen Schwertfisch. Das sieht cool aus. Und ich glaube, wir haben jetzt gleich noch jemand neuen. Äh, du darfst beten. Genau. Und der Abtrünnige. Den wir erstmal wieder bekehren müssen. Aber das Gefängnis ist gerade frei. Wer ist Abtrünniger? Wer geht Instant in den Knast? Wie cool. Ich freue mich. Oh, Tutzu. Das freut mich, Mann. Wer will Instant in den Knast? Bei 100 ziehe ich. Bam. Dark Gina. GG. So muss das. Einmal bitte einen schönen Charakter bauen. Knast. Das wäre der perfekte Job für mich. Wieder Ahle. Aber GG. Rolltreppen. 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 Ahle. So. Freut mich, dass du da bist. Aber. Du gehst leider Instant in den Knast. I'm sorry. Sobald du unverzogen bist. Bist du wieder einer von uns. Und Daniel können wir sogar noch hier die Quest abgeben. Warte mal hier. Bei Daniel. Wunderbar. So. Dann inspirieren wir hier noch ein bisschen. Ey, unser Kult ist richtig groß, ne? Erstmal die Seife fallen lassen. Ey, wir sind nur ein religiöser Kult. Nichts anderes. Nichts anderes. Nice. Aber ich glaube, wir brauchen jetzt noch mindestens ein Bett, ne? Ja. Und hier. Alper ist wieder super müde. Weil der war wieder auf Goldsammelmissionen. Du gehst pennen. Und jetzt kann ich so eine Massenunterkunft bauen, ne? Ja, die kann ich mir jetzt leisten. Nice. Die stellen wir jetzt hier auf. Dann bauen wir die alle gemeinsam. Und dann können wir auf jeden Fall einige Anhänger aufnehmen. Wir sind kein Kult. Wir sind die Wahrheit. Sehr schön, das. Okay. Dann werde ich jetzt aber, glaube ich, hier noch mal... Pass auf. Direkt wieder mehr Steine konvertieren. Jetzt geben wir aber auch die Steine langsam aus. Kann ich mir aus der Mine direkt mal was mitnehmen? Und hier auch. Wunderbar. Da sind ja immer 15 Steine, die halt draufgehen, ne? Wenn man hier was direkt machen lässt. So, hier machen wir noch mal Holz. Und da lassen wir wieder Geld produzieren. Wunderbar. Okay. Hey. Freunde, ich glaube aber, dass ich an der Stelle jetzt dann schon Feierabend mache. Wie gesagt, ich habe ein bisschen Besuch noch da, Friends. Und da kann ich jetzt leider nicht bis spät in die Nacht zocken. Aber morgen, Freunde, spielen wir Instant weiter. Gar kein Problem. Wir sind ja auch schon wieder jetzt knapp fünf Stunden live. Das kann sich... Ich finde das in Ordnung. Ich finde das in Ordnung. So, dann machen wir gleich hier Holzplatz 2. Ja, ich glaube, das ist eine geile Sache. Ich glaube, das ist eine... Oder was haben wir hier noch? Große Unter... Die Unterkünfte finde ich eigentlich voll okay. Hier ist eine bessere Gruft. Brauche ich aber nicht, weil ich mache die alle zu... Ich mache die alle zu... Anhänger können Leichen einsammeln und sie in deiner Abwesenheit lagern. Aber sie muss geleert werden. Ähm... Ja, why not, ne? Aber ich glaube, wir machen erstmal mehr Rohstoffe. Holzplatz 2 ist, glaube ich, eine gute Sache. Jetzt pass mal auf. Kann ich das theoretisch direkt bauen? Ja, kann ich. Das kostet so Edelsteine, Goldbarren und verbesserte... Ja, wunderbar. Ja, let's go. Rein da. Sie können sogar gleich alle verbessern. Alter, Freunde. Ich kann aus allen vier Holzplätzen Verbesserte machen. Das ist mächtig. Das ist sehr mächtig. Die letzte Session nachholen. Ja, mach das. Damit du über alles Bescheid weißt. Boah, wie viel Holz wir haben. Wie viel Holz wir haben. Machen wir gleich mal mehr Holzverbesserung. Rein da. Wir brauchen nämlich verbessertes Holz, um dann quasi... Ja, ja. Sehr nice. Und Hybi lasse ich mich doch gerne umerziehen. Ja, das würde ich an deiner Stelle auch sagen. Kann ich noch die Unterkünfte verbessern? Ja, kann ich. Passt auf. Ich verbessere einmal alle. Dann sparen wir uns hoffentlich dieses elendige Betten reparieren irgendwann. Das wäre schön. Guck mal, gibt es noch irgendwo... Ich brauche da einen Stein noch irgendwo. Aber ne, Steine gibt es gar nicht. Okay. Passt auf. Dann bauen die beim nächsten Mal einfach weiter. Wir machen noch die Twitch-Ziehung. Dann werde ich jetzt... Oh je, diese Stimme. Was ist denn mit dieser Stimme? Was habe ich denn jetzt verpasst? Ne, dann speichere ich jetzt. Und dann zocken wir einfach die nächste weiter. Finde es geil, dass das Games Horror-Elemente hat, aber dann trotzdem sich wie Anime-Crossing spielt. Ja, aber das macht es auch so mächtig. Das spielen wir... Spielen wir weiter, oder? So. Und beim letzten Mal haben wir ja festgestellt, dass uns der Boss ziemlich den Arsch versohlt hat, oder? Ne, ne, der Timer passt schon, Fire Shock. Der passt schon, keine Sorge. So, du möchtest mit mir reden. Kekst mir auch. Bitte beurteile ich nicht, aber ich wollte schon immer eine Mahlzeit aus Kot essen. Ja, das kriege ich hin. Das ist ganz schnell gemacht. Schüsselkot. So, wir können gleich nach... Seht ihr die Twitch-Expansion bei euch? Ist die da? So, Keksmeow. Ich hoffe, dir schmeckt das. Kann ich den wieder bekehren? Umerziehen. Ne, habe ich schon gemacht. Okay. So, Keksmeow. Hat dir das getaugt? Danke, Anführer. Bubi, wo bleiben meine Fußbilder auf? Du hast auf den falschen Link geklickt. Ach, stimmt. Wir haben hier beim letzten Mal alle unsere Betten in Zelte ausgebaut. Damn, Bro. Geil, 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 geil. Sehr gut. Und ich kann die jetzt alle auf einmal segnen, ne? Das ist auch mächtig. Oh, Bero. Bero, Bero-Abi. Mit dem Gifted Sub an Xanato. Thank you. Thank you. So, dann segnen wir die auch noch. Ne, der wurde jetzt schon gesegnet. Ich muss irgendeinen finden, der jetzt noch nicht gesegnet wurde. Oh, man, ey. Habe ich dich schon gesegnet? Ja. Habe ich jetzt alle schon gesegnet? Komm, mach doch jetzt nicht diesen. Habe ich die wirklich... Ich habe doch noch nicht alle erwischt. Ne, den kann ich noch segnen. Okay. Da haben wir nochmal zwei erwischt. Oh, das... Nein! Jetzt ist Nacht. Warte mal. Da muss ich jetzt... Da muss ich jetzt dieses Ritual machen, dass sie die Nacht durcharbeiten können. Ansonsten wird es schwierig. Funkmast. Wie lang geht denn der Stream heute? Okay, Chat, den checkt ihr nicht. Das ist ein persönlicher Insider. Alter. Samu, du geile Socke. Ey, ich weiß nicht. Ich habe mal so Zähne angepeilt. Irgendwie so. So, weißt du, so. Zähne. Ey, schön, dass du da bist, Mann. Funkmast. Ich wusste direkt, was gemeint ist. Ja, ne, ich kann das Ritual nicht machen. Shit. Okay, 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 okay. Das ist jetzt ein bisschen ärgerlich. Jetzt habe ich nämlich sehr viele, die kein Bett haben. Ah. Ich kann die jetzt alle selber bauen. Oder ich lasse die einfach... Ah, ne, wir haben jetzt auch diese Gruppe. Warte mal. Ah, ne, einige haben kein Bett. Um was geht's in dem Game? Sich einen riesigen religiösen Kult aufzubauen. So, dann kann ich immerhin hier schon mal zwei, zwei Betten aufbauen. So, duftende Heugabel hat jetzt auch ein Bett. So, jetzt haben wir hier noch ein Bett. Ja, das ist jetzt ein bisschen ärgerlich. Ach, Jacqueline. Direkt mit dem geschenkten Sub an Funkmast-Samu. Let's go. So muss das, so muss das. So, Daniel hat jetzt auch wieder ein Bett. Ich baue das jetzt alles zu Ende. Das muss, ach. Jacqueline. So, haben wir noch ein neues Bett. Sehr gut. Ich baue die jetzt alle zu Ende. Wobei, jetzt ist eh ein neuer Morgen. Aber die haben mir das gar nicht übel genommen, dass manche kein Bett hatten. Verstehe ich gar nicht. Aber hey, soll mir nicht... Ich will mich nicht beschweren. So, dann machen wir direkt mal wieder eine Bekehrung. Oh, Alper, ist dein Bewohner alt geworden? Stimmt, mein Glaube ist gerade sehr heftig. Das ist true. So, jetzt haben wir wieder ganz viele Betten. So. Oh, das ist Ehrenholger, ne? Ich glaube, jetzt kommt der Moment, wo ich meinen eigenen Vater opfern muss. Ähm... Kreativ, ich bin gerade beim dritten Boss. Ich bin gerade beim dritten Boss. Und lass gerne, Alex. Dankeschön für den 21. Monat, Mann. Vielen Dank. So, dann halten wir jetzt mal wieder kurz unsere Predigt. Damit die alle glücklich sind. Wie bekommt man so ein Dude ingame? Äh, manchmal, äh, finde ich neue Bewohner. Das siehst du dann aber. Und dann kann man über die Twitch-Erweiterung von Kalt of the Lamp in so einer Art Lustopf teilnehmen. Oh, die gönnen uns ja mal richtig viel Glauben. Und wir haben direkt eine neue Tafel bekommen. Schön, schön, schön. Alles klar. Ja, aber ich glaube, ich gehe jetzt direkt wieder am Boss schlachten. Ich koche jetzt nochmal ganz kurz. Wir kriegen jetzt einfach hier nochmal so ein paar Schüsselbeeren. So. Ah, da Kai auch mit dem Gifted Sub an Tim. So muss das. So, dann kriegen die alle Essen. So, liegt hier irgendwo Kot rum? Nee, na? Okay. Ja, Freunde, dann würde ich... Ah, warte mal. Jetzt kann ich hier aber auch, glaube ich, die Doktrin verkünden. Ja. Jetzt können wir mit der Steintafel wieder reinfeuern. Passt auf. Äh. Was haben wir hier? Irdische Güter oder Gehorsam? Wir geben mal in Gehorsamkeit rein. Anhänger am Morden. Schaltet die Anhängeraktion am Morden frei. Eine einfache Lösung für viele Probleme. Führt dein Tempel ein Ritual durch, mit dem du den Geist eines Anhängers auf eine höhere Ebene aufsteigen lässt? Nee, wir schalten am Morden frei. Weil, dann kann ich nämlich die alten Leute ermorden. Und das hilft meinem Glauben. Wir haben ja den Kult, dass Menschen nicht durch Altersschwäche sterben dürfen. Altersschwäche wird ja als schlecht angesehen. Und deswegen müssen wir jetzt mal ein paar alte Menschen erstechen. Was möchtest du? Oh, Morde Slasherhacke. Mann, ey. Slasherhacke. Es tut mir so leid. Wir müssen erst mal Alper erstechen. Es macht minus 40 Glaube. Ey, es tut mir so leid, Mann. Es tut mir so leid. Aber wir packen dich auf den Kompost. Menschen dürfen in unserem Glauben nicht alt werden, Friends. So, Kompost ist da. Stimmt, das sind ja hier meine ganzen Stufe 2 Holzlager. Ich erinnere mich. Okay. Und der Glaube sinkt nicht, wenn du die Leute bei Nacht umbringst. Ah, weil die Leute es da nicht merken. Ah. Die Info ist an mir vorbeigezischt, Freunde. Danke für den Hinweis. So, Freunde. Wir probieren nochmal, den Boss zu schlachten. Aber also meine Erfahrung von letztem Mal ist, dass der Boss hier echt heavy ist. Also wir müssen echt... Wir brauchen richtig Glück mit unseren Verbesserungskarten und mit unseren Waffen und so. Also der Boss hier war krass. Der Boss hier war krass. Aber das mit der Vergiftung ist halt schon wieder Baba, ne? So, das Gift kracht sehr schön. Okay. Wir brauchen Glück. Ja, der Boss ist letztes Mal komplett eskaliert. So. Ich muss auf jeden Fall aufpassen, dass ich halt auch mit vielen Leben beim Boss ankomme, ne? So, ich kann nach oben oder zur Seite. Wir schauen mal in die Richtung. Ach, der erzählt mir, glaube ich, wieder nur Lore, ne? Ich glaube, der ist nur für die Lore da. Aber ich kann theoretisch vielleicht hier ein bisschen was kaputt prügeln, in der Hoffnung, da was zu finden. Ne. Aber vielleicht hat mir auch letztes Mal einfach ein bisschen Pech. Also vielleicht hat der letztes Mal auch einfach krasser gewirkt, als er am Ende des Tages ist. Aber ich nehme den auf jeden Fall ernst. Ich nehme den auf jeden Fall ernst. Das können wir auf jeden Fall festhalten. Oh, Gold. Das ist schön. Das können wir nämlich in Münzen umwandeln. Der Boss war durch den Chat geboostet. Wirklich? Beim letzten Mal war der Final Boss Fight durch den Chat geboostet. Safe? Ah, jetzt hat er mich einmal erwischt. Ich schließe auch hier. Schon wieder. Oh, man. Spielst du heute das letzte Mal cool? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass wir es heute fertig machen. Ey, der Artstyle ist wunderschön. Da bin ich voll dabei. So, erhalte ein zusätzliches Herz. Zehnprozentige Chancen. Herz erhalte. Nee, ich nehme das zusätzliche Herz. Und dann zahle ich jetzt hier auch nochmal 30 Cash für eine weitere Karte. Ich will alle Karten haben, die gehen. Am Tag erhöht sich der Schaden um 20%. Okay, es ist Tag und ich glaube es... Oh nein, es bleibt nicht Tag bis zum Ende. Okay, er muss jetzt ein bisschen Speedrunnen. So, okay. So, Shop für den neuen Anhänger. Holz, Stein, Stein. Ich gehe mal zur Shop. Aha, aha. So, wenn ich glaube, ich hier alles kaputt prügele. Da gibt es hier ordentlich Knochen und Gold für uns. Das feiere ich. Ja, im Notfall warten wir einfach, bis es wieder Tag wird, ja. So, wie viel willst du für den Anhänger? Vier! 93% Rabatt! Hä? Ist er geschenkt? Ist Ehrenholger gerade gestorben? An Altersschwäche? Scheiße, Digga. Rest in Peace, Mann. Rest in Peace. Alter, vier Gold ist ja mal richtig, Baba. Und hier gibt es auch nicht Hopfen. Kann ich da was essen machen? Ich weiß gar nicht. Wozu man Hopfen braucht. Zum Bierbrauen, ne? So, wir haben fünf Herzen. Und ein bisschen mehr Damage bei Tag. Aber es ist gleich Nacht. Egal. Bis wir beim Boss sind, wird es wieder Tag sein. Da bin ich überzeugt. So, sehr schön. So, ich glaube, den muss ich jetzt erst mal killen. Weil ich glaube, der kann welche heilen. Genau. So, jetzt haben wir hier zwei Kollegen, die schießen können. Aber einen habe ich vergiftet. Und die Vergiftung reicht, um den zu killen. Die Vergiftung macht... Aua! Ich bin in seinen Schuss rein. Nur zweimal in seinen Schuss rein. Das war dumm. Und mein zusätzliches Herz habe ich hier gerade verspielt. Egal. Mal gucken, mal gucken. Schaffen wir schon irgendwie. Bei welchem Boss bist du? Äh, aktuell beim dritten. Sehr gut. Oh, wir kriegen... Beschwöre einen neuen Fluch mit erhöhter Stufe. Das mache ich. Jetzt haben wir Eis. 14. Ah, Eisstrahl 14. Okay. Ja, damit kann ich leben. Das finde ich eine gute Sache. Und hier gibt es eine neue Waffe für uns. Okay, okay, okay. Wow. Es gibt nur diese scheiß Panzerhandschuhe. Oder ich gehe auf... Hier, 15. Mann, nee. Nekromanten finde ich eigentlich okay. Gnadenlos hat kritische Trefferschance. Nee, nee, nicht. Nee, nicht, nicht. Schaffe ich schon irgendwie. Schaffe ich schon. Panker! Danke für dein halbes Jahr, Mann. Vielen, vielen Dank. Okay. Aufpassen. So, den kleinen Kollegen ausweichen. Yes. Okay. Es geht in dem Spiel darum, sich einen großen religiösen Kult aufzubauen, König. Und je größer der wird, desto mächtiger macht er einen. Und dann geht man quasi hier in diese Roguelike-Elemente, wo man sich durch so zufällig generierte Räume mit zufällig generierten... äh... äh... mit zufällig generierten, äh... Gegnern klatscht. Und muss dann quasi Götter schlachten, um selber ein Gott zu werden. Das ist... Das ist quasi die Idee. Mhm. Oh, habt ihr gerade schon wieder eine Abstimmung, Chat? Kristallbau. Damn. Der sieht schön aus. Ah, der Dämon kommt von euch. Ich wollte nämlich gerade sagen, wo kommt denn der her? Oha. Voll gönnerhaft, Chat. Dankeschön. Die Räume sind immer zufällig generiert, ja. Jeder Run ist anders. Das ist eine Art Papag... Eine Ente ist das. Oh mein Gott, eine Ente. Oh mein Gott, wie cute. Oh, ich hacke hier... Oh, da war ein halbes Herz drin. Geil. Ganz selten findet man mal wirklich Herzen hier drin. Dankeschön, Chat. Sehr süß von euch. Okay, jetzt vielleicht, wenn wir nochmal irgendwo Karten finden. Das wäre sick. Aua. Da hat der Bogenschütze mich erwischt. Aufpassen. Okay. Das sind Minen. So, da ausweichen. Der hat immer eine Doppelattacke. Jawollo. So, wir suchen nochmal Herzen. Irgendwo Herzen, Bro? Ne. Wir können das schon irgendwie schaffen, Mann. Warte mal, was war der, Kollege? Ein Opfer darbringen für 20 Gold. Mach ich. Ich glaube, da kriegt man zufällige Items, ne? Holz und Stein eingekauft. Naja. Ist okay. Es heißt nix. Aha. So. War's das? Ne. Wir leben noch kleine. Na ja. Okay. So, bist ja keine Möglichkeit, noch irgendwo so eine Karte zu finden. Das war ein Crit. Schön. Oh, ich weiß aber echt nicht, ob ich die Panzerhandschuhe beim Boss haben will. Oh nein, der hat mich nochmal erwischt. Weil der mit übel wenig Leben überlebt hat. Oh man. Schon. Das gefällt mir hier alles gar nicht. Oh mein Gott. Oh, Bro. Will ich den Dolch? Oder nochmal Panzerhandschuhe? Ich nehme den Dolch. Wie gesagt, ich habe das Gefühl, dass... Oh, warte mal. Hier gibt es nochmal eine neue Waffe. Oh mein Gott. Todesstreich 15. Ne, ne, hier. Wir nehmen die Vampir-Axt. Vampir-Axt 15. Damit sehe ich uns beim Boss. Damit sehe ich uns beim Boss. Geil. Okay. Äh, ich glaube, ich habe das DLC. Ich glaube, ich habe alles, was es für das Game gibt. Ich stecke nicht so ganz in der, äh, in der Meta drin. Also ich weiß jetzt nicht genau, was das Spiel alles zu bieten hat. So, aufpassen. Da kommen so kleine Kollegen raus. Okay. Sehr gut. Aber ich glaube, ich habe einmal alles. Ne, Axt ist beim Bossfight, finde ich auch sehr geil. Ich glaube, damit macht man nicht viel falsch. So. Drei Herzen. Das ist nicht die Welt. Aber schaut mal, ich kann nochmal einen besseren Fluch erschaffen. Jetzt habe ich, glaube ich, einen Explosionsfluch, ne? Ja. Okay. Schauen wir mal. Oh Gott. Ich ahne Böses. Oh Gott. Irgendwas ist mit Senju passiert. So, aufpassen. Aufpassen. Boah, Digga. Es geht schon wieder los. Direkt zwei Treffer. Bro. 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 Es kracht schon wieder anders hier. Ich such mal nach Herzen. Okay. Aua, was hat mich jetzt getroffen? Ich habe so gar keinen Überblick, was hier passiert, Mann. Bro. Liegen hier irgendwo Herzen? Nee, ne? Ein halbes. Okay, ich habe nochmal ein halbes Herz bekommen. Geil. Okay. Okay, okay. Ich komme halt gar nicht dazu, den anzugreifen, ne? Also irgendwie, ich sehe mich noch nicht diesen Boss besiegen. Ich sage es, wie es ist. Und vor allem, vor meiner Vampir-Achse. Digga. Wie? Wie? Ich mache dem gar kein Damage. Ich komme zu nichts. Bro. Alter, das ist so heftig. Ja! Bro! Mein ganzer Kult ist quasi schon wieder tot. Bro, du gehst auf eine Mission und dein ganzer Kult ist... Bro, das nervt mich ein bisschen. Ich muss sagen, das nervt mich ein bisschen. Ich finde das zu heftig. Du bist einmal auf so einer Mission und quasi alles ist scheiße. Was willst du denn machen? So, Ehrenholger. Rest in Pepperoni. Ich mache dem halt auch gar keinen Schaden, ne? Also ich komme ja gar nicht dazu, dem irgendwas gut... Also dem irgendwie mal Down zu bekommen. Also wenn alle zukünftigen Bosse auch noch so sind, Mashallah, Alter, dann sieht es gar nicht gut für mich aus. Weil gegen den sehe ich mich irgendwie noch nicht gewinnen. Was willst du? Okay, der hat mir gesagt, ich kümmere mich gut um sie. Hallo! Ui, ist das die Lieferung? Ja. Oh, Handchen ist toll. Nein. Okay. Ja. Funkmast Samu hat mir auch schon in meinen Chat geschrieben. Was? Wie lange ich heute mache. Ich habe gesagt, mal so bis zu 10. Aber, aber, ihr könnt auch gerne... Ja, fang mich los dazu. Was für einen Riegel hast du bekommen? Äh, ich habe eine Iron Max Cookie Bar bekommen. Geil, geil, geil. Ey, KVG war es ja langisch. Ich bin noch für deine zwei Monate, Meister. Boah, geil. Ne, Dämonenbeschwörung habe ich noch nicht. Aber irgendwo war hier noch ein Ketzer unterwegs. Mal, mal. Hier, da war ein Ketzer. Senju, der Hund. Ab in den Knast mit ihm und direkt umerziehen. Oh, es ist Nacht. Ja, ich muss Slash-Hacki noch ermorden. Aber ich weiß nicht, ob ich ihn ermorden will. Aber ich glaube, ich sollte das tun. Wo liegt Slash-Hacki? Hier. Bro. Es tut mir so leid, Mann. Es tut mir leid. Hä, ich habe ihn noch gerade aufgeweckt, oder? Ähm. Interagieren. Ermorden. Sorry, Mann. Hä, aber mein Glauben hat es trotzdem gefickt, Freunde. Weil es wohl doch Zeugen gab. Sorry, Slash-Hacki. Tut mir leid. Ey, das Gemeinschaftszelt ist hier immer noch. Die pennen hier drin. Aber dann habe ich jetzt Laube dafür bekommen, dass ich die Quest abgeschlossen habe. So. Slash-Hacki kommt instant auf den Kompost. Twitch-Chat. Warte mal, jetzt muss ich erstmal, ich kriege... Pass auf, wir gehen jetzt mal ein bisschen auf Kampf. Kann ich irgendwas mit Kampf tun? Dämonenbeschwörung. Ja, wir gehen mal hier rein. Du kannst einen Dämonen von einem Anhängerbesitz ergreifen lassen, damit dich dieser auf dem nächsten Kreuzzug begleitet. Ja, das machen wir jetzt mal. Boah, man kann sogar zwei dann mitnehmen, oder was? Okay. So. Okay, da oben ist auch alles gut. Hier liegt Scheiße. Hier liegt sehr viel Scheiße. Oh nein, dieser Riesenhaufen, ne? Okay. Na, warte mal. Habe ich genügend von diesen Dingern? Ja. Pass auf, dann heile ich den Meister jetzt einfach. Dann geht's ihm nämlich schon wieder gut. Jawollo. Sehr schön. Dann haben wir ihn wieder geheilt. Okay. So, dann koche ich jetzt über Nacht. Dass wir in der Früh aufwachen, da haben die gleich was zu essen. Kürbissuppe. Einmal alles, was ich habe. Ich bereite jetzt schon wieder meinen nächsten Raubzug vor. Ja, die Küche muss ich auch noch bauen. True, da war ja was. So, die sind alle ein bisschen mad, aber es ist okay, weil ihr kriegt jetzt schon wieder was zu essen. Na. Alles gut, Leute. Ich segne euch jetzt an der Stelle hier auch jetzt gleich mal, ne? Ich inspiriere euch hier. Und hier, äh, euch inspiriere ich dann auch gleich noch. Na. Sehr gut. Ah, der hat ein Level ab, der Kollege. Das muss ich mir nur kurz abholen. Ich glaube, das steigert dann auch nochmal den Glauben, ne? Ich hab'n neuen Anhänger-Chat, aber jetzt chillt mal. Ihr, ihr, ihr sagt mir das immer nur, weil ihr auf, darauf geiert, dass euer Name dahin kommt. Und nicht, weil das mein, mein Gameplay aktuell verbessert. Ihr kleinen Geier. So, ich vergesse den schon nicht. Keine Sorge. So, warte mal. Schauen wir jetzt hier mal nach. Ah, hier die Küche, ne? Ich brauch noch mehr verbessertes Holz. Aber ich glaube, ich hab ja hier recht viel machen lassen, ne? So, passt auf. Dann lassen wir hier wieder Cash produzieren. Und hier machen wir jetzt das verbesserte Holz. Oh, ich hab sehr viel Holz. Geil, 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 geil. Und hier auch nochmal. Da ist noch irgendwas in der Kiste drin. Jawollo. So. Dann kann ich jetzt die Küche bauen, weil dann, äh, wird mir das nämlich mit dem Kochen hier abgenommen, ne? Das setzt mir gleich hier neben das Lazarett, die Küche. Du musst jeden Tag in die Kirche, damit der Glaube aufgefüllt wird. Sharky, das ist lieb, aber wie du vielleicht an dem Timer siehst, ich hab schon über 10 In-Game-Spielstunden. Ich glaube, ich weiß mittlerweile ganz gut, wie ich mein, mein, mein Kult zu führen habe. So, dann werden wir jetzt gleich wieder in eine neue Tafel. Sehr schön. Mein Glaube ist doch schon wieder gesaved. Ja, wunderbar. So, das heißt, der Koch, der, der regelt das jetzt für uns, oder was? Hoffen wir es. Ich packe jetzt hier noch ganz viele Samen wieder rein. So, hier, was hab ich denn? Hopfen. Machen wir einfach mal ganz viel Hopfen. Ich hoffe, die können das essen. Hier füllen wir auch wieder mit unserem ganzen Dünger auf. Sehr schön. Wir hinterfragen das Lamm nicht. Ja, genau, so sieht es nämlich aus. Das Lamm wird nicht hinterfragt. So, und jetzt, Freunde, neuer Bewohner rein in die Cult of the Lamp-Erweiterung, Freunde. Und einer von euch kann ein neuer Kult-Anhänger werden. Wenn ihr am PC oder am Laptop seid, Freunde, müsst ihr irgendwo im Stream bei euch jetzt so ein, so eine Erweiterung aufploppen. Und wenn ihr am Handy seid oder am Tablet, oben rechts über dem Chat habt ihr so ein rotes Symbol. Und das ist die Cult of the Lamp-Erweiterung. Und da einfach drauf. Bäm. Junge, Justice. Let's go. Dann gestalte mal. Wenn bei euch keine Erweiterung erschienen ist, einfach Screen kurz neu laden. Viel Spaß, Jacqueline. Boah, der Riegel ist geil. Der ist richtig lecker. Boah. Lila Einhorn. Let's go. So, und du wirst kochen. Oh, wir haben noch jemanden. Stimmt, die Ente. Freunde, Gamba, let's go. Rein in die Erweiterung. Nochmal Gamba. Jeder von euch kann ein Bewohner werden. Einfach in die Erweiterung. Auf dem Handy, einfach über den Chat auf das rote Symbol klicken. Von wenn ihr am PC oder am Laptop seid, müsst ihr im Streamfenster irgendwo auftauchen. Dass ihr da drauf klicken könnt, Freunde. Und... Wir warten bis 110. Wir warten bis 110. Bäm. Junge, Menschenfeind 77. Du passt hier gut rein. Oh, scheiße. Warte mal. Scheiße, ich hab die Ziehung abgebrochen. Warte mal, warte mal. Menschenfeind, schreib rein, wenn du deinen Charakter fertig erstellt hast. Der Charakter bleibt trotzdem da. Nein, nein, keine Sorge, da ist er schon. Man kann das nicht verkacken. Aber manchmal, wenn ich den Controller hier so hochnehme und dann wieder am Tisch runter tue quasi, dann passiert es manchmal, dass ich einen Knopf drücke und das ist dann instant abbrechen. Warte mal, was geht denn jetzt ab? Ich kann gerade nicht laufen. Mein Controller hat sich disconnected, Bro. Wieder der Akku leer. Mashallah. Und wir haben auch die Twitch-Aufladung ready. Oh, wir kriegen wieder Twitch-Clips rat. Let's go! Was gönnt ihr mir, Chat? Was gönnt ihr mir? Das ist irgendwas Bescheuertes, ne? Ja, Bro. Das ist nur so Deko-Gegenstand. Der gehört sogar zum D... Wir haben alle DLC-Gegenstände jetzt. Das ist ja cool. Und Tamai hat eine Quest für uns. Okay. Großer, was möchtest du? Lass sie die Nacht durcharbeiten. Führe das Ritual die Nacht durcharbeiten durch. Okay. Ja, das finde ich eigentlich prinzipiell keine schlechte Sache. Wenn ich genügend habe. Also wenn ich genügend... Genügend Knochen habe. So. Bro, mach der Frommen für... Erhöhe die Ausgangsschiffe von Waffen. Finde ich eigentlich geil, muss ich sagen. Und was haben wir hier? Waffenbeherrschung. Öh, die Reichweite in den verursachten Schaden beim Werfen der Axt. Göttliche Waffen teilen erheblich mehr Schaden aus als gewöhnliche Waffen. Sind allerdings selten. Hm. Hm. Ja, mach ich. Die Chance auf eine krasse Waffe, die... Die nehme ich mit. Das lasse ich mir nicht entgehen. Das lasse ich mir nicht entgehen. Die Chance, eine OP-Waffe zu ziehen... Ey. Bin ich dabei. Bin ich dabei. So, jetzt können wir auf jeden Fall hier eine neue Doktrin verkünden. Da gehen wir wieder in Gesetz und Ordnung. Führe in deinem Tempel ein Ritual durch, bei dem zwei Anhänger sich bis auf den Tod bekämpfen. Führe ein Ritual durch, damit du einer deiner Anhänger heiraten kannst. Da bin ich dabei, Freunde. Wer die meisten Subs giftet, den heirate ich. Freunde, egal wie viele Subs ihr giftet, das hat keinen Einfluss darauf, wenn ich heirate. Oh nein, ich habe nicht genügend Knochen. Okay, ich kann das mit dem Nachtdurcharbeiten noch nicht machen. So, warte mal, warum ist hier immer noch ein Ausrufezeichen? Ach, hier. Ah, das ist das mit dem Durcharbeiten. Ja, das kann ich mir leider noch nicht leisten. So, okay. Ich kann gar nicht mehr inspirieren. Okay, das passt alles. Gut, dann nehme ich mir dich noch mit. So, jetzt müssen wir noch diesen Dämonenzirkel oder wie der heißt bauen. Jetzt wartet mal. Hier. Gebäude kann nur einmal gebaut werden. Ja, den können wir ja irgendwo in die Pampa setzen. Der ist ja erstmal nicht wichtig. Stimmt, ich kann mich auch noch in den Beichtstuhl setzen. Das bringt, glaube ich, auch nochmal irgendwas, ne? So, Asta, beichte mir mal was. Ich habe in mein Essen geschissen. Und dann bin ich auf einen Berg gestiegen. Ja, ihr sei vergeben. So, ich baue mit. Okay, so. Jetzt kann ich hier... Die anfängliche Anzahl von Herzen erhöht sich. Jo. Explosionsanfänger, also mehr Herzen. Da bin ich dabei. Daniel. Stirbt der jetzt, wenn ich ihn konvertiere? Geil. So, und der begleitet mich jetzt immer, wenn ich auf Kreuzzug gehe. So, und ich... Warte mal, wir brauchen noch irgendjemanden, der Koch wird. Warte mal. Ihn kann ich, glaube ich, auch noch hier umerziehen. Das müsste, glaube ich, jetzt schon wieder reichen, oder? Jawollo! Geht's denn schon wieder gut? Nee, immer noch nicht. Äh, Dark Gina. Du wirst bitte Koch. Nee. Arbeiten, hier. Keine Aufgaben verfügbar. Warte mal. Was möchte ich jetzt immer mal hier? Wenn ich jetzt hier ganz viele Mahlzeiten reinballere. So, okay. Und dann gibt's jetzt einen Koch, der sich drum kümmert, und dieses Graskoch. Okay. Ja, geil. Okay, ich hoffe, der Dämon ist dabei. Dann werde ich, glaube ich, wieder probieren, den Boss hier zu schlachten. Wir müssten doch jetzt mit drei Extraherzen beginnen, oder? Ja, da ist der Dämon. Sehr schön. Göttliche Schwert! Wir kriegen instant eine göttliche Waffe. Okay. Bro, es hat sich gelohnt. Es hat sich gelohnt. Oh, aufgepasst. Geil. Von wegen selten, ja. Aber ich hab... Hab ich drei Herzen mehr? Nee, ne? Nicht wirklich. Ich hab ein Herz mehr. Okay, der Dämon macht, dass ich ein Herz mehr hab. Aber das ist okay. Ich bin cool damit. Okay. Das göttliche Schwert ist aber stark. Dankeschön, Next. Für 33 Monate. Geil, Meister. Geil. Flüche verbrauchen weniger Eifer. Ja, bitte. 30 Gold opfern für eine neue Karte. Wann, göttlicher Lörris. Hab ich doch schon. Die Karte wird aufgedeckt. Ähm... Nee. Zehnprozentige Chance, ein blaues Herz zu erhalten. Da seh ich uns. Oh. Okay. Bro, also der Damage ist ja echt sick, man. Ach, scheiße. Der hat nochmal angegriffen. Es gibt so ein paar Monster, deren Angriffs-Muffs schicke ich noch nicht 100%. Boah. Okay. Geil. Easy. Und ich hab ja diesen... Diesen Schuss hab ich ja, ne? Genau. Als... Als Flucht. So, jetzt genau aufpassen. Erstmal die Bogen schützen. Weil die können mich überall treffen, die Säcke. So, der hackt, glaub ich, zweimal, diese Sensen-Männer. Genau. So, und da muss ich jetzt... Ah, nee. Das ist jetzt so ein Frontalangriff mit dem Schwert. Das... Genau, dass ich sein Schild kaputt mache. Wunderbar, ja. Das hat alles geklappt. Okay. Wir müssen eigentlich mal diese ganzen Fragen, wie lang noch, wie lang noch, einfach mal irgendwann... Man kann's leider nicht auf die Blacklist packen, ne? Hier ist Essen, Essen, Anhänger kämpfen. Okay, ich glaub diese... Der Weg hier ist Baba. Das Ding ist aber halt auch, wenn man nicht kämpft, kriegt man auch keine Chance auf Karten. Muss man auch fairerweise dazu sagen. Wenn man immer nur diesen safen Weg nimmt, kommst du auch nicht mit vielen Upgrades beim Boss an. Oh, Baumwolle. Hab ich bis heute noch nicht verstanden, wozu das notwendig ist. Mein Glaube heißt Joel. Und Seepferdchen. Oh mein Gott, wie süß. So, weg. So, aufpassen. Jetzt schieß ich mal auf. Ach, Mann. Ja. Schön, schön, schön. Aber ich hab immer noch volle Leben. Hat ich ein blaues Herz? Wahrscheinlich, ne? So, alles, was schießt, muss direkt am Anfang weg. Ach, Mann. Ich wurde schon wieder von irgendwas getroffen. Boah, ey, aber es ist auch... Also, das Game ist auch echt schwer hier in Kapitel 3. Also, wenn Kapitel 4 dann nochmal so eine Steigerung ist... Aber Maschallah, dann... Dann Krise, Mann. Dann Krise. Ja, sehr schön. Mhm. Mhm. Sehr gut. Sehr gut, okay. Mhm. Es ist echt krass, wie wenige Kalt auf der Lärm kennen, beziehungsweise wissen, um was es darin geht, ne? Also, diese Frage, äh, um was geht's in dem Spiel, kommt wirklich sehr häufig. Das Game scheint sehr... Also, es ist ja... Auf der einen Seite ist es ja irgendwie sehr beliebt, weil ja wirklich viele das kennen. Aber auf der anderen Seite fliegt's auch echt massiv unterm Radar, muss man sagen. Ich finde die Kalamar sogar schwerer als den vierten Burst. Okay. So, immer auf die Schießer zuerst. Och, Mann. Aber irgendwie diese 10-prozentige Chance, ein blaues Herz zu bekommen, die sind, glaube ich, auch nicht 10%. Also, das könnt ihr mir nicht erzählen. Okay, aufpassen, aufpassen, aufpassen. Geiles Ping-Pong-Spiel. Easy. Mhm. So, auch die Schießer hier wieder erstmal yeeten. Mhm. Und der dasht immer in eine Richtung, ne? Passt, easy. Okay, okay. So, was kriegen wir? Werde kleiner. Nee, das will ich... Dieses größer und kleiner werden feiere ich gar nicht. Aber es hier liegt auch noch eine Karte. Hier liegt auch noch eine Karte. Neptuns Fluch. Wow. Du hast eine Tarot-Karte. Ach, die kam von euch. Geil. Danke, Chat. Komm schon. Ey, Justin, ich kriege so aufs Maul vom Spiel gerade. Da ist es doch auch einfach nur mal fair, dass ihr mich so ein bisschen unterstützt. Ich werde gerade richtig hops genommen, Mann. Verwende ein zufälliges Relikt. Okay. Jetzt habe ich den Tentakel. Kann ich den jetzt zünden? Ah, nee, ich kann den noch nicht zünden. Okay. Okay. So, da ist so ein Bombenwerfer. Meine Fernkämpfer, immer als erstes jeden. Das ist die Regel. Okay. So, was kriege ich jetzt? Okay, ich kriege hier einen besseren Fluch. Rufe einen gewaltigen, ausbruchmächtiger Tentakel herbei. Und das ist der in alle vier. Ich nehme mal das. Ich nehme mal das. Ich muss da nochmal genau rausfinden, was es ist. Aber ich hoffe, der Tentakel ist krass, Porkhentai. Ich wähle erst wieder grün, wenn Döner oder ich in deinem Kult sind. Oh, da kommt wieder die beleidigte Exe in ihm raus. Aber ich habe ein blaues Herz mittlerweile. Okay. Dann hat die 10% Chance wohl doch mal geballert. Das hat gut geklappt. Also, ich habe halt fünf Herzen, ne? Das ist okay. Oh, Karten, 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 ne? Reduziert sich die Lebensenergie auf... Ja, okay. Wird allen Gegnern Schaden zugefügt. Ich meine, besser als nix. Bei einem Boss kann die schon mal reduziert werden. So. Natürlich nehmen wir noch eine zweite Karte mit. Giftschaden. Oh ja. Oh ja. Permanenter Giftschaden ist Baba. Marvin, danke für deinen 33. Woodout Prime. Vielen, vielen Dank. Und Cat of the Night mit dem Gifted and Justice. Und Elder Blob auch noch, Alter. Drei Subs auf einmal. Holy Shit. Holy Shit. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Hallo. Junge, jetzt war ich aber Subeskalation. Okay. Wollte aufpassen. Oh, permanent. Oh, jetzt habe ich das mal bekommen. So dumm. Aber permanenter Giftschaden ist krass. Das feiere ich. Das feiere ich. Okay, ich glaube, jetzt kommt der Boss. Nee, noch nicht. So, Achtung. Die schießen wieder. Okay, da ist ein aber... Oh, oh Gott. Hm, ob das denn? Ach, Mann, ey. Aber ich habe wieder ein blaues Herz bekommen. So. Beil des Abtrünnigen. Nee. Nee, ich bleibe bei meinem göttlichen Schwert. Ich bin mit dem jetzt sehr zufrieden. Ich bin mit dem jetzt sehr zufrieden. Nee, ist noch mein blaues Herz. Okay, Freunde. Warte mal. Ich muss... Was ist mein Kronenmove? Ah, okay. Einfach Tentakeln in eine Richtung. Ich war noch nie so gut ausgestattet wie jetzt. Aber der Boss ist halt trotzdem krass, ne? Es bleibt dabei, dass der Boss krass ist. Okay, aber meine Tentakeln machen gut Damage. Okay. So, die Vergiftung ist auch eigentlich ganz geil. Das ist bisher definitiv unser bester Try. Okay, okay. So, ich töte jetzt mal ein paar kleine. Genau, mit der Vergiftung geht das nämlich ganz gut. Okay, die kleinen aufgelöst. Jetzt hat er mich erwischt. Aber jetzt gebe ich ihm einfach. So, auf, ausweichen. Zweimal hier... Bam. Freunde. Okay, das ist ein so vielversprechender Try. Aua. Aua. Okay. Das ist ein extrem vielversprechender Try. Yes. Yes. Dragonflame. Danke für die 40 Monate. Alter. Holy Moly. Das göttliche Schwert hat aber sowas von rasiert. Und die Tentakel waren auch strong. Die Tentakel waren auch strong. Geiler Try. Geiler Try. Geiler Try. Die göttliche Waffe hat uns hardcore den Arsch gerettet. Das war, das war big. Das war sehr big. Das Lamm hat gerichtet. Das Lamm ist die Wahrheit. Ey, Rauschwert. Da steigt direkt mein Ego. Ich glaube, ich weiche mehr als sonst aus, Impi. Ich glaube, ich bin immer noch kein Profi-Ausweicher, aber es ist okay. Es ist okay. Kalmar Trophäe. Yeah. Okay. Kann ich hier noch irgendwo ein bisschen Knochen mitnehmen? Ah, ja. Fett. Sehr geil. Und wir haben sogar einen neuen Bewohner mitgebracht. Bringt es was, mit mehr Leben das zu finishen? Nee, ich glaube, die Anzahl der Leben ist egal. Wenn du es no damage schaffst, dann kriegst du nochmal extra Boni. Das Leiden wird sich in einen Triumph kehren. Und was einst zugrunde ging, soll fortan Beute machen. Okay. Alles klar. Wahrscheinlich mein Glaube, mein Kult ist jetzt wahrscheinlich wieder tot und hasst mich und die Pest ist ausgebrochen und Hungersnot und alles gleichzeitig. Nee. Ey, meinem Glauben geht es ja mal gar nicht so schlecht. Der Koch hat, der Koch hat... Boah, besserer Besen. Bro, what? Habe ich jetzt den ultimativen Superbesen? Oder was ist jetzt passiert? Nee, aber ich glaube, dadurch, dass die zu essen hatten, ne? Ich glaube, der Koch hat rasiert. Hast du da hingeschissen? So, Daniel, du darfst dich auf jeden Fall hinlegen. Stimmt, der war mein Dämon, ne? Der war mein Dämon. So. Ach nee, der legt sich einfach hin. Geh pennen. Geh pennen. So. Wach auf. Bist du sauer? Ich weiß. Aber ich sage das nur, weil ich dir sagen will, dass du dich ins Bett legen darfst. Okay, so. So, und jetzt müssen wir noch das Ritual durchführen, die Nacht durchzuarbeiten. Dann ist nämlich die Quest auch abgeschlossen. Und weil du den Bischof besiegt hast, das mögen sie sehr und dann werden die geboostet. Ah, ja, das ergibt Sinn. So, hier kann ich auch fett absahen. Das gibt ein neues Gebäude auf jeden Fall für uns. Sehr schön. Da gehen wir gleich in Dämonenbeschwörung 2 rein. Und ich kann sogar direkt in 3 reingehen. Knochendekorationen. Okay. Interessant. So. Erhalten wir mal kurz unsere Predigt. Krass, dass du das Ritual jetzt auch noch ingame lernst. Das letzte Mal, dass es richtig gekracht hat, war der Smallland-Stream. Maulwurfmann, Dankeschön für die 40 Monate. Vielen, vielen Dank. Aber es hat sich gelohnt, Mann. Es hat sich gelohnt. So. Nachtdurcharbeiten, ne? Let's go. So, Leute. Kein Schlaf. Kein Schlaf. Das ist echt entspannt, sich das reinzuziehen. Aber das freut mich doch. Ich finde mich jetzt zwar ein bisschen scheiße, aber das ist okay. Hey, was geht jetzt ab? Hä? Hä? Kronträger, wie schön, denn die Mitnernzen sprechen. Du bist bereit gereist. Weiter, als sie wissen. Kronträger, von richtig und falsch dein Wort ist absolut eben Pflicht, ist zu folgen. Sie bieten ihre Loyalität. Das ist nicht genug. Ich kann fühlen, wie ihre Sünde aus ihren Seelen sickert. Ernte sie, sammle sie, benutze sie, führe sie in die Verdorbenheit, in den stinkenden Morast abscheulicher Verstoßung. Ihre Sünde ist deine. Erteile in Absolution. Sprich sie frei, erlöse sie. Ich schenke dir Werkzeuge. Digga, was? Das heißt, die Götte über die Sünde richten. Vergiss nicht. Hier bist du, ihr Gott. Du kannst ihre Seelen verdammen und retten. Sie gehören dir. Ich werde immer in der Nähe sein. Du kannst jetzt erfahren, wie sündhaft ein Anhänger gewesen ist. Sobald sie häufig genug gesündigt haben, werden sie davon verzehrt. Erteile diesen Anhängern Absolution und ernte ihre Sünde, die verwendet werden kann, um deinen Tempel zu verbessern. Erzeuge Sünde durch Rituale, das Öffnen des Getränkehauses und tänze im Trommelkreis. Ah! Wenn die saufen, sündigen sie. Und dafür brauche ich den Hopfen wahrscheinlich. Oh mein Gott. Ein komplett neuer Skilltree. Einhänger treten in einem frievollen Nackttanz gegeneinander an. Denn Einhänger dürften sich in Chaos und Gewalt in die Nackttanz, finde ich, klingt großartig. Ach, das ist jetzt ein DLC, oder was? Das ist jetzt ein eigenes Ritual. Okay. Und wer tritt jetzt in dem Nackttanz gegeneinander an? Alle! Egal. Egal, was zur Hölle. Freunde, ihr könnt wählen, wer der König der Nacktheit ist. In der Erweiterung. Dinger, was zur Hölle. Meine Tiere tanzen gerade nackt im Kreis. Der Twitch-Chat stimmt ab, wer am besten nackt tanzt. So, Wahlstopp. Asta. Asta ist voll mit Sünde. Die Sünde ist in mir gewachsen. Ich sehnte mich nach mehr, danach verzerrt zu werden. Aber du hast mir Erlösung gewährt. Jetzt habe ich wieder Frieden gefunden. Danke. Ja, gerne. Tempel. Steigere die Pracht eines Tempels. Eine Schlange und drei Goldbarren. Füge neue Dekorationen für den Tempel hinzu. Okay. Oh, wie crazy ist das denn? Jo, wie cool. Kannst du das Innenleben des Tempels verschönern? Brauche ich Goldbarren für. Okay. Das ist ziemlich witzig, muss ich zugeben. Warte mal, warum wurden mir 175 Knochen abgezogen? Hat dieser Nacktanz mich 175 Knochen gekostet? Schalamba. Geil. Oh. So. Okay, okay, okay. So, ich gebe hier erst wieder neues Essen in Auftrag. Einfach mehr Graschleim. Also, ich glaube, dass die Graschleim essen können, ist, glaube ich, eine der besten Erweiterungen überhaupt. Das löst extrem viele dieser Essensprobleme. So. Freunde, wir haben einen neuen Bewohner. Rein in die Erweiterung. Wer will dieses Wunder... Oh. Digga, Sindu. Sindu hat eine Ziehung von vorhin gewonnen. Digga, nee. Wir haben Sindu. Natürlicher Gehorsam und Materialist. Digga. Sindu ist im Clan. Ich glaube es nicht. Im Kult. Die sind jetzt alle glücklicher, weil sie nackt sind, oder? Oder wie darf ich das verstehen? Äh. Die arbeiten jetzt alle nicht. Weil die nackt waren, arbeiten die jetzt nicht. Äh. Hallo? Ich finde das nicht gut. Das wird nicht von mir befürwortet. Ich glaube, die sind jetzt nur für über einen gewissen Zeitraum nackt, glaube ich. Bro. Schaut euch mal an, wie viel Holz da ist. Also rohstofftechnisch haben wir wirklich ausgesorgt. Ich glaube, jetzt können wir uns wirklich wieder ums Essen kümmern. Also Holz und Stein ist jetzt, glaube ich, erstmal gut versorgt. Insgeheim gefällt es dir doch. Ey, wenn die arbeiten würden, wäre es großartig. Aber dass die nicht arbeiten, finde ich nicht gut. Na ja, ne? Äh. Ja, dann koche ich den kurz ein bisschen so klein, scheiß. Scheiß, diese Blumenkohl-Suppe. Da brauchen wir einmal unseren gesamten Blumenkohl. Da muss ich mich jetzt konzentrieren. Das kann man, das ist auf jeden Fall ein Timing, was man verscheißen kann. Und ich glaube, dann gehe ich direkt auf den nächsten Kreuzzug. Oh. Tobio ist an Altersschwäche gestorben. Damn, Bro. RIP, Bro. RIP. Ab auf den Kompost mit ihm. Oh, und ihr habt das Totem wieder vollständig aufgeladen, sehe ich gerade. Dann schauen wir mal, was sie mir ergambart. Och, das ist wieder eine Deko, ne? Boah, diese heutigen Deko-Objekte, die machen mich so sauer. Aber wir reinigen das Klo. Die Hausmeisterhütte kann ich gerade gar nicht putzen, weil da nicht gearbeitet wird. Ja, gut. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir einfach instant wieder schlachten, Freunde. Ich nehme jetzt mal nicht mal einen Dämon mit. Ich gehe einfach so schlachten. Die dritte von vier Ketten wurde, wurde gebrochen. Boah, eine Spinnenhöhle. You serious? Oh, hier kann ich mir wieder einen kaufen. Für 50. Ja, rein da. Oh, alle nackt. Wir beten den Weg auf. Okay. Dann schauen wir mal, was das bringt. Oder was es hier so zum Kämpfen gibt. Das hat ja immer mit neuen Gegnern zu tun, wo man erstmal lernen muss, wie die funktionieren. Bro, wir kriegen eine Chaos-Kanone. Eine Fernkampfwaffe. Okay. Die richten größeren Schaden bei nahen Zielen an. Interessant. Yo, okay. Ey, super interessant. Aua. Okay, die Spinnen kann ich relativ schnell wegschallern, oder was? Okay, ganz andere Art zu spielen. Göttliche Fluch. Flüche verbrauchen weniger Eifer. Was habe ich überhaupt für einen? Ah, so einen wieder. Ja, das feiere ich. Das feiere ich. Boah, ich kann richtig viel jetzt schleudern. Wow. Zwei göttliche Tafeln. Diese Räume sind immer Baba. Wo du einfach diese Tafeln geschenkt bekommst. Okay, ich muss erstmal deren Angriffsmuster lernen. Weil die laufen und dann... Nee, die dashen aber einfach nur nach vorne, ne? Aua. Ich weiß noch nicht so ganz, was ich von der Waffe halten sollte, wie man ist. Ich meine, man lädt wirklich schnell nach. Also man kann ja doch wirklich einfach drei schnelle... Okay, man kann ja... Ich muss schneller schießen. Ich schieße zu langsam. Man muss da einfach richtig schnell reinkrachen. So, was haben wir hier? Verursacht Giftschaden bei getroffenen Gegnern. Immer gerne. Permanente Giftdamage ist einfach viel zu nice. Woran erkennt man einen guten Streamer? Ich kann mit dem Spiel nichts anfangsschau, aber trotzdem zu... Ach, Bruder. Das ist süß. Dankeschön. Vielen Dank. Das ist schön zu hören. Oh, Entschuldigung. Ich habe mich gerade am Wasser verschrückt. Äh, was geht hier ab? Okay. Oh, es spawnt jetzt dieser Boss. Oh, das ist der letzte Boss. Shamura. Ich war der fünfte, der fünfte Bischof. Unser Bruder, jener, der wartet. Er war unter den Namens Narinder bekannt. Doch im Laufe der Jahrtausende wurde er mit seiner Rolle immer unzufrieden. Er war ganz zweifeln. An meinem Leichtsinn liebte ich ihn. Deswegen konnte ich den Verstand. Okay. Er war der fünfte, der fünfte Bischof des alten Glaubens. Unser Bruder, jener, der wartet. Damals sind den Namen Narinder bekannt. Handführers, tut mir leid. Junge, Senju! Ich muss Senju jetzt töten. Junge, Senju. Das hätte ich nicht von dir erwartet. Ich musste Senju schlachten. Senju. Wieso? Wieso hast du das getan? Oh, Seven an den Meister. Ach, da wächst eine neue Spinne raus. Aber, boah, mit diesem... Also, ich muss sagen, Schusswaffe plus permanenter Giftschaden. Kommt echt böse. Das ist echt... Das ist eine krasse Kombo. Ziegelboden. Das ist diese ganzen Deko-Objekte, ne? Die sind heftig. Shamura wird dem Lamm nicht standhalten. Das Lamm wird das Licht in die dunkle Spinnenhöhle bringen. Da wollen wir... Hier ist Essen, Shop. Und hier ist... Geld, Shop. Ich gehe auf Essen. Also, ich habe echt das Gefühl, dass Essen wertvoller als Geld ist in dem Spiel. Und hier ist eine... Eine, eine... Biritz, eine Raupe. Du siehst so, Vater, aus. Wie hässlich müssen erst deine Anhänger sein. Zum Glück verkaufe ich Modemuster. Okay, der vertickt Klamotten. Ach, da kann ich den neuen T-Shirts anziehen. Das ist mir so scheißegal. Eiferschwert. 14. Äh... Ja. Doch. Ich meine, die Kanone ist nett. Aber ich glaube, ein Schwert finde ich doch besser. Die kam vom Twitch-Chat? Alter, Chat. Cools. Ich wollte nämlich gerade sagen, warum kriege ich denn jetzt von so einem Mode-Furzzi eine Waffe? Ich liebe euch, Chat. Warte mal, was waren meine Dinge? Hier, ne? Okay. Krass. So, es reicht, wenn ich die einmal erwische. Weil dann ist Gift drauf. Okay. Nice. Der ist schon immer nach vorne, ne? Ja. Oh, der hat die gerade selber weggesprengt. Ehrenmann. Oh, oh, oh. Okay. Tückischer Hammer. Oh, Hammer feier ich. Und kann sogar vergiften. Hammer, der vergiften kann. Fühle ich. Fühle ich. Aber ich habe eh Permagift. Kommt mir gerade. Egal. Alter, yo. Und noch meine Karte. Okay, der Run ist heftig. Wirf eine freundliche Bombe, wenn du getroffen wirst. Ja, gerne. Ja, gerne. Hammer ist sick. Wow. Oh, wir würden noch mal eine Waffe bekommen. Tückische Kanone 16. Die kann krippen. Ja, komm rein da. Oh, Mann. Bro, tückische Kanone 16. Das ist echt nicht gut, Mann. Okay. Die sind easy, weil die haben zwei ziemlich simple Angriffsmuster. Also gerade, wenn du so dreimal hintereinander schießt, das ist schon krass. Muss ja ich schon wieder am Boden. Mit dem Hammer muss man aber echt klarkommen, wenn man zuvor eine echt schnelle Waffe hat. Ja, auf jeden Fall. Aber ich will also den Hammer würde ich tatsächlich eher weiter oben ansiedeln. Also, ich bleibe immer noch dabei, dass für mich persönlich der Panzerhandschuh immer noch die schlechteste Waffe bleibt. Weil du brauchst halt diesen dritten Angriff. Wow. Okay, krass. Du brauchst halt bei diesem Panzerhandschuh diesen dritten Angriff. Und der ist halt nie garantiert, ne? Landet die da jetzt, der Boss? Oder wie sieht das aus? Okay. Warte mal, was war mein Move? Das hier, naja. Ich muss sagen, ich fühle die Kanone schon ein bisschen gerade. Ich geh immer nur gerade auf die Kleinen. Ich weiß nicht, ob das so smart ist, ne? Na, ich muss... Boah, was? Fünf! Wow, okay. Okay, aber jetzt kracht's hier gerade ein bisschen. Das ist ganz geil. So. Nice, nice, nice. Aufpassen. Mhm. Aua. Aber wenn ich getroffen werde, droppe ich eine Bombe. Stimmt, da war ja was. Zwei Herzen habe ich noch. Alles gut. Eineinhalb. Okay. Nice. Sehr schön. Da ist immer noch schön die ganzen Knochen hier mit. Die brauchen wir. Da kriegen wir auch ganz viel Spinnenseide. Da wird safe auch was für geben. GG's, Freunde. Oh, es ist schön. Nach diesem Tintenfisch, Boss. Jetzt auf einmal wieder solche Erfolgserlebnisse zu haben. Voll geil. Geschenk. Gold. Rote Beete. Essen, Freunde. Immer essen. Immer essen. Wir haben eine Tafel vollständig. Wir haben Knochen bekommen. Wunderbar. Sondern ich hoffe, mein Plan ist jetzt nicht wieder instant, komplett auf Eskalationskurs. Ich hoffe, der verzeiht uns, dass wir einmal losziehen, um ein Gott zu werden. Äh, Toast, wenn du Contribute to Cult's Totem nutzt, dann wird einfach der Totem bei mir in der Mitte des Dorfes Stück für Stück mit quasi hier mit euren Kanalpunkten gefüllt. Und wenn die obere lila Leiste voll ist, dann, äh, oh, hier ist jemand gestorben. R.I.P. Dann kriege ich quasi einen zufälligen Bonus. Ja, der Glaube ist gerade nicht so Baba, aber das kriegen wir hin. Aber die sind halt immer noch mit Essen versorgt. Also der Koch macht einen guten Job. So, die Leiche wird wieder kompostiert. So, Domi, was willst du? Lass uns eine Dekoration... Baue drei Deko. Okay, ja, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. So, und jetzt soll ich jetzt gleich auf Dämon 3 gehen? Mit drei Dämonen? Dann in den Final Boss? Das wäre schon sick. Oder was ist jetzt hier drüben noch freigeschaltet worden? Hier. Ah, da kann ich dann saufen beim Getränkehaus, ne? Komm, ich, ich, äh, machen wir. Die Kneipe muss sein. Tauro hast du es vorhin umgekippt. Herzinfarkt. So, es ist wieder Nacht. Irgendwas kann ich jetzt bei Nacht noch mal... Ich kann auch predigen. Ach, stimmt. Die müssen ja eh nicht pennen. Die arbeiten ja die Nacht durch. Ich vergaß. Yes, und wieder ein Level ab. So, ich glaube, da mache ich hier instant das hier. Na, erhöht die Ausgangsstufe von Waffen wieder. Ich glaube, das ist sehr sinnvoll. Instant mit besseren Waffen starten zu können, ist, glaube ich, etwas, was sehr, sehr sinnvoll ist. Gibt's nächstes Jahr Juitopia? Noch keine Aussage. So, wir gehen aber wieder hier in die Sätze und Ordnung rein. Alle werden schuldig geboren. Du erleidest einen verringerten Glaubensverlust, wenn ein Anhänger eingesperrt wird, der kein Abweichler ist. Ah, nee. Die Freiheit steht über allem. Jeder Tag, der ohne Eingesperrte beginnt, bringt zehn Glauben. Ja, das finde ich doch schön. Welcome back, Reader, Dude. Was passiert jetzt? Ich weiß immer nicht, was das ist. Das passiert immer von alleine. Ich lasse mir wieder das grüne Ausrufezeichen wegmachen. Und ich glaube, wir machen jetzt hier nochmal so ein Ritual. Ich glaube, ich mache jetzt einfach mal wieder so ein Ritual, was den Glauben pusht. Na, kostet ein bisschen Holz und ein bisschen Knochen. Das kriegen wir hin. Sehr schön. Hallo, ich habe gehört, ich kann mich hier einem Kult joinen. Bin ich hier an der richtigen Stelle? Nee, Flo, auf gar keinen Fall. Hier wird nicht öffentlich über Kult geredet. Das ist wie der Fight Club. Regel Nummer eins, man redet nicht über den Fight Club. Das gleiche gilt für den Kult. Aber tatsächlich, mein Besen ist voll gelevelt. Das ist voll traurig, Freunde. Ich kann meinen Besen nicht mehr leveln. Dienstmädchen. Da reden wir nicht drüber. So, Freunde. Wir bauen jetzt erstmal die Kneipe. Wo ist sie? Wo ist die Kneipe? Die müsste doch irgendwo bei Sünde sein, oder? Oder bei Glaube? Hier, ja, bei Sünde. Das kostet ein Hopfen und eine Traube. Und 15 verbessertes Holz. Deger, was ist denn diese? So, Freunde. Wir werden erstmal einen neuen Anhänger ziehen. Let's go! Rein in die Erweiterung, Freunde! Wer möchte dem Kult beitreten? Not beating the Alkoholiker. Allogates. Bam! UI Maxilul! Let's go! Rein in die Masse! Mach dir einen schönen Bewohner! Brille, bleib entspannt! Du musst chillig bleiben. Eine lila Katze. Die sieht aber cute aus. Natürlich, Mima. Natürlich. Natürlich. So, und du wirst Farmer. Warte mal, den Meister. Den machen wir jetzt aber auch noch zum Hausmeister. Warte mal, kann ich jemanden zum Hausmeister machen? Nee, ne? Wir haben schon den Hausmeister. Okay. So, da ist die Schenke. So, dann muss ich da jetzt quasi jemanden dazu bestellen. Hier, mit Hopfen kann ich jetzt Bier machen. Okay, dann mache ich jetzt dreimal Bier. Oder, nee, ich muss jemanden zum Barkeeper machen. Ah, nee, Ananas macht das. Okay. Oh, nee, Ananas. Maschine. Oh, neuer Tag, by the way. So, ich brauche auf jeden Fall wieder mehr, äh, mehr verarbeitetes Holz. Ich glaube, die Schenke hat mich 15 verarbeitetes Holz gekostet. Einmal eine volle Ladung. Ja, Tamai macht bald den Schuh, glaube ich. Jetzt haben wir hier dreimal Bier. Und jetzt hier, Leute. Getränke auseröffnen. Geil. Bro. Ist aber so crazy. Wir nehmen Aster erstmal wieder eine Beichte ab. Oh, die Leute, die Leute gehen oben saufen. Aster einfach schon auf Level 7. Ey, be the best. Danke für deinen achten Monat. Oh, Freunde, wir haben einen neuen Bewohner. Stimmt, wir haben hier noch einen. Ja, Feuer frei. Alter, das läuft ja hier. Schaffen wir 100 Ziehungen? Ich ziehe immer bei 100. Coco, let's go. Aster, weil du die beste Nackttänzerin bist. So, Coco bastelt schon wieder fleißig. Ich fände ein Gürteltier geil. Wobei, das Vieh haben wir, glaube ich, auch noch nicht. Ich glaube, das haben wir auch noch nicht. Irgendjemand von euch muss ich mal ein Gürteltier machen. Jawolloh. Wir haben ordentlich Anhänger mittlerweile, ne? So, die sind jetzt besoffen. Okay. Lambam, ich liebe dich. Ich dich auch, Bro. Ich dich auch. Und wie kann ich dir jetzt die Sünde entziehen? Das erkennt man, wann die Sünde aufgeladen haben, oder? Das erkennt man an deren Augen. Und dann kann ich denen so eine Schlange aus dem Maul ziehen. Oder wie sieht das aus? So, dann machen wir jetzt hier auch mal so Traubencocktail. Komm, wir machen mal ein bisschen Wein. Ein bisschen Wein ist doch geil. Irgendjemand muss sich jetzt wieder mischen. Und dann geht's los. Okay. Irgendwie meine Hygiene ist noch nicht so Baba. Aber ich habe doch eigentlich immer so einen Hausmeister. Warum macht denn der das nicht weg? Was ist mit meinem Hausmeister hier los? Ah, doch. Jason. Ja, good job. Okay, ich habe nichts gesagt. So. Kann ich den... Warte mal, hier. Schaut mal. Ich kann den Missionar auf Stufe 2 verbessern. Ja, let's go. Das machen wir. So, und was muss ich machen, um den... Den Dämonenzirkel kann ich auch verbessern. Hä? Wir haben mittlerweile so... Ey, wir haben so viele geile Ressourcen. Wir können den ganzen Stuff hier instant verbessern. Du sündigst. Baby zieht dir gerne den Dünndarm aus dem Körper. Stimmt, ich muss noch dekorieren. Oh mein Gott, du hast vollkommen recht. Dankeschön. Das hätte ich voll vercheckt. Äh, was bauen wir auf? Äh. Hier, wir bauen irgendwas aus diesen Pilzen. Wir bauen jetzt hier so eine Pilztasche hin. Und dann bauen wir hier noch jeweils zwei hin. An die Bar. Ey, Tobias. Dankeschön für deinen zweiten Monat, Mann. Grüß dich. So, sehr gut. Machen wir jetzt hier noch mehr Deko. So, die Weine sind gleich fertig. Die Rotweine. So. Rein den Humpen. Nee, du musst bitte, du musst hier Barkeeper werden. Aber geht gar nicht, okay. Na, egal. Sündigt. Bei wem kann ich jetzt die Quest abgeben? Bei Domi. Wo stimmt mit Domi denn? Ah, da ist die Sünde gerade wieder gewachsen. Sehr gut. Äh, da oben. Oh, heiliges Lamm. Vergib uns unsere Sündhaftigkeit. Oh, hier wollte ich gar nicht rein. Ja, okay. Aber passt auf. Dann halten wir jetzt noch unsere Predigt. Und ich glaube, dann gehen wir direkt wieder schlachten, Freunde. Na, ich meine, unserem Kult geht's gut. Wir kommen eigentlich bei den Kämpfen gerade recht gut klar. Ich glaube, ich glaube, ich gehe direkt wieder kämpfen. Du hast die Quest nicht abgegeben, du hast den Bewohner nur geupgradet. Oh, lol. Der hat auch gleichzeitig noch einen Upgrade hier. I see. So. Okay. So, dann geben wir dem Koch jetzt hier noch ein bisschen was. Warte mal. Wir nehmen hier mal ein bisschen Stuff mit. Hier packe ich jetzt ganz viel auch Trauben rein. Ich glaube, Dünger packen wir auch noch in die Kiste. Damit der Ganze, damit hier alles verwendet wird. Hopfen sammeln. Okay. Oh. Ihr habt Maxim gebracht. Ihr Schweine. Ihr Schweine. Oh. Turbo Seifon einfach noch mal mit einem Zehner. Aber irgendjemand streitet sich. Justice und Menschenfeind. Hier oben. Digga, Dankeschön für 10 Euro. Das ist mega lieb von dir. Vielen, vielen Dank für die Großzügigkeit. Saulieb, Mann. Saulieb. So, jetzt geht es ihm wieder besser. So, aber dann schicke ich jetzt, glaube ich, auch gleich jemanden, gleich noch jemanden auf eine Mission. Oh, was? Boah, die können einen Anhänger suchen. Einen neuen Anhänger finden. Ne, aber ich glaube, ich will Knochen. Irgendjemand, der bei Knochen eine gute Rate hat. Hier 88%. Ananas. Geh mir mal Knochen besorgen. Und der ist jetzt auch schon auf Stufe 2, ne? Ja, aber ich glaube, Dämonen brauche ich noch nicht. Okay. Passt auf. Dann habe ich hier unten jetzt noch ein bisschen was in die Kochleiste. Da, wir machen einfach hier ganz viel Fisch. Dann haben die nämlich Essen. Und dann, äh... Oh, es ist noch jemand an hohem Alter gestorben. Ach, du Scheiße, Freunde. Ach, du Scheiße. Ich will die Leiche da wegtragen, please. Danke. Junge RIP, Mann. Den geht es gar nicht mal so gut. So, du kommst in die Gruft. Dann noch jedes verbesserte Holz mitnehmen. Gleich neues Holz reinhauen. Ich glaube, Stein machen wir auch noch mal. Hier eine Fuhre. Auch noch mal eine Fuhre Gold. Und ich muss unbedingt noch neues Gold machen. Dann machen wir auch hier neue Münzen aus den Goldkrümeln. Okay. Essen wird gemacht. Ja, das mit dem Glaube wird schon. Wir gehen schlachten. Oh, ich kann nicht wieder einen kaufen. Wie viel willst du? 50? Egal. Ich habe jetzt echt nicht mehr viel Geld. Aber solange ich Geld habe, gebe ich es aus, Freunde. Solange ich Geld habe, gebe ich es aus. Schönen Abend, Nick. Das ist halt wie so ein Adino. Naja, irgendwie sowas in die Richtung. So, Raum 2 aus Welt 4. Wir kriegen eine gnadenlose Donnerbüchse. Das ist eine Donnerbüchse, die kritten kann. Okay, Bro. Aufpassen. Sehr schön. Ich muss sagen, eine krittende Shotgun? Sage ich nicht nein. Alter, und gar viel zu deinen drei Monaten Prime, sage ich auch nicht nein. Dankeschön. Guter Vorschlag, Shy Guy. Guter Vorschlag. Was? Ich weigere mich. Ich werde nicht knien. Freunde, ich knie niemals vor falschen Göttern. Ich bin der einzig wahre Gott. Ihr könnt mir vertrauen. Ich bin das Lamm. Und das Lamm spricht die Wahrheit. Ihr seid übrigens zehnmal cooler, wenn ihr coole Praying-Gebete mit dem Praying-Emote in den Chat schreibt. Just saying. Geile Kills, geile Kills, geile Kills. Nice. Guter Raum. Sehr guter Raum. Das hast du gesagt, Shy Guy. So. So, jetzt müssen wir erstmal den killen. Solange der lebt, kann er den, glaube ich, wieder heilen. Na ja, da hat er es gerade gemacht, die Sau. Sehr gut. Weg. Patarix, Dankeschön. Eine Million Bier, bitte. Eine Million leckere Bierchen, bitte. Was bist du für ein Baum? Bro, ich sündige doch, indem ich diesen Baum fälle, oder? Nee, ich habe ein Opferherz dafür bekommen. Hä, geil. Geil. Okay, was geht hier ab? Kommt alle her, kommt zu einem Palast des Wunders und der Freude. Oh, alles, das glänzt Gold, ist versprochen. Höhle des Midas, sieben Tage die Woche geöffnet. Okay. Das ist der letzte Ort, den wir finden können. Okay. Ja, why not, ne? Da haben wir wieder, das ist quasi ein zufälliges, äh... Oh. Ah, ich habe einen Dämon dafür bekommen. Geil. Er hat mir gerade einen Dämon freigeschaltet. Ey, diese Spinnen halten echt viel aus. Aber die Skorpione gehen. Also ich komme mit den Spinnen actually bisher ganz gut klar, habe ich das Gefühl. Weil hier ganz viele haben ja geschrieben, dass sie die Schlimmsten sind, also... Die Frösche fand ich fast ein bisschen schlimmer bisher. Viel Gold, schön. So, Anhänger, Zufall, Boss. Ja, Freunde, ne? Neue Anhänger, kann man immer brauchen. Das ist ein Stinktier, ne? Warte mal, was habe ich eigentlich hier als... Ah, einfach eine Explosion, okay. Die ist sogar ein bisschen betäubt und mich unverwundbar macht für einen kurzen Zeitraum. Cool. Stimmt, ich bin, by the way, ein bisschen No Damage hier durchgegangen. Fällt mir gerade so auf. Bisher. Ja, jetzt haben sie mich erwischt. Ich muss jetzt wieder nachladen. Ich mag die, ich mag die Waffe. Also ich bin großer... Also ich muss sagen, die Donnerbüchse fängt an, mir Stück für Stück mehr Spaß zu machen. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass sie die Ultra-Schadensgranate ist. Aber sie lässt ein sehr kontrolliertes Spielen zu irgendwie. Ich mag das. Ey, schlaf gut, Zindo. Ich hoffe, du wirst unserem Kult gute Dienste erweisen. So, hier ist jetzt Zufall. Was kommt bei Zufall? Ein Boss! Digga, was? Aber das ist jetzt gar nicht mal so cool. Okay, ja, wir machen das bisher ganz okay. Aha. Geil. Aufpassen, aufpassen. Diesmal hier oben ein bisschen was kaputt. In der Hoffnung, dass da vielleicht Herzen rauskommen. Aufpassen. Wir stellen uns hier hin. Und dann machen wir Boots, weil dann sind wir nämlich auch kurz unverwundbar. Sehr gut. Mein Dämon macht aber auch gut Damage, habe ich das Gefühl. Ah, jetzt hat er mich mit dem Projektil erwischt. Ja, geil. Guter Fight. Und übel viele Herzen. Komplette Vollheilung. Nice. So, und jetzt kommt der richtige Boss. Also, aber erst hier ein bisschen, ne? Ja, ist hier so ein bisschen Action. Ein bisschen Action-Maction. Ich habe von irgendwas Schaden bekommen. Ah, da steht einer. Bro, den habe ich nicht gesehen. Okay. Boots. Das Spiel erinnert mich von den Geräuschen her an Amerika Kappa. An Amerika? Ach so, wegen Boots. Boots. Dinger. Du Ehrenloser. Tatsächlich diese Unverwundbarkeitsexplosion ist herrlich. Oh nein. Tamai ist gestorben. No. Tamai, Bro. Wirft Gegner zurück und friert sie ein. Mal Strom. Ich mache die Explosion. Ich mache die Explosion. Was ist er fern davon? Ist hier unten was? Oh, hier gibt es eine Tarotkarte. Endlich mal. Ja, das war absehbar, dass Tamai bald den Schuh macht. Feuere ein Projektil ab, wenn du deine Waffe schwingst. Ja, gerne. Ja, safe, safe. Und immer safer Giftschaden. Boah. Ich glaube wirklich, ich glaube immer safer Giftschaden ist mit Abstand meine Lieblingskarte, glaube ich. Die ist wirklich sick. Gerade wenn du jetzt mit der Waffe, die wir haben, auch noch Flächenschaden hast, ne? Jetzt habe ich ja ein bisschen kassiert. Das war dumm. Okay. Das war der Schnellste. Um aller Zeiten finde ich hier eine Karte dafür. Mehr Eifer. Das heißt, mehr Explosion. Goal. Was ist eigentlich der Schuh, den ich habe? Äh, ich glaube, das war der Schuh. Irgendwas ist da... Es ist nämlich sehr viel um mich herum explodiert. Nice. Holz. Weiter geht's. Okay, jetzt kommt der Boss. Jetzt kommt der Boss. Ein Tausendfüßler. Okay. Aber ich habe hier diese wunderbaren Explosionen, die den Kollegen einfach einfrieren. Haha. Digga. Butz. Und Butz. Haha. Hahaha. Alter. Shotgun und einfrieren. Let's go. Und ich glaube, erhöhte Eifer, dass wir permanent ballern können. Wow. Das war sick. Das war sehr sick. Ich habe ihn permanent eingefroren und dann mit meiner Shotgun draufgeschossen. Neue Anhängerform. Eine Fliedermaus. Oh mein Gott, das ist so süß. Und dadurch, dass dann aber gleichzeitig immer noch so andere Mini-Gegner gestorben sind, hat sich halt meine Eisexplosion instant wieder aufgefüllt. Und dann noch das Gift dazu. Alter. Das war sick. Das war richtig gut. Alter, das Max, das freut mich, Mann. 191 Knochen haben wir mitgebracht. Ich glaube, wir haben jetzt drei- oder viermal Gamba-Freunde, ne? Wo sind wir denn jetzt? Du bist die Kreatur, die dafür sorgt, dass der Äther dieser Welt Wellen wirft und sich verformt. Es ist ewig her, dass ich Bekanntschaft mit einer neuen Art von Idol gemacht habe. Machst du weiter und wir werden uns wiedersehen. Alter, was geht denn jetzt ab? Immer noch mehr Kreaturen und noch mehr Monster nehmen irgendwie Kontakt zu uns auf. Ja, mein Glaube ist schon wieder mies am Arsch. Aber wir schaffen das schon. So, wir kriegen Essen. Immer geil, immer geil. Dann kriegen wir jetzt auf jeden Fall auch einen neuen Bauplan. Da liegt Tamai, by the way. Ich mache... Was mache ich? Was mache ich? Ich mache gleich Gasthaus 2. Why not? Einfach meine Bewohner abfüllen, damit ihre Sünde steigt, finde ich eigentlich eine gute Sache. So, dann wird Tamai hier einmal verbunden. Habe ich irgendwo einen alten? Woran erkenne ich, wer ein Alter ist? Hm. Oh Gott, der Twitch-Chat entscheidet schon wieder irgendwas. Hier, bist du alt? Nee, der ist jung. Der ist auch jung. Habe ich überhaupt noch einen alten? Der ist alt, Freunde. Daniel, es tut mir leid. Sorry, Bro. Oh, Bro, das haben Schmieder welche mitbekommen. Was soll das? Aber mein Glaube ist auch ein bisschen gestiegen, weil ich muss alte Menschen umbringen. Oh Gott, wir haben den Ketzer. Wir haben den Ketzer. Nee, nee. Ich kann ihn nicht ansprechen, weil er zwischen den Betten steht. Mann! So, hier, Knast, Digga. So, erstmal Oma ziehen. Und dann wird jetzt erstmal wieder die Predigt gehalten, Freunde. Und dann ist die Welt wieder in Ordnung. Was war die Umfrage eigentlich? Oh, fast ein Level up. No. So, ich kann dir eine neue Doktrin verkünden. Na, yes. Glaube erhöhen raus. Okay, so. Ein Ritual durch, bei dem du einen Anhänger zum Steuereintreiber nennst, der Essen von den anderen Kultmitgliedern einsammelt. Ja, geil! Junge, ich bin einfach das Finanzamt jetzt. Das ist einfach Tom Nook. Ja. So, Freunde. Dann machen wir doch mal einen Tom Nook. So. Chat, ihr dürft entscheiden. Wer soll Tom Nook werden? Schon wieder Aster. Let's go. Das geht alles auf Handy, Bratfisch. Ja, das geht alles auf Handy. So. 242 Gold war da drin. Wow. 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 So, da haben wir direkt ein Level ab. Das ist gut. Das erhöht nämlich auch den Glauben, glaube ich, wenn jemand im Level aufsteigt. So sieht's aus. Und inspirieren bringt so viel. So, Freunde. Und jetzt haben wir einiges an Gamba, Freunde. Lasst die Erweiterung offen. Jetzt gibt's einiges an Gamba. Ich glaube, wir haben mindestens drei. Eventuell sogar vier. Lasst die Erweiterung offen. Wir haben jetzt einige Ziehungen. Skydome. Let's go. Auf geht's. Er nimmt instant die Fledermars. Wie cool. Wie cool. Wie cool. Aber die sieht ein bisschen runtergekommen aus, die Fledermaus. Äh. Du wirst. Keine Ahnung. Du betest. So, Freunde. Und jetzt geht's weiter. Ey, ey, Flee. Mit dem Zwei-Jahres-Jubiläum. Forgys. Das stinkt hier, Freunde. Das stinkt hier. Das war wirklich ein Zubat, ja. Michi. Skydome. So läuft's. Und jetzt. Kommt er sogar mit 37 Minuten Prime um die Ecke. Bro. Ein wahrer Kult-Member. Oh, er nimmt den Drachen. Oder den Dino. Je nachdem. Okay. Die sehen schon sehr cute aus. Ey, Flee. Yo. Yo, 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 yo. Dankeschön. Vielen, 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 vielen Dank, Mann. Einfach fünf Gifte-Subs. Wahnsinn. Wahnsinn. Dankeschön. Vielen Dank. Digga, es ist... Dein Maul. Der toxischste Chatter Nummer eins, wenn es um Kult-Member geht. Er hat es geschafft mit dem Riesenrüssel. Justin opfern wir direkt. Er macht einfach den pinken Dumbo. Ich gönne's dir, Mann. So. Habe ich noch genug Betten? Ich hoffe es hat mich. Ich habe jetzt hier noch eine Leiche. Die kompostieren wir dann auch gleich wieder. Zack. Um Essen muss ich mich jetzt wieder kümmern. Ja. Kompost auf jeden Fall auch. Ah, ich glaube hier raus muss ich noch eine Farm 2 machen, kommt mir gerade. Damit das, was da angebaut wird, auch geerntet werden kann. So. Da machen wir instant eine Farm 2 draus. Und hier machen wir jetzt auch gleich Essen. Äh. Machen wir mal Fisch, hätte ich gesagt. Ja, ich meine die kotzen dann, aber... Okay. Ja. Mann, ich will das noch mal mitbauen. Ey, Selvinos. Ich wünsche dir ganz viel Spaß auf Arbeit und cool, dass du heute da warst, Mann. Sehr geil. So, und jetzt werde ich, glaube ich, das Feld da unten auch gleich noch vergrößern. Wobei ich gar nicht mehr viel Gras habe, fällt mir gerade auf. Eins, zwei. Drei, vier. Acht. So, sehr schön. Dann wird das auch gleich noch gebaut. Irgendwie ein bisschen gesundheitlich ist gerade Probleme. Irgendwo hat jemand... Ah, die haben da wahrscheinlich hingekotzt, oder? Hab dich durch den Podcast mit Theo neulich wieder für mich entdeckt und feier deinen Content sehr. Mach weiter so. Drei. Das freut mich sehr, Mann. Das freut mich sehr. Vielen, 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 vielen lieben Dank, Gafit. Und Birnenstreber mit dem fünften Monat Prime. Grüß dich. Grüß dich, Mann. Schön, dass du hier bist. Vielen Dank für den Support. So, machen wir noch zweimal Wein hier. Dann nehmen wir noch mal kurz die Beichte. Ich nehme jetzt tatsächlich immer Astar, weil ich wissen will, was das maximale Level von einem Charakter ist. Yo, Tobi auch noch mit 100 Bits. Dankeschön. Einfach Stufe 8. Sehr gut. Stimmt, hier liegt noch Tamai. Tamai packen wir jetzt auch mal in die Gruft. Ah, ich glaube, es gibt Essen. Weil die Leute da nach unten steppen. So, und ich glaube, ich muss da auch eine neue Steinmine auf jeden Fall bauen. Pass auf, das machen wir auch gleich. Damit wir hier nicht auch nochmal irgendwann in Steinprobleme geraten. So, machen wir jetzt hier gleich eins. Ah, warte mal. Da muss ich die da oben noch aufbauen. Dann machen wir da gleich nochmal zwei Steinminen hin. Ich glaube, ich upgrade die dann auch gleich auf Stufe 2. Ich glaube, das ist am sinnvollsten. Weil diese Stufe 2 Minen, die halten echt ewig, Mann. Oh, ich habe die noch gar nicht freigeschaltet auf Stufe 2. Ups. Ja, well, ne? Schwierig. So, der Kollege kocht da unten auf jeden Fall. Höhle ist mir, das mache ich noch den Schneider freischalten. Ja, ich glaube, ich gehe direkt wieder schlachten. Und ich glaube, ich gehe instant wieder schlachten. Du süßer. Alter, Julian! Yo, Hübi, ich bin Juliens Bruder, du süßer Alter. Bist du es wirklich? Oder donatet gerade jemand in deinem Namen? Ich hoffe mal, du... Ich gehe mal davon aus, du bist es wirklich, Mann. Ich danke dir für den Euro, Mann. Den kann ich gerade nicht umerziehen? Okay. Alles klar. Ja, du, äh... Meinem Kult geht's gut. Ich lasse sie gleich noch mal mehr Essen produzieren. Einfach noch hier ein bisschen Fleisch. Wunderbar. Und dann machen wir gleich... Oh nein. Warte mal. Muss, glaube ich... Muss ich erst in die Höhle des Mieders? Nee, ich glaube, ich muss einfach nur neu laden. Warte mal. Ach nee, das ist jetzt wieder dieser Twitch-Chat-Bug. Das ist lieb, Julian. Was geht hier ab? Da gibt's neue Tarotkarten. Hey, komm, seht her. Oh, hört auf zu lachen. Unser Gast mag nicht viel hermachen, aber nicht alles... Nicht alles, was Gold ist, glänzt. Mein lieber neuer Freund, die Höhle des Mieders bedient eine ganz bestimmte Klienté. Wenn du die erforderlichen Voraussetzungen erfüllst, willkommen. Falls nicht, bitte sieh dich um. Okay, ich kaufe direkt die Karten. Das kostet 10 Gold. Hinterlasse bei einem Treffer schwarzen Ichhoher. Du wirst mit einem Herz wiedererweckt, wenn du stirbst. Das ist geil. Die Leichen deiner Gegner explodieren und fügen anderen Gegnern Schaden zu. Das finde ich geil. Das nehme ich. Muss ja mit Goldbarren bezahlen. Das ist teuer. Das ist sehr teuer. Aber die Karte ist halt auch krass. Und ich glaube, wiederbelebt werden ist auch heftig. Oder wenn ich getroffen werde, so schwarzen Schleim auf dem Boden, finde ich auch nicht schlecht. Da verbrate ich mal meine Goldbarren. Ich hoffe, ich bereue es nicht. Okay, und da kann ich jetzt, glaube ich, eine neue Anhängerform kaufen. Na ja, da kann ich wieder 40 Gold zahlen. Und wir kriegen... Yo, was ist... Das ist... Eine Ameise? Haben Ameisen nicht zu sagen? Ich glaube, das ist eine Ameise. Wie cool. Ich kann sogar noch mehr kaufen. Bei den anderen Automaten ging das immer nicht. Einfach Small End. Ein Bär. So, ich zahle hier gleich weiter. Ich finde diese Tierform eigentlich relativ nice. Das ist ein Waschbär, ne? Oh, wie cool einfach. Oh. Okay, jetzt ist wieder ausverkauft. Und was geht hier ab? Einen Anhänger opfern. Ne, da bin ich nicht bereit zu. Wahrscheinlich für Gold. Da kann ich Anhänger für Gold verticken, oder? Für jemanden mit deinen Talenten sagen wir 10 Goldbarren spenden. Ne, erstmal nicht. Alles gut. Einfach Menschen... Ja, das ist legit Menschenhandel. Just den Opfern. So, haben alle ein Bett? Ja, ne? Alle, alle, alle können pennen. Sehr schön, sehr schön. Sehr gut. Okay, wisst ihr was? Ich gehe legit... Gehe wieder auf den Raubzug. Ich gehe wieder auf den Raubzug. Oh, da kann ich wieder einkaufen. Oh, da kann ich wieder einkaufen. Ah, wieder für 50. Egal, egal. Anhänger ist Anhänger. Wir kriegen viel Geld. Dann geben wir es auch instant wieder aus. Dafür haben wir es. Das ist auch eine Sache, die ich echt lernen musste. Früher war ich immer so, ich habe alle Rohstoffe einfach nur behalten, 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 behalten. So, ja, nichts ausgeben, ja, nichts ausgeben. Und das ist echt eine Sache, die ich mir angewöhnt habe. So, wenn mir ein Game-Item skippt, dann nutze ich sie. Kann nur besser werden. Kann nur besser werden. So, ich habe den Schuss und eine krasse Giftkeule. Ah, okay, ich schieße den Gift, okay. Ich muss jetzt sehr aufpassen. Aha. Nice, nice, nice. Man erkennt aber am Anfang des Games nicht den Wert des Rohstoffes. Das stimmt. Vergifte alle Gegner. Cool. Was ist hier? Erhöht die Chance, dass Relikte spawnen. Nee, 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 nee. 200 Münzen kostet das. Damn. Gegner vergiften ist so mächtig, Mann. 1000 Füßler sollen, glaube ich, echt irgendwie so krass bedrohlich oder, oder episch sein. Aber die sind echt leicht zu killen. Und wer bist du denn? Ach, der geht bestimmt jetzt wieder, äh, hier Kartenspielen bei Rattau, ne? Ja, ja, immer, immer, immer. Ich muss mal diese ganzen Games da oben mal zocken. Dann kriege ich auch, ich kriege Save irgendwas dafür. Wenn ich diese ganzen, diese ganzen Kartenspiele oder was auch immer das ist, da gewinnen. 100 Prozent. Oh, blaue Herzen. Geil. Sehr cool. Oh, da schlüpfen Spinnen, ne? Ja, 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 das war absehbar. Ja, schön. Hä, also, ich hab irgendwie das Gefühl, dass Ebene 4 viel leichter ist als Ebene 3, wirklich. Also massiv. Ich hab halt so gar keine Probleme, hier was zu reißen. Hab ich, hast du dich schon mal gefragt, was passiert, wenn deine Aufgabe erfüllt ist? Wenn ich dich nicht aufhalten kann, so kann ich dich zumindest auf das Light vorbereiten, was auf dich wartet. Er war der Fünfte. Es tut mir leid. Oh, nein. Hä, sterben die jetzt wieder? Bitte nicht. Nein, doch, die sterben. Bro. Bro. Oh, einfach schon wieder zwei Anhänger geopfert. Zwei ist halt echt, echt viel, ne? So, jetzt schau mal, was haben wir denn hier? Da drüben ist ein Anhänger. Dann gehen wir da hin. Fluchangriffsschaden erhöht sich um 1,25. Das nehmen wir. Ah, die hab ich jetzt freigeschaltet. Aber hab ich die jetzt auch als Karte? Ne, ich glaub, doch hab ich. Hab ich. Geil. So, und wir nehmen die Anhängerform. Und immer die Anhängerform. Das ist ein kleiner Panda, ne? Roter Panda. Ich will alle Tiere freischalten. Das ist mein großes Ziel. Bro. Einfach eine riesige Axt in der Mitte schwingt. Aber was meint, mein Fluchschaden ist jetzt um 1,25 erhöht, ne? Hab ich das richtig mitbekommen? Ist auch krass. Testen wir es mal. Boah, fast One-Shot. Tschüss. Alter. Meine Flüche machen ja sowieso schon recht viel Schaden, hab ich das Gefühl. Das kann sich jetzt schon sehen lassen. Oh, Bruder. Aufpassen. Wenn ich diese ganzen Eier töte, bevor sie schlüpfen, hab ich weniger Gegner. Ah, da ging nix. Ich schieße mal da rüber. Okay, das war ein Treffer tatsächlich. Hey, du bist weg. Mhm. Der schießt hier oben auch, als ob er hier der König von Deutschland wäre. Schön, 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 schön. Da ist nichts. Und was ist hier? Boah, jetzt hab ich so viele Wege, ne? Oh. Zwei geile Tentakel. Wobei, nee, ich glaub, die Vergiftung, die ich hab, find ich geiler, oder? Ah, jetzt hab ich den Tentakel genommen. Egal, egal. Oh, ja! Bro, das ist da einfach erschienen. Boah, da ist der Tentakel. Boah, der Tentakel verprügelt den voll. Ich liebe alles daran. Die sind einfach in mir gespawnt, diese Drehdinger. Ey, der Tentakel ist wirklich heftig. Der macht verdammt viel Schaden. Okay. So, ich hab dieses Ei, hab ich jetzt mit meinem Fluchschuss abgeschossen. Okay, aber ich krieg grad ein bisschen Schaden. Ich muss, ich, ich, ich gebe zu. Ich spiel ein bisschen unvorsichtig. So, was haben wir hier? Göttlicher Hammer! Göttlicher Hammer! No way! No way! One-Shot, der einfach so alles? Wir sind einfach Tor. So, und was geht hier ab? Hier waren irgendwelche Sondereffekte aktiv. Gain, nee, was? Gegnerische Lebensenergie halbiert, aber auch doppelter Schaden. Okay, also wir alle sterben schneller. Okay. Ich muss die Eier kaputt machen. Genau, damit kann der neue Gegner spawnen. Och, scheiße! Okay, das wird jetzt übel. Also das mit dem doppelten Schaden auf der Ebene ist heftig. Das ist nicht zu unterschätzen. Okay. Okay, 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 okay. Sehr gut. Ein paar Herzen wären jetzt geil. Ein paar Herzen aus den Kisten wären jetzt schön. Kann man sich in dem Game heilen? Ab und zu droppen Herzen. Aber es ist eher selten tatsächlich. Ach, der legt Eier. Scheiße, der hat mich auch erwischt. Ich kriege halt ein komplettes Herzschaden. Oh, eineinhalb blaue Herzen. Wahnsinnig gut. Wahnsinnig gut. So, ich kriege eine neue Waffe, aber ich werde nur einen Fluch nehmen. So, Spitze der Verderbnis. Verderbnis. Ja, das nehme ich. Stufe 17. Mikogami mit dem 10. Monat Prime. Nee, Tier 1. Entschuldigung. Ich sage danke für die lieben Worte, Mann. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Oh, Bruder. Muss ich aufpassen? Mhm. Jo, 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 jo. Das ist nicht der Mensch. Aufpassen, aufpassen. Okay, okay, okay. Eine Karte, eine Karte. Gegner erleiden Schaden, wenn du gegen sie rollst. Uh. Stark, 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 stark. Ich muss irgendwie diese Ebene überleben. Wenn wir mit unserem Loadout jetzt zum Boss kommen, na, das, das wird schon anders krachen. So, das Ei hier, das Ei. Oh nein, das Ei hier ist geplatzt. Boah, auf so einem, in so einem vollen Raum, na, in so einem vollen Raum, mit, mit diesem, ja, doppelten Schaden, das ist übel. Diese unübersichtlichen Räume, die sind übel für doppelter Schaden. Okay. Und nochmal ein blaues Herz bekommen. Okay, quasi plus minus null rausgegangen. Äh, Funky Screw ist mir jetzt aber mal lieb, wenn du dich mal ein bisschen sinnvoll am Chat beteiligst. Also, du, du schreibst den ganzen Stream über, einfach nur so wirklich komplett belanglosen Stuff. Ist jetzt nicht schlimm, ne, aber, wäre schön, wenn es so ein bisschen was mit dem Stream zu tun hätte. Okay. Okay. Nochmal ein blaues Herz. Geil. Schon wieder irgendein Bodenbelag. Okay. Ey, Chat, bitte gönnt was Gutes. Bitte gönnt was Gutes, Chat. So, jetzt haben wir aber nicht mehr wieder dieses doppelten Schaden. Okay, eigentlich geiles Loadout. Geiles Loadout. Bro, der legt die Eier, ne? Oh, Bruder. Bro, das ist gar nicht mehr so geil, was hier passiert. Okay. Sehr schön. Warte mal, was ist eigentlich gerade meine Fähigkeit? Ah, die sind schießen hier, ne? Okay, okay. Sehr gut gemacht. Wie läuft? Kalt auf der Lamp. Heute sehr erfolgreich, tatsächlich. Heute extrem erfolgreich. So, passt auf, da mache ich gleich noch weg. So. Okay, zwei von drei Eier kaputt gemacht. Alle Eier kaputt gemacht. Stark. Megagut. Megagut. Und noch mal ein Herz bekommen. Viereinhalb. Viereinhalb. Habt den ihr zu verantworten? Boah, jetzt war's mir nicht. Was ist das? Ein Ruf aus der Tiefe. Hervorbrechende Eissäulen. Gegner treffen. Den Tag geschlagen in vier Richtungen. Ich will weder noch. Ich bin ehrlich, ich will weder noch. Ne, hab nicht Eier zu verantworten. Okay. Ich dachte, es wäre jetzt ein typischer Boss. So, a la der Chat sorgt irgendwie dafür, dass du, keine Ahnung, dass ein schwererer Boss entsteht. Weil ich den tatsächlich noch nie gesehen habe. Das war ein neuer Boss. Okay, jetzt sehr aufgepasst hier. Chillen wir hier. Wichtig ist immer, solange ich irgendwie Treffer rausbekomme. Wow. Oder so ein schöner Triple-Kill. Da sag ich auch nicht nein. Geil. So, und hier geht's zum Boss, ne? Oh, boy. Hauras. Scheiße, er hat mich erwischt. Okay. Damage ist nice. Aber trotzdem chillen. Trotzdem chillen. Alles safe spielen. Oh, der ist nämlich gedasht. Oh, mein Gott. Der bumst mich. Der bumst mich, Freund. Ich muss aufpassen. Ich muss aufpassen, was er macht. Ich muss hier sehr auf seine Projektile aufpassen. Okay. Hm. Oh, der stimmt mir nicht rein. Aber das hat gut geklappt. Yo. Gar nicht mal so geil, was er tut. Aber ich muss hier einfach den göttlichen Hammer. Oh, Alter. Ein Glück hatte ich hier den göttlichen Hammer. Der hatte fiese Moves drauf. Der hatte sehr fiese Moves drauf. Der Hammer hat uns hier extrem geholfen. Wow, 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 wow. Stark, stark. Skydome ist Ketze. Habe ich das richtig gesehen? War das die Chat-Abstimmung? Den haben wir weggehämmert. Den haben wir sehr episch weggehämmert. Äh, Federheißkette. Goldklumpen. Goldklumpen kann ich in mindestens verwandeln. So, okay. Ja, die Extra hat es dann auch geholfen. So, Freunde. So. Zwei neue Anhänger. Ordentlich Geld. Gut Knochen. Nein, wir sind unschuldig. Das war seine Entscheidung. Okay. Der hat ja aber auch gefühlt ein Aimboard. Ja, der... Also, wie gesagt. Das ist, glaube ich, ein Boss. Bei dem kannst du echt locker mal drauf gehen. Das muss ich ihm aber erstmal in die Predigt halten. Ja, was mache ich denn jetzt mit Skydome? Es ist hier ein Ketzer, aber ich kann ihn nicht in den Knast packen. Warte mal. Kann ich den Knast zwei machen? Gibt es Knast... Oh, Essen. Geil. Essen. Immer Baba. Danke, Twitchchat. Pass auf. Ich gucke jetzt einfach, ob ich den Knast zwei machen kann. Hier, Gefängnis? Nee. Gibt keinen Knast zwei. Ich kann einfach noch einen bauen. True. Das geht. Das geht. Ja, ja, ja. Okay, wisst ihr was? Ich gehe jetzt hier tatsächlich auf Dämon 3. Dann kann ich mir für den Final Boss oder für den vierten... Das wird ja nicht der Final Boss sein, aber für den vierten Kollegen. Für den vierten Gott, Priester, was auch immer. Kann ich mir dann einfach drei Dämonen mitnehmen. Da brauche ich noch... Okay, Goldbarren. Ich muss jetzt viele Goldbarren machen. Ich verstehe. So, äh, Knast. Wo ist der Knast? Hier. Da einfach 25 Holz. Die setzen wir direkt nebeneinander. Tja, Skydam. Hast du mit dem Falschen angelegt, Kollege? Tja, cool, Rabais. Doch kein Onlyfans. Duft denn der Holger ab jetzt irgendeine Quest? So, Skydam. Zack. Und wir erziehen dich gleich mal um. So, was hast du für eine Quest? What? Bring den Glauben deines Kultes wieder auf 50%. Ja, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Pass auf, ich inspiriere den jetzt erstmal. Solche Quests sind am besten. Einfach nur keine Ahnung. Push den Glauben. So Sachen, die du sowieso machen würdest. Oh, ich hab's gar nicht noch ne Tafel bekommen. Yo. Oh, und er ist auch zurückgekehrt. Er hat Knochen mitgebracht, ne? 63. Da können wir ordentlich Rituale ballern. Ja, Marco, auf jeden Fall. Seit ich Onlyfans promote, hab ich mehrere tausend Euro extra Einnahmen pro Monat. Ich könnte diese ganzen Blühwürmchen fangen. Wie geil. Das Dorf ist richtig groß geworden hier. Okay, ja, ja. Richtig heftig, was hier abgeht. Was geht? Was ist das denn? Das ist nur neue Anhängerformen. Yo. Eine Biene. Boah, wo sich hier überall neue Anhängerformen verstecken? Das ist ja insane. Ich denke immer so, jetzt muss ich doch dann irgendwann dieses Achievement bekommen, alle Anhängerformen zu haben. Und wir finden immer noch einen und noch einen und noch einen. Hä, wie nice. Oh, einer hat kein Bett, oder was? Nee, das kann nicht sein. Nee, einer ist einfach übermüdet, okay. So, Freunde. Neu Skamba. Rein mit euch, Friends. Rein mit euch. Wer will eine Biene oder sonst was werden? Wir haben ja einiges mittlerweile an neuen Tieren, die man auswählen kann. Bam. Janik! Lass mir den Wolf durch eine Quest bekommen. Ich bin ja schon fleißig am Quest. Na, oh. Ich bin ja schon fleißig. Boah, einfach eine Ziehung, ohne dass sich Justin beschwert. Das ist auch verrückt. So, Janik hat noch leichte Entscheidungsprobleme. Oh, er nimmt das Gürteltier. Wie cool, wie cool. Oh, Bro, let's go. Neue Ziehung, Freunde. Ich glaube, danach haben wir noch eine Ziehung. Ich glaube, wir haben danach noch eine. Also rein mit euch. Fabi. Poggies. Dann warte mal, wenn ich den jetzt abbreche, kann ich gleich eine neue Ziehung machen. Weil quasi Fabi bekommt dann das Vieh danach, glaube ich. Ich glaube, wir können jetzt gleich zwei Ziehungen machen, auch für den Charakter danach. Ah, da black live it. Let's go. So. Und die lassen wir jetzt... Jetzt warten wir nämlich hier ganz kurz. Schreibt einer von euch beiden dann kurz rein, wenn ihr euren Charakter gemacht habt. Dann müsste es, glaube ich, der Zeit wirtschaftende Boss. Ja, da müssen wir, glaube ich, beide gleich direkt gemeinsam haben. Zumindest so meine Theorie. Ich bin fertig. Wunderbar, Fabi. So. Ah, ne Biene. Let's go. Ah, die sieht schon cute aus. Die sieht schon sehr cute aus. So, und das hier müsste jetzt dann quasi black werden, ne? Black live it. Jawollo. Den Fisch. Der Fisch, Freunde. Ah, der Gangster ist hier richtig am rumnörgeln. So, jetzt, jetzt, jetzt. Wenn die hier alle am nörgeln sind, dann predigen wir jetzt erstmal. Und dann wird hier mal so ein alter Nörgler, glaube ich, auch einfach mal geopfert, ne? Oh, wir kriegen wieder ein Level ab. Geil. Macht der frommen 6 erhöht die Ausgangsstufe von Waffen. Auf jeden Fall. Maximale Waffenstufe jetzt. Beim, beim Starten eines Kreuzzugs. Ja, der Zylinder kommt, weil du Steuereintreiberin bist, Asta. So, und jetzt gehen wir noch hier in Besitztümer. Ich weiß gar nicht, was das ist. Schaltet die Anhängeraktion den zehnten abnötigen frei. Sammle einmal täglich von einem Anhänger Geld ein. Oh, vorne Geld? Geld sehe ich. Oh. 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 So. Ah, das sind jetzt Level-Ups. Ich glaube, das kommt, wenn durch eine Predigt ein Anhänger ein Level-Up bekommt. So. Jetzt machen wir hier ein sehr teures Ritual. Äh, wo ist das denn? Hier. Opfer einen Anhänger. Genau, das kostet nur 75. Das ist ja richtig geil. Tja, ein Alter muss dran glauben, Freunde. Entweder Jason oder Gangster oder Kaiser. Damn. Jason. Es war mir eine Ehre, Meister. Es war mir eine Ehre. Aber alte Menschen sind in unserem Kult nicht erwünscht. Tico steht in der Tür vorne. Ein schilder Mann. Warte, warte. Oh, Tico möchte. Volle Hütte, Freunde. Volle Hütte. Oh, süß. Okay, Freunde. Entschuldigung. Kurze Katzenpause. So, äh, wir können, hier, was ist das hier? Augen der verlorenen Relikte. Auf deinen Kreuzzügen tauchen neue Relikte. Ach, ich mag Relikte nicht so, muss ich sagen. Bin nicht so der Relikt-Fan. So, und das ist nur die Verstärkung der schweren Attacken. Naja, dann nehme ich die neuen Flüche. Auf deinen Kreuzzügen tauchen drei neue Flüche auf. Das halte ich für sinnvoll. Okay. Sehr schön. So. In der Doktrin steht irgendwas drin, was mich, glaube ich, erstmal nicht juckt, ne? Hier Besitztümer. Stimmt, wir können jetzt Steuern eintreiben. Das muss ich, da muss ich noch dran denken. Dass ich den Leuten jetzt hier Steuern abnehmen kann. So. Eine fette Inspiration für alle. So, Justin hier. Tanz für mich, Bitch. Ich freue mich so aufs neue Kohle-Album. So. Jetzt nehmen wir Justin hier noch ein bisschen Kohle ab. Boah, einige Level-Ups. Ey, Freunde, unser Volk blüht und gedeiht. Dann kann ich dich auch nochmal umerziehen. Dann ist Menschfeind nämlich an der Stelle auch schon wieder kein Ketzer mehr. Dann geht es ihnen jetzt auch wieder gut. So, einen Skydarm können wir auch nochmal umerziehen. Aber das reicht, glaube ich, noch nicht. Da bleibt jetzt hier diese kleine Fitzel übrig. Ja, genau. So. Dann lassen wir die jetzt noch fett essen kochen. Ich habe doch hier Fleisch recht viel, oder? Mal Chance auf Erschöpfung. Nee. Wo ist denn hier normales Fleisch? Oh, die machen hier Fisch. Das ist auch gut. Nee, da wird Krankheit ausgelöst. Nee, das fühle ich jetzt nicht so. Wo ist denn der Fleischstropf? Hier, der da. Und dann, äh... Anhängerhackfleisch. Chance, dass eine Krankheit ausgegangen ist. Mann, immer mit der Krankheit. Ach, scheiß drauf. Dann werden halt ein paar krank. Was soll's. Was soll's. Die kriegen wir auch wieder heile. Dafür habe ich ja mein Lazarett. Ja, die tödliche Suppe ist, glaube ich, echt eine gute Idee. So, äh... Sammle die Belohnung von duftende Heugabel ein. Ah, hier oben meine... Meine Holzminen sind auch durch. Ja, aber also Holz habe ich wirklich erst mal mehr. Er ist genug. Ah, da duftende Heugabel. Aber arbeite ich in der Steinminie. Boah, ich hab 400 normales Holz, ne? Schallam-Barren. So, der geht auch in sind auf Stufe 5. Cool. Und wir müssen uns jetzt hier vor allem um Gold kümmern. Na? So, du machst euch auf jeden Fall Fett-Gold-Barren. Und du produzierst neues Geld. Und, äh... Du produzierst auch neues Geld. Und du machst auch nochmal Fett-Gold-Barren. Genau, weil irgendwie sehr viel wird mit Leid mit Gold-Barren bezahlt, habe ich das Gefühl. So, hier füllen wir auch die Samen erst mal wieder auf. Da kommt neuer Dünger rein. Oh, da unten wird auch schon Essen gemacht. Ananas isst hier auch ganz fleißig. Das ist schön. Der füttert hier die Armen und Bedürftigen. Okay. Ey, unser Dorf blüht und gedeiht. Da machen wir jetzt gerade die Schenke auf, um mir noch ein bisschen mehr Sünde zu verteilen. Ne, 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 ne. Das ist alles sehr harmonisch gerade, muss ich zugeben. Das ist alles sehr, sehr, sehr harmonisch. Okay, so, jetzt schauen wir nochmal nach. Ich will ja auf die Schenke auf jeden Fall auch noch auf Stufe 2 bringen. Da brauche ich Gold-Barren, bin ich schon dran. So, und hier ist die Schenke. Brauche ich auch Gold-Barren? Und eine... Ach, ich muss eine Sünde zahlen, um meine Schenke auf Stufe 2 zu bekommen. Boah, bis ich das aber schaffe, bei einem meiner Besucher in irgendeiner Art und Weise Sünde hier hinzubekommen. Das dauert ja ewig. So, dann brauchen wir aber erstmal wieder Bier, ne. Die Schenke muss immer wieder eröffnet werden. Oh, der kocht unten fleißig, ne. Hübi war lost, ist krank geworden. Naja, was passiert? Warte mal, ich kann dich auch theoretisch doch direkt heilen, ne. Ja, let's go. Ja, man muss eine Sünde für mehr Sünde zahlen, richtig. Sehr weird irgendwie. So, oh, der hat hier schon Fettkohle gemacht. Geil. Machen wir hier gleich weiter. Schön diese Gold-Klumpen in Münzen umwandeln. Und hier machen wir gleich weiter. Besonderes... Oh, eigentlich auch besonderen Stein. Tatsächlich, ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich genügend Stein bekomme. Also aktuell ist tatsächlich, auch wenn ich das sehr skurril finde, Stein mein, äh, geringstes Gut. Das Sünden-Investment. Sindu hat eine Quest. Du bist cool. Okay, ne, der war einfach nur besoffen. Der war einfach nur besoffen. Oh, sehr gut, auch immer hier die Erzeugnisse der Farmerntner. Ah, ich mach hier so viel Wein und Hopfen, das ist brutal. So, dann schicken wir auch jetzt jemanden mal bei der ersten wieder Beichte, bei Asta, dass wir die Schmiede auf ein neues Level bekommen. Mal gucken, ob Level 10 möglich ist. Das ist echt, da bin ich sehr gespannt. So, Level 9, ne, ja. Mal eine neue Gebetstafel. So, und ich glaub, hier drinnen können wir jetzt auch Steuern einsammeln, ne. Auch wenn's nur 32 sind, leider. Okay. Okay, so, warte mal, ich hab sogar eine volle Gebetstafel, sehe ich gerade. Ich glaub, die kann ich noch nicht auslösen. Aber hab ich noch irgendein Ritual, was ich machen kann, was ich dringend... Ich kann jemanden heiraten, ne? Heirate einen deiner Anhänger und erhalte plus 30. Das ist einfach ein reines Glaubensding. Ja, das mach ich, wenn mein Glauben immer wieder sackt. Oh, äh. Fabi geht's gar nicht mal so gut. So, passt auf, dann schick ich jetzt noch jemanden, glaub ich, nochmal auf. Gold-Sammlung, oder was, was gibt's denn als sammelbare Gegenstände? Anhänger Kürbisse. Kürbis-Kern, Affe-Essen. Hm. Ja, Bro, dann bring doch einfach ein bisschen... Bring Kürbisse nach Hause. Wir brauchen... Ich glaub, Samen kann man immer brauchen. Ich glaub, Samen für die Farm kann man immer... Bro, alle schlafen. Chat. Chat, you serious? Chat. Ich kann jetzt nicht mal was bauen, oder? Doch, kann ich. Oh, ich kann Dämon 3 machen. Oh ja, das machen wir, Freunde. Wir werden beim nächsten... Okay, die stehen schon wieder sehr schön. Wir werden beim nächsten Mal in irgendeiner Art und Weise heftige Bosskämpfe haben. Ich glaub auch, by the way, der nächste Cult of the Lambstream wird der letzte. Also beim nächsten Mal machen wir auf jeden Fall den vierten Gott. Und dann wird's ja mit Sicherheit nochmal in irgendeiner Art und Weise weitergehen. Ja, keine Ahnung. Dann kommt vielleicht ein Final Boss oder nochmal ein geheimer Dungeon oder was auch immer. Aber ich glaub, der nächste Cult Stream wird erstmal der letzte. Oh Gott, die machen hier immer die Deko kaputt. Sind das die Besoffenen, die das machen? Komm, ich geh mal hier in die Deko rein. Dann stellen wir noch so ein paar... Komm, stellen wir noch so ein paar Holzstatuen auf. Oh, nochmal so einen Brunnen können wir hier hinstellen. Vielleicht finden die das schön oder so. Ich weiß nicht genau, was das bringt. Ich glaub, hier in der Küche kann ich auch noch mehr kochen lassen. So Premium-Gerichte, ne? Oh, 50-prozentige Chance, dass die Anhänger-Loyalität erhöht wird. Ja, rein in die Masse. Da bin ich ja mal gespannt, was da passiert. Warum kein 4K-Stream ist, der Kübel? Weil du eh viel zu arm bist, um dir ein 4K-Display zu leisten, Bro. So, Missionar 3, Steinmine 2, Heilquartier, Anführerzelt. Was macht das? Okay. Tabernakel. Schreinflammen-Paket. Entfache das reinigende Feuer und ernte mehr Hingabe. Das reinigende Feuer wird mehr Hingabe hervorbringen. Hm? Hier, Kompost. Kann man Grasdünger machen? Düngerlager. Samenlager. Ah, okay. Pass auf. Komm, dann geh mir mal hier rein. Also, ich will den Kompost tatsächlich nicht. Aber ich finde tatsächlich das Samenlager da oben ganz smart. Alles, was so ein bisschen den... Alles, was die Landwirtschaft pusht, finde ich eigentlich ganz geil. So, wir machen mehr Bier. Bro, Menschenfeind schwebt einfach. Ah, er hat Sünde. Ein Sünder. Jawoll. Freunde. Wir konnten eine Sünde ernten. Oh, es wird Nacht, Freunde. Oh, neuer Anhänger. Yes. Freunde. Das letzte Gamba für heute. Das letzte Gamba für heute. Eine letzte Ziehung, Friends. Wer verewigt sich hier ganz am Ende vom Stream noch? Wer verewigt sich noch? Nobody. Ey. Der Mann hat's verdient. Der Mann hat's verdient. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Auch schon sehr lange dabei. Sehr, sehr lange dabei. Oh, er nimmt auch eine Biene. Yo. Eine dunkle Biene. Oh, die sieht ja mal voll nice aus. Wow. Ja, äh, du darfst Getränkemischer werden. Aber du darfst dich auch hinlegen. Ich glaube, wir haben genügend Betten für alle. Hä, Bro? Nobody. Wir haben doch, wir haben doch, wir haben doch. Du darfst dich doch da reinlegen. Ist der ganz unten? Ja, zack. Warum gehen die denn alle nicht ins Bett? Ich bin verwirrt. Ah, die sind besoffen. Die finden noch nicht nach Hause. So. Friends. Dann, würde ich sagen, äh, machen wir für heute Schicht im Schacht. Es war großartig. Es hat, es hat verdammt, verdammt viel Spaß gemacht. Äh, es war wirklich, es war wirklich richtig cool. Äh, Need for Speed war nice. Kalt auf der Lamp sowieso. Aber, wie gesagt, nächstes Mal könnte Feierabend sein. Ich bin gespannt. Wir werden auf jeden Fall beim nächsten Mal den letzten, der vier Priester, ähm, klatschen. Das ist der Plan. Und wer weiß, was dann passiert. Also, ich vermute, wir müssen, den, den wir befreien, müssen wir safe auf jeden Fall noch bekämpfen. Ich weiß nicht, ob es da nochmal einen komplett neuen Dungeon gibt oder was auch immer. Aber, ich bin auf jeden Fall gespannt, es herauszufinden. Und bitte nicht spawnen. Das wäre, das wäre lieb. Wir sind zurück in Kalt auf der Lamp, Freunde. Zum wahrscheinlich Ende. Vermute ich. Vermute ich. Ey, Julian, danke für dein Acht und Steffi im Sechsten. Viele Dank. Ich hoffe, ihr seid ready heute. Die falschen Götter ein für alle Mal zu schlachten. Okay. Äh, meinem Volk geht es soweit gut. Die haben Hunger. Dann kochen wir denen gleich was. Und der Glaube ist gebumst, aber es ist ja gleich ein neuer Tag. Für die Leute, die noch nicht dabei waren und nicht genau wissen, was es geht. Ihr kommt natürlich jetzt schon zwölf Stunden ingame rein. Aber man schafft das ganz gut. Äh, dieses Dorf hier habe ich gebaut. Äh, und die Idee ist, dass ich am Anfang wurde ich, äh, sollte ich geschlachtet werden von den Göttern. Aber ich habe dann diese schwarze Krone auf den Kopf bekommen, die mein Schaf trägt. Und, äh, mit der wurde ich quasi von... Von den Toten wieder zurück zu den Lebenden geschickt, um, äh, einen eigenen Kult, eine eigene Religion zu gründen. Also das sind alles quasi... Alle Bewohner hier, diese ganzen Tiere, die sind quasi da, um uns anzubeten. Und dieses Dorf hier zu bevölkern. Und, äh, durch ihren Glauben und durch ihre Arbeit machen sie uns stärker. Und mit der Stärke kann ich dann auf so sozusagen Raubzüge gehen. Das ist so ein bisschen mit Binding of Isaac vergleichbar, falls ihr das kennt. Und auf diesen Raubzügen schlachte ich dann diese Götter, die uns am Anfang des Spiels sozusagen tot sehen wollten. Ja, also, wir gründen einen Kult, wachsen durch den Kult, äh, äh, quasi werden durch den Kult mächtiger. Und, ähm, nutzen dann diese Macht, um die Götter zu töten, die uns tot sehen wollten. Das ist quasi die Story-Zusammenfassung des Spiels. Und wichtig ist, dass der Glauben von unserem Volk immer hoch bleibt. Das ist oben, die Bubble ganz oben links. Die muss immer möglichst voll bleiben. Dann glaubt nämlich das Volk an uns und, äh, sieht uns quasi als seinen Propheten. Dafür müssen wir solche Gottesdienste abhalten, wie diese hier. Ähm. Genau. Das ist quasi so ein bisschen die Story zusammengefasst. Hi, wie war das? Grüß Sie, Mann. Und wenn die zu uns beten, dann kriegen wir auch immer Level-Ups und werden dadurch stärker. Und dann werden wir von seinem Auf... Genau, wir müssen auch, äh, die Alten opfern. Richtig. Jasmin! Ey, das ist eine sehr gute Erinnerung, die Leute daran zu erinnern, ob sie ihr Primesub dagelassen haben. Oh, ich kann euch eine Doktrin verkünden. Äh, ja, dann schauen wir doch mal. Was ist das? Sieht Mistrach auch im 14. Monat Prime. Thank you! Alle Kultmitglieder erhalten die Eigenschaft Materialist. Erhalte Glauben beim Bau besserer Unterkünfte. Okay, das ist cool. Alle Kultmitglieder erhalten die Eigenschaft Falschidote. Erhalte mehr Glauben, wenn du ein dekoratives Gebäude platzierst. Unterkünfte verbessern. Machen wir Unterkünfte verbessern, Freunde. Das habe ich ja sowieso noch vor. Dann hat man gleich zwei Fliegen mit einer Klappe. Guckst du auf, Alter. Wo kommen jetzt die ganzen Subs her? Für den Kult! Für den Kult, Bray. Dankeschön, Mann. Vielen, vielen Dank. So, und was kann ich hier machen? Ich könnte hier... Ein aus Stein gehauenes Symbol fügt neue Dekorationen für den Tempel hinzu. Ach komm, was soll's. Rein in die Masse. Du bist jetzt doppelt materialistisch, Zendo. Du bist quasi Raph Camora. Hinten die... Das Fenster wurde jetzt schicker. Wow. Cool. Texas, dankeschön. Wir reden nicht über die Twitch Mobile App. Sie ist so unglaublich hässlich. Sie ist so unglaublich hässlich. Texas, wir haben sie vorhin schon gerantet. Wir haben sie vorhin schon gerantet. Aber wie gesagt, es ist ja nur auf der Startseite so. Und, ähm... Ich nutze die Startseite sowieso nie, wenn ich auf Twitch bin. Dementsprechend alles chillig. Nein! Shit! So, und das Spiel, Freunde. Das Spiel hat auch eine Twitch-Integration. Äh. Ihr habt grad Dark Gina umgebracht. Ihr Schweine. Ihr Dreckschweine. So. Dann muss ich jetzt kurz hier die Leiche auch auf den Kompost bringen. Zack. So, und irgendwo müsste hier Asta unterwegs sein. Ja, weil die hab ich jetzt noch auf Stufe 10 geballert. Was ist denn das höchste Level, was hier jemand haben kann? Opfer müssen gebracht werden. Ja, ich merk schon. Unsinn, Quist. Ich hab mich verschrieben... Ich hab mich dir verschrieben und bin dir durch dick und dünn gefolgt. Ich bin bereit, mein Engagement zu zeigen. Mach mich zu einem deiner Jünger. Ich bin dein loyalster Anhänger. Führe das Ritual der Jüngerschaft durch. Okay, hab ich das? Das kommt, wenn jemand auf Stufe 10 ist, oder? Das ist, wenn man ein Mitglied auf Stufe 10 bekommt. Befördere deinen loyalsten Anhänger zu Jüngern. Jünger können unter anderem dabei helfen, mit Abweichlern umzugehen. Ja, rein in die Masse. Asta, let's go! Stufe 10 ist auch Max. Ah! Nieder mit den Abweichlern. Okay, das ist ein bisschen süß, muss ich zugeben. Mit so einem heiligen Schein sehen die Tiere echt cute aus. So, jetzt müssen wir noch viel Essen kochen. Wobei, nee, Quest geschafft. Oh lol, das gibt einen komplett neuen Skilltree hier drüben. Yo, hä, what the fuck? Was geht denn jetzt ab? So, aber jetzt lassen wir die noch Essen kochen hier. Einfach hier Fischsuppe. Das Schlimmste, was da passieren kann, ist, dass die kotzen. Aber das ist mir egal. Immer Krankheit. Erschöpfung. Okay, Erschöpfung ist auch in Ordnung. So, sehr schön. Wo ist denn unser Erschöpfter-Kollege? Hier, Heugabelmeister. Leg dich hin. Leg dich hin. Gönn dir eine Pause. So, und jetzt müssen wir eigentlich auch noch einen alten, ein altes, ein altes Mitglied müssen wir eigentlich auch noch, äh, opfern. Aber habe ich dafür, ist das schon wieder freigegeben? Unser Clan oder unser Kult basiert ja darauf, dass, dass niemand alt werden darf. Nee, da kann ich noch nicht. Schade. Ja gut, dann, äh, dann passt das. Ja, aber, Friends, ich würde sagen, wenn es unserem Clan jetzt eigentlich, oder unserem Kult jetzt eigentlich gut geht. Passt auf. Sammelt hinterlassenen Eifer ein. Das ist eigentlich ganz cool. Dann mache ich mir jetzt ein paar Dämonen. So, Justin, du kommst mit auf meinen, äh, Feldzug. Du erhältst mehr Eifer. Ah, den kann ich nicht machen, okay. Greift den nächsten Gegner alle paar Sekunden mit Nahkampfangriffen an. Ja, rein in die Masse. Da kommt Fabi auch mit. So. Der Explosionsschaden erhöht sich. Visiert einen zufälligen Gegner an und explodiert in seiner Nähe. Aber ich weiß nicht, bleibt es dann einmal oder für immer? Fliegt weg und kehrt mit roten Herzen zurück. Auch nicht schlecht. Was sagen wir das? Beginne deinen nächsten Kreuzzug mit einem halben Geisterherz. Nee, das fühle ich jetzt nicht so, muss ich sagen. Schießt alle paar Sekunden Projektile auf einen Gegner. Das finde ich noch gut. Imagine deine Anhänger sterben, wenn du im Kampf stirbst. Das wäre gar nicht mal so geil. So, aber jetzt habe ich hier die drei Dämonen. Essen wird hier, glaube ich, schon gekocht, ne? Das heißt, das Essensproblem sollte sich hoffentlich von alleine lösen. Sehr gut. Ja, gut. Dann würde ich sagen, Freunde, äh... Ja, gehen wir doch mal den Boss schlachten, oder? Also probieren wir es. Ey, Julian, damit kann man als Twitch-Set quasi diesen Totem in der Mitte auffüllen. Oh, kann ich den kaufen? Ja. Und dann kriegt man... Dann schaltet die dann mit so einer Art Glücksrad frei, über welches ich Belohnungen bekomme. Also es ist quasi eine Hilfe. Eine In-Game-Hilfe. So, ich muss hier rein, ne? Ja, ich muss bei der Spinne rein. Hübrain, bitte nicht zu viel Backseat-Gamen. Alter, hallo! Einen wunderschönen guten Tag! Schön, dass ihr hier seid. Die Just Dance-Profis aus Deutschland. Willkommen im Stream! Ich hoffe, ihr hattet einen wunderbaren Just Dance-Stream heute. Also ich gehe mal davon aus, dass ihr euch Just Dance gestreamt habt. Und ihr seid mitten in das Finale von Cult of the Lamp gekommen. Frotheus, hallo! Ähm, werden wahrscheinlich nicht so viele von euch kennen, vermute ich mal. Man tanzt jetzt hier nicht. Äh, man ist quasi dieses Schaf, was ich bin. Äh, hier in der Mitte. Und, äh, man baut sich quasi eine Art eigene Sekte auf. Ne, man holt sich so viele Tiere ins Camp. Und, ähm, äh, baut sich damit quasi eine eigene Sekte auf. Quasi so ein Scientology 2.0. Und mit der Macht dieser Sekte, äh, geht man dann auf so Kreuzzüge, um die falschen Götter zu erledigen. Hä, 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 hä. Und es macht wirklich sehr viel Spaß. Es macht wirklich... Das ist der Gott, den wir jetzt jagen. Ich beneide dich nicht. Auch wenn du mich vielleicht noch tötest. So würde ich doch nicht mit dir tauschen wollen. Zur Zeit, diese hässliche Angelegenheit zu Ende zu bringen. Er wartet an der Spitze der scharfen Klinge. Bitte was? Okay. Der macht die dicke Ansagen. So. Und jetzt müssen wir hier ein bisschen aufpassen, ne? Zack. Sehr gut. Das kann, wie gesagt, auch ein bisschen hektisch werden, das Spiel. Oh, jetzt muss ich wieder meine Waffe nachladen. Aber man kommt rein. Das ist jetzt der Kampfaspekt des Spiels. Aber es gibt auch noch so einen entspannten Farmaspekt, sag ich mal, wo man sich so ein Dorf aufbaut. Ist halt jetzt eher zum actiongeladeneren Teil da. Sehr gut. Mach mal Backseat-Gaming. Du musst den Typen besiegen. Ey, Proteus, bitte nicht so viel Backseat-Gaming, okay? Kalt auf der Pumpgun. So ein bisschen, ja. So, hier diese blauen Dinger sind Eier. Die muss man erledigen, bevor da was schlüpft. Das hat jetzt leider nicht so gut funktioniert. Oh, sehr gut. Halbes Herz habe ich erst verloren. Alles gut. Das schaffen wir schon. Das schaffen wir schon. Oh boy, boy. Das Ding ist, ich habe jetzt recht viele von diesen Dämonen dabei. Und das macht es fast ein bisschen unübersichtlich, ne? Aber die sind halt auch krass. Also gerade dieser Nahkampf-Dämon und dieser Fernkampf-Dämon. Also drei Dämonen dabei zu haben, ist echt nicht ohne. So, aber jetzt, Freunde, haben wir hier schon mal Karten. Die Leichen deiner Gegner explodieren und fügen anderen Gegnern Schaden zu. Das nehmen wir mit, Freunde. Das ist jetzt dieser Zufallsaspekt im Game. Das ist dieser Roguelike-Aspekt. Okay. Explodieren der Leichen finde ich gut. Gegner hinterlassen mehr Eifer, finde ich auch gut. Eifer ist quasi Mana, womit ich so einen Zauber sprechen kann. Das ist aktuell so ein Nahkampf-Angriff, den ich habe. So eine starke Sense vor mir. So. Mal hier aufpassen. Ich muss das jetzt mal hier mit den explodierenden Leichen überprüfen. Mal aufpassen. Ah ja, doch, stimmt. Die explodieren wirklich. Ja, geil. Das ist sehr gut. Vor allem für Gegner-Spam ist das gut. So. So, sehr gut. Solange es alles nur freundliche Explosionen sind, umso besser. Aber das Geile ist, dadurch, dass ich jetzt habe, dass Gegner mehr Eifer hinterlassen und ich auch diesen Dämon dabei habe, der den Eifer für mich einsammelt. Da kann ich immer diese... Seht ihr diesen Schlag nach vorne? Oh, es ist wieder Voting, ne? Kann ich quasi permanent diesen fetten Sensenangriff machen? Chat, bitte was Gutes. Du hast folgendes dank dem Chat erhalten. Ein zusätzliches rotes Herz. Ey. Kuss. Kuss. Dankeschön. Das ist, äh... Das ist sehr lieb, Chat. Das ist nämlich auch noch eine Sache, die das Game ausmacht. Es hat eine sehr krasse Twitch-Integration. Eine wirklich sehr, sehr intens... Eine wirklich sehr, sehr sinnvolle und gute. Also, ich glaube, Cult of the Lamp hat die beste Twitch-Integration, die ich kenne. Die ein Videospiel je hatte. Für dich tun wir alles, Süße. Ach, Jamrim. Ach, Jamrim. So, warte mal. Ich kann hier Shop zum Shop gehen. Ja, komm, machen wir Shop, Anhänger, Shop kommt da, ne? Das ist eigentlich eine geile Sache. So. Elf Fleisch. Acht. Der rote Beet ist Samen. Nee, Samen ist geil. Weil das Samen immer noch mehr Stuff rauskommt, ne? So, ich kann hier auch alles ein bisschen zerballern. Dann kriegen wir noch ein bisschen Fisch. Oh mein Gott, ich kann diese Raupen töten. Okay, das ist mir jetzt ein bisschen zu brutal, muss ich sagen. So, und hier gibt es einen neuen Anhänger, hoffentlich. Ah, das ist so geil. Diese Sense ist mega stark. So. Alter, ist das heftig. Wir sind ja übel am Rasieren. Vor allem meine Dämonen, die ich dabei habe. Also, wir haben ja in dem Game wirklich eine ganze Zeit lang ohne Dämonen gespielt. Und ich frage mich mittlerweile, wie konnte ich das ohne Dämonen schaffen? Also, wir haben jetzt den Nahkampf und den Fernkampf-Dämon, ne? Also, die hauen ja unsere Gegner so weg. Das ist der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Ist das, was ist das, der erste Versuch? Äh, für den vierten Gott ist das der erste Versuch, ja. Supermarkt-Simulator mit der in die Ecke machenden Funktion war safe besser. Bro. Du hast einfach nicht... Du hast nicht Supermarkt, sondern Sperrmarkt geschrieben. Ey, das ist eigentlich ziemlich geil, muss ich zugeben. Wenn du den Supermarkt das Kuh weglässt, hast du einfach den Sperrmarkt. Alter, hier gibt es noch zweimal einen Shop. Ja, Alter, das ist eine reine Shop-Route, die wir hier gehen. Aha. Lässt einen Sturm aus Blitzen niederregnen. Ey. Die Blitzverbesserung ist auch sick. Die ist richtig gut. Und hier... Aha, was haben wir hier? Laubhause. Nee. Goldbarren. Gebetsstein. Ich will... Also, ich finde alles davon nicht sehr sinnvoll, to be honest. Ja, dann... Ich nehme das Gold einfach. Oh, I know. Alter, Porygon, wie peinlich einfach, ne? Ich muss es jetzt schon nochmal hervorheben, wie unangenehm das ist. So. Freunde, wir sind auf der Boss-Ebene. Wir sind auf der Boss-Ebene. So. Erstmal Blitze überall rein. Alter, das war's doch schon. Diese Blitzverbesserung ist so sick. Einmal ist es kurz in jedem Gegner einen Blitz eingeschlagen. Feierabend. Oder gibt's irgendwo was zu tun? Oh boy. Oh boy, ich werd direkt verfolgt. Okay, okay, okay. So, ich glaube, diese Sense in der Mitte hat grad diesen Tausendflüssler getötet. Weil wenn der ein zufälliges Relikt... Nee, ich will meinen Blitz behalten. Ich sag's nicht. Ich will meinen Blitz behalten. Sehr gut. Also ich muss sagen, die normalen Kämpfe, ne? Die normalen Raumkämpfe gehen richtig gut. Weil mir ja, glaube ich, meine Dämonen auch echt helfen. Ähm. Ich weiß nur nicht, wie dann der Boss-Kampf wird. Na, wie leicht oder schwer der Boss-Kampf wird. Da bin ich sehr gespannt. Boah, da kamen drei raus. Oh. Das ist jetzt gar nicht mal so cool. Sehr schön. Geil, 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 geil. So, hier oben ist eine blaue Fackel. Oh, hier gibt's... Würde es eine bessere Waffe geben? Ich find die Pump ganz geil. Und ich glaub, ich bleib auch bei ihr. Göttliche Pest wirft Gegner zurück und vergiftet sie. Das ist so eine Explosion, ne? Oh, eine 20er-Explosion. Ah, das ist aber dieser Explosionsschleim. Ich glaub, der ist noch besser. Ich glaub, der Explosionsschleim ist noch besser. Auch wenn ich die tödliche Sense jetzt auch sehr cool fand. Aber ich glaub, das ist jetzt... Genau, das ist das hier. Ja, ja, das ist mega gut. Das ist mega gut. So, aufgepasst. Warte mal, warum schreibst du göttlich, Porygon? Hab ich ein göttliches Item? Nee, oder? Das hätte ich doch mitbekommen. Ich hab doch jetzt nicht ein göttliches Item und ich weiß es nicht, oder? Sehr gut. Oh nein, ich hab das Ei nicht angegriffen, weil ich es nicht gesehen hab. Sehr gut. Die Spinne macht den Schuh. Yes. Oh, was ist das? Gnadenloser Hammer. Doch, den Hammer nehm ich, glaub ich. Den Hammer nehm ich, Freunde. Hammer ist ne sicke Waffe. Putz. Hammer ist geil. Oh, wir kommen zum Boss. Oh, wir kommen zum Boss. Oh, wir kommen zum Boss. Aber wir, ich glaub nicht, dass das der feine Boss ist. Das, das, äh... Da bin ich mir relativ sicher. Okay. Ich konzentriere mich auf jeden Fall. Keine Sorge. Ich weiß, dass diese Bosse sehr krass sein können. Alter, was zur Hölle. Baaaaaah. Baaaaaah. Widerlich. Boah. Okay. Ich glaub, das war grad ein Crit, den mein Hammer gesetzt hat. Aber der hat, mein Hammerschaden ist trotzdem ultra sick. Mein Hammerschaden ist der Wahnsinn. Okay, aufpassen. Aufpassen. Warte mal, was ist meine... Ich hab die Explosion, ne? Ne, ich hab das. Okay, ich muss aufpassen. Boah, hier tatsächlich so ein bisschen die Kontrolle. Also, überhaupt zu kapieren, was auf dem Bildschirm abgeht. Gar nicht so einfach. Das war wieder ein Crit. Das war wieder ein Crit. Sehr gut, sehr, sehr, sehr gut. So, jetzt erstmal den Projektilen ausweichen. Warte mal, ich hab noch hier den Blitz. Sehr gut. So. Shit, das reicht von der Distanz nicht. Sehr gut. Das war wieder ein Crit mit dem Hammer. Ich setz einige Hammer-Critz gerade. Jawollu! Conan, das lief richtig gut. Das lief richtig gut, Conan. Bro, die Hammer-Critz waren insane. GG, first try. Na, ich weiß gar nicht, ob der so einfach war, Alper. Wir kamen wirklich mit sehr gutem Loot an. Wir sind mit sehr, sehr guter Ausrüstung hergekommen. Muss man jetzt ehrlicherweise schon zugeben. Wir hatten sehr viel Lack mit unserer Ausrüstung, beziehungsweise haben wir auch gut gespielt, ne? Also, ich hab halt auch schon echt viel freigeschaltet. Wir haben wirklich sehr viele Kampf-Skills schon freigeschaltet, wodurch wir halt auch wirklich ein gutes Loadout einfach instant mitbekommen. Der Handball-Kommentator hört sich an, als würde er deinen Kampf kommentieren. Okay. Aber wen findest du jetzt cooler, den Handball-Kommentator oder mich? Der dritte Boss hat deutlich schwerer. Shamura war schwach, nicht weise. Sein Vorstellungsvermögen reichte nicht aus, um die Mannigweichigkeit seines Wesens von mir zu fassen. Es hat der Zeit, mich zu befreien. Ich gebe zu, du hast sie fast so gut getragen, wie ich es selbst tun könnte. Du hast vier Anhänger geopfert, um den Kult zu stärken, um uns zu stärken. Du hast drei Anhänger keilblütiger Morde, denn ich glaube, es hat dir Spaß gemacht. Ich kann deinen Hunger nach Tod bewundern, Gefäß. Aber die Krone gehört mir und niemandem sonst. Du wirst dein Leben lassen und mir zurückgeben, was meins ist. Damit sich nach einem Jahrtausend endlich alle wieder in meiner Herrlichkeit sonnen können. Aber das ist hier nicht möglich. Das letzte Tor erwartet dich. Also ich habe eigentlich nicht vor... Ich habe... Jetzt glaube ich auch Brille. Ich habe nicht vor, dem meine Krone zu geben. Lamm, das eins im Namen eines gefangenen Gottes geschlachtet wurde. Bedenke, in welchem Namen schlachtest du jetzt? Sehr gut. So, wie geht es meinem Clan? Ey, gar nicht schlecht. So, Fabi saß, ist ein bisschen müde. Dann würde ich sagen, geh doch erst mal pennen, Kollege. Oh, irgendjemand hat dir den Schuh gemacht. Oh, der ist da schon relativ lang verrottet. Ach du Scheiße. Das ist aber... Der lag da schon recht lange. Die Stufe von Black Livid wurde dank des Twitch-Chats erhöht. Ey, Chat. Dankeschön. Black Livid bedankt sich bei euch. So, da ist er mit der erhöhten Stufe. Nick, ich finde die Grafik von dem Game tatsächlich auch sehr, sehr baba. Boah, die sind alle müde. Ist das wegen dem Essen, was ich gekocht? Was ich habe kochen lassen? So, das ist by the way das Glücksrad für alle, die immer gefragt haben, was ist dieses Contribute to Cults Totem? Das hier ist es, Freunde. Ich kriege dann quasi von euch mal so ein Glücksrad freigeschaltet. So. Also, Samenlager finde ich sehr baba. Aber wir haben doch jetzt hier drüben irgendwas freigeschaltet. Irgendeinen neuen Skilltree haben wir hier doch bekommen. Wegen dem Level 10 Jünger. Welcher war denn das? Hier, war das das? Große Unterkunft, Heilquartier? Nee. Hier. Jünger. Ich muss diesen Weg hier gehen. Oh Gott, ich muss erstmal die Opferstatue machen. Eine Statue, bei der Anhänger zu deinen Ehren Opfer hinterlassen können. Ja, dann gehen wir da mal rein. Ich habe noch einen kompletten Skilltree hier unten nicht freigelegt. Ist ja auch eine Sauerei. Das ist ja auch eine Sauerei. So. Hier. Gönnt mal. Gönnt mal. Gönnt mal ein paar Opfergaben und so. So, wir segnen sie mal wieder. Wommi, danke dir für den 10. Monat Prime. Vielen, vielen Dank für den Support. Paper Love. Und ihr werdet auch nochmal gesegnet. Ja. Sehr gut. So, kann ich einen Bewohner opfern? Ich müsste nämlich Frosilla opfern. Kann ich mittlerweile wieder? immer noch nicht. Das ist ja auch eine Sauerei hier. Ja gut, dann halten wir erstmal wieder eine Predigt, Freunde. Ah, die Dämonen werden müde. Ah, die Dämonen werden müde. Natürlich sind die Zauber. Und ich kann hier schon wieder einen neuen Skill für den Kult freischalten. Nick, ich genieße es sehr. So, führe in deinem Tempel ein Ritual durch. Ah, das sind beides Rituale, bei dem alle deine Anhänger Geld an dich spenden. Also, entweder kriege ich das Geld oder ich gebe den Leuten Geld. Aber, Freunde, ihr seid ja meine armen Jünger. Deswegen werde ich das Ritual nehmen, bei dem ich euch Geld gebe. Bin ich nicht der spendable Boss? Das ist einfach nur eine Beschreibung für einen Sabathon. Freunde, ich gönne euch die Kohle. Ich gönne euch die Kohle. So, wir führen das Ritual jetzt auch direkt durch. Hier. Verteile Geld an deine Anhänger, um ihre Loyalität zu erhöhen. So einer bin ich. So ein glorreicher Gott bin ich. Oh, wir haben wieder direkt so eine Tafel voll. Krass. So, ich kann jetzt hier noch das letzte Gottesherz nutzen. Genau, wenn ich sterbe in einem Kreuz, so kann ich einen Bewohner opfern, um wieder zum Leben zu erwachen. Aber, das werde ich nicht machen. Yo, danke, Lamm, für zwölf Monate Tier 3. Du hast eine neue Kronenfähigkeit freigeschaltet. Der Tod ist nicht mehr das Ende. Stirbst du auf einem Kreuzzug, kannst du wieder erweckt werden und den Durchlauf fortsetzen, indem du einen Anhänger umfasst. Okay. Nee, nee. Dafür habe ich euch zu sehr lieb, Freunde. So, hier ist, glaube ich, noch Kirchensteuer drin. Genau. Ich habe euch 50 gegeben, Freunde. Und 68 Münzen durch euch wieder durch die Kirchensteuer eingenommen. Ich gebe euch einfach nur das Geld zurück, was ihr mir gezahlt habt. Und dafür seid ihr mir dankbar. Warum prügeln die sich? Stopp. Nicht prügeln. Das ist einfach Big Stongs. Yo, guck mal. Neun Goldklumpen. Ja, mega. Arschgeile Sache. So, dann werde ich mal hier direkt nochmal 25 Gold craften lassen. Und hier machen wir wieder besseres Holz. Besseren Stein. Und ich mache jetzt tatsächlich auch diese Spinnenseide hier. Keine Ahnung, ob ich die brauche. Wirklich keine Ahnung. Aber ein paar Rohstoffe auf Lager zu haben, kann nicht schaden. So, denen muss ich neue Samen geben. Hier, ganz viele rote Beete müssen wir anbauen. Zack, dann könnte ich unsere Farmer was tun. Asta. Rekrutiere hungernde Anhänger. Boah, Freunde. Ich glaube, wir haben jetzt vier oder fünf Mal Gamba. Oh. Flosilla ist auch geschlafen. Ich kriege, glaube ich, fünf neue Bewohner jetzt. Fünf neue Bewohner. So, rein in die Masse. Also, Freunde. Wenn ihr ein Bewohner werden wollt. Wenn ihr ein Bewohner werden wollt, Freunde. Dann, äh... Klickt jetzt, wenn ihr am PC oder Laptop seid, auf die Cult of the Lamp Erweiterung, die, glaube ich, irgendwo bei euch im Bildschirm zu sehen ist. Oder wenn ihr am Handy seid, rechts über dem Chat habt ihr ein rotes Symbol. Und da könnt ihr draufklicken, um hier quasi in den Lostopf geworfen zu werden. So, wir haben einige Ziehungen. Und wir fangen an mit... Sesh Master. Let's go. So muss das. Wer Praying schreibt, hat eine höhere Chance, ein Bewohner zu werden. Ein Kult Anhänger. Facts. Oh, ein grüner Hirsch. Let's go. Willkommen im Kult. Äh, du wirst Parma. So. Und die nächste Ziehung, Freunde. Ja, Freunde. Gewinne, gewinne, gewinne. Keine Nieten. Gamba. Gönnt euch einen Kult Anhänger. Jetzt im Sonderangebot. Colin. Glückwunsch. Bitte einmal deinen Bewohnern zusammen klicken. Colin klickt nicht. Okay. Ich glaube, wir müssen eine neue Ziehung machen. Geht nicht. Verdammt. Okay, dann müssen wir eine neue Ziehung machen. Es kann aber sein, dass es nachher noch bei dir geht, Colin. Es kann sein, dass es nachher noch bei dir geht. Manchmal braucht das auch einfach ein bisschen. Damn, Alter. Wir waren noch nie so schnell über 100 Teilnehmer. Alter. Holy shit. Was geht denn jetzt ab? 130. Butz. Butz. Let's go. Let's go. Ey, Kevin. Jetzt bin ich aber sehr gespannt, was du uns für ein Babertier zusammen klickst. Jetzt bin ich gespannt, was Kevin uns bietet. Ach, Foxy. Foxy, was machst du denn hier? Hör auf, mich so wuschig zu machen im Stream. Da kann ich mich nicht konzentrieren. Er klickt ein Tier 3 zusammen. Kevin, Kevin gibt sich gerade sehr viel Mühe. Yo. Das ist, glaube ich, die Ameise, ne? Das hatten wir noch gar nicht. Das ist auf jeden Fall komplett neu. Ich muss mein Klima mal hier wieder anmachen. Das ist doch kein... Ne, ein Hummer. Äh, Jacqueline Hummer hat zwei solche Zangen. Das ist so eine Zange vorne. Das ist eine Ameise. Oder irgendwie so ein Nashornkäfer oder sowas. Ey, Fireshock, Dankeschön. Vielen Dank für dein Gift in der Foxy. Fireshock gibt es hier ein Zug, du, Foxy, Bett. Die Helfgiven 1307 Giftsabs in the Channel. Let's go. Äh, Kevin darf... Äh, ja. Kevin geht einfach beten. Ich habe ihn schlafen geschickt. Nein, Kevin, scheiße. Du gehst nicht schlafen, Digga. Du gehst jetzt... Du gehst, äh, hier. Ich weiß es nicht. Stopp. Hier arbeiten. Du gehst beten. So. Nächster Frosch, Friends. Vielleicht... Ah, Colin hat sich den Vogel zusammen klicken können. Sehr schön. Wie gesagt, meistens geht das noch. Ey, Tim, grüß dich, Mann. Und jetzt kommen, glaube ich, nochmal zwei neue Bewohner. Die aber hungrig sind, soweit ich weiß. So. Freunde, vorletzte Ziehung. Rein ins Gamba. Oha, Alter. Wie schnell sich das hier füllt. Ich drehe hol. So viele neue Kult-Anhänger. Und... Putz. Alter, Eimer in Apple. Jetzt will ich aber auch, dass du einen schönen Apfel hier zusammen bastelst für uns. Junge, sind du hier richtig am Fronten gegen Döner? Döner, äh, wenn Sinto dich hier richtig disst, ne? Du bist ja Mod. Du hast einen Freischuss, wenn du möchtest. Sehr geil. Ein wunderschönes... Was ist das? Eine Spinne, glaube ich, oder? Ich weiß nicht, was das Ding hier darstellen soll. So, der Kollege hat Hunger. Aber wir machen gleich großes Kochen für den ganzen Kult. Und hier nebenpferd. Ich glaube nie... Ah, Moment, nee. Das wird ja eh neu zusammengelegt. Letzte Ziehung, Friends. Letzte Ziehung. Ey, schon wieder über 100. Das ist ja Wahnsinn. Wir lassen hier jedem noch mal eine Chance, in den Lostopf zu kommen. Und... Putz! Jui, Izzi. Wunderbar. Wunderbar. Aber keine Sorge, Freunde. Das sind nicht die letzten Bewohner für heute. Ich bin mir sicher, Jendrik. Nächstes Mal... Nächstes Mal funktioniert's. Ganz sicher, ganz sicher. Wunderbar. Alter, eine pinke Fledermaus. Ich muss nur ganz kurz was schreiben. Einmal... Ey... Captain Uguay mit 10 Gifted Subs, Mann. Let's go. Dankeschön. Vielen, 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 vielen Dank. Das ist sehr lieb von dir, Captain Uguay. Chefsache. Ach, Mensch. Ach, Mensch. Du Süßer. Du Süßer. Du Süßer. So, jetzt haben wir hier ein paar Leute. Und jetzt müssen wir viel kochen. Freunde, da geht der Chef sogar hier selber in die Küche. Dann nehmen wir uns hier einmal alles mit, was da drin ist. Oh, ordentlich Stuff war hier drin. Geil. So, hier füllen wir auch nochmal den Dünger auf. Und tun die gleich nochmal Samen rein. Alles, was ich zu essen verarbeiten kann. Sehr gut. Und dann wird jetzt hier gleich fett gekocht. Warte mal, da vorne kann ich noch eine Quest abgeben. Bei Asta. Ah, weil ich die Leute aufgenommen habe. Aber es bringt mir gar nichts mehr. Für Asta Quest zu machen, bringt mir gar nichts mehr. Weil sie das Max Level hat. Ah, warte. Dann kann ich jetzt noch in den Beichtstuhl gehen. Und dann pushen wir jetzt einfach. Wer hat das höchste Level? Der ist auf Stufe 6. Ja, ah, das wird sogar nach Stufe sortiert. Okay, okay, alles klar. Dann pushen wir jetzt Ananas ganz nach oben, ne? Dann boosten wir jetzt Ananas. So, Moment. So, das passt. Oh, ist es Nacht? Ich habe nicht genügend Schlafmöglichkeiten, oder? Ne, warte mal, der ist nur ein Schiff. Habe ich genügend Schlafmöglichkeiten? So, Ananas hier noch mit dem Level ab. Was bringen die Level? Äh, wenn die... Je mehr Bewohner ein höheres Level haben, desto schneller levele ich, wenn ich diese Predigten halte. Also quasi die Level von euch machen sich dann indirekt bemerkbar auf die Level vom Lamm. So, dann mache ich jetzt aber einfach mal ein fettes Nachtkochen. Warum macht Blumenkohlsuppe krank? Ich verstehe das nicht. Wir brauchen jetzt erstmal hier zwölf Bärengerichte. Oh, die Dämonen sind auch stärker. Geil. So, alles klar. Ansonsten... Hier, das Klo ist leer. Da oben ist irgendwas gemacht worden. Aha, fünfmal Faden, fünfmal Holz. Cache haben wir hier auch noch. Dann packen wir auch gleich wieder verbessertes Holz hier rein. Hier machen wir nochmal besseren Stein. Dann füllen wir hier auch nochmal mit dem Stein auf. Hier machen wir nochmal die Pferden. Hast du Deadpool 3 geschaut? Nee. Und ich glaube, den werde ich auch nicht gucken. Also ich habe Deadpool 1 gesehen. Den fand ich richtig cool. Bei Deadpool 2, muss ich zugeben, war der Humor für mich irgendwie ziemlich ausgelutscht. Und so die Kritiken zum Film 3 war halt quasi, dass es vom Humor her 1 zu 1 wie Film 1 und 2 ist. Da war ich so, nee. Nochmal brauche ich das nicht. So, wir fangen wieder kurz hier ein paar Glühwürmchen. Die leveln mich nämlich. Das ist das Schöne an dem. Ja, Gladiator 2 werde ich gucken, Merkur. Weil Gladiator 1 einfach mein Lieblingsfilm ist. Ich muss aber zugeben, ich bin extrem skeptisch. Ich bin extrem skeptisch. Ah, Gladiator 2 ist eine Sache, nach der hat niemand gefragt. Nach der hat niemand gefragt. Ich werde ihn gucken. Ich glaube aber nicht, dass wir da eine große Film-Offenbarung bekommen. Nee, Matrix 2 und 3 muss ich noch schauen. Vielleicht schaue ich heute Abend Matrix 2. Ich habe Bock, ich habe Bock. Mal gucken. Ich habe für heute Abend noch nichts zu schauen. So, wir halten wieder kurz eine Predigt. Shuttle Island ist Wahnsinn, Jan. Ich kann dir aber nur den Tipp geben. Schau den Film instant nochmal. Der Film macht nochmal so viel mehr Spaß zu gucken, wenn du noch viel mehr auf Details und sowas achten kannst. Niemand hat auch nach 12 Teilen Fast and Furious gefragt. Das ist true. Das ist, das ist sehr true. Die Steuer, achso, ein Ritual, um Anhänger zu Steuereintreibern zu ernennen. Ich kann noch jemand zum Steuereintreiber machen. Das ist ein gutes, das ist eine gute Sache. Also 20 Euro für 6 Filme ist Baba. Ich glaube, das kann man, äh... Ich glaube, das kann man mal mitnehmen. So, äh... Toten Anhänger wieder wecken. Fische fangen. Ah, nee, erwarte mal. Ich würde sagen, wir öffnen die Bar mal wieder. Fabio! Fabio! Danke dir! Drei Jahre Hybit-Block und hoffentlich noch viele Hybit-Lock. Drei Jahre ist krass, Mann. Drei Jahre ist krass. So, warte mal, wir haben jetzt schon wieder einen neuen Tag, ne? Ich kann mich schon wieder in den Beichtstuhl setzen und Ananas pushen. Let's go. Let's go. Sehr gut. Die Ananas wird gepusht. So, und jetzt eröffnen wir hier die Bar. Weil wir müssen unser Volk sündigen lassen. Wir müssen unser Volk sündigen lassen, Freunde. Damit, äh... So, das Tabernakel. Tagsüber beten und Hingabe hinterlegen können, wenn sie sich nicht im Schrein holen. Okay. Ja, rein da. Was haben wir hier? Günstigere Rituale. Rituale kosten 50% weniger. Das ist mega! Entfache das reinigende Feuer und ernte mehr Hingabe. Das reinigende Feuer wird mehr Hingabe hervorbringen. Ah, entweder Tabernakel oder das Schrein kann man da machen. Und hier... Jünger beten an diesem Schrein, um dich auf Kreuzzügen zu stärken. Yo! Hä? Das ist ja alles voll gut! Warum habe ich diese Questreihe noch nie eröffnet? Ich wünsche, ich wäre nützlich. Ich habe so viel mehr zu bieten. Black Livet will Steuereintreiber werden. Ja, komm. Ich habe eh gerade überlegt, ob ich das machen will. Dann ziehen wir das durch. Ich hatte eh gerade überlegt, ob ich es machen soll. Boah, wir haben gerade schon viele Anhänger mitleidend. Unser Kult ist wieder groß geworden. So, Black Livet, rein mit dir in den Steuereintreiber. Was für ein trauriger Job. Naja, er bringt Geld für den Kult. Ich finde das schon eine sinnvolle Sache. Ja, hier. Hier muss ich mit ihm reden, ne? Er zieht erst mal dem alten Mann das Geld aus der Tasche. Nee, es gibt doch zwei Steuereintreiber, Asta, oder? Was ist deine? Nee, ich dachte, ich kann mehrere haben. Ah, lol. Oh, das wusste ich nicht. Sorry. Ich dachte, man kann mehrere haben. So, und dann stellen wir jetzt hier einfach noch so ein Tabernakel auf. So, dann können die nämlich hier noch quasi noch mehr beten. Dann kann ich noch mehr Hingabe produzieren. Musstest du die alten nicht essen? Ja, irgendwas war mit dem Essen. Also ich muss sie auf jeden Fall töten. Das weiß ich. Ich glaube, Essen war nicht verpflichtend. Ich habe, Monkey, wenn du in meine Stream-Panels gehst, ich habe meine... Ah, die ist besoffen, ne? Ja. Ich habe meine gesamte... Mein gesamtes Equipment habe ich verlinkt. So, neues Glücksrad für euch. Und es gibt Essen für den Kult. Sehr schön. Dankeschön. Das kann man immer sehr gut gebrauchen. So, ich haue den direkt wieder neuen Stuff hier rein. So, ich habe hier in der Gruft noch Leichen liegen. Dann packen wir Tamay auch mal auf den Kompost. Besoffen. Ja, ja, ich habe hier einen Tresen. Da, guck mal. Der hat jetzt sogar... Die schlagen immer die Deko hier zusammen. Weil die besoffen sind. Aber ich muss mein Kult zum Sündigen bringen. Weil ich von deren Sünde kann ich leveln. So, hier. Neuer Wein. Neuer Wein muss produziert werden. Und ich glaube, ich will auch gleich... Ich glaube, die Schenke kann ich auch noch upgraden. Ich glaube, ich kann gleich Taverne 2 machen. Ja. Aber da brauche ich noch eine Sünde für. Okay. Ja, hier gibt es so einen Barkeeper auch. Aster gerade. So, okay. Passt auf. Dann koche ich meinem Volk noch ein bisschen was. Komm, wir machen hier einfach so ein bisschen Gras-Schleim. Einfach mal ein paar fette... fette Ladung in Gras-Schleim. Und dann können wir jetzt, glaube ich, auf den nächsten Kreuzzug gehen. Traumjob. So, gehen die hier auch beten? Ich hoffe. Ich hoffe. Oh, wir müssen... Was? Twitch-Quest. Amore des Sesh-Master. Ne, das mache ich nicht. Das mache ich nicht. Ich habe Sesh-Master zu lieb. Sesh-Master steht unter meinem Schutz. Hier wird gar nichts gemacht. So. Alle Kultmitglieder erhalten die Eigenschaft sakrale Architektur. Glaube, wenn ein Gebäude gebaut wird. Mehr glauben, wenn du eine Predigt hältst. Oh, das finde ich gut, weil das mache ich eh jeden Tag. Danke, oh großes Lappen. Gerne, Sesh-Master. Gerne. Oh, sehr gut. Oh, irgendjemand ist wieder... Irgendjemand ist umgekippt, Freunde. Warte mal. Den esse ich. Den esse ich. Fleisch gewinnen. So. Da haben wir den erfolgreich zerhackt. So, wenn ich die jetzt hier so ein bisschen inspiriere, glaube ich. Dann kriege ich hier, glaube ich, wieder ordentlich Glaube zurück. Ja, das ist so krass. Einfach durch dieses simple Inspirieren. Einfach durch diesen Move hier. Kann ich da ultra viel Glaube wieder herstellen. Bam. Immer steht auf cool. Geiler Scheiß. Ja gut, dann würde ich sagen... Ah, ah, die haben mir hier was geopfert. Okay. Dann würde ich sagen, gehe ich jetzt erst mal auf Tour. Und dann schauen wir jetzt mal, was hier mit der letzten Kette passiert ist. Genau, das letzte Tor hat sich jetzt geöffnet, ne? Was passiert da jetzt? Wenn ich da kämpfen muss, dann habe ich verschissen, weil ich meine Dämonen nicht mitgenommen habe. Aber ich glaube, noch nicht. Ich glaube, noch muss ich nicht kämpfen, das Portal. Ich brauche 20 Anhänger. Ich habe nur 19. Was soll denn das jetzt? Der alte Sack, der gerade gestorben ist, ne? Der alte Sack, der gerade gestorben ist, der sorgt jetzt dafür, dass ich hier nicht durch kann. Aber ich kann mir hier einen neuen Kollegen kaufen. Let's go. Ah. Die Steinmine hat keine Steine mehr. Damn, bro. Sad. Bauen wir gleich neue. Bauen wir gleich neue. So. Oh, es wird Nacht. Und da ist unser neuer... Unser neuestes Kult-Mitglied, Freunde. Gamba, 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 Gaa. Rein in die Twitch-Erweiterung, Freunde. Gamba. Gamba-Addict. So. Ich lasse mal kurz ein bisschen laufen. Okay. Bäm UI Pausenbrotklauer Let's go Hehehe Digga Alle Aber jetzt bau hier auch einen stabilen Kollegen zusammen Rolltreppen, Rolltreppen Rolltreppen, Addict Oh, eine rote Spider Ich glaube niemals, das ist eine Spinne Ich glaube, das ist eine Spinne, aber ich bin mir nicht 100% Ich nenne es jetzt einfach Spinne Gegen den Wind gepisst So, du darfst auch beten So Alle pennen, sehr gut Aber alle meine Betten sind fast voll Ja, fast Ich kann mal gucken, ob ich vielleicht noch ein bisschen Mehr Schlafgelegenheiten Ich kann doch mal hier so eine gemeinsame Unterkunft bauen Oder kann ich irgendwie die aktuellen Zelte nochmal verbessern? Doch, irgendwas gibt's da Ich glaube, irgendwas gibt's, dass ich die Dass ich die Schlafplätze nochmal verbessern kann Wartet mal Große Unterkunft Ist es das? Gewähre deinen Einhänger den Luxus, den sie verdienen Ja, ja Das Ding brauch ich Das Ding brauch ich Man kann hier sogar ein Anführerzelt machen Okay, okay So, dann spule ich jetzt hier mal vor Oh, ich seh auch gerade, das Scheißhaus ist voll Dann machen wir das auch mal hier Und dann baue ich Komm, dann baue ich jetzt auch gleich nochmal ein paar Minen Dann machen wir hier Boah, das kostet 30 Gold Scheiße, man Ich brauche dringend Kohle Wie komme ich am besten an Kohle? Ey, Gokulette Viel Spaß mit dem Projekt, Mann Viel Spaß So, jetzt kann ich hier vorne wieder Stimmt, jetzt kann ich hier wieder diese Glühwürmchen fangen Yeah Ah, ich kann verkaufen Stimmt Habe ich irgendwas Geiles, was ich verticken kann? Schau mal, diese Fische nutze ich nie Aber okay, aber der Preis droppt auch mit der Zeit Anhängerfleisch Ah, nee, das war der Oktopus Aber kann ich für 10 verkaufen? Bro Ich meine, ich verarbeite das eh nicht Ich verarbeite das Anhängerfleisch eh nicht zu essen Weil die mir da nur wegsterben Meister, nimm ein Sub für die Stärkung der parasozialen Beziehung Nimm ein Sub für die Stärkung der parasozialen Beziehung Ich danke dir, Mann Ich danke dir Für die 35 Monate So, jetzt passt mal auf Jetzt passt mal auf Jetzt habe ich nämlich 350 Gold Und jetzt kann ich zu Midas gehen Aus irgendwelchen Gründen wollte der ja 350 Äh 350 Gold von mir haben Ah, ich habe ihm jetzt einen Goldbarren bezahlt Oh, du bist großzügig Ich hatte die Hälfte davon akzeptiert Du bist wirklich nicht gut im Verhandeln, oder? Der Brunnen steht dir zur Verfügung Verwende ihn so oft, ist dir beliebt Ich kann da 350 Gold reinwerfen Und was passiert dann? Was passiert, wenn ich jetzt da 350 von meinem Geld reinwerfe? Scheiß drauf, wir müssen es probieren, Freunde Wir müssen es probieren Die Götter der Goldmünzen ziehen dein Opfer in Erwägung Komm in drei Tagen zurück Okay Okay Warte mal, hier Können wir doch noch bei diesem Würfelspiel mitmachen, oder? Ihr müsst mich daran erinnern, dass ich zu Midas zurückgehen muss So, gegen die kann ich jetzt in diesem Würfelgame antreten, ne? So, Ratau habe ich schon gebumst Rein gegen Flinky So, wie war das? Boah, ich weiß die Regeln gar nicht mehr Okay, wir legen jetzt hier die zwei rein So, eine sechs Genau, ich muss immer gleiche in eine Reihe legen Dann verdoppeln die sich irgendwie, ne? Und ich muss immer mehr haben, als auf der gegenüberliegenden Seite ist Genau, ah, wenn er in die Fünfte reinlegt, verschwindet meine Ja, 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 ich sie, ich sie, ich sie Äh, die Eins balle ich einfach mal hier hin Noch mal eine sechs Zack Oh, du Wichser Ja, der eliminiert alles von mir Bro Zum Glück hat es nicht in die Mitte gelegt Sonst wäre ich gebumst gewesen So, weg mit seiner fünf Das ist ein Mistspiel, Alter Noch mal eine sechs Dann kann ich seine sechs entfernen Er hat eine sechze, ne? Wenn ich jetzt hier die sechs lege Warte mal, wie gehen wir hier hin? Haben wir wieder eine 24? Ja, er hat sich verbaut Er hat sich Oh! Dreimal sechs Yo Okay, aber, okay Wenn er da jetzt eine sechs hingelegt hätte Wäre ich am Arsch gewesen Wie Klopapier Aber war ich glücklicherweise nicht Du Wichser Aber ich habe trotzdem gewonnen Geil Glück gehabt Was? Ich schätze, du nimmst das besser Yo, wir kriegen eine Karte von dem Immun gegen Gift Stark 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 Sehr stark So, dann klatschen wir jetzt auch noch Klunko und Bob Ciao Monkey Schön, dass du da warst So, Klunko zieht als erstes Der Ehrenlose Okay, aber das Spiel ist eigentlich echt ganz funny Muss ich zugeben Ist halt echt viel Gamba dabei Aber macht schon Laune Die drei legen wir hier hin, um seine mal zu yeeten Es geht ja nicht nur darum, dem anderen was kaputt zu machen Sondern auch Wenn man Wenn man Selber viele Punkte hat Äh Das Spiel schnell zu beenden Indem man sein Brett voll macht Damit es vorbei ist Bro, wie viele Einser würfelt der? Ja gut, aber ich kann hier drüben einfach Punkte sammeln Weil er kann hier nichts mehr hinlegen Dicker! Das ist so ein Scammer, ne? Das ist so ein Scammer Ich dreh hol Hier geht meine drei mit seiner drei Ich leg die eins hier hin Weil ich habe kein Interesse, seine Einser zu löschen Ja, das war's Easy So, wieder eine neue Karotkarte Ich ziehe nur alle drei ab Weil ich kriege Erhalte fünf Eifer, wenn du getroffen hast Okay Weil ich kriege halt immer Karten von denen Wenn ich gegen die Wenn ich das erste Mal gegen die spiele Und das ist halt cool So, dann bums mal Schrummi jetzt auch noch Hoffentlich So, wieder eine sechs Geil Ja, au Du Arsch Du Arsch, Digga Au, wieder eine sechs Bro, was passiert? Okay, zum Glück multipliziert er seine Fünfer nicht So, stellen wir uns mal hier so ein bisschen breiter auf Überall mal eine gute Zahl Ja, eins ist in Ordnung Eine Fünf wäre schön Oh, noch mal eine Sechs Will ich multiplizieren? Ja, komm, scheiß drauf Er darf keine Sechs würfeln Er darf keine Sechs würfeln Sonst löscht er nämlich meine Sechser So, eine vier Multipliziere ich auch Oh, das ist sehr riskant, wie ich hier spiele Okay Ah, das ist Aber gut Dadurch, dass er Pass auf, das ist gut Er kann jetzt nämlich bei sich in der Mitte nichts mehr legen Das heißt Das ist Ja, doch, doch, doch Ich bin zufrieden Ja, wir haben auf jeden Fall Fettpunkte in der Mitte Das ist ein Easy Ich hoffe Alter Bro, allein die mittlere Reihe sichert uns hier einfach den Sieg Ich schwöre Eine Fünf wäre geil Schade Ich glaube, er kann gar nicht mehr auf meine Punktzahl kommen Pass auf dann Ich könnte jetzt seine Zwei Komm, wir löschen seine Zwei Fünfer Wir zerstören den jetzt Nach Grund und Boden Wir zerstören den jetzt Komplett Das war's 80,25 Oh mein Gott, ey Holy Shit Von ihm kriegen wir Eifer füllt sich mit der Zeit von selber wieder auf Oh, das ist auch eine schöne Karte Das ist auch eine sehr schöne Karte So, dann hätten wir diese Quest hier auch abgeschlossen Dann haben wir hier quasi auch alles getan, was getan werden kann Bei Midas habe ich mein Gold eingezahlt Ich habe beim Angeln alles gemacht In der Schmugglerstätte Kann ich da noch was machen? Das ist jetzt hier die große Frage Kann ich da noch irgendwas tun? Wir haben auf jeden Fall neue Karten 40, 40 Okay, für 180 kann ich hier alle kaufen Kann ich hier oben noch neue Anhängerformen kaufen? Ne, kann ich nicht mehr Passt auf Dann verticke ich kurz ein bisschen was Und dann kaufen wir uns da noch die ganzen Tarot-Karten von dem Dann kriegen wir noch mehr Die Armee noch mehr Möglichkeiten Ey Keksi, wenn du unter den Stream gehst Wenn du unter den Stream gehst Oder also meine Stream-Panels Da ist ein großes Bild Oder so ein großes Panel Wo steht Donaten oder Spenden Darüber geht es hier auf Twitch Das ist die einzige Möglichkeit Dass man hier auf Twitch Sag ich mal So was einbauen kann Also ein Link So Und warte mal Jetzt Gönnen wir uns hier direkt Das hier Günstigere Rituale Oder? Ne, erst machen wir das hier Erstmal Stärkungsschrein der Jünger Dass wir einfach noch mehr Herzen bekommen Wenn wir auf Reisen gehen Das ist geil Äh, Atom Wart ihr das? Habt ihr gerade einen Toten zurückgeholt? Chat Yo Alter Ey, ihr seid einfach zu süß Ich sag's wie es ist Ihr seid einfach zu süß So Das hier brauche ich 20 Gold kostet das Boah, der Mohl Koche Mahlzeit Ja, jetzt gehen wir hin Aber erst muss ich noch mehr Stuff verkaufen So Knochen verkaufe ich nicht Aber auch die Fische kann ich verkaufen Real Talk Ich koche die eh nicht Aber ich könnte mal wieder mehr Angeln gehen Ich könnte mal wieder mehr Angeln gehen Das wäre sinnvoll So Da muss ich jetzt noch Deutlich mehr Goldbarren machen lassen Das kostet ja Fünf Goldbarren kosten Et 50 Gold, ne? Naja, aber ich hab das Gefühl Mittlerweile wird hier alles ein Goldbarren bezahlt Na dann So, und dann verkaufe ich jetzt aber noch ein bisschen mehr Hier dieses verbesserte Holz zum Beispiel Genau, und für die 180, die ich jetzt hab', kann ich mir beim Schmuggler die vier Tarotkarten kaufen Justin, was geht? Let's go Ich hoffe, es ist gut geworden Hinterlasse beim Abrollen einen Sprengsatz Gerne Was ist das? Hinterlasse beim Abrollen eine schwarzen Ichor Okay Zehn Prozent Chance auf Heilung beim Töten eines Gegners Das klingt gut, Justin Das klingt sehr gut Damn, ey Wir haben mittlerweile echt viele Karten schon 34 von 43 Uns fehlen noch neun Karten Hier nach noch acht Zerstöre zerbrechliche Steine bei einer Berührung Let's go Okay Sehr gut Machst du 100%? Nee, nur durchspielen Ich muss sagen, das Karten sammeln, das ist recht motivierend, to be honest Oh, es ist Nacht schon wieder Ey, Kekumon Sechs Monate im Voraus Maschine Maschine Maschine, dankeschön Sehr geil Sehr, sehr geil So, dann kochen wir mal zehn Mahlzeiten 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Sehr schön Dann können wir jetzt gleich hier bei Nobody unsere Belohnung einfordern Ich finde es immer so geil, dass die im Schlaf mit uns sprechen Oh, damn Asta hat mir wieder einen Backseat-Gamer Die fiesen Cult of the Lamb Backseat-Gamer Hi, Wolverod, grüß dich Ich hab's aber nicht gesehen, also alles gut gemacht Warum ist eigentlich diese Twitch-Quest mit Seshmaster immer noch da? Ich werd den nicht töten Nein, ich werd den nicht töten, Chat Was ist los mit euch? So, einfach Tuzu hat ein hohes Alter erreicht Oh, damn Der wird geopfert So, gönnt euch erstmal hier dick Food Ich muss meine alten opfern Und nicht so frische Leute So, sie beten wieder Sehr gut Wir haben dir einen von den Toten zurückgegeben Und dafür muss Seshmaster sterben Warum seid ihr so blutrünstig, Chat? Warum? So, was level ich jetzt eigentlich noch kampftechnisch? Was ist das? Auf deinen Kreuzzügen tauchen neue Relikte auf Ja, why not, ne? Das sind halt diese schweren Angriffe Aber die nutze ich irgendwie immer noch nicht Geh mir auf die Relikte Ein kreisendes Auge, das jeden gewirkten Fluch nachahmt Die Gegner bei Kontakt vergiften Die Gegner bei Kontakt einfrieren Das ist sick Das ist sick So, Rituale Jetzt müssen wir einen alten Mann opfern, Freunde Wir haben, glaube ich, drei alte Bewohner Ah, nein Ananas ist alt geworden Den wollte ich doch leveln, Mann Den wollte ich doch leveln Mitglied seit 58 Tagen Halt dein Maul 58 Tage ist der schon dabei Sorry, Bro Oh, sorry Unser Kult akzeptiert keine alten Und wir kriegen direkt nochmal Neue Relikte, ne? Warte mal Schalte gesegnete Relikte frei Einige Relikte erscheinen zufällig Als gesegnete Version ihrer selbst Das sind nämlich die verbesserten Relikte, oder was? Jetzt haben wir fünf Ach, hier Atrelius Gesegnete Butterdose Gesegneter Exorzist Gesegnete Blitze Das ist, Alter Das ist ja der Wahnsinn Das will ich haben Wir danken Andanas für die Dienste am Lamm Richtig Sashmaster Richtig So, 80 Cash Nehmen wir uns auch noch mit So, dann packen wir hier unten noch ganz viel In die Kochliste Ich muss mal angeln gehen wieder Muss mal dringend wieder angeln gehen Und zwei sind ein bisschen erschöpft Aber ihr macht das schon Ihr macht das schon Ich believe in euch So, auf geht's Gehen wir mal Zum letzten Tor Banane, ich genieße das Game Extrem, wirklich Macht saumäßig Spaß Wie viel FPS hat das Game? Fünf Hopelkeks ist schwer erkrankt Und wird ohne Bettruhe In wenigen Tagen sterben Digga, was? Justin Was ist los, Meister? Kann ich dich vielleicht sogar im Lazarett heilen? Ja, kann ich sogar Let's go Oh, Freunde, wir haben nochmal Gamba Wir haben nochmal Gamba Rein ins Gamba Rolltreppen, 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 Rolltreppen Bei 100 mache ich wieder die Ziehung Putz Snow Pirat Jawoll Der Mann ist häufig am Start Das erste Video, was ich von dir gesehen habe, war vor vier Jahren Welches war das, Emo? War mal 2020 August 2020 Da habe ich ein Sunshine Hack gespielt Da lief vielleicht noch Donkey Kong Country Returns Oh, was lief denn da noch? Ich habe keine Ahnung Yo, der sieht ja mal mega cool aus Den haben wir noch nicht Das ist ein Waschbär, oder? Oh, das ist ein Wolf? Ne, von der Schnauze würde ich Waschbär sagen Der Kuhn So Was können wir jetzt hier machen? Jamrim, Digga Vor allem, dass du immer noch da bist Zeigt einfach, dass es sehr bergab mit uns geht Oh Boy, was geht jetzt ab? Oh Boy, was geht jetzt ab? Trinning Eiferhammer Okay, Eiferhammer finde ich geil Gnadenlose Axt Er hat Crit Chance Ich nehme den Hammer Oder? Ne, ich gehe auf die Crit Chance Crit Chance ist immer geil Ruf der Krone Ein heiliges Projektil Göttlicher Schneesturm Okay, Freunde Göttliche Zauber Immer krass Göttliche Zauber Immer krass Kannst du römische Zahlen Die Basics, ja Bei mir ist es Mai 2018 Seitdem du mein Leben ruiniert hast Gefäß, ich entbinde dich von deinem Dienst für die rote Krone Bring sie zurück zu mir und nimm das Ende an, das dich erwartet Mit diesem letzten Opfer meines treuesten Anhängers werde ich befreit Endlich werde ich frei sein Komm näher, Gefäß Anna Was machst du mit meinem Kult, du Bastard? Weigern Für meinen Kult Du hast mich also betrogen Du hast dich von meiner Lehre abgewandt Und dich selbst zu einem falschen Götzen gemacht Die Krone gehört nach göttlichem Recht mir Meister, gestatte mir Ich werde diesem Wicht eine Kostenprobe deines Zorns geben Oh boy Das ist gar nicht mal so geil Aua Hab ich schon aufs Maul bekommen Okay Geil Jeder kann sich porten Ah, mit nem Crit hab ich den getötet Geil Jawollo Da haben wir doch schon erledigt Ich werde mich um die Beste kümmern, Meister Ein Okay Wow, okay Okay Der kracht ein bisschen anders Bruder Der hat mir ein bisschen gegeben, muss ich sagen Bro, die Crits von der Axt sind ja mal so sick Immer wenn du Ding machst, dann weißt du so, jetzt, jetzt, jetzt hat's weh getan Okay Der hat mir ein bisschen mehr aufs Maul gegeben Der hat mir ein bisschen mehr aufs Maul gegeben Du glaubst, du hättest gewonnen Du glaubst, du wärst in Sicherheit Vergiss nicht, du gehörst mir Sogar nachdem ich dich abgeschlachtet haben werde Wird dein Schmerz nicht enden Du kannst mir nicht entkommen Oh shit Oh shit Aber ich kann doch gar keine Karten hierher mitnehmen, ne Ist ziemlich unfair Oh ne, jetzt, jetzt kommt hier die Okay Ja, das hat schon besser funktioniert Ups Aufpassen Aua So, wenn ich vielleicht die kleinen töte Bringt mir das was Okay Also ich mach dem schon gut Damage, ne Ah, immer diese Projektile, Mann Ey, diese Projektilkreise sind so unfair Okay Ich muss diese kleinen töten Damit ich mehr Eifer bekomme Um Zauber zu wirken Okay, aufpassen, aufpassen Okay Den hab ich nochmal erwischt Okay Ja Ich kann doch nur irgendwie zweimal Eifer zünden Was hat er jetzt gemacht? Eine Druckwelle irgendwie, ne Okay Okay, was war das jetzt? Jetzt eskaliert er komplett, ne Aua Das war es aber noch nicht, oder? Dachtest du, ich werde besiegt? Dachtest du, das wäre alles, was ein Wesen mimich ausmacht? Hast du der Ansicht, über einen Gott zu stehen? Du bist verdorben, falsches Idol Dein Verderbnis hat sich ohne Zweifel ausgebreitet Ja, ich hab auch keine Dämonen dabei Jo, was machst du mit meinen Anhängern? Seine Augen fliegen Äh, das ist gar nicht mal so cool Okay Ist es wahrscheinlich egal, welches Auge ich treffe, oder? Ja, ich muss beim nächsten Mal auf jeden Fall Dämonen mitnehmen, ne? Safe, safe, safe Mir war jetzt nicht bewusst, dass wir hier instant in so einen Bossfight steppen Also dass der jetzt so instant losgeht Wow, ein Herz, ein Herz Geil Äh Mhm Wah, jetzt hat er mich einmal erwischt Zweimal Shit, ärgerlich Nein Oh, nur noch ein Herz Nein Okay, Freunde, das sieht nicht gut aus Das sieht nicht gut aus Ah, shit Ja, alles gut, alles gut, alles gut Ab wie vielen Jahren ist das Spiel nochmal? Ich weiß es nicht Ich weiß es nicht Ey, aber Bro Das war ein guter Try Dafür, dass wir nicht vorbereitet waren Das war ein sehr, sehr guter Try Dafür, dass wir nicht vorbereitet waren Der war, der war in Ordnung Der war in Ordnung Ich weiß nicht, was danach noch kommt Oh Das ist irgendeine, ach nee Das ist nur irgendeine neue, ja, eine Deko Schmutz, Digga Ja, jetzt werden wir uns erstmal ein paar schöne Dämonen machen Und dann kracht es hier schon mal ganz anders Ich kann mich gerade nicht mehr bewegen Ich Warum? Ich kann mich nicht bewegen Hallo? Hallo? Mein Controller ist noch connected Äh Hallo? Äh Ist mein Spielsack geschmiert? Nee, jetzt geht's Nee Ich speichere Was ist denn jetzt hier los? Ich speichere jetzt erstmal Na, wie speichere ich Hier Annehmen Jetzt Warum geht mein Controller nicht mehr? Hä? Warte mal Hat er noch Akku? Weißt du, wenn ich den jetzt mit Strom anschließe? Ähm Ach, jetzt geht's wieder Warte mal Ich führe das Ritual der Erleuchtung durch Äh, okay So, da unten haben die auch gebetet Gut So, und jetzt mache ich erstmal auch das hier Hier oben Ne Sammeln Hingabe aus anderen Gebäuden Okay, aber ich mag jetzt, dass ich mehr mit blauen Herzen starte Das ist das, was ich haben will Hier, da Ich brauche 20 Goldbarren dafür Aber ich habe ja überall welche machen lassen Na jawoll So muss das Okay So, dann bauen wir jetzt das Gebäude Wir stehen jetzt auch mal hier rüber Das sind meine ganzen Kampfgebäude So, Atom Du gehst pennen So, und jetzt machen wir uns hier ein paar schöne So, jetzt passt mal auf Warte mal Wie kann ich die sortieren? Nach Stufe, bitte Genau Aster Wir machen es Aster zu so einer fetten Bombe Plus 10 Bombe Das finde ich klingt sick So, und dann Snowpirat Nicht Jetzt erstmal wieder nach Stufe sortieren So, duftende Heugabel Sammelt Eifer ein Ja, das ist auch mal geil Das ist auch mal geil Weil dann kriege ich Kann ich nämlich häufiger meine Äh, meine Zauber wirken So, und das ist einfach Schießt alle paar Sekunden Projektile auf Gegner Auch immer geil So Sehr gut So, dann muss ich jetzt auf jeden Fall Irgendeinen meiner Kollegen Hier Warte mal, der ist auf Stufe 3 Ja Und jetzt Atom mal auf 4 Ich bräuchte eigentlich noch jemanden Der mit mir auf Stufe Der auf Stufe 10 nochmal geht Man muss wirklich, glaube ich Echt ganz spezifisch Einzelne Bewohner quasi Pushen Damit die auf Stufe 10 kommen Damit man da Profitieren Davon profitieren kann So Du gehst schlafen, Bro Ich kriege jetzt alle noch Eine fette Inspirationsrede Von mir Mhm So, sehr schön Okay, Freunde Jetzt probieren wir es nochmal Aber ich kann mir von dir Geld geben lassen Danke So Dann probieren wir das Ganze jetzt nochmal Ja, aber den Goldsiegen kriege ich erst in 3 Tagen Typ mit UI Diese Goldeinzahlung von Midas Ja, das habe ich mir auch gerade überlegt Dass vielleicht Dass das Dieses Gewand mit den 4 Karten jetzt sinnvoll ist Weil ich habe ja gar keine bekommen Das ist ein guter Vorschlag, Conan Hatte ich auch schon im Kopf Aber ich habe es tatsächlich vergessen Das probieren wir jetzt mal Ich habe ja diese Klamotte Ah, das ist glaube ich Warte mal Was für ein Ritual Ach, er will dieses Erleuchtungsritual Ne Erhöht Ja, das Tempo Mit der Hingangabe Gut So, betet alle mal ein bisschen mehr für mich So Das bist Du hier, ne 4 Tarot Karten Zu Beginn jedes Durchlauf Let's go Warum ist der Kollege hier mad Ach, weil er glaube ich gerade Steuern zahlen musste Sorry, Bro Okay So, 3 Dämonen habe ich Wir werden fett Tarot Karten mitnehmen Freunde Schauen wir mal Wie der zweite Durchlauf läuft Was? Ihr habt gerade nicht für Code gevotet Ey, Andy, by the way Danke für dein frisches Prime Sub Du geile Sau Schon verzweifelt Wie du battlest Dass man in den Stream kommt Ja, Titus, ne Traurig Es geht bergab mit mir Leider kein Code So Oh Ich kriege Ich glaube, ich kriege keine Karten Beim Final Boss Donnerbüchse Warte mal Was haben wir für Zauber? Lässt die Erde aufbersten Und setzt eine Horde Geister frei Die Gegner angreift Göttlich Ich habe hier zwei göttliche Explosion Die mich unverwundbar macht Oder göttliche Vergiftung Ich gehe auf Unverwundbarkeit Weil ich nicht weiß, ob ich Bosse vergiften kann Ich weiß nicht, ob ich Bosse vergiften kann So, jetzt haben wir hier Nekromantenschwert Na, ich töte nicht viele Einzelne Nekromantie ergibt nicht viel Sinn Das wäre mehr Eifer Dann könnte ich noch häufiger die Unverwundbarkeit ballern Das ist eigentlich eine gute Sache Oder Ja, diese Chance Leben zu bekommen Aber ich habe immer das Gefühl Ich kriege da nie Leben Aber auch nur für den Kill kriege ich Leben Ne, ich kill ja nicht Ich mache mir nur Schaden Ja, dann nehme ich das Mit dem Eifer Ich habe eh einen Dämon dabei Der den Eifer für mich einsammelt Das heißt, ich kann permanent Diese Unverwundbarkeitsexplosion Ballern Das ist die Idee Das ist die Idee Okay Also ich sage es mal so Meine, meine Büchse Ne, meine Shotgun Macht, oh, ich habe ein blaues Herz bekommen Ne Geil Meine Shotgun Macht nicht viel Damage Aufpassen, aufpassen, aufpassen Aua, scheiße Aber So prinzipiell Das reinballern kracht, ne Also meine Zauber sind sick Schade Oh nein Jetzt macht er das wieder Sehr gut Okay Sehr gut Sehr gut Ey Lea, wir sind so am Grinden Noch mein blaues Herz Sehr schön Sehr schön Okay Direkt rein und eine Unverwundbarkeit nehmen Damit wir hier direkt mal so ein bisschen Ruhe haben Sehr geil Scheiße, er hat mich einmal erwischt Ich brauche mehr Eifer Ich brauche mehr Eifer Okay Ich brauche meinen Dämon, der den Eifer für mich einsammelt Aber ich muss glaube ich töten, dass ich mehr Eifer bekomme, ne Das heißt, ich glaube, ich muss tendenziell diese kleinen Kollegen da erschießen, ne Damit ich diesen erhöhten Eifer bekomme Aua Aua, das war dumm Genau Ich gehe mal weiter auf die kleinen Ja, da war wieder Eifer dabei Aha Ich töte die kleinen Um dann meine Zauber auf den großen zu feuern Das ist die Idee So, den Kampf kann ich ja wirklich noch super entspannt spielen, ne Ich habe ja keinen Zeitdruck Sehr gut Aha Jetzt steckt er irgendwie im Boden fest Ich glaube, das war gut Oh, Bruder Jetzt geht das los Yes Was? Wo kam der Damage her? Der hatte denn nicht gerade noch irgendwie Drittel Leben oder so? Äh, Döner Das Game hat einen insane riesigen Wiederspielwert Weil du nach dem ersten Spielen Ganz anders dein Stuff optimieren kannst Und es ist ja sowieso aufgrund des Zufallsfaktors mit den Waffen und so Äh, ist es ja sowieso so, dass, äh Jedes Playthrough anders ist Weil du immer eine andere Waffe und, und immer Äh, immer andere Zauber hast Okay Jetzt bin ich gespannt Jetzt bin ich gespannt Ja, wir haben auf jeden Fall mehr Leben als davor Ja genau Roguelike Das ist ja der Sinn von Roguelikes Dass jedes Playthrough anders ist Oh, großes Lamm Es war kein Zufall Es war deine Macht, die den Damage beschworen hat Boah, mein Damage ist Alter Was ist passiert, Mann? Sehr gut Aufpassen Oha Das erste ist schon down Und ich hab nochmal ein blaues Herz bekommen Ich kann das alles nicht mehr Das ist ja viel zu heftig Jetzt hab ich einmal auf den Mund bekommen Dauerei Ey, diese Schrotflinte ist ja anders So Was, was macht der jetzt? Oh, das ist gar nicht mal so geil Aber da kann man durchrollen Ja, da kann man durchrollen So, ich hab ja aber jetzt ganz viel Eifer wiederbekommen Dadurch kann ich mich erstmal wieder unverwundbar machen Yes Okay Kann ich jetzt ihn angreifen? Sind blaue besser als rote Blaue Herzen kannst du einsammeln Solange Also blaue Herzen können immer zusätzlich zu den roten noch dazukommen Also du kannst im blauen Herzen mehr leben als deine maximalen Leben haben Du hast mich verdrängt, falsches Idol Erbärmliches Gefäß Verdammtes Lamm Nun, was soll es werden? Eine rachsüchtige Gottheit oder eine barmherziger Feigling? Die Wahl liegt ausnahmsweise in deiner Hand Chat Chat Ich mach'n Poll Ich mach'n Poll Was tun? Töten Verschonen Ihr könnt im Chat abstimmen Ihr könnt im Chat abstimmen Ihr könnt im Chat abstimmen Ich hab'ne Abstimmung in den Chat gemacht Ihr könnt im Chat selber abstimmen Okay In euch steckt Gutes In euch steckt Gutes Ich bin stolz auf euch, Chat Ich bin stolz auf euch Wir verschonen ihn Bist schwach Ein erwärmliches Ding Narr von einem Warte Warte Ab in den Kult mit dir Der Alte, der einfach nicht zu uns kommt Als Gefäß wiedergebogenes Opfer Steige ein weiteres Mal empor Und nimm wahre Gestalt an Nicht länger ein Diener Sondern ein Gott Und das war's? Oh, man Ey Junge Das Spiel ist ja mal so geil Das Spiel ist der absolute Wahnsinn Ja Ich mein' Du kannst jetzt einfach noch weiterzocken Und Einfach noch Es gibt ja noch ganz viele Level Die man jetzt machen könnte Du könntest jetzt immer weitergrinden Um noch krassere Runs zu machen Aber Stimmt fast Der Timer ist ja mal voll geil Alter Dieses Spiel war eine 10 von 10 Also wirklich eine 10 von 10 Du kannst jetzt Den endgültiger Todmodus aktivieren Ah, das ist wahrscheinlich Wenn du einmal stirbst Ist der Run vorbei, ne? Du kannst den Buße-Modus aktivieren Oh, das hat ja mal so Laune gemacht Also wirklich Das war ein wahnsinnig krasses Spiel Ein wahnsinnig krasses Spiel Es ist Ich bin so froh Ich bin so froh Diesen Spiel gespielt zu haben, Freunde Ich bin richtig sad Dass es vorbei ist Ich bin richtig sad Aber es war jeden Cent wert So Freunde Einmal Gamba noch Wer wird Wer wird Der 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 Innehaber Von dem Kollegen Wer Wer gibt dem Endboss Seinen Namen Kannst du Justin Noch umbringen Jambran Wie viel ist dir das wert Bam Ui Bang Alter Let's go Let's go Leider nicht Döner Schade 10 Euro Justin Dazu kann ich nicht Nein sagen Warte mal Ui Bang muss jetzt erstmal selber Der muss jetzt mal kurz den Kollegen hier Machen Ui Bang Kannst du Kannst jetzt bitte hier Oh Ich kann nochmal ziehen Machen Genialter Fast Vier Jahre Tier 3 Dankeschön Mann Dankeschön Justin Jambran Zahlt damit quasi dein Gehalt Junge Heskamots Let's go Ich biete dir dagegen Lebenslange Knechtschaft Gegen Bezahlung Ich mein Wir sind in diesem Kult Eine Demokratie Freunde Justin Leben lassen Für Knechtschaft Töten für 10 Euro Umfrage ist im Chat Unser Kult ist eine Demokratie Irgendwie könnt ihr alle Irgendwie könnt ihr alle kein Hallo könnt ihr Ah Jetzt hat Ui Bang Hat was gemacht Sehr schön Dritte Ausfall Wirklich 10 Euro Sind 10 Euro Oh Justin Justin That doesn't look good Und jetzt Zerhackstücken Will ich auch noch Mach 3 Subs Für die Community Jamram Gift Subs Immer besser Da hat die Community Was von Hehehehe 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 Young Elephant Hehehehe Hehehehe Stimmt, wir können noch gucken, was bei mir das jetzt gleich ist. Ey, Ui, bang, du hast doch... Warte mal. Du hast doch ein Bett hier, Meister. Leg dich doch ins Bett, Mann. Ein Mann, ein Wort wie Hodor. Let's go, JamRam. Kann Jonas wenigstens mit einem 1-Stunden-Timeout dafür büßen? Hat er nicht quasi mit seinem Geldbeutel dafür gebüßt? Wir müssen auf jeden Fall noch eine Predigt halten. Das ist wichtig. Oh, und ich kann sogar noch mal hier... Oh, oh, wir kriegen noch mal ein neues Gewand. Wow, 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 wow. Was haben wir denn hier? Es spawnen keine Herzen, aber du kannst dich mit Eifer heilen. Das ist krass. Nach jedem Raum wird dein Herz geheilt. Dein Bewegungstempo und deine Anfangsgesundheit steigen, aber du kannst nicht rollen. Oh, das ist auch interessant. Es dürfen nur Flüche verwendet werden. Halte vier Fluch-Tarot. Das ist geil. Ein Treffer, keine Wiedererweckungen. Teile den zehnfachen Schaden aus. Quasi alles ist One-Shot. Hä, voll geil. Richtig geile Gewänder, die es da gibt. So, das haben wir hier. Schalte verfluchte Relikte frei. Okay. Jassi, danke schön für die 17 Monate Prime. Kleiner als drei. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, der Olymp hat sich allein schon für dieses Spiel gelohnt. Richtig, richtig. So, und jetzt schauen wir mal, ob bei mir das... Ob wir diesen... Ob wir das... Warte mal, was geht hier ab? Warum leuchtet das so schwarz? Ah, weil ich... Ah, die neue Gebetstafel schon wieder verkünden kann. Okay. Aber wir haben fast alle Gebotstafeln vollständig. Das ist krass. Wähle einen Anhänger aus, der die Sünde anderer auf sich nimmt. Das ist geil. Da kannst du nämlich mehr Sünde auf einen Charakter sammeln. Viro! Zwei Gifte, Zafs an die Community! Dankeschön! Vielen Dank, Mann! Anhänger verspeisen einen ausgewählten Anhänger. Erzeugt volle Sünde, aber 40 Glauben geht verloren. Das ist geil. Damit kann man... Da kann man alte Männer verspeisen. Wir müssen eh die alten töten. Wir haben fast alle Doktrinen verteilt. Das ist wirklich... Also... Wir haben viel vom Spiel gesehen, würde ich sagen. Ich glaube, wir haben wirklich viel vom Spiel gesehen. Alte Männer verspeisen geht auch anders. Aber nur, wenn sie Mats Mikkelsen sind. Moinohibi und Chet wünsche euch einen schönen Sonntag. Tama, wolltest du nicht pennen gehen? Du bist doch seit Ewigkeiten wach, Mann! Jo, grün auch noch mit einem Gifte-Zapf an Jan! Let's go! Dankeschön! Und ich nein, danke dir auch noch für den Zappen! So, warte mal, jetzt kann ich hier auch noch... Mann, ich kann das Game nicht aufhören. Ich sag's, wie es ist. Das macht viel zu viel Spaß. Das Game macht viel zu viel Spaß. Hier jetzt noch alles hoch zu grinden. Ist sehr befriedigend. Oh, Justice hat sehr viel Sünde. Freunde, wir öffnen wieder die Bar. Abschlussbesäufnis! Leucht! Kriegt ihr noch was? Getränkemischerweste! Hahaha! Wie geil! Nee, Jacqueline noch nicht. So, wir lassen gleich neuen Wein produzieren. Wir machen jetzt einfach ein komplettes Besäufnis hier. Ah, der und Kevin und Eimann Apple sind nicht mal, äh... Sind nicht mal besoffen, äh... Geworden. Jack Gapel! So, wo ist unser Barkeeper? Warte mal, ich will jetzt aber die Bar noch auf Stufe 2 upgraden. Das muss jetzt. Das muss jetzt. Ach, da fehlt mir eine Sünde für. Ja, okay. Rein da. Ein Besäufnis nach dem anderen, bis ich eine Sünde habe. Wir halten was aus. So. Halber Preis auf Rituale ist krass. Das ist richtig krass. Aber es braucht man auch bei dieser Anzahl Rituale, die man hat. Und die Abklingzeiten werden halt... Yo, das ist ultra mächtig, Mann. Seit wann haben wir Fiat Punto als Emote? Äh, seit wir Need for Speed. Mitgespielt haben. In dem Auswahlraum liegen eine Million Euro. Okay. Wenn da keine eine Million Euro liegen, Feli, dann, äh... kriegst du einen Timeout. Oh, das geht jetzt ab. Ich ersuche den neu ernannten Gott, Nachfolger seiner Opfer. Fühlst du nicht, wie die Grenze zwischen dieser und der nächsten Welt begonnen hat, sich aufzulösen? Deine Pflichten entbehren jeder Kunst. Du bringst den Bischöfen den Tod, aber du gewährst ihm keine Ruhe. Theoretisch müsste man jetzt jeden Priester nochmal... Es ist jetzt gar nicht eine Art New Game Plus, oder? Aber das, das... Ich glaube, das brauchen wir nicht. Wir haben die Credits gesehen, Freunde. Wir haben die Credits gesehen. Also, das Spiel gilt trotzdem, weil es durchgespielt. Man könnte jetzt nochmal massiv schlachten gehen, wenn man will. So New Game Plus-mäßig, schätze ich. Aber da waren keine 1.000.000 Euro drin. Äh, da, da, da gebe ich... Da, da gebe ich recht. Feli, wir sehen uns in 5 Minuten wieder. Oder in 10. Ey, Tammer, ich gebe dem Game eine glatte 10 von 10. Ich hatte, ich hatte den Spaß meines Lebens mit diesem Spiel. So. Die Bar ist schon wieder eröffnet. Oh, Sesh Master wurde umgebracht. Ihr Schweine, Alter. Ihr Schweine. Ihr Schweine. Nein, Tammer, also das war ein Spiel, was ich jedem nur wärmsten Herzens empfehlen kann. Das war ein... Es war ein großartiges Spiel, an dem ich nichts auszusetzen habe. Wirklich, ich hatte einfach nur Spaß. Ich hatte einfach nur Spaß. Die müssen mehr saufen, damit ich mal wieder so eine Sünde von denen kriege. Hier, komm, jetzt machen wir hier mal so einen Kotsaft. Ne, jetzt machen wir nicht. Die trinken einfach Wein. Einfach weiter Wein sippen. Irgendwann kriege ich schon wieder so eine Sünde von denen. Oh, da machen wir die Bar mal wieder auf. Und wir geben direkt wieder drei Weinen in Auftrag. Ah, Kevin kommt wieder zum Saufen. Die prügeln sich hier, Alter. Jetzt kracht sie aber anders. Was passiert denn hier? Stalkt der den? Bro, die sind alle besoffen, Digga. Komm, ey. Kann der Kult auch untergehen? Boah, das weiß ich nicht mal. Das kann ich dir nicht mal sagen. So, ab ins Bett mit euch. Ach, die prügeln sich schon wieder, Digga. Wie schnell sich auch dieser Toten hier mal aufhört, ne? Ah, wir haben schon einen starken Kult. Wir haben einen sehr starken Kult. Oh, Kevin hat fast eine Sündenschlange voll. Führe das Ritual des Fastens durch. Nö. Auf gar keinen Fall. Du säufst weiter, Kevin. Warte mal, mein Controller hat gerade gelibriert. Warum das denn? Geht jetzt, pennen ihr beide. Ah, ach, die fressen noch was. Die typische Mahlzeit nach dem Saufen. Man kennt's. Man kennt's. Brot nach Hause. Wie wahrscheinlich ist es, dass du kalt auf der Lampen auch außerhalb des Olympus mal auspackst? Ich glaube, das ist recht wahrscheinlich, Ontos. Danke dir für den Fünfer. Aber wenn es jetzt wirklich sogar noch so eine Art New Game Plus gibt, so, why not? Ich sehe keinen Grund, da noch mal ein bisschen weiter zu zocken. Ich sag's, wie es ist. Wir müssen noch mehr saufen. Okay. Aber ich muss erst meine Predigt halten. Meinem Glauben geht's gerade nicht so gut. Stimmt, wir können jetzt zu den Midas noch gehen. Oh. Warte mal, jetzt kann ich hier einmal eine Masseninspiration machen. Jetzt liegt bei mir das eine Million Gold. Okay. Wenn da keine... Nein, nicht was. Jetzt müssen wir schon noch nachgucken, was da ist. Oh, jetzt bin ich, glaube ich, zum Strand. Nein, jetzt bin ich zum Angeln. Da, da... Ah, nee, da. Angeln bringt, glaube ich, auch viel Geld. Also, ich glaube, Angeln ist auch eine Sache, die für Geld geil ist. Weil du diese Fische recht teuer verkaufen kannst. So, abheben. Die Götter der Goldmünze sind mit deinem Opfer zufrieden. Ja, ah, lol! Da kann man Geld anlegen und dann Gamba-mäßig mehr Geld rausbekommen, oder was? Ja, das ist doch geil. Das ist doch geil. Ich bin reich! So, und jetzt noch der letzte Akt. Dann machen wir für Cult of the Lamb Feierabend. Ich will jetzt noch einmal gucken, wie jetzt so ein Kampf aussieht. Muss ich jetzt auch wieder viermal ins Düsterholz? Oder muss ich jetzt nur einmal gegen die kämpfen? Ah, Bewegungstempo 1,5. Karte wird aufgedeckt. Hinterlasse beim Treffer... Okay, ich habe richtig geschissene Karten bekommen. Vampir-Donnerbüchse. Und auf vorbrechende Eis sollen die Gegner ein. Warte mal. Mann, ich wurde schon wieder getroffen. Schick, ich habe jetzt schon meine schwarzen Herzen verloren. Gar nicht mal so geil. Aber ich habe jetzt die Karte oben. Das ist das Gute. Ah, aber ich mache schon fett Damage gegen die, ne? Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen... Meine Karten sind nicht sehr Bombe, aber mein Damage schon. Aber ich meine, das New Game Plus ergibt ja auch nur Sinn. Weil, ähm... Es wäre ja irgendwie dumm, wenn du dann diese ganzen Tarot-Karten dir freigespielt hättest. Ne? Diese ganzen Boni. Und sie dann am Ende einfach gar nicht nutzen kannst. Also ich finde, ein New Game Plus ergibt in dem Spiel sehr Sinn. Und man fühlt sich jetzt halt schon sehr mächtig. Muss man jetzt auch zugeben. Das macht... Ich kann nicht leugnen, dass es jetzt schon Spaß macht, sich hier durchzuschnetzeln. Und diese ganzen Gegner, gegen die man halt am Anfang so Probleme hatte, jetzt so verhältnismäßig einfach, äh, wegzuschlachten. Okay. Maybe sind die Bosse sogar angepasst. Können wir gleich mal gucken. So viel zieht einmal alles. Boah, das Eifling ist auch mächtig. Ey, muss ich sagen, ich fange langsam an, die Shotgun als bestes, als bestes Kampf-Item anzusehen. Also wie präzis... Also du kannst halt so geil auf Distanz bleiben. Und dadurch fällt es viel leichter, dadurch fällt es viel leichter, äh, den Attacken auszuweichen. Stimmt. Und das ist jetzt halt auch wieder mega motivieren für 100%-Jäger. Weil man steht jetzt nicht nur noch idiotisch in seiner Basis rum, sag ich mal. Und grindet halt einfach nur noch stupide diese Predigten und so. Sondern du hast jetzt halt auch wieder Grund, kämpfen zu gehen. Und das Kämpfen ist sogar noch befriedigender geworden. Also eigentlich... Eigentlich sehr smart gelöst. Kalt auf der Lamp ist, glaube ich, gerade abgeschmiert. Ich habe hier irgendwie... Kalt auf der Lamp, Unity, irgendwas. Ich habe gerade... Irgendwas... Das war einfach ein Zeichen Gottes. Es war ein Zeichen des Lamms. Es war ein Zeichen des Lamms, dass wir durch sind mit Kalt auf der Lamp. Das Game Lonely ist durch und durch eines von den Guten, ja. Das Game Lonely ist durch und durch ein Zeichen des Lamp. Und das war ein Zeichen des Lamps. Vielen Dank.